Doch niemals ging er zu ihr mit hinauf. Zweimal nur hatte er nachmittags an der Haupt- und Staatsaktion teilgenommen, die für sie der Tee bedeutete. Die Stille und Leere der kurzen Straßen, die fast alle aus kleinen, aneinanderstoßenden Privathäusern bestanden, deren Einförmigkeit unvermittelt von irgendeinem düsteren Kramladen unterbrochen wurde, der als ein beschämender Überrest Zeugnis von jenen entschwundenen Zeiten ablegte, wo dies noch ein übel beläumundetes Stadtviertel war, Der Schnee, der noch im Garten und auf den Bäumen lag, das inoffizielle Gewand der Jahreszeit, die Nähe der Natur gaben der Wärme, den Blumen, die den Eintretenden begrüßten, etwas umso Heimlicheres. An dem links im Hochparterre gelegenen Schlafzimmer Odets vorbei, dessen Rückseite auf eine kleine Parallelstraße ging, führte eine gerade Treppe zwischen dunkel gestrichenen Wänden, von denen orientalische Stoffe, türkische Rosenkränze und an einer Seidenschnur eine große japanische Laterne, die aber, um den Besuchern nicht die letzten Errungenschaften der Zivilisation vorzuenthalten, eine Gaslampe enthielt, herunterhingen, zum Salon und Wohnzimmer hinauf. Vor ihnen lag ein kleiner Garderoberaum, dessen Wand mit einer Art von vergoldetem Spalier bedeckt und von einem in seiner ganzen Länge rechteckigen Kasten begleitet war, in dem wie in einem Treibhaus jene großblumigen Chrysanthemen blühten, die zu jener Zeit noch selten waren, aber weit hinter denen zurückblieben, die heute die Kunst der Gärtner erzielt. Svan hatte an sich etwas gegen die Blume, die im Laufe des letzten Jahres derart in Mode gekommen war, aber diesmal hatte es ihn gefreut, das halbdunkel des Raumes von den duftigen, strahlenförmigen Blättern dieser Blüten, die an grauen Tagen umso leuchtender werden, in rosigen, orangefarbenen und weißen Streifen aufgehellt zu sehen. Odette hatte ihn in einem Hausgewand aus rosa Seide, das den Hals und die Arme freiließ, empfangen. Sie hatte ihn auf einen Sitz neben sich in eine jener kleinen, lauschigen Nischen gezogen, die in den Winkeln des Salons durch riesige Palmen in Topfhüllen aus chinesischem Porzellan oder durch Wandschirme, an denen Fotografien, Bandschleifen und Fächer befestigt waren, erst geschaffen wurden. Dann aber hatte sie zu ihm gesagt, »Sie sitzen noch nicht gut. Warten Sie, ich mache es Ihnen bequem.« Und mit einem kleinen, selbstzufriedenen Lächeln, als führe sie eine ganz neue, eigene Erfindung vor, hatte sie hinter Svans Kopf und unter seine Füße Kissen aus Japanseide geschoben, die sie vorher beliebig zurechtknüllte, so als verschwende sie absichtlich diese Schätze ohne Rücksicht auf ihren Wert. Aber als dann der Diener gekommen war und nacheinander die zahlreichen Lampen gebracht hatte, die fast alle mit einer chinesischen Vase als Fuß einzeln oder zu zweien auf verschiedenen Möbeln wie auf Altären aufgestellt, in dem schon beinahe nächtlichen Dunkel des Winternachmittags einen umso dauerhafteren, rosigeren und menschlicheren Sonnenuntergang hervorzauberten, vielleicht auch in irgendeinem Verliebten, der unten auf der Straße vor dem Geheimnis dieser von den erhellten Fenstern gleichzeitig enthüllten und verborgenen Gegenwart stand, Träume aufsteigen ließen, hatte sie mit strengen Seitenblicken ihren dienstbaren Geist überwacht, um zu sehen, ob er auch jede auf ihrem geheiligten Platz niedersetzte. Sie meinte, wenn auch nur eine einzige nicht an der richtigen Stelle sei, werde der Gesamteffekt ihres Salons zerstört und ihr Porträt, das auf einer schrägen, mit Plüsch drapierten Staffelei stand, nicht das rechte Licht erhalten. So folgte sie fieberhaft den Bewegungen des derben Burschen und gab lebhaft ihrem Unwillen Ausdruck, weil er zu nahe an zwei großen Blumenschalen vorbeigestreift war, die sie aus Angst, er könne sie zu Schaden kommen lassen, selbst zu reinigen pflegte und die sie gleich darauf untersuchen ging, um zu sehen, ob er auch nicht etwa eine Ecke abgestoßen habe. Sie fand die Formen aller ihrer chinesischen Nippesfiguren amüsant, ebenso wie die der Orchideen, besonders der Katleias, die neben den Chrysanthemen ihre Lieblingsblumen waren, weil sie den großen Vorzug besaßen, nicht wie Blumen auszusehen, sondern als seien sie aus Seide oder Atlas gemacht. »Die da sieht aus, als wäre sie aus meinem Mantelfutter ausgeschnitten«, sagte sie zu Svan, indem sie auf einer Orchidee zeigte, und zwar mit einer gewissen Hochachtung vor einer Blume, die derartig schick war, dieser eleganten, völlig unerwartet von der Natur ihr zum Geschenk gemachten Schwester, die auf der Stufenleiter der Schöpfung so weit von ihr entfernt war und doch so raffiniert, würdiger als viele Frauen, einen Platz in ihrem Salon zu erhalten. Sie zeigte ihm nacheinander feuerzüngige Drachen auf einem Porzellangefäß oder einem gestickten Wandschirm, die Blütenblätter eines Orchideenstraußes, ein Dromedar aus Silber mit schwarzer Emaiauflage und eingesetzten Rubinaugen, das auf ihrem Kamin mit einem Jadefrosch gute Nachbarschaft hielt, und tat abwechselnd so, als habe sie Angst vor dem bösen Ausdruck des einen oder als lache sie über das groteske Aussehen des anderen Untiers, als erröte sie über die Indezenz der Blumen oder als hege sie ein unwiderstehliches Verlangen, das Dromedar oder die Kröte zu küssen, die sie einfach süß fand. Diese affektierten Gefühlsäußerungen standen in merkwürdigem Gegensatz zu gewissen echten Regungen aufrichtiger Verehrung, zum Beispiel für die Madonna di Laghetto, die sie vormals, als sie in Nizza wohnte, von tödlicher Krankheit geheilt habe, deren Bild sie immer in Gestalt einer Goldmünze auf sich trug und die sie für unbegrenzt wundertätig hielt. Odette bereitete Svan seinen Tee und fragte ihn, Zitrone oder Rahm? Wenn er Rahm antwortete, setzte sie lachend hinzu, aber nur einen Tropfen. Fand er ihn gut, so sagte sie, sehen Sie, ich weiß jetzt schon, wie Sie ihn gern trinken. Dieser Tee war schließlich auch Svan als etwas so Kostbares erschienen wie ihr selbst, und so sehr hat die Liebe das Bedürfnis, sich eine Rechtfertigung und eine Garantie ihrer Dauer zu verschaffen, durch Vergnügungen, die ohne sie keine solchen wären, und mit ihr wieder aufhören, es zu sein, dass er, als er sie um sieben Uhr verlassen hatte, um sich zu Hause umzuziehen, während der Fahrt in seinem Wagen in dem Übermaß an Freude, die dieser Nachmittag ihm bereitet hatte, sich mehr als einmal sagte, es müsste wirklich sehr angenehm sein, so eine nette Person ganz für sich zu haben, bei der man etwas so Seltenes fände wie einen wirklich guten Tee. Eine Stunde später erhielt er ein Wort von Odette. Er erkannte gleich ihre große Schrift, in der eine gewisse affektierte englische Steifheit, den formlosen Buchstaben, in denen vielleicht ein weniger voreingenommener Blick die Unordnung der Gedanken, die unzulängliche Erziehung, den Mangel an Offenheit und klarem Willen erkannt hätte, einen Anschein von Disziplin verlieh. Zwan hatte sein Zigarettenetui bei Odette vergessen. Warum haben sie nicht auch ihr Herz bei mir liegen lassen? Ich hätte ihnen nicht erlaubt, es sich wiederzuholen. Ein zweiter Besuch, den er ihr machte, war vielleicht noch bedeutungsvoller. Als er an diesen Tage zu ihr ging, hatte er sie sich wie jedes Mal im Voraus vorgestellt, und die Notwendigkeit, in der er sich befand, um ihr Gesicht hübsch zu finden, ihre Wangen, die so oft gelblich, schlaff und sogar mit kleinen roten Flecken übersät waren, nur auf den oberen, straffen und rosigen Teil zu beschränken, stimmte ihn traurig als ein Beweis dafür, dass das Ideal unerreichbar und das Glück recht mittelmäßig sei. Er brachte ihr einen Stich mit, den sie sehen wollte. Sie fühlte sich nicht recht wohl und empfing ihn in einem mauvefarbenen Morgenrock, dessen reich bestickte Enden sie wie einen Umhang über der Brust zusammenhielt. Neben ihm stehend ließ sie ihr gelöstes Haar offen an ihren Wangen niederhängen und bog das eine Knie in einer fast tänzerischen Pose, um sich desto bequemer über den Stich beugen zu können, den sie mit geneigtem Kopf betrachtete und den großen Augen, die so müde und leidvoll wirkten, wenn sie unangeregt war. Da auf einmal erkannte Svan, dass sie auf rapante Weise der Gestalt Sephoras, der Tochter Jethros, auf einer der Fresken in der Sixtinischen Kapelle glich. Svan hatte schon immer die Neigung gehabt, in den Bildern der großen Meister, nicht nur in allgemeinen Zügen, die uns umgebende Wirklichkeit wiederzuerkennen, sondern auch gerade das, was am wenigsten allgemein zu sein scheint, nämlich die individuellen Züge der ihm bekannten Gesichter. So in einer Bildnisbüste des Dogen Pietro Loredan von Antonio Rizzo, die vorspringenden Backenknochen, die schräg gestellten Brauen, kurz das schlagende Abbild seines Kutschers Rémy. Mit den Farben-Guirlandaios fand er die Nase des Monsieur de Palency dargestellt, in einem Porträt Tintoretos, die füllige Wange mit dem Backenbart-Ansatz, die gequetschte Nase, den durchdringenden Blick, die verschwollenen Lieder des Dr. Duboulbon. Vielleicht war es so, dass er im Grunde immer irgendwie bedauert hatte, sein Leben ganz auf das Gesellschaftliche und die Konversation beschränkt zu haben und nun eine Art Ablass von Seiten der großen Künstler in der Tatsache fand, dass auch sie Gesichter mit Vergnügen betrachtet und in ihr Werk aufgenommen hatten, die diesem einen eigenartigen Zug von Wirklichkeit und Leben, eine gewisse Art von Modernität verleihen. Vielleicht aber hatte er sich auch so sehr von der Frivolität der Weltleute erfassen lassen, dass er das Bedürfnis verspürte, in einem alten Kunstwerk solche vorgreifenden und verjüngenden Anspielungen auf ganz bestimmte Persönlichkeiten unserer Tage zu erkennen. Oder aber er hatte im Gegenteil so weit die Künstlernatur in sich bewahrt, dass individuelle charakteristische Züge ihm umso größeres Vergnügen bereiteten, wenn sie eine allgemeinere Bedeutung bekamen. Sobald er sie nämlich isoliert von allen Voraussetzungen befreit, in der Ähnlichkeit eines älteren Bildniswerkes mit einem Original erkannte, das es gar nicht darstellte. Wie dem aber auch sei, und vielleicht gerade weil die Fülle der Eindrücke, von denen er neuerdings bewegt war, obwohl sie ihm eigentlich mehr aus der Neigung zur Musik erwachsen war, auch seine Liebe zur Malerei neu belebte, wurde das Vergnügen, dass er in diesem Augenblick in der Ähnlichkeit Odets mit der Sephora jenes Sandro di Mariano fand, dem man mit Vorliebe seinen volkstümlichen Beinamen Botticelli gibt, welche anstelle des wahren Werkes jenes Malers die banale und falsche Vulgärvorstellung von ihm zu benennen scheint, noch vertieft und sollte auf Svan einen nachhaltigen Einfluss ausüben. Svan schätzte jetzt Odets Gesicht nicht mehr nach der mehr oder weniger guten Beschaffenheit der Wangenpartie ein oder nach ihrer rein fleischlichen Weichheit, die er verspüren zu müssen glaubte, wenn er je wagen sollte, sie in einem Kuss mit seinen Lippen zu berühren, sondern als ein meisterhaft geführtes, schönes Linienwerk, dem seine Blicke folgten, indem sie seine verwickelten Kurven von der Neigung des Nackens bis zum Ansatz des fließenden Haares und der Wölbung der Augenlider begleiteten wie in einem Porträt von ihr, das ihren Typus erst klar und verständlich herausgestellt hätte. Er schaute genauer hin. Ein Freskenfragment bot sich in ihrem Antlitz und ihrem Körper dar, dass er von da an immer darin wiederzuerkennen suchte, wenn er bei Odette war oder wenn er auch nur an sie dachte, und obwohl er auf das Werk des Florentinas zweifellos nur solchen Wert legte, weil er es in ihr wiederfand, so übertrug doch diese Ähnlichkeit auch auf sie eine besondere Schönheit und vermehrte ihre Kostbarkeit. Svan machte sich einen Vorwurf daraus, dass er den Rang eines Wesens verkannt hatte, das dem großen Sandro anbetungswürdig erschienen wäre, und er beglückwünschte sich, dass das Vergnügen, das er bei Odettes Anblick empfand, in einer ihm vertrauten ästhetischen Kultur eine Rechtfertigung fand. Er sagte sich, dass er, indem er Odette mit seinen Träumen vom Glück assoziierte, sich nicht mit einem so unvollkommenen Notbehelf abfand, wie er zunächst gemeint hatte, da diese Ideenverbindung seinen raffiniertesten Kunstansprüchen entgegenkam. Er vergaß dabei, dass Odette dadurch in keiner Weise mehr zu einer Frau wurde, die seinen Wünschen entsprach, da ja sein Liebesverlangen immer gerade in einem seinen ästhetischen Neigungen ganz entgegengesetzten Sinn orientiert war. Die Bezeichnung »Florentinisches Meisterwerk« erwies Svan einen überaus großen Dienst. Sie erlaubte ihm, Odettes Bild in eine Welt der Träume hineinzunehmen, zu der es bislang keinen Zugang gehabt hatte und in der es eine Veredelung erfuhr. Und während der rein körperliche Aspekt, den er von dieser Frau gehabt hatte, seine Zweifel über die Qualität ihrer Züge, ihres Körpers, ihrer Schönheit schlechthin unaufhörlich von Neuem genährt und seine Liebe abgeschwächt hatte, wurden diese Zweifel hinfällig gemacht, seine Liebe befestigt, wenn er sich in ihrer Beurteilung auf die Gegebenheiten einer gesicherten Ästhetik stützen konnte. Ganz zu schweigen davon, dass Kuss und Umarmung, die nur als etwas Natürliches und Mittelmäßiges erscheinen, wenn eine Frau mit welkenden Reizen sie gewährt, nun, wo sie zur Krönung der anbetenden Bewunderung für ein Meisterwerk wurden, für ihn etwas Übernatürliches und Köstliches bekam. Wenn er sich versucht fühlte zu bedauern, dass er seit Monaten nichts anderes mehr trieb, als sich mit Odette zu treffen, sagte er sich jedes Mal, dass er recht hatte, seine Zeit einem unschätzbaren Kunstwerk zu widmen, das einmal ausnahmsweise aus einem anderen und besonders ansprechenden Stoff gefertigt war. Ein äußerst seltenes Exemplar, dem er bald mit der Demut, dem rein geistigen Interesse und der Selbstlosigkeit des Künstlers, bald mit dem Egoismus, dem Stolz und der Begehrlichkeit des Sammlers huldigte. Anstelle einer Fotografie von Odette stellte er auf seinem Arbeitstisch eine Reproduktion der Tochter Jethros auf. Er bewunderte die großen Augen, das zarte Gesicht, das auf die Unvollkommenheit der Haut schließen ließ, das Haar, das in herrlichen Locken an den müden Wangen niederhing, und indem er das, was er bislang im rein ästhetischen Sinn schön gefunden hatte, auf die Vorstellung von einer lebenden Frau übertrug, machte er körperliche Vorzüge daraus, die er sich beglückwünschte, in einem Wesen vereinigt zu finden, das er besitzen konnte. Aus der unbestimmten Sympathie, die uns vor ein Meisterwerk führt, das wir betrachten können, wurde nun, da er das fleischgewordene Original der Tochter Jethros kannte, ein Besitzverlangen, wie es Odette in ihrer nur körperlichen Erscheinung ihm zunächst nicht hatte einflößen können. Wenn er den Botticelli lange genug betrachtet hatte, dachte er an seinen Botticelli, den er noch schöner fand. Er zog die Fotografie der Sephora näher an sich heran und glaubte, Odette ans Herz zu drücken. Und doch hatte er nicht nur das Bedürfnis, einem gewissen Nachlassen im Verhalten von Odette so erfindungsreich zu begegnen, sondern auch einer gewissen eigenen Müdigkeit. Er hatte das Gefühl, dass Odette, seitdem es ihr so leicht gemacht war, ihn zu sehen, ihm eigentlich nicht viel mitzuteilen hatte. Er fürchtete, dass die nach und nach recht nichtssagend, einförmig und starr gewordene Art ihres Zusammenseins schließlich die romantische Hoffnung auf jenen Tag ersterben lassen könnte, wo sie ihm ihre Leidenschaft, die allein ihn verliebt gemacht und erhalten hatte, endlich erklären würde. Und um seine allzu einseitig gewordene seelische Sicht von Odette, von der er fürchtete, sie möchte ihn schließlich ermüden, etwas aufzufrischen, schrieb er ihr plötzlich einen Brief voll erfundener Vorwürfe und geheucheltem Groll, den er ihr vor dem Abendessen in ihr Haus bringen ließ. Er wusste, dass sie darüber erschrecken und ihm antworten würde und hoffte, dass unter dem Druck der Furcht, sie könne ihn verlieren, ihrer Seele Worte entströmen würden, wie sie sie ihm noch niemals gesagt. Tatsächlich hatte er auf diese Weise die zärtlichsten Briefe erhalten, die sie ihm überhaupt geschrieben hatte, von denen der eine, den sie ihm um die Mittagszeit aus der Maison Doré geschickt hatte, es war an dem Tage des Paris-Murdjia-Festes, zum Besten der Hochwassergeschädigten von Murdjia, mit den Worten begann, »Lieber Freund, meine Hand zittert so sehr, dass ich kaum zu schreiben vermag.« Er hatte ihn im gleichen Fach aufbewahrt, wie die verdorrte Chrysanthemenblüte. Oder wenn sie keine Zeit fände, ihm zu schreiben, so würde sie, wenn er bei den Verdurins erschiene, sofort auf ihn zukommen und sagen, »Ich muss mit Ihnen sprechen«, und er würde voller Neugier auf ihrem Gesicht und in ihren Worten zu erfassen suchen, was sie bisher vor ihm so konsequent in ihrem Herzen verbarg. Schon wenn er dicht vor dem Hause der Verdurins angekommen war, fühlte er sich im Anblick der vom Schein der Lampen erhellten großen Fenster, deren Läden niemals geschlossen wurden, bei dem Gedanken bewegt, dass er sie in ihrem goldenen Schein in vollem Glanze vor sich sehen werde. Manchmal huschten schmal und schwarz die Schatten der Gäste vor dem schimmernden Licht vorbei, wie die kleinen Gravüren, die man auf einzelnen Flächen eines sonst durchsichtigen Lampenschirms anbringt. Er versuchte, die Silhouette Odettes herauszuerkennen. Wenn er dann eintrat, blitzten unbewusst seine Augen in solcher Freude auf, dass Herr Verdurin zu dem Maler bemerkte, ich glaube, das hat gezündet. Die Anwesenheit Odettes aber verlieh tatsächlich diesem Hause etwas für Svan, was keines von allen jenen ihm bot, in denen er verkehrte. Eine Art von Empfangsapparatur, ein sensitives Nervensystem, das durch alle Räume lief und seinem Herzen unaufhörlich neue Emotionen verschaffte. So führte bereits das bloße Funktionieren des gesellschaftlichen Organismus, den der kleine Kreis darstellte, automatisch für Svan tägliche Begegnungen mit Odette herauf und gestattete ihm, Gleichgültigkeit der Frage gegenüber zu heucheln, ob er sie sehen würde oder sogar ein gewisses Verlangen, sie lieber nicht zu sehen. Das alles ohne jedes Risiko, da er ja, was er ihr auch im Laufe des Tages geschrieben haben mochte, sicher sein konnte, er werde sie zwangsläufig am Abend sehen und nach Hause begleiten. Einmal aber, als er mit einem gewissen Missbehagen an diese unvermeidliche gemeinsame Heimkehr gedacht hatte, war es ihm eingefallen, seine junge Arbeiterin bis zum Bois zurück zu begleiten, um den Augenblick seines Erscheinens bei den Verdurins etwas hinauszuschieben. Er kam dort so spät an, dass Odette in dem Glauben, er käme, nun nicht mehr aufgebrochen war. Svan verspürte im Innern einen ausgesprochenen Schmerz. Er zitterte, sich um ein Vergnügen gebracht zu haben, dessen Umfang er zum ersten Male richtig ermaß, da er bislang immer die Gewissheit gehabt hatte, sie, wann er wollte, sehen zu können. Ein Zustand, der bei allen Vergnügungen verhindert, dass wir sie in ihrer wahren Bedeutung erkennen. Hast du gesehen, was für ein Gesicht er gemacht hat, als er merkte, sie ist nicht mehr da, sagte Verdurin zu seiner Frau, ich glaube, den hat es gepackt. Wer hat ein Gesicht gemacht, wollte Dr. Cotard unbedingt von ihm wissen. Er war auf einen Sprung zu einem Patienten gegangen, kam nun zurück, um seine Frau abzuholen und wusste nicht, von wem die Rede war. Wie? Haben Sie nicht in der Tür einen Svan getroffen, wie ihn noch keiner gesehen hat? Nein. War Herr Svan denn noch da? Nur auf einen Augenblick, sehr aufgeregt, sehr nervös. Sie verstehen, Odette war fort. Wollen Sie damit sagen, dass sie ihm ihre Gunst gewährt, dass er sein Schäferstündchen mit ihr bereits genossen hat, fragte der Doktor, in dem Bemühen, vorsichtig ein paar Redensarten zu erproben? Unsinn! Es ist gar nichts zwischen ihnen passiert und unter uns gesagt, finde ich, dass sie da einen Fehler macht und sich so richtig als das dumme Frauenzimmer aufführt, das sie im Grunde ist. Nun, 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 meinte Herr Verdurin, was weißt denn du, ob wirklich gar nichts dahinter ist? Schließlich sind wir ja nicht dabei gewesen, nicht wahr? Aber mir hätte sie es gesagt, hielt Madame Verdurin ihm voller Stolz und mir erzählt sie alles. Und weil sie im Augenblick niemanden hat, habe ich ihr geraten, mit ihm etwas anzufangen. Sie behauptet, sie könne nicht. Sie habe zwar ein großes Fäbel für ihn, aber er sei so schüchtern mit ihr, da werde sie es auch. Und dann liebe sie ihn auch nicht auf die Art. Er sei eher so etwas wie ein höheres Wesen für sie. Sie würde meinen, ihrem Gefühl für ihn seinen Schmerz zu nehmen. Und was weiß ich noch? Dabei wäre er genau, was sie braucht. Du erlaubst, dass ich da nicht ganz deiner Meinung bin, sagte Monsieur Verdurin. Mir gefällt dieser Herr nicht so recht. Ich habe das Gefühl, er ist ein Poseur. Madame Verdurin schien wie erstarrt. Sie nahm die ausdruckslose Miene einer Bildsäule an, was ihr gestattete, so zu tun, als habe sie die ketzerische Bemerkung einfach nicht gehört. Denn das Wort Poseur deutete die Möglichkeit an, dass jemand bei ihnen posieren, das heißt, sich für mehr als sie halten könne. Jedenfalls, wenn zwischen ihnen nichts ist, dann vermutlich nicht deswegen, weil dieser Herr sie für tugendhaft hält, setzte Verdurin in ironischem Tonfall hinzu. Freilich kann man nicht wissen, denn offenbar glaubt er, sie sei gescheit. Ich weiß nicht, ob du den Vortrag gehört hast, den er ihr neulich Abend über die Sonate von Verteuil gehalten hat. Ich habe Odette wirklich riesig gern, aber um mit ihr einen Gedankenaustausch über ästhetische Theorien zu pflegen, muss man schon ein ausgemachter Gimpel sein. Geh, sprich nicht so böse von Odette, sagte Madame Verdurin in ihrem Babyton. Sie ist eine reizende Person. Aber deswegen kann sie doch reizend sein. Wir sagen doch auch nichts Böses von ihr. Wir stellen nur fest, dass Tugend und Geist nicht ihre Stärke sind. Was meinen Sie, fragte er zu dem Maler gewendet, legen Sie so großen Wert darauf, dass sie tugendhaft ist? Sie wäre dann vielleicht sehr viel weniger reizend. Wer weiß. Im Vorplatz war Swan dem Diener begegnet, der im Augenblick seines Kommens nicht da gewesen war, und den Odette für den Fall, dass er doch noch käme, beauftragt hatte, ihm zu sagen, aber es war nun schon eine gute Stunde her, sie werde wahrscheinlich noch, bevor sie nach Hause ging, bei Prévost eine Schokolade trinken. Swan eilte zu Prévost, aber sein Wagen wurde auf Schritt und Tritt durch andere Gefährte oder durch Passanten aufgehalten, in denen er nur unbequeme Hindernisse sah, die er mit Vergnügen überfahren hätte. Doch sagte er sich, dass das Protokoll des Polizisten ihn noch mehr Zeit kosten würde, als wenn er die Fußgänger ruhig die Straße überqueren ließe. Er errechnete, wie lange er brauchen würde und fügte vorsichtshalber zu jeder Minute ein paar Sekunden hinzu, um ja nicht zu wenig angesetzt zu haben und etwa seine Chance, rechtzeitig hinzukommen und Odette noch zu treffen, für größer zu halten, als sie in Wirklichkeit war. Wie ein Fieberkranker, der geschlafen hat und sich plötzlich über die Sinnlosigkeit seiner Traumvorstellungen klar wird, in denen er sich zuvor bewegte, ohne sich davon lösen zu können, stellt es wann mit einem Male die Seltsamkeit seiner Gedankengänge seit jenem Augenblick fest, als er bei den Verdurins erfuhr, Odette sei schon aufgebrochen. Dazu die völlige Neuheit des Schmerzes, den er empfand, aber gleichwohl nur noch wie ein Erwachender sachlich konstatierte. Wie? Diese ganze Aufregung deswegen, weil er Odette erst morgen wiedersehen würde? Das heißt, weil gerade das eingetreten war, was er noch vor einer Stunde gewünscht hatte, als er zu Madame Verdurin fuhr? Er musste wohl oder übel feststellen, dass in diesem gleichen Wagen, der ihn jetzt zu Prévot trug, er selbst nicht mehr der gleiche war, nicht mehr allein, sondern von einem neuen Wesen begleitet, das ihm anhing, mit ihm verschmolz, von dem er sich nicht mehr freimachen konnte und mit dem er so behutsam umgehen musste, wie mit einem großen Maestro oder einem Leiden. Und dennoch kam ihm seit dem Augenblick, da er das Gefühl hatte, eine andere Person sei zu ihm hinzugetreten, sein Leben interessanter vor. Er malte sich kaum noch aus, dass diese eventuelle Begegnung bei Prévot, deren Erwartungen, die ihr vorausgehenden Minuten derartig von allem entblößte und entleerte, dass er keinen Gedanken und keine Erinnerung mehr darin fand, in denen er seinen Geist ausruhen lassen konnte, wenn sie zustande käme, genau wie die anderen sein werde, nämlich eigentlich nichts Besonderes. Wie jeden Abend, wenn er, sobald der Odette gegenüber trat, auf ihr wechselndes Gesicht einen Blick warf, den er gleich wieder abwendete, aus Angst, sie könne darin etwas wie eine Aufforderung sehen und nicht mehr an seine Selbstlosigkeit glauben, würde er sogleich aufhören, an sie zu denken, zu sehr damit beschäftigt, Vorwände zu finden, damit er sie nicht so bald verlassen müsse und sich ohne anscheinend und sich ohne anscheinend besonderen Wert darauf zu legen, die Gewissheit zu verschaffen, dass sie am folgenden Tage bei den Verdurins sein werde. Das heißt, die Enttäuschung und die Martha, die für ihn die vergebliche Gegenwart dieser Frau bedeutete, der er sich näherte, ohne dass er doch wagte, sie in die Arme zu nehmen, für den Augenblick zu verlängern und einen weiteren Tag von Neuem zu ertragen. Bei Prévost war sie nicht, er wollte alle Restaurants an den Boulevards absuchen. Um Zeit zu gewinnen, schickte er, während er die einen übernahm, seinen Kutscher Rémy, den Dogen Loredan von Rizzo, in die anderen. Dann erwartete er ihn, er selbst hatte nichts erreicht, an einem vorher bestimmten Ort. Der Wagen kam nicht gleich und Zwan stellte sich den Augenblick seines Herannahens gleichzeitig so vor, dass Rémy ihm sagen würde, die Dame ist da und da, und so, dass er von ihm hören musste, die Dame war in keinem der Cafés, in denen ich nachgeschaut habe. Und so sah er auch das Ende dieses Abends vor sich, immer das Gleiche und doch je nachdem ganz verschieden, ob ihm die jeder Angst ein Ende bereitende Begegnung mit Odette vorausgehen würde oder der erzwungene Verzicht darauf, sie heute noch zu finden und das sich ergeben in eine Heimkehr, ohne dass er sie noch einmal gesehen hätte. Der Kutscher kam zurück, aber in dem Augenblick, als er vor Zwan stand, fragte dieser nicht, haben Sie die Dame gefunden, sondern sagte nur, erinnern Sie mich morgen daran, dass ich Holz bestelle, ich glaube, es geht zu Ende. Vielleicht sagte er sich, dass wenn Rémy Odette in einem Café gefunden hätte, in dem sie nun auf ihn wartete, der unselige Abend sowieso bereits durch den Beginn der Verwirklichung eines Glückseligen abgelöst sei und dass er selbst jetzt gar keine Eile habe, sich eines Glückes zu versichern, das schon für ihn eingefangen war und nicht mehr entschlüpfen konnte. Aber es war auch ein Moment von Ermattung mit im Spiel. Er trug in seiner Seele jenen Mangel an Elastizität, den andere in ihrem Körper haben, nämlich alle die, die in dem Augenblick, wo sie einem Stoß ausweichen oder einen Funken von ihrem Anzug abschütteln, das heißt eine rasche Bewegung ausführen müssten, sich erst einmal Zeit lassen und eine Sekunde noch in der Lage verharren, in der sie sich vorher befanden, um gleichsam von da aus erst einen Anlauf zu nehmen. Zweifellos hätte er auf die Bemerkung des Kutschers, die Dame ist da, zur Antwort gegeben, ach ja, richtig, dieser Auftrag, den ich ihnen gegeben hatte, so, so, das hätte ich gar nicht gedacht und hätte weiter von der Holzbestellung gesprochen, um vor seinem Bedienten seine innere Bewegung zu verbergen und sich selber Zeit zu lassen, mit der Unruhe Schluss zu machen und sich der Freude hinzugeben. Aber der Kutscher kam ihm nur zu sagen, dass er sie nirgends gefunden habe und als alter Diener äußerte er seine Meinung dazu. Ich glaube, Monsieur sollte es aufgeben und nach Hause fahren. Aber die gleichmütige Haltung, die sich Sven mit Leichtigkeit gab, als Rémy an der Antwort, die er brachte, nichts mehr ändern konnte, verließ ihn bei diesem Versuch, ihn zum Verzicht auf seine Hoffnung und auf weitere Suchen zu bewegen. Aber nicht doch, rief er aus. Wir müssen die Dame finden, es ist von größter Wichtigkeit. Sie wäre wegen einer bestimmten Sache sehr ärgerlich und sicherlich gekränkt, wenn sie mich nicht sehe. Ich kann nicht verstehen, wieso die Dame gekränkt sein sollte, antwortete Rémy, wo sie doch selbst gegangen ist, ohne auf Monsieur zu warten und wo sie gesagt hat, sie geht zu Prévost und nachher war sie gar nicht da. Die Lichter wurden übrigens jetzt fast überall gelöscht. Unter den Bäumen der Boulevards irrten nur noch vereinzelte Passanten in geheimnisvollem Dunkel kaum erkennbar umher. Manchmal ließ der schwarze Umriss einer Frau, die herantrat, ihm etwas zuflüsterte und ihn bat, sie nach Hause zu fahren, Svand zusammenzucken. Er streifte angstgepeinigt zwischen den dunklen Gestalten einher, als suche er unter den Schatten des Totenreichs nach Eurydike. Von allen Arten der Erzeugung von Liebe, von allen Willenskräften zur Verbreitung dieser heiligen Raserei, ist sicher eine der zuverlässigsten der Sturm einer großen Erregung, der uns manchmal erfasst. Dann fällt das Los unweigerlich auf die Person, mit der wir im Augenblick gerade gern zusammen sind, und auf einmal lieben wir sie. Es ist dabei gar nicht nötig, dass sie uns bis dahin mehr oder auch nur ebenso sehr wie andere gefiel. Es musste nur dazu kommen, dass unsere Neigung für sie plötzlich ausschließlich wurde. Diese Bedingung aber ist erfüllt, wenn in dem Augenblick, da diese Person uns im Stich gelassen hat, in uns anstelle des Trachtens nach den Vergnügungen, die ihr Umgang uns bot, ein ängstliches Bedürfnis entsteht, dessen Objekt sie selbst ist. Ein absurdes Verlangen, dessen Erfüllung die Gesetze dieser Welt schwierig und dessen Heilung sie unmöglich machen. Der unsinnige und schmerzliche Wunsch, sie zu besitzen. Svan ließ sich zu den letzten Restaurants fahren. Der bloßen Hypothese des Glücks hatte er noch mit Ruhe entgegengesehen. Jetzt aber verbarg er seine Unruhe nicht länger und verhehlte auch nicht, wie großen Wert er auf diese Begegnung legte. Für den Fall des Erfolges versprach er seinem Kutscher eine Belohnung. Als ob Rémy, wenn man in ihm den Wunsch, sie zu finden, nur richtig bestärkte, bewirken könne, dass Odette, wenn sie selbst schon nach Hause und schlafen gegangen war, sich doch in einem der Restaurants an den Boulevards befand. Er stieß bis zur Maison Doré vor, ging zweimal zu Tortoni hinein und kam schließlich, ohne sie getroffen zu haben, mit großen Schritten und düsteren Blick aus dem Café Anglais heraus, um zu seinem an der Ecke des Boulevard des Italiens wartenden Wagen zu gelangen, als er auf eine Person stieß, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. Es war Odette. Später erzählte sie ihm, sie habe, da sie bei Prévost keinen Platz gefunden, in der Maison Doré soupiert, in einer Nische, wo er sie nicht sehen konnte und hätte nun gerade zu ihrem Wagen gehen wollen. Sie war so wenig darauf gefasst, ihn zu treffen, dass sie einen Augenblick lang wie erschrocken war. Er selbst aber hatte ganz Paris abgesucht, weniger, weil er für möglich gehalten hatte, sie doch noch irgendwo zu treffen, als weil es ihm zu furchtbar war, darauf zu verzichten. Aber diese Freude, an deren Verwirklichung sein Geist nicht einen Augenblick an diesem Abend geglaubt hatte, kam ihm dadurch jetzt nur umso wirklicher vor. Denn er hatte ja nicht durch das Vorhersehen von Wahrscheinlichkeiten daran mitgewirkt, sie bestand ganz unabhängig von ihm. Er brauchte nicht erst, um sie damit auszustatten, da ja die Freude selbst sie ausstrahlte und ihr Licht auf ihn fallen ließ, die Wahrheit aus seinem Geiste zu holen. Sie leuchtete vielmehr von sich aus, so hell, dass vor ihr wie ein Traum die Einsamkeit, die er gefürchtet hatte, zerstob, und ohne daran zu denken, benutzte er sie nun als tragenden Untergrund für seine Träumerei vom Glück. So lässt ein Reisender, der bei schönem Wetter an den Strand des Mittelmeers kommt, seine Augen von den Strahlen, die das leuchtende, dichter, azurblauder Fluten ihm entgegenschickt, eher unwillkürlich blenden, als dass er sie ausdrücklich mit den Blicken sucht. Er stieg mit ihr in den Wagen ein, der auf sie wartete und ließ den Seinen hinterherfahren. Sie hielt einen Strauß von Katleia-Blüten in der Hand und Svan sah durch ihr Spitzentuch hindurch, dass sie im Haar an einem Gesteck aus Schwanenfedern die gleichen Blumen trug. Unter ihrem Abendmantel hatte sie ein fließendes, schwarzes Samtkleid an, das unter einer schrägen Raffung einen weißen Feirock als großes Dreieck sehen ließ. Vorn, in dem schwarzen Samtausschnitt, kehrte weiße Seide als kleiner Einsatz wieder, an dem ebenfalls ein paar Blüten der gleichen Orchideensorte befestigt waren. Odette war kaum wieder zu sich gekommen von dem Schreck, den Svan ihr bereitet hatte, als das Pferd vor einem Hindernis scheute und auf die Seite sprang. Sie wurden auf der Bank beinahe von ihren Sitzen geschleudert. Odette stieß einen Schrei aus und saß atemlos zitternd da. Es ist nicht, sagte er, haben Sie keine Angst. Er fasste sie bei der Schulter und drückte sie sanft an sich, um sie festzuhalten. Dann sagte er zu ihr, vor allem sprechen Sie nicht, antworten Sie nur durch Zeichen, Sie sind ja noch ganz außer Atem. Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich die Blumen an Ihrem Ausschnitt zurecht drücke, Sie sind ganz in Unordnung gekommen durch den Stoß. Ich stecke Sie etwas tiefer hinein, Sie verlieren Sie sonst. Und sie, die nicht gewöhnt war, dass die Männer mit ihr so viel Umstände machten, gab ihm nur lächelnd zur Antwort, Nein, gar nicht, es macht mir nichts aus. Und durch ihre Worte eher verschüchtert, vielleicht auch in der Idee mit diesem Vorwand aufrichtig gewirkt zu haben oder nachträglich schon selbst der Meinung, er sei es wirklich gewesen, rief er aus, Nein, nein, vor allem sagen Sie nichts, Sie strengen sich zu sehr an, machen Sie nur eine Bewegung, dann verstehe ich Sie sehr gut. Wirklich, macht es Ihnen nichts? Schauen Sie, hier ist ein bisschen, ich glaube, es ist Blütenstaub, was da auf Sie gefallen ist. Darf ich es mit der Hand wegwischen? Stört es Sie auch nicht? Bin ich vielleicht zu heftig? Es kitzelt wohl ein bisschen. Es ist nur, weil ich den Samt nicht zu stark reiben möchte. Aber sehen Sie, es war nötig, dass ich Sie wieder festgesteckt habe. Sie wären sonst heruntergefallen. Ich glaube, wenn ich Sie noch etwas tiefer hineinstecke, sagen Sie ernstlich, bin ich Ihnen auch nicht lästig damit. Auch nicht, wenn ich einmal daran rieche. Ich möchte nur wissen, ob Sie duften oder nicht. Ich habe es noch nie versucht. Darf ich? Sie sagen es doch ganz offen, nicht wahr? Lächelnd hob sie etwas als die Achseln, so als wollte sie sagen, Sie sind ja komisch. Sie sehen doch, dass es mir gefällt. Mit der anderen Hand strich er leise über ihre Wange hin. Sie schaute ihm starr in die Augen mit dem weichen, ernsten Blick der Frauen des florentinischen Meisters, denen er sie so ähnlich fand. Ihre schimmernden Augen, die so groß und lang gezogen wie bei jenen waren, schienen sich aus dem Rande der Lieder lösen zu wollen wie Tränen. Sie beugte den Hals, wie sie alle es tun, in den heidnischen Szenen so gut wie auf den religiösen Bildern. In einer Haltung, die sie zweifellos gewöhnlich einnahm, die sie für angebracht hielt in solchen Augenblicken und aufmerksam bedacht war, auch jetzt nicht zu vergessen, schien sie mit aller Macht ihr Gesicht von dem Seinen fernzuhalten, als wäre sie durch eine unsichtbare Kraft zu ihm gezogen. Aber schließlich hielt Svan es selbst, bevor sie es gleichsam entgegen ihrem Willen auf seine Lippen sinken ließ, einen Augenblick zwischen beiden Händen von sich ab. Er wollte seinem Denken Zeit lassen, den Traum, dem er so lange nachgehangen hatte, wiederzuerkennen und seiner Verwirklichung beizuwohnen wie eine Verwandte, die man herbeiruft, damit sie ihrerseits den Erfolg eines Kindes mit ansieht, das ihrem Herzen nahesteht. Vielleicht heftete auch Svan auf dies Antlitz einer Odette, die ihm noch nicht gehört, die er noch nicht einmal geküsst hatte und die er zum letzten Mal in dieser Weise sah, jenen Blick, mit dem man am Tage der Abreise eine Landschaft mit sich vortragen möchte, die man für immer verlässt. Aber so schüchtern war Svan mit Odette, da er sie an jenem Abend schließlich doch besessen hatte, nachdem er damit angefangen hatte, ihre Kattleya-Blüten zu arrangieren, sei es aus Furcht, sie zu kränken, sei es aus Besorgnis, er könne nachträglich als Lügner dastehen, sei es aus Mangel an Kühnheit, eine größere Anforderung an sie zu stellen als diese, die er auf alle Fälle wiederholen konnte, da ihm ja Odette beim ersten Male deswegen nicht böse gewesen war, in den nächsten Tagen jeweils denselben Vorwand benutzte. Wenn sie Kattleyas am Kleide trug, sagte er, schade, heute Abend brauchen die Kattleyas keine Nachhilfe, sie sind nicht herausgerutscht, wie neulich, dennoch glaube ich, die hier sitzt nicht ganz richtig, darf ich sehen, ob sie nicht stärker duften als die anderen. Oder wenn sie keine hatte, ach, keine Kattleyas heute, da habe ich ja gar nichts bei ihnen zu tun. Auf diese Weise behielt er eine Weile die gleiche Ordnung der Dinge wie am ersten Tage. Er fing jedes Mal mit dem leichten Berühren von Odettes Brust und Hals mit Fingern und Lippen an. Jedes Mal war dies der Beginn seiner Zärtlichkeiten. Und viel später noch, als das Zurechtrücken der Kattleyas oder die daraus resultierende symbolische Handlung längst abgekommen war, war doch die Metapher Kattleya spielen, eine schlichte Vokabel geworden, die sie schließlich ganz gedankenlos zur Bezeichnung des Aktes des physischen Besitzens benutzten, bei dem man übrigens nichts besitzt, und die in ihrem Sprachgebrauch fortlebte, wo sie noch eine letzte Erinnerung an jene vergessene Gewohnheit aufrecht erhielt. Vielleicht bedeutete auch diese besondere Art, den Liebesvorgang zu bezeichnen, nicht genau das Gleiche wie andere Synonyme. Man mag in Bezug auf die Frauen noch so blasiert sein und den Besitz der verschiedensten von ihnen immer als das gleiche altbekannte Erlebnis ansehen. Er wird doch zu einem neuen Genuss, wenn es sich um schwer zu erobernde Frauen handelt, oder solche, die man dafür hält, wenn man nämlich gezwungen ist, ihn durch irgendeine unvorhersehbare Einzelheit des Umganges mit ihnen herbeizuführen, wie es am ersten Abend für Svan das Ordnen der Katleierblüten war. Zitternd hoffte er an jenem Abend, Odette sagte er sich, konnte sich allenfalls dadurch bestimmen lassen, aber es nicht erraten, dass der Besitz dieser Frau aus den großen lila Blütenblättern hervorgehen sollte. Und die Lust, die er bereits verspürte und die Odette dachte er vielleicht nur duldete, weil sie noch nichts davon wusste, schien ihm deswegen, wie es dem ersten Manne vorgekommen sein mag, als er sie inmitten des irdischen Blumenparadieses erlebte, eine Lust, die es bislang für ihn noch nicht gegeben hatte, die er erst neu zu schaffen wünschte, eine Lust, wovon ja auch der besonderen Name, den er ihr gab, eine letzte Spur bewahrte, die völlig neu und einzigartig war. Jetzt musste er jeden Abend, wenn er sie nach Hause gebracht hatte, mit ihr ins Haus gehen und oft begleitete sie ihn im Negligé zurück bis an den Wagen und küßte ihn vor den Augen des Kutschers, wozu sie dann bemerkte, was soll mir das ausmachen, was gehen die anderen mich an. An den Abenden, wo er nicht zu den Verdurins ging, was jetzt öfter vorkam, seitdem er Odette auf andere Weise sehen konnte, den immer seltener werdenden Abenden, wo er seine gewohnten Gesellschaftskreise aufsuchte, bat sie ihn doch, ehe er nach Hause zurückkehrte, noch bei ihr vorbeizukommen, wie spät es auch werden möchte. Es war Frühling, ein klarer, kalter Frühling. Wenn er eine Gesellschaft verließ, stieg er in seine Viktoria, breitete eine Decke über seine Beine, antwortete den Freunden, die zu gleicher Zeit gingen und ihn aufforderten, mit ihnen nach Hause zu fahren, er könne nicht, er habe nicht die gleiche Richtung und der Kutscher fuhr dann im Trab davon. Er wusste, wohin es ging. Sie waren sehr erstaunt und in der Tat war es Wann nicht mehr der Gleiche. Niemand bekam mehr einen Brief von ihm, in dem er um die Vermittlung der Bekanntschaft irgendeiner Frau bat. Er wandte keiner mehr seine Aufmerksamkeit zu und hielt sich von den Orten fern, wo man Begegnungen dieser Art hat. In einem Restaurant oder auf dem Lande nahm er eine Haltung ein, die derjenigen, an der man ihn noch kurz zuvor erkannt und von der man geglaubt hatte, sie sei untrennbar von ihm, genau entgegengesetzt war. So sehr schafft eine neue Leidenschaft in uns etwas wie einen neuen und ganz anderen Charakter, der unseren Sonstigen ersetzt und die bis dahin unveränderlichen Zeichen, an denen erkenntlich war, zerstört. Stattdessen wurde es jetzt ein feststehender Zug bei Svan, dass er, wo er sich auch befinden mochte, hinterher Odette noch traf. Der Weg, der zwischen ihnen beiden lag, war der, den er unweigerlich durchlief und der damit zur rasch und unwiderstehlich wirkenden Neigungsebene seines Lebens wurde. Tatsächlich wäre er manchmal, wenn es irgendwo spät geworden war, lieber unmittelbar nach Hause gegangen, ohne erst die lange Fahrt zu machen. Er hätte dann eben Odette erst am nächsten Tage gesehen. Aber die bloße Tatsache, dass er sich zu ungewöhnlicher Stunde die Mühe machte, zu ihr zu gehen und sich dabei vorstellte, wie seine Freunde sagten, er hat jetzt gar keine Zeit, offenbar ist da eine Frau, die ihn zwingt, immer noch zu ihr zu kommen, wenn es auch noch so spät am Abend ist, gab ihm das Gefühl, dass er das Leben der Männer führte, in deren Dasein eine Liebesaffäre eine Rolle spielt und für die das Opfer an Ruhe und sonstigen Interessen, das sie für einen Traum der Lust und der Liebe bringen, einen großen, intimen Reiz besitzt. Dann trat ein Zustand ein, in dem, ohne dass er sich darüber Rechenschaft gab, die Gewissheit, sie erwarte ihn, sie sei nicht anderswo mit anderen, er brauche nicht nach Hause zurückzukehren, ohne sie gesehen zu haben, jene bereits vergessene, aber immer zum Wiederaufflackern bereite Angst neutralisierte, die er an jenem Abend verspürt hatte, als er Odette nicht mehr bei den Verdurins fand, deren jetzige Beschwichtigung aber derartig wohltuend für ihn war, dass man es Glück nennen konnte. Vielleicht lag es nur an dieser Angst, dass Odette für ihn so wichtig hatte werden können. Die menschlichen Wesen sind uns gewöhnlich so gleichgültig, dass wenn wir in eines von ihnen solche Möglichkeiten des Leidens und der Freude hineingelegt haben, es uns einer anderen Welt anzugehören scheint, sich mit Poesie umgibt und unser Leben zu einer tief bewegenden, weiten Landschaft macht, in der es uns je nachdem näher oder ferner ist. Swan konnte sich nicht ohne innere Erregung fragen, was in künftigen Jahren Odette für ihn bedeuten mochte. Manchmal, wenn er in diesen kühlen Nächten den leuchtenden Mond sah, der seine Helligkeit zwischen seinen Blicken und den öden Straßen ergoss, dachte er an jenes andere, klare und wie der Mond leicht rosig getönte Antlitz, das eines Tages in seiner Vorstellung aufgestiegen war und seitdem auf die Welt ein geheimnisvolles Licht warf, in dem er sie erblickte. Wenn er nach der Stunde ankam, da Odette ihre Bedienten zu Bett geschickt hatte, ging er, bevor er an der Vorgartenforte schellte, erst ein Stück die Straße entlang, an der zwischen den ganz gleichen, aber dunklen Fenstern der anstoßenden Villen das einzig Erleuchtete ihres Schlafzimmers lag. Er klopfte an die Scheibe, sie beantwortete diese Botschaft und erwartete ihn auf der anderen Seite an der Eingangstür. Er fand auf ihrem Flügel offen ein paar Stücke liegen, die sie besonders liebte, den Rosenwalzer oder Armator von Tagliafico, den man nach ihrem schriftlich aufgezeichneten letzten Willen bei ihrer Beerdigung spielen sollte und er bat sie, stattdessen das kleine Thema aus der Sonate von Vinteuil zu spielen, obwohl Odette sehr schlecht Klavier spielte. Aber die schönste Ansicht, die wir von einem Werke haben, ist oft die, welche sich aus den falschen Tönen aufbaut, die ungeschickte Finger einem verstimmten Klavier entlocken. Das kleine Thema gehörte für Swan auch weiterhin mit seiner Liebe zu Odette zusammen. Er fühlte ganz genau, dass diese Liebe etwas war, was keiner objektiv vorhandenen und von anderen als ihm feststellbaren Sache entsprach. Er war sich darüber klar, dass Odettes Vorzüge es nicht rechtfertigten, dass die in ihrer Nähe verbrachten Augenblicke ihm so wertvoll waren. Und oft, wenn die positive Intelligenz ins Wann ausschließlich die Oberhand bekam, wollte er nicht länger so viele geistige und gesellschaftliche Interessen diesem eingebildeten Vergnügen opfern. Aber sobald er das kleine Thema hörte, wusste es sich in ihm den nötigen Platz zu schaffen. Die Proportionen seiner Seele verwandelten sich. Ein breiter Raum entstand darin für einen Genuss, der gleichfalls keiner äußeren Gegebenheit entsprach, der sich aber, anstatt völlig individuell zu sein, wie der der Liebe für Swan als eine den konkreten Dingen überlegene Art von Wirklichkeit darstellte. Solch ein Verlangen nach einem unbekannten Reiz weckte das kleine Thema in ihm, ohne ihm dabei etwas Bestimmtes als Erfüllung zu geben, so dass die Seelenbezirke Swans, in denen das kleine Thema die Sorge um materielle Interessen, alle menschlichen und allgemeingültigen Erwägungen ausgelöscht hatte, leer und offen da lagen und es im Freistand den Namen Odets in sie einzutragen. Außerdem fügte das kleine Thema zu dem etwas Flüchtigen und Enttäuschenden, das Odets Zuneigung für ihn hatte, seine geheimnisvolle Wesenssubstanz hinzu und verschmolz damit. Wenn man Swans Antlitz betrachtete, solange er das kleine Thema hörte, hätte man meinen können, ein schmerzstillendes Mittel, das er eingenommen, ließe ihn freier atmen. Tatsächlich glich das Vergnügen, das die Musik ihm schenkte und das bald bei ihm zu einem wirklichen Bedürfnis wurde, dem Vergnügen, das er vielleicht gehabt hätte, mit Düften zu experimentieren, mit einer Welt in Verbindung zu treten, für die wir nicht gemacht sind, die uns formlos erscheint, weil unsere Augen sie nicht wahrnehmen und ohne Gehalt, weil sie sich unserer Einsicht entzieht, kurz, in die wir mit keinem unserer Sinne eindringen können. Das bedeutete eine große Ruhe und eine geheimnisvolle Erneuerung für Swann, für ihn, dessen Augen wie wohl zartsinnige Liebhaber der Malerei, dessen Geist, obwohl ein feiner Beobachter der Sitten, für immer die unzerstörbare Spur der Dürre seines Lebens an sich trugen, durch die er sich in ein der Menschheit fremd gegenüberstehendes, blindes, aller logischen Fähigkeiten beraubtes Geschöpf verwandelt fühlte, fast wie das Einhorn der Legende, ein Fabelwesen, das die Welt nur mit dem Gehör wahrnimmt. Da er aber in dem kleinen Thema einen Sinn suchte, in den seine Intelligenz nicht einzudringen vermochte, fand er einen seltsamen Rausch darin, seiner innersten Seele alle Hilfen vernunftbestimmten Denkens zu entziehen und sie einzig durch den engen Weg den dunklen Filter des Klanges hindurch passieren zu lassen. Er begann zu verspüren, wie viel Schmerzliches, vielleicht sogar im Geheimen, Unbeschwichtigtes auf dem Grunde der Süße dieses Themas lag, aber er litt darunter nicht. Was machte es, dass es ihm sagte, die Liebe sei etwas Zerbrechliches, die Seine war so stark? Er spielte mit der Trauer, die von ihm ausging, er fühlte sie über sich hinweggehen, doch mehr wie ein Streicheln, welches das Bewusstsein seines Glückes nur tiefer und süßer machte. Er ließ es sich von Odette zehnmal, zwanzigmal vorspielen und verlangte dazu, dass sie ihn außerdem küsste. Jeder Kuss weckte den Nächsten. Ach, in diesen ersten Zeiten einer Liebe sprießen die Küsse von ganz allein. Sie wuchern so dicht einer am anderen auf. Man hätte ebenso viel Mühe, die Küsse, die man sich in einer Stunde gibt, zu zählen, als wolle man die Zahl der Blumen auf einer Mainwiese ermitteln. Dann machte sie manchmal Miene abzubrechen und sagte, wie soll ich denn spielen, wenn du mich festhältst? Ich kann doch nicht alles zugleich. Du musst schon wissen, was du eigentlich willst. Soll ich das Thema spielen oder nett zu dir sein? Er wurde dann böse und sie lachte hell auf. Ihr Lachen steckte ihn an in einen Regen von Küssen. Oder aber sie sah ihn unmutig an. Er sah wieder ein Gesicht vor sich, das gut im Leben Mose von Botticelli hätte figurieren können. Er suchte ihm seinen Platz darin und gab dem Nacken Odettes die dafür nötige Biegung. Und wenn er sie dann in Wasserfarben nach Art des Quattrocento auf die Wand der Sixtiner gemalt hatte, berauschte ihn die Vorstellung, dass sie doch gleichzeitig hier und jetzt am Klavier saß, ganz bereit, von ihm geküsst und geliebt zu werden. Die Vorstellung ihrer körperhaften, lebendigen Anwesenheit also mit einer solchen Macht, dass er sich mit verstörtem Blick und verbissenem Gesicht auf diese Jungfrau Botticellis stürzte und sie in die Wangen kniff. Wenn er sie dann verlassen hatte, nicht ohne gleich darauf zurückgekehrt zu sein, um sie noch einmal zu küssen, weil er vergessen hatte, in seiner Erinnerung irgendeine Besonderheit ihres Duftes oder ihrer Züge mitzunehmen, fuhr er in seiner Viktoria heim und segnete Odette, weil sie ihm diese täglichen Besuche erlaubte, die ihr seiner Meinung nach eigentlich kein so großes Vergnügen bereiten konnten, aber ihn, indem sie ihm jede Gelegenheit benahmen, wieder an dem Leiden zu kranken, das bei ihm ausgebrochen war, als er Odette an jenem Abend bei den Verdurins nicht traf, vor Eifersucht bewahrten und ihm dazu verhelfen würden, ohne weitere solche Anfälle durchmachen zu müssen, deren schmerzhafter Erster dann der Einzige blieb, bis ans Ende dieser einzigartigen Stunden seines Lebens zu gelangen, die beinahe so verzaubert waren wie jene, in denen er bei Mondschein durch Paris gefahren war. Wenn er dann bei der Rückkehr merkte, dass das Nachtgestirn jetzt eine andere Stellung zu ihm einnahm und sich nur eben über dem Horizont befand und fühlte, dass seine Liebe ebenfalls unveränderlichen Naturgesetzen gehorchte, fragte er sich, ob er nicht bald das geliebte Gesicht nur noch einen fernen und unbedeutenderen Platz würde einnehmen sehen und wie nahe es daran sein mochte, keinen Zauber mehr zu entsenden. Denn Swan fand ihn jetzt, seitdem er verliebt war, wieder in den Dingen wie zu der Zeit, da er als junger Mensch sich für einen Künstler gehalten hatte. Doch war es der gleiche Zauber nicht mehr. Dieser hier ging nur von Odette für ihn aus. Er fühlte die Inspiriertheit seiner Jugend, die durch ein Leben in der Gesellschaft verschüttet war, wieder in sich zu neuem Leben erwachen. Aber sie trug nun den Widerschein eines bestimmten Wesens an sich und war von ihm geprägt. Und in den langen Stunden, die bei ihr zu verbringen ihm jetzt ein so zartes Vergnügen bereitete, wurde er, allein mit seiner Seele und ihrem Heilungsprozess, nach und nach wieder er selbst, aber für eine andere. Er ging immer nur abends zu ihr und er wusste nichts davon, wie sie ihre Zeit am Tage verbrachte, nicht mehr als von ihrer Vergangenheit. Das heißt so wenig, dass ihm sogar jene kleine, als Ausgangspunkt dienende Information fehlte, die uns erlaubt, uns vorzustellen, was wir nicht wissen und uns Lust macht, es näher zu erfahren. Daher fragte er sich auch gar nicht, was sie tun mochte, noch wie ihr Leben früher gewesen war. Er lächelte manchmal, wenn er daran dachte, dass man vor ein paar Jahren, als er sie noch nicht kannte, ihm von einer Frau gesprochen hatte, die, wenn er sich recht erinnerte, nur sie gewesen sein konnte, als von einer Kokotte, einer ausgehaltenen Person, einer jener Frauen, denen er damals noch, da er wenig Zeit in ihrer Gesellschaft verbracht hatte, jenen uneingeschränkt und von Grund auf verdorbenen Charakter beigelegt hatte, den lange Zeit hindurch die Fantasie gewisser Romanciers ihnen andichtete. Er sagte sich dann, dass man oft wirklich nur das Gegenteil von dem anzunehmen braucht, was die Welt einer Person nachsagt, um sie richtig zu beurteilen, zumal, wenn er mit einem solchen Charakter den Odets verglich, die so gut, naiv, fürs Ideale begeistert und so völlig unfähig war, einmal nicht die Wahrheit zu sagen, dass er, als er sie eines Tages um allein mit ihr zu Abend zu essen gebeten hatte, an die Verdurins zu schreiben, sie sei krank, sie am nächsten Tage vor Frau Verdurin, die sie fragte, ob es ihr besser gehe, erröten, stammeln und ihr Gesicht so deutlich den Kummer und die Qual widerspiegeln sah, die eine Lüge für sie bedeutete. Während sie in ihrer Antwort erfundene Details über ihre angebliche Unpässlichkeit des Vorabends häufte, sah sie aus, als bitte sie mit flehentlichen Blicken und tief bekümmerter Stimme wegen ihrer unaufrichtigen Worte um Verzeihung. An gewissen, jedoch seltenen Tagen kam sie schon am Nachmittag zu ihm und unterbrach ihn in seinen Träumereien oder bei der Arbeit an seiner Studie über Vermeer, die er wieder aufgenommen hatte. Es wurde ihm dann gemeldet, Madame de Cressy warte auf ihn im kleinen Salon. Er suchte sie dort auf und wenn er die Tür öffnete, glitt beim Anblickswanz über Odettes rosiges Gesicht ein Lächeln, das die Form des Mundes, den Blick der Augen, die Rundung der Wangen veränderte. Sobald er allein war, sah er dies Lächeln vor sich, dazu jenes, das sie am Abend vorher gehabt, ein anderes, mit dem sie ihn bei dieser oder jener Gelegenheit empfangen hatte oder das, mit dem sie damals im Wagen seine Frage beantwortete, ob es sie auch nicht störe, wenn er sich an den Katleias zu schaffen machte. Das Leben Odettes in der übrigen Zeit aber war für ihn, da er nichts davon wusste, mit seinem farblos neutralen Ton wie jene Blätter Watteaus, auf denen man überall in drei Farbenzeichnungen auf Chamois-farbenem Papier unzählige Studien eines Lächelns sieht. Manchmal aber zeichnete in eine Ecke ihres Lebens, das wann ganz leer erschien, obwohl sein Verstand ihm sagte, dass es das nicht sei, da er es sich nicht vorstellen konnte, ein Freund, der seine Liebe ahnend sich wohl hütete, etwas anderes als Belanglosigkeiten von ihr zu erzählen, die Silhouette einer Odette ein, die er am gleichen Vormittag zu Fuß habe die Rue Abatucci hinaufgehen sehen, in einem mit Skanks besetzten Besuchskleid, einem Rembrandthut und an der Brust einen Pfeilchenstrauß. Diese harmlose Skizze hatte für Sven etwas Bestürzendes, weil er daraus mit einem Male ersah, dass Odette ein Leben besaß, das nicht allein ihm gehörte. Er hätte gern gewusst, wem sie wohl in dieser Toilette hatte gefallen wollen, die er an ihr nicht kannte. Er nahm sich vor, sie danach zu fragen, wohin sie in jenem Augenblick ging, als ob es in diesem ganzen farblosen, beinahe nicht vorhandenen, dafür ihn unsichtbaren, Leben seiner Geliebten außerhalb jener verschiedenen Arten von Lächeln, die sie an ihn wendete, nur eine Sache gäbe, ihren Besuchsgang unter einem Rembrandthut mit einem Pfeilchenstrauß an der Brust. Abgesehen davon, dass er sie bat, das kleine Thema von Vinteuil anstelle des Rosenwalzers zu spielen, versucht es Wann sie nicht in der Wahl ihrer Musikstücke zu beeinflussen, ebenso wenig, wie er in der Literatur ihren schlechten Geschmack zu verbessern bemüht war. Dass sie nicht gescheit sei, war ihm vollkommen klar. Als sie ihm sagte, sie würde es so gern sehen, dass er von Literatur mit ihr spreche, hatte sie sich vorgestellt, sie werde durch ihn heroische und romantische Couplets in der Art des Vicomte de Borelli, womöglich noch rührendere, kennenlernen. Über Vermehr von Delft fragte sie ihn aus, ob er um eine Frau gelitten, ob eine Frau ihn inspiriert habe und als wann ihr gestand, dass er darüber nichts wisse, hatte sie jedes Interesse an dem Maler verloren. Oft sagte sie, ich glaube natürlich, es gebe wirklich nichts Schöneres als die Poesie, wenn nur alles wahr wäre und die Dichter wirklich dächten, was sie sagen. Oft sind das aber Leute, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind. Ich weiß Bescheid. Eine Freundin von mir hat so eine Art von Dichter geliebt. In seinen Versen war immer nur von Liebe, Himmel und Sternen die Rede. Eines Tages aber sind ihr die Augen aufgegangen. Um mehr als dreihunderttausend Francs hat der Mensch sie gebracht. Wenn Svan dann versuchte, ihr klarzumachen, worin künstlerische Schönheit eigentlich bestehe, auf welche Weise man Gedichte und Bilder bewundern müsse, hörte sie nach kürzester Zeit nicht mehr zu, sondern sagte, Ja, ja, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Wenn er dann spürte, wie enttäuscht sie war, sprach er lieber die Unwahrheit und sagte ihr, dass das ja alles gar nichts sei, dass er nur jetzt keine Zeit habe, auf den Kern der Sache zu kommen. Es gäbe aber natürlich noch etwas anderes. Dann fiel sie ihm rasch ins Wort. Etwas anderes? Was? Dann sag es mir doch. Aber er sagte es nicht, da er wusste, wie unzureichend und wie anders, als alles, was sie erhoffte, es ihr erscheinen würde, viel weniger aufregend und ergreifend. Außerdem fürchtete er, sie könne zugleich mit der Kunst auch die Liebe sehr viel illusionsloser sehen. Tatsächlich fand sie, dass Sven in geistiger Hinsicht ihren Erwartungen nicht entsprach. Du bist immer so kühl in allem, ich weiß gar nicht, was ich aus dir machen soll. Mehr wunderte sie sich über seine Gleichgültigkeit in Gelddingen, seine Freundlichkeit gegen jedermann, über sein Zartgefühl. Und es kommt tatsächlich häufig auch bei größeren Männern als Sven einer war vor, bei einem Gelehrten, einem Künstler, dass, wenn er nicht überhaupt von seiner Umgebung verkannt wird, dasjenige Gefühl, welches beweist, dass seine geistige Überlegenheit dennoch Eindruck macht, nicht Bewunderung für seine Ideen ist, sondern die Achtung, die man seiner Güte entgegenbringt. Achtung empfand Odette auch vor der Stellung, die Svan in der Gesellschaft einnahm, aber sie wünschte nicht von ihm in sie eingeführt zu werden. Vielleicht empfand sie, dass es ihm möglicherweise missglücken könnte. Vielleicht fürchtete sie auch, dass er, wenn er dort von ihr Sprecher Enthüllungen provozierte, die sie scheuen musste. Jedenfalls hatte sie ihn gebeten, nie ihren Namen auszusprechen. Der Grund, weshalb sie nicht in der Gesellschaft erscheinen wollte, war, wie sie ihm sagte, ein weiter zurückliegendes Zerwürfnis mit einer Freundin, die, um sich zu rächen, später schlecht von ihr gesprochen habe. Aber es haben doch nicht Hildsvan ja vor alle Leute deine Freundin gekannt. Doch, doch, es bleibt immer etwas hängen, die Menschen sind ja so schlecht. Einerseits verstand Svan diese Geschichte nicht ganz, andererseits aber wusste er, dass solche Axiome wie die Menschen sind schlecht oder es bleibt immer etwas hängen im Allgemeinen für wahrgehalten werden. Es musste also Fälle geben, auf die sie anwendbar waren. War Odettes Fall einer davon? Er fragte es sich, aber verweilte nicht lange bei diesem Gedanken, denn auch er unterstand jener Schwerfälligkeit des Geistes, die schon auf seinem Vater gelastet hatte, wenn er sich einem schwierigen Problem gegenüber sah. Außerdem flößte diese Welt, die sie so fürchtete, Odette vielleicht kein großes Verlangen ein, denn um für sie vorstellbar zu sein, war sie von der, die sie kannte, allzu weit entfernt. Dennoch war Odette, obwohl sie in mancher Hinsicht wirklich einfach geblieben war, sie hatte zum Beispiel als Freundin eine nicht mehr arbeitende kleine Schneiderin beibehalten, deren steile, dunkle und von üblen Gerüchen erfüllte Treppe sie fast täglich erklomm, leidenschaftlich auf schick bedacht, aber sie hatte davon nicht den gleichen Begriff wie die Welt. Für diese ist der Schick die Ausstrahlung einiger weniger Personen, die bis in eine ziemlich entfernte Zone hineinreicht, mehr oder weniger abgeschwächt, je nach der Distanz, in der man sich von dem unmittelbaren Umgang mit ihnen befindet, das heißt innerhalb des Kreises ihrer Freunde oder der Freunde ihrer Freunde, deren Namen eine bestimmte Liste ergeben. Die Angehörigen jener Gesellschaftskreise haben diese Liste im Kopf. Sie besitzen in solchen Dingen eine Art von Gelehrsamkeit, aus der sie einen bestimmten Begriff von Geschmack und Takt ableiten, so dass Svann zum Beispiel, ohne dass er sein Wissen um das gesellschaftliche Leben zu Hilfe nehmen musste, ohne weiteres, wenn er in einer Zeitung die Namen der Personen las, die an einem Diner teilgenommen hatten, sagen konnte, wie schick dies Diner gewesen sei. So wie ein Literaturkenner bereits beim Lesen irgendeines einfachen Satzes die literarischen Qualitäten seines Autors richtig einzuschätzen weiß. Odette aber gehörte zu den Personen, die außerordentlich zahlreich vertreten sind, was auch die Weltleute darüber denken mögen und die es in jeder Gesellschaftsklasse gibt, die über diese Grundbegriffe nicht verfügen und sich einen ganz anderen Schick vorstellen, der je nach dem Milieu, dem sie angehören, ein verschiedenes Gesicht bekommt, aber auf alle Fälle dadurch gekennzeichnet ist, ob es nun der ist, von dem Odette träumte oder eine Spielart, vor der Madame Cotard sich beugte, dass er für alle unmittelbar zugänglich ist. Der andere, der der ersten Gesellschaft, ist es tatsächlich auch, wenn auch nur mit einer gewissen Verzögerung. Odette sagte zum Beispiel von jemandem, er geht immer nur dahin, wo es schick ist. Und wenn Swan sie fragte, was sie damit meine, so gab sie etwas geringschätzig zurück, aber mein Gott, wo es eben schick ist, hinzugehen. Wenn du in deinem Alter erst lernen musst, was schick ist, was soll ich dir dann sagen? Sonntagmorgens zum Beispiel die Avenue de l'Impératrice, um fünf Uhr rund um den See im Bois, am Donnerstag das Eden-Theater, Freitag das Hippodrom, dann die Bälle. Was für Bälle denn? Na, die Bälle, die in Paris gegeben werden, die Bälle, die schick sind eben. Zum Beispiel Erbinger. Du weißt doch, wer das ist, der bei einem Börsenmakler ist. Aber doch, natürlich, das musst du doch wissen, das ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten von Paris, so ein großer Blonder. Er ist solch ein Snob, dass er immer eine Blume im Knopfloch hat, einen Scheitel am Hinterkopf und helle Überzieher. Er ist ewig mit dieser gemalten alten Person unterwegs, die er zu jeder Premiere führt. Gut, also, der hat neulich Abend einen Ball gegeben. Da war alles, was schick ist in Paris. Ich kann gar nicht sagen, wie gern ich hingegangen wäre. Aber man musste an der Tür seine Einladungskarte vorzeigen, und ich habe keine mehr bekommen können. Im Grunde ist es mir jetzt ebenso lieb, dass ich nicht hingehen konnte. Es muss zum Umkommen gewesen sein. Ich hätte nichts gesehen. Es ist mehr, um sagen zu können, man sei bei Erbinger gewesen. Du kannst dir denken, dass mir das was ausgemacht hätte. Im Übrigen kannst du sicher sein, dass von hundert, die erzählen, sie seien dort gewesen, die Hälfte mindestens die Unwahrheit sagt. Aber das wundert mich wirklich, dass jemand, der so smart ist wie du, nicht da gewesen ist. Sven gab sich keine Mühe, ihr eine andere Vorstellung von dem, was schick ist, beizubringen, denn er sagte sich, dass auch die Seine nicht richtig, jedenfalls ebenso töricht und ohne wirkliche Bedeutung sei. So fand er kein Interesse daran, seine Geliebte zu belehren, und nach ein paar Monaten interessierte sie sich für die Leute, mit denen er verkehrte, nur wegen der Karten für die besten Plätze beim Rennen und der Premierenbillets, die er ihr durch sie beschaffen konnte. Sie wünschte, dass er so nützliche Verbindungen pflegte, aber andererseits neigte sie dazu, sie an sich für wenig schick zu halten, besonders nachdem sie auf der Straße die Marquise von Villeparisis in einem schwarzen Wollkleid und einem Kapotthut gesehen hatte. Aber die sieht ja aus wie eine Logenschließerin, wie eine alte Portierfrau, Darling, und das will eine Marquise sein? Ich bin zwar nicht Marquise, aber ich weiß nicht, was man mir geben müsste, damit ich in solchem Aufzug auf die Straße ginge. Sie verstand nicht, dass Van dies Haus am Quai d'Orléans bewohnte, das sie, ohne es ihm zu sagen, für sehr unwürdig hielt. Gewiss, sie tat so, als ob sie für Antiquitäten etwas übrig habe. Sie nahm eine entzückte und kennerhafte Miene an, wenn sie sagte, sie habe den ganzen Tag gestöbert und nach interessanten alten Sachen gesucht, Sachen aus der Zeit. Obwohl sie so etwas wie eine Ehrensache daraus machte, offenbar befolgte sie damit einen Grundsatz, den sie von zu Hause mitbekommen hatte, niemals auf Fragen zu antworten oder über den Gebrauch, den sie von ihren Tagen macht, Rechenschaft abzulegen, erzählte sie Sven doch einmal von einer Freundin, bei der sie eingeladen war und bei der alles aus der Epoche gewesen sei. Es gelang Sven aber nicht, aus ihr herauszubringen, welche Epoche es denn sei. Immerhin behauptete sie nach einigem Nachdenken, es sei mittelalterlich gewesen. Darunter verstand sie, dass die Wände getäfelt waren. Etwas später einmal kam sie auf ihre Freundin zurück und in dem zögernden Ton und mit der selbstverständlichen Miene, mit der man jemanden nennt, in dessen Gesellschaft man am Abend zuvor gespeist hat, ohne vorher seinen Namen gehört zu haben, den die gegenwärtigen Gastgeber aber offenbar für jemand so berühmten halten, dass sie schon wissen werden, von wem man spricht, sagte sie. Sie hat ein Esszimmer aus dem 18. Jahrhundert. Übrigens fand sie es schauderhaft, kahl, als sei das Haus nicht fertig geworden. Den Frauen stand es nicht zu Gesicht, das setzte sich sicher nicht durch. Endlich ein drittes Mal, als sie wieder darauf zurückkam, zeigte sie Sven die Adresse des Mannes, der das Esszimmer gemacht hatte und den sie auch gern kommen lassen wollte, sobald sie einmal Geld hätte, um zu sehen, ob er ihr nicht auch eines einrichten könne. Sicher nicht genau das Gleiche, aber eines, von dem sie träumte und für das leider die engen Dimensionen ihrer Villa nicht ausreichten, mit hohen Anrichten, Renaissance-Möbeln und Kaminen wie im Schloss von Dois. An jenem Tage ließ sie vor Sven auch durchblicken, was sie von seinem Haus am Quai d'Orléans hielt. Als er die Freundin Odets getadelt hatte, dass sie sich nicht lieber für Louis XVI entschieden habe, denn sagte er, wenn das jetzt auch nicht gemacht wird, kann es doch reizend sein, anstatt für falsches Dix-Huitième, antwortete sie, du kannst ja nicht verlangen, dass sie wie du unter lauter kaputten Möbeln und abgenutzten Teppichen lebt, wobei ihr bürgerlicher Sinn für Wohlanständigkeit sich doch als stärker erwies als die angebliche Kunstliebhaberei der Kokotte. Menschen, die auf Antiquitäten Jagd machten, die Dichter verehrten und niedrige Berechnungen verschmähten, von Ehre und Liebe träumten, stellten in ihren Augen eine der übrigen Menschheit überlegene Elite da. Es war gar nicht nötig, dass man wirklich solche Gefühle hegte, wofern man sie nur im Munde führte. Als ein Mann ihr beim Abendessen gestanden hatte, dass er zu Fuß durch die Straßen von Paris ginge, sich die Finger in alten Lädchen schmutzig mache, dass er niemals in diesem von kommerziellen Interessen beherrschten Jahrhundert zu ansehen kommen werde, denn er sei nun einmal von jedem Eigennutz frei und passe damit nicht in die Zeit, sagte sie, als sie nach Hause kam, was für ein wundervoller Mensch, so zartsinnig, ich hätte das gar nicht von ihm gedacht. Und sie fühlte sich auf einmal für ihn von den freundschaftlichsten Gefühlen beseelt. Wenn man aber wie Sven solche Neigungen zwar besaß, jedoch nicht davon sprach, ließ es sie völlig kalt. Zweifellos musste sie anerkennen, dass Sven in Geltingen großzügig sei, aber missmutig setzte sie hinzu, ach, bei ihm ist das etwas anderes. Tatsächlich wurde ihre Fantasie nicht durch die praktische Betätigung der Selbstlosigkeit angesprochen, sondern nur durch das betreffende Vokabular. Da er oft bemerken musste, dass er ihren Träumen nicht entsprach, suchte er wenigstens zu erreichen, dass sie sich wohl bei ihm fühlte und trat daher ihren trivialen Vorstellungen von den Dingen nicht entgegen, auch nicht dem schlechten Geschmack, den sie durchweg bewies und den er im Übrigen liebte, wie alles, was von ihr kam. Ja, diese selben Dinge entzückten ihn schließlich sogar, weil sie ebenso viele persönliche Züge darstellten, dank denen diese Frau für ihn greifbar sichtbar wurde. Wenn sie also glücklich aussah, weil sie zu Raine Topaz gehen konnte oder ihr Blick ernst, sorgenvoll und eigensinnig wurde, aus Angst, sie könne das Blumenfest oder auch nur die Teestunde im Tee de la Rue Royale mit Muffins und Toast versäumen, deren regelmäßiger Besuch ihr unerlässlich für die Aufrechterhaltung ihres Rufes als elegante Frau zu sein schien, war Svan davon entzückt, wie wir es angesichts der Natürlichkeit eines Kindes oder des sprechenden Ausdrucks bei einem Bildnis sind, und sah so deutlich die wahre Seele seiner Geliebten auf ihrem Gesicht erscheinen, dass er nicht widerstehen konnte, sie darauf mit einem Kuss zu berühren. Ah, sie möchte auf das Blumenfest geführt werden, die kleine Odette, sie will sich bewundern lassen. Ja, was soll man da tun? Sie wird eben hingeführt. Dass Svan etwas kurzsichtig war, musste er sich damit abfinden, zu Hause bei seinen Arbeiten eine Brille und wenn er in Gesellschaft ging, ein Monokel zu tragen, das ihn weniger entstellte. Als sie es zum ersten Mal in seinem Auge sah, verhehlte sie ihre Freude nicht. Also man kann nicht anders sagen, für einen Mann ist das doch riesig schick, wie gut du damit aussiehst, wie ein richtiger Gentleman. Jetzt müsstest du nur noch einen Adelstitel haben, fügte sie mit einem leisen Anflug vom Bedauern hinzu. Er hatte gern, dass Odette so war, ebenso wie er eine Bretonin, die er etwa geliebt hätte, gern eine Spitzenhaube tragen sehen und ihren Glauben an Geister hätte bekennen hören. Bis dahin hatte bei ihm, wie bei vielen Männern, deren Kunstgeschmack sich unabhängig von ihrer Sinnlichkeit entwickelt, ein bizarrer Gegensatz zwischen dem bestanden, was den einen und die andere befriedigte. Im Verkehr mit Frauen suchte er immer derbere, bei den Kunstwerken immer raffiniertere Genüsse. So führte er ein kleines Dienstmädchen in eine Orchesterloge zur Aufführung eines dekadenten Stücks, das er gern sehen wollte, oder in eine Impressionistenausstellung, im Übrigen überzeugt, dass eine Dame der kultivierten Gesellschaft nicht mehr davon verstanden, aber nicht so reizend dazu geschwiegen hätte. Seitdem er aber Odette liebte, war es für ihn etwas so Beglückendes, mit ihr zu sympathisieren, eines Sinnes mit ihr zu sein, dass er ein tiefes Vergnügen darin fand, nicht nur ihre Gewohnheiten nachzuahmen, sondern auch ihre Meinungen anzunehmen, selbst wenn sie ihn, da sie ja nicht in seiner Intelligenz verwurzelt waren, nur an seine Liebe erinnerten, um deren Willen er für sie eingenommen war. Wenn er zum zweiten Mal in Serge Panin ging oder Gelegenheiten suchte, Olivier Maitrat dirigieren zu sehen, so geschah das alles um des erwärmenden Gefühlswillen mit allen Auffassungen Odettes aufs Engste verbunden zu sein, ihre Neigungen zu teilen. Ein Zauber, der darin bestand, dass sie ihn Odette näher brachten, machte die Werke oder die Städten, die sie liebte, geheimnisbeladener für ihn als die Reize von weit Schöneren, die ihn aber nicht mit ihr in Beziehung setzten. Da ihm im Übrigen die geistigen Überzeugungen seiner Jugend abhandengekommen waren und seine weltmännische Skepsis nach und nach ihre Stelle eingenommen hatte, meinte er, oder wenigstens hatte er es so oft gedacht, dass er es jetzt auch sagte, dass die Dinge, die uns gefallen, nicht in sich selbst einen absoluten Wert tragen, sondern dass alles Sache der Epoche, der Klasse und der wechselnden Moden sei, von denen die gewöhnlichste ebenso viel tauge, wie die scheinbar distinguierteste. Und da er außerdem fand, dass die Wichtigkeit, die Odette der Frage beilegte, ob sie Eintrittskarten für eine Vorbesichtigung haben konnte, an sich nicht lächerlicher sei, als das Vergnügen, das er früher daran gehabt hatte, beim Prinzen von Wales zu degenieren, so meinte er auch nicht, dass ihre Bewunderung für Monte Carlo oder den Rigi unvernünftiger sei, als seine Neigung für Holland, dass sie sich hässlich vorstellte, oder für Versailles, dass sie trübselig fand. Er gab es daraufhin auch auf, jene Städten zu besuchen, und sagte sich dabei, dass es ihretwegen geschehe, da er nun einmal nur mit ihr empfinden und lieben wolle. Wie alles, was Odette umgab und gewissermaßen die einzige Art und Weise darstellte, auf die er sie sehen und mit ihr plaudern konnte, liebte er auch die Gesellschaft der Verdurins. Bei ihnen und auf dem Grunde aller Unterhaltungen, Abendessen, musikalischen Darbietungen, Spiele, Kostümfeste, Landpartien, Theaterbesuche, selbst der sehr seltenen großen Soireen, die für die Langweiler gegeben wurden, war für ihn die Gegenwart Odettes, ihr Anblick, die Unterhaltung mit ihr ein unschätzbares Geschenk, das ihm die Verdurins in Form einer Einladung machten. Mehr als irgendwo sonst gefiel er sich in dem kleinen Kreis. Er suchte ihm daher auch wirkliche Verdienste zuzuschreiben, denn so konnte er sich vorstellen, dass er ihn aus bloßer Neigung sein Leben lang besuchen werde. Da er sich nun aus Angst, dass er es doch nicht glauben würde, nicht einzureden wagte, er werde Odette immer und ewig lieben, sah er sich gleichwohl unter der so willkommenen Voraussetzung, dass er zeitlebens zu den Verdurins gehen würde, eine Vorstellung, die a priori auf geringere prinzipielle Einwendungen in seinem Geiste stieß, auch in Zukunft Odette jeden Abend treffen. Das kam vielleicht nicht ganz auf dasselbe heraus, als wenn er sie immer liebte, aber für den Augenblick, solange er sie noch liebte, verlangte er nichts weiter als zu glauben, er werde nicht etwa eines Tages aufhören, sie zu sehen. Was für ein reizvolles Milieu, sagte er sich. Im Grunde führt man dort das einzig wahre Leben. Wie viel geistreicher, wie viel kunstverständiger geht es dort zu als in der großen Welt. Wie aufrichtig ist bei all ihren kleinen, etwas lächerlichen Übertreibungen diese Madame Verdurin in ihrer Liebe zur Malerei, zur Musik. Welche Leidenschaft für die Werke der Künstler und welch Bemühen, ihnen selbst recht angenehm zu sein. Sie hat eine falsche Vorstellung von der Gesellschaft, aber wie viel unrichtiger noch stellt die Gesellschaft sich die Künstlerkreise vor? Vielleicht sind meine geistigen Ansprüche im Gespräch nicht sonderlich groß, aber ich unterhalte mich wirklich sehr gern mit Dr. Cotard, wenn er auch dumme Kalauer macht. Und was diesen Maler angeht, so fällt er einem gewiss etwas auf die Nerven, wenn er besonders verblüffen will. Dafür aber ist er im Grunde einer der klügsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Und vor allem fühlt man sich dort frei. Man tut ganz zwanglos, was man will, ohne sich zu genieren. Wie viel gute Laune wird jeden Tag in diesem Salon verausgabt. Ich werde ganz entschieden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur noch in diesem Milieu verkehren und es mehr und mehr zum Schauplatz meines Lebens wählen. Da die Vorzüge, die er den Verdurins Beimaß, nur der Abglanz des immer wiederkehrenden Genügens war, das seine Liebe zu Odette bei ihnen gefunden hatte, wurden diese Vorzüge umso ernsthafter, tiefer, lebenswichtiger, je mehr seine Freuden es wurden. Da Madame Verdurins wann zuweilen das schenkte, was allein für ihn das Glück bedeutete, wenn sie an irgendeinem Abend, wo er sich unruhig fühlte, weil Odette mit einem der Gäste mehr als mit den anderen gesprochen hatte und er in seiner Gereiztheit gegen sie nicht die Initiative ergreifen wollte, sie zu fragen, ob sie mit ihm nach Hause führe, ihm Frieden und Freude zurückgab, indem sie unbefangen sagte, Odette, Sie nehmen ja Herrn Swan mit, nicht wahr? Und wenn er sich beim Nahen des Sommers zunächst angstvoll gefragt hatte, ob Odette nicht ohne ihn verreisen würde, Madame Verdurin sie alle beide einlud, zu ihr aufs Land zu kommen, ließ Swan unbewusst seine eigennützige Dankbarkeit von seiner Intelligenz Besitz ergreifen und seine Ideen derartig überfluten, dass er Madame Verdurin als eine große Seele hinzustellen begann. Wenn irgendeiner seiner alten Kameraden von der École du Louvre ihm von noch so kultivierten oder hervorragenden Leuten sprach, antwortete er jedes Mal, mir sind die Verdurins tausendmal lieber. Und in einer etwas hochtrabenden Weise, die ganz neu an ihm war, setzte er hinzu, sie sind wirklich großherzige Menschen und Seelengröße ist im Grunde das Einzige, was gilt und was die Menschen hier auf Erden auszeichnen kann. Siehst du, es gibt eben nur zwei Klassen von Menschen, Großherzige und solche, die es nicht sind. Ich bin jetzt in einem Alter, wo man sich ein für allemal entscheiden muss, wen man liebt und wen man mit Nichtachtung straft. Man fängt dann an, sich an die zu halten, die man liebt, und um die Zeit wettzumachen, die man mit anderen vergeudet hat, schwört man sich, sie bis zu seinem Lebensende nicht wieder zu verlassen. Gut, fügte er dann mit jener leichten Rührung hinzu, die man empfindet, wenn man unbewusst etwas sagt, nicht weil es wahr ist, sondern weil man der eigenen Stimme lauscht, als käme sie von einem anderen. Die Würfel sind gefallen. Ich habe mich für die großherzigen Seelen entschieden und will nur noch in der Atmosphäre der Seelengröße leben. Du fragst mich, ob Madame Verdurin eigentlich gescheit sei. Ich versichere dir, dass sie mir Beweise eines Seelenadels gegeben hat, einer Größe des Herzens, die man nicht ohne ein dementsprechendes Niveau des Denkens erreicht. Ganz zweifellos besitzt sie ein eminentes Kunstverständnis, aber ich finde sie da nicht einmal am bewundernswertesten. Irgendeine auf erfinderische und ganz ausgesuchte Weise gütige kleine Tat, die sie mir zuliebe ausgeführt hat, eine wirklich von Genie des Herzens her inspirierte Aufmerksamkeit, irgendeine im engen Rahmen erhabene Gäste, enthüllen ein tieferes Verstehen unserer Existenz als alle Traktate der Philosophie. Er hätte sich gleichwohl sagen können, dass es alte Freunde seiner Familie gab, die ebenso schlicht waren wie die Verdurins, Jugendkameraden, die ebenso sehr für die Kunst entflammt waren, dass er noch andere Wesen mit großem Herzen kenne und sie dennoch, seitdem er sich für die Schlichtheit, die Kunst und die Seelengröße entschieden hatte, niemals zu sehen versuchte. Aber jene kannten Odette nicht, und wenn sie sie gekannt hätten, hätten sie keinen Wert darauf gelegt, ihn näher mit ihr zusammenzubringen. So gab es zweifellos in dem ganzen Milieu der Verdurins keinen einzigen Getreuen, der sie so sehr liebte oder so sehr zu lieben glaubte, wie Sven. Und doch hatte Monsieur Verdurin, wenn er sagte, Sven passe ihm nicht zurecht, nicht nur seine eigenen Gedanken ausgedrückt, er erriet auch die seiner Frau. Ganz offenbar hegte Sven für Odette eine zu spezielle Art von Zuneigung und hatte versäumt, Madame Verdurin täglich neu zu seiner Vertrauten zu machen. Zweifellos trug sogar die Zurückhaltung, mit der er von der Verdurinschen Gastfreundschaft Gebrauch machte, sah er doch oft aus irgendeinem Grunde, den sie nicht erraten konnten, davon ab, bei ihnen zu Abend zu essen, worin sie dann seinen Wunsch zu erkennen glaubten, keine Einladung von sogenannten Langweilern zu versäumen, ferner auch die trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die er traf, um sie zu verbergen, fortschreitende Entdeckung seiner glänzenden Situation in der Gesellschaft zu einer gewissen Gereiztheit der Stimmung gegen ihn bei. Aber der tiefere Grund war ein anderer. Sie hatten sehr bald heraus, dass es in ihm eine undurchdringliche Vorbehaltssphäre gab, in der er sich immer wieder selbst eingestand, dass die Prinzessin von Sagan nicht grotesk und Cotars Art zu scherzen nicht so ungemein witzig sei. Schließlich und obwohl er immer liebenswürdig blieb und sich niemals gegen die Dogmen des Hauses auflehnte, doch eine gewisse Unmöglichkeit, sie ihm aufzuzwingen und ihn dazu zu bekehren, wie sie ihnen noch bei niemand vorgekommen war. Sie hätten ihm verziehen, dass er in Langweilerkreisen verkehrte, denen er ja übrigens im Grunde seines Herzens die Verdurins und den gesamten kleinen Kreis bei weitem vorzog, wenn er des guten Beispiels wegen eingewilligt hätte, sie in Gegenwart der Getreuen kurzweg zu verleugnen. Aber sie hatten einsehen müssen, dass ein solches ausdrückliches Abschwören bei ihm nicht zu erreichen war. Wie anders dagegen ein Neuer, den Odetsi einzuladen gebeten hatte, obwohl sie ihm erst ein paar Mal begegnet war und auf den sie große Hoffnungen setzten, ein Graf von Forchville. Es stellte sich heraus, dass er ausgerechnet der Schwager von Sagnet war, was die Getreuen mit Erstaunen erfüllte. Der alte Archivar hatte ein so bescheidenes Auftreten, dass sie immer geglaubt hatten, er stände sozial unter ihnen und nicht auf die Erkenntnis gefasst waren, dass er einer reichen und vergleichsweise aristokratischen Gesellschaftsschicht angehörte. Zweifellos war Forchville ein gewaltiger Snob, was von Svan niemand behaupten konnte, und sicher war er weit davon entfernt, wie dieser die Verdurins über alle anderen zu stellen. Aber er besaß nicht die natürliche Delikatesse, die Svan daran hinderte, sich der offenkundig falschen Kritik anzuschließen, die Madame Verdurin an ihm bekannten Leuten übte. Was die anmaßenden und vulgären Reden, die der Maler an gewissen Tagen vom Stapel ließ und die commis voyageurhaften Späße Cotars anbetraf, für die Svan, der die beiden gern mochte, zwar leicht Entschuldigungen fand, denen Beifall zu spenden, er jedoch weder das Herz noch das Maß an Heuchelei besaß, so gestattete Forchville sein intellektuelles Niveau von den Ersteren, ohne sie übrigens zu verstehen, überwältigt und zur Bewunderung hingerissen zu sein und die anderen unbedingt zu gutieren. Gleich das erste verdurinsche Abendessen, bei dem Forchville zugegen war, stellte alle diese Unterschiede klar heraus, ließ die Besonderheiten jedes Einzelnen deutlich hervortreten und beschleunigte, dass Svan in Ungnade fiel. An diesem Abendessen nahm außer den angestammten Besuchern ein Professor der Sorbonne namens Brichot teil, der die Bekanntschaft von Monsieur und Madame Verdurin in einem Badeort gemacht hatte und der, hätten ihn nicht seine Hochschulverpflichtungen und gelehrten Arbeiten zu sehr in Anspruch genommen, gern oft zu ihnen gekommen wäre. Er besaß nämlich jene an Aberglauben grenzende Neugier auf das Leben, die mit einer gewissen Skepsis dem eigenen Studiengebiet gegenüber gepaart, in allen Berufszweigen, Gewissen der Intelligenz zugehörigen Männern, Medizinern, die nicht an die ärztliche Wissenschaft, Lizealprofessoren, die nicht an den lateinischen Aufsatz glaubten, das Ansehen von groß angelegten, glänzenden und sogar überlegenen Naturen geben kann. Bei Madame Verdurin legte er den größten Wert darauf, seine Vergleiche immer den aktuellsten Gebieten zu entnehmen, wenn er von Philosophie oder Geschichte sprach. Erstlich, weil er glaubte, sie seien nur eine Vorbereitung auf das Leben und außerdem, weil er sich einbildete, in dem kleinen Clan alles das in Praxis zu finden, was er nur aus Büchern kannte. Dann vielleicht auch, weil er, da er gewissen Gebieten gegenüber äußerste Zurückhaltung anerzogen bekommen und unbewusst beibehalten hatte, den Universitätslehrer abzulegen glaubte, wenn er sich hier Freiheiten gestattete, die ihm im Gegenteil als solche nur erschienen, weil er im Grunde blieb, was er war. Gleich zu Beginn des Essens, als Monsieur de Forcheville zu Madame Verdurin, an deren rechter Seite er saß und die zu Ehren des neuen beträchtlichen Toilettenaufwand trieb, sagte, dies weiße Kleid ist originell, solch blanker Taft hat Stil, hatte der Doktor, der ihn unaufhörlich im Auge behielt, so neugierig war er darauf, wie jemand beschaffen sein mochte, den er als einen Von bezeichnete, und auf eine Gelegenheit brannte, mit ihm in Kontakt zu kommen, nur den Klang der Wörter, blanker Stil, erhascht, und ohne die Nase vom Teller zu heben gefragt, Blanka von Kastilien? Meint er Blanka von Kastilien? Und darauf mit gesenktem Kopf nach beiden Seiten lächelnd unsichere Blicke ausgesendet. Während Zwan durch sein gequältes und vergebliches Bemühen zu lächeln, deutlich zu erkennen gab, dass er dies Wortspiel albern fand, hatte Forcheville gezeigt, dass er die Feinheit der Anspielung zu schätzen wusste und gleichzeitig Lebensart bewiesen, indem er eine Heiterkeit, deren unbefangene Äußerung Madame Verdurin entzückte, in den richtigen Grenzen hielt. »Was sagen Sie zu so einem Gelehrten?« hatte sie Forcheville gefragt. »Man kann nicht zwei Minuten ernst sein mit ihm. Erzählen Sie so etwas auch Ihren Leuten im Krankenhaus?« fügte sie zu dem Doktor gewendet hinzu. »Das müsste ja ein fideller Aufenthalt sein. Ich sehe es schon kommen, dass ich mich eines Tages auch dort einliefern lasse.« »Ich glaube gehört zu haben, dass der Doktor von dieser alten Beißzange Blanca von Kastilien sprach.« »Stimmt das, Madame?« fragte Brichot Madame Verdurin, die vor Lachen beinah sterben wollte und mit geschlossenen Augen ihr Gesicht in den Händen verbarg, sodass man nur noch erstickte Schreie vernahm. »Mein Gott, Madame, ich habe aber wirklich etwaige fromme Seelen nicht verletzen wollen, falls es solche in dieser Tafelrunde gibt.« »Supp Rosa!« »Ich muss volle Athenische Republik in der Gestalt dieser obskurantischen Kapetingerin den ersten Polizeipräfekten ehren könnte.« »Doch, doch, mein teurer Gastgeber«, fuhr er mit erhobener Stimme und deutlicher Betonung jeder Silbe als Antwort auf einen Einwurf von Herrn Verdurin fort, »die so wohl dokumentierte Chronik von Saint-Denis lässt in dieser Hinsicht keine Zweifel bestehen. Niemand wäre besser am Platze als Patronin eines laizistischen Proletariats als diese Mutter eines Heiligen, den sie übrigens abscheulich behandelt hat, wie uns Abtzuga und andere Leute vom Schlage des heiligen Bernhard berichten. Denn ihr hat es jeder auf seine Weise gegeben.« »Wer ist dieser Herr?« wollte Forchville von Madame Verdurin wissen. »Er scheint sehr kompetent zu sein.« »Wie? Sie kennen den berühmten Brichot nicht? Er ist in ganz Europa berühmt.« »Ach so, das ist Brichot«, rief Forchville aus, der nicht recht hingehört hatte. »Sie müssen mir noch von ihm erzählen«, fügte er hinzu, während er dem berühmten Mann mit weit aufgerissenen Augen musterte. »Es ist immer interessant, mit einem Mann am Tisch zu sitzen, von dem so viel gesprochen wird. Aber sagen Sie, Sie haben ja da wirklich einen ganz auserlesenen Kreis beisammen. Bei Ihnen langweilt man sich nicht.« »Oh, Sie müssen wissen«, bemerkte Madame Verdurin bescheiden, »es herrscht eben hier vor allem ein allgemeines gegenseitiges Vertrauen. Jeder spricht, wovon er sprechen mag, und daher geht es lebhaft zu. Was Brichot betrifft, so ist das heute noch gar nichts. Ich habe ihn hier bei uns schon so glänzend erlebt, dass alles einfach hingerissen war. Bei anderen freilich ist er nicht der gleiche. Er ist nicht immer so brillant. Man muss dann die Worte aus ihm herausziehen. Er kann geradezu langweilig sein.« »Merkwürdig«, wunderte sich Forchville. Eine Art von Geist, wie Brichot sie verzapfte, hätte in der Klick, in der Swan seine Jugend verbracht hatte, als pure Dummheit gegolten, wiewohl sie mit wirklicher Intelligenz vereinbar ist. Die des Professors hätte in ihrer substanziellen Ungebrochenheit wahrscheinlich an sich manche Leute von Welt neidisch machen können, die Swan geistvoll fand. Er war aber selbst so stark von den Vorlieben und Abneigungen dieser Kreise infiziert, wenigstens in allem, was mit dem gesellschaftlichen Leben zusammenhing, jedoch auch mit demjenigen der angrenzenden Gebiete, das eigentlich mehr dem Bereich der Intelligenz zugeordnet werden sollte, nämlich der Konversation, dass er die Witzeleien Brichots nur pedantisch, gewöhnlich und zum Übelwerden indezent fand. Außerdem verletzte ihn dank seiner Gewöhnung an gute Manieren der barsche militärische Ton, den der streitbare Universitätsmann gern jedem gegenüber anschlug, an den er sich unmittelbar wendete. Schließlich war wohl auch Swan an diesem Abend ganz besonders die gewohnte Nachsicht abhanden gekommen, als er sah, wie viel Liebenswürdigkeit Madame Verdurin für diesen Forchville aufwendete, den Odette bizarrerweise mit ins Haus gebracht hatte. Etwas Befangenswan gegenüber hatte sie ihn beim Kommen gefragt, wie finden Sie meinen Gast? Und er, dem zum ersten Male der Gedanke kam, dass Forchville, den er schon lange kannte, eigentlich ein schöner Mann war und einer Frau gefallen könnte, hatte geantwortet, grässlich. Gewiss fiel es ihm nicht ein, Odettes wegen eifersüchtig zu sein, aber er fühlte sich an diesem Abend nicht so glücklich wie sonst. Und als Brichot, der angefangen hatte, die Geschichte der Mutter Blancas von Kastilien zu erzählen, die mit Heinrich Plantagenet schon jahrelang zusammengelebt hatte, ehe sie ihn heiratete, in dem forschen Ton, in dem man sich dem Fassungsvermögen eines Bauern anpasst oder einen alten Soldaten zum Reden ermuntern will, Swan mit den Worten, nicht wahr Monsieur Swan dazu anregen wollte, nach dem Fortgang der Geschichte zu fragen, verdarb dieser zum großen Verdruss der Gastgeberin dem Professor de Pointe, in dem er antwortete, man möge sein geringes Interesse am Blancas von Kastilien entschuldigen, aber er habe eine Frage an den Maler auf dem Herzen. Dieser hatte nämlich am Nachmittag die Ausstellung eines mit Herrn Verdurin befreundeten, aber kürzlich verstorbenen Künstlers besucht, und nun hätte Swan gern, denn er schätzte seinen Geschmack, von ihm gewusst, ob sich in den letzten Bildern von seiner Hand wirklich noch etwas ganz anderes gezeigt habe, als jene Virtuosität, die in den früheren Werken bereits verblüffend gewesen war. In dieser Hinsicht war er ja immer außergewöhnlich stark, aber es schien mir nicht eigentlich eine Kunst zu sein, die man erhebend nennen könnte. Erhebend, ein erhebendes Schauspiel, bei dem das Herz jedes guten Franzosen höher schlagen muss, fiel Dr. Cotard, ihm mit fingiertem Ernst und erhobenem Arm ins Wort. Die ganze Tischrunde lachte. Was habe ich gesagt? Man kann nicht ernst bleiben, wenn er da ist, sagte Madame Verdurin zu Forschwill, ehe man es sich versieht, hatte ein Wortspiel bei der Hand. Sie hatte aber wohl bemerkt, dass Swan als einziger den Mund nicht verzogen hatte. Es freute ihn allerdings auch nicht sehr, dass Cotard ihn vor Forschwill zum Gegenstand der allgemeinen Heiterkeit machte. Der Maler aber, der wahrscheinlich in interessanter Weise auf Swans Worte geantwortet hätte, wäre er mit ihm allein im Raum gewesen, legte es jetzt lieber darauf an, von den Tischgästen bewundert zu werden, indem er sich weiter über die Geschicklichkeit des verewigten Meisters ausließ. »Ich bin ganz nahe herangetreten«, sagte er, »um zu sehen, wie es gemacht ist. Ich habe mir fast die Nase platt gedrückt, aber nichts zu machen. Man kann nicht sagen, ob er Kleister, Juwelen, Seife, Bronze, Sonnenstrahlen oder Dreck dazu nimmt.« »Dreck und Speck«, rief Cotard so verspätet aus, dass niemand verstand, was er eigentlich wollte. »Es sieht aus wie mit gar nichts gemacht«, fuhr der Maler fort. »Es ist ebenso unmöglich, den Trick herauszubekommen wie bei der Nachtwache oder den Vorsteherinnen, und dabei ist er stärker als Rembrandt oder Franz Hals. Es ist alles beisammen, weiß Gott, das kann man füglich behaupten.« Und wie die Sänger, wenn sie beim höchsten Ton angelangt sind, den ihre Kehle hergibt, mit Kopfstimme und Piano weitersingen, begnügte er sich jetzt damit, vor sich hin zu murmeln und unter fortwährenden Heiterkeitsausbrüchen, als sei diese Art von Malerei vor lauter Vollkommenheit schon nur noch komisch zu nehmen, fuhr er fort. »Das riecht gut, steigt einem in den Kopf, es benimmt den Atem, es wird einem heiß und kalt dabei, aber weiß der Teufel, wie es zustande gekommen ist. Es ist Hexerei, Betrug, ein Mirakel, und hier platzte er vollends mit seinem Gelächter heraus, einfach unanständig gut.« Dann hielt er inne, hob gewichtig den Kopf, schlug einen tiefen Basston an, den er klangvoll zu machen versuchte und setzte hinzu und so ur-anständig gemalt. Abgesehen von dem Augenblick, wo er gesagt hatte, »stärker als die Nachtwache«, eine Lästerung, die einen Protest bei Madame Verdurin auslöste, für die die Nachtwache neben der Neunten und der Nike von Samothrake das größte Meisterwerk des Universums war, und von den Worten Dreck, bei dem Forchville einen Blick in die Runde warf, um festzustellen, ob der Ausdruck durchging, um gleich darauf ein zurückhaltendes, aber verbindliches Lächeln auf seinen Lippen erscheinen zu lassen, hatten alle Anwesenden außer Svan mit verzückt bewunderten Blicken an dem Maler gehangen. »Wie amüsant er ist, wenn er sich so ins Zeug legt«, rief, als er geendet hatte, Madame Verdurin aus, begeistert, dass ihre Tischgesellschaft gerade an dem Tage so interessant war, wo Monsieur de Forchville zum ersten Male zugegen war. »Und du, was sitzt du denn da und staunst wie der Ochse vorm Tor?«, fragte sie ihren Mann. »Du weißt doch schließlich, wie glänzend er spricht. Man sollte wirklich meinen, er hörte sie zum ersten Mal. Wenn sie ihn gesehen hätten, während sie sprachen, er trank jedes Wort förmlich in sich hinein. Und morgen wird er alles wieder erzählen, was sie gesagt haben, ohne ein einziges Wort zu vergessen.« »Aber nein, Spaß beiseite«, setzte der Maler noch einmal von seinem Erfolg berauscht an. »Es kommt mir vor, als glaubten sie, ich mache nur Redensarten oder übertreibe vielleicht. Ich werde sie alle selbst hinführen, und ich wette tausend gegen eins, dass sie mindestens so verblüfft sind wie ich.« »Aber wir glauben gar nicht, dass sie übertreiben. Wir möchten nur, dass sie essen und dass mein Mann ebenfalls isst. Reichen Sie, Monsieur, noch einmal die Seezunge. Sie sehen doch, dass der Fisch auf seinem Teller kalt geworden ist. Wir haben gar keine Eile. Sie servieren ja, als ob es brennt. Warten Sie doch etwas, bevor Sie den Salat anbieten.« Madame Cotard, die an sich zurückhaltend war und wenig sprach, verfügte gleichwohl über einen gewissen Appelon, wenn dank einer glücklichen Eingebung ihr das richtige Wort einfiel. Sie wusste, dass sie Erfolg haben würde. Das stärkte ihr Selbstvertrauen, und was sie dann tat, betrieb sie weniger, um zu glänzen, als um der Laufbahn ihres Mannes förderlich zu sein. Sie ließ daher das Wort »Salat«, das Madame Verdurin soeben ausgesprochen hatte, nicht ungenützt passieren. »Es ist doch kein japanischer Salat«, warf sie zu Odette gewendet mit halblauter Stimme ein. Entzückt und verwirrt über ihre eigene Schlagfertigkeit und Kühnheit, mit der sie eine so diskrete, aber doch vollkommen eindeutige Anspielung auf das neue, aufsehenerregende Stück von Dumas gemacht hatte, brach sie in helles Backfischlachen aus, das zwar nicht sehr geräuschvoll, aber so unwiderstehlich war, dass sie sich ihm ein paar Augenblicke hemmungslos überließ. »Wer ist diese Dame? Sie ist witzig«, stellte Forchville fest. »Nein, aber wir werden Ihnen einen vorsetzen, wenn Sie alle am Freitag zum Abendessen kommen.« »Ich werde Ihnen sehr provinziell vorkommen, Monsieur«, sagte Madame Cotard zu Swan, »aber ich habe diese berühmte Francillon, von der alle Welt spricht, noch nicht einmal gesehen. Der Doktor ist hingegangen. Ich erinnere mich sogar, dass er das besondere Vergnügen hatte, jenen Abend mit Ihnen zu verbringen, und ich muss gestehen, ich hätte nicht sehr vernünftig gefunden, wenn er noch einmal Plätze genommen hätte, um es mit mir zu sehen.« Offenbar hat man ja im Theaterfrancais nie seine Zeit verloren. Es wird dort immer so gut gespielt. Aber da wir sehr liebenswürdige Freunde haben, Madame Cotard nannte selten einen Namen, sondern sprach immer nur von sehr lieben Freunden oder von einer meiner Freundinnen, weil sie das distinguierter fand, und zwar in einem gekünstelten Ton und mit dem Anspruch einer Person, die Leute eben nur namentlich nennt, wenn sie mag, die oft eine Loge haben und dann auf den guten Gedanken kommen, uns zu den neuen Stücken mitzunehmen, bei denen es sich lohnt, darf ich sicher sein, früher oder später auch Francillon zu sehen, um mir selbst meine Meinung darüber bilden zu können. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir im Augenblick recht dumm vorkomme, denn in allen Salons, die ich besuche, ist immer nur von diesem fatalen japanischen Salat die Rede. Man wird es nun schon allmählich leid, fügte sie mit einem Blick auf Sven hinzu, der für eine so brennend aktuelle Angelegenheit nicht in dem Maße interessiert zu sein schien, wie sie geglaubt hatte. Allerdings kommt man dabei manchmal auf ganz lustige Gedanken. So hat eine meiner Freundinnen, die immer sehr originell ist, immer Mittelpunkt, immer viele Leute um sich hat, behauptet, sie habe bei sich im Hause diesen japanischen Salat bereiten lassen, genau mit den Zutaten, die Alexandre Dumas in seinem Stück erwähnt. Sie hatte ein paar Freundinnen eingeladen, die ihn essen sollten. Leider war ich nicht dabei, aber sie hat uns hinterher alles genau erzählt. Es scheint abscheulich geschmeckt zu haben. Wir haben Tränen gelacht. Aber Sie wissen ja, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man so etwas erzählt, meinte sie, als sie Svans immer noch abwesende Mine bemerkte. In der Idee, dass es vielleicht sei, weil er Francillon nicht mochte, setzte sie hinzu, im Übrigen glaube ich, ich werde eine Enttäuschung erleben. Ich kann mir nicht denken, dass es so gut ist wie Serge Panin, wofür ja Madame de Cressy so schwärmt. Das ist aber auch ein ernsthaftes Thema, etwas, worüber man nachdenken kann. Der Gedanke jedoch, die Bühne des Theater Francais zu benutzen, um ein Salatrezept mitzuteilen. Wenn ich da an Serge Panin denke. Es ist ja auch wie alles, was aus Georges Onets Feder kommt, so ausgezeichnet geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie den Hüttenbesitzer kennen, den ich persönlich noch höher schätze als Serge Panin. Sie werden verzeihen, sagt Svans mit ironisch lächelnder Miene zu ihr, wenn ich Ihnen gestehe, dass mein Mangel an Bewunderung für die beiden Meisterwerke ungefähr der gleiche ist. Wirklich? Und was haben Sie dagegen einzuwenden? Ist es vielleicht ein Vorurteil? Sind Sie Ihnen zu traurig? Ich persönlich finde ja allerdings, man kann über Romane und Theaterstücke nie streiten. Jeder hat da seinen Standpunkt. Und Sie finden unter Umständen grässlich, was mir sehr gut gefällt. Sie wurde durch Forcheville unterbrochen, der sich persönlich ans Wann wandte. Während Madame Cotard von Francillon sprach, hatte Monsieur de Forcheville Madame Verdurin seine Bewunderung für das ausgedrückt, was er den kleinen Speech des Malers nannte. Dieser Herr hat eine Leichtigkeit der Rede und ein Gedächtnis dabei, hatte er zu Madame Verdurin bemerkt, als der Maler geendet hatte, wie man sie selten trifft. Weiß Gott, ich beneide ihn darum. Er würde ein ausgezeichneter Kanzelredner sein. Man muss sagen, dass Sie an ihm und diesem Monsieur Bréchot da zwei Nummern haben, die beide gleich gut sind. Ich weiß nicht einmal, ob nicht an bloßer Zungengewandtheit der Maler dem Professor noch um eine Nasenlänge schlägt. Es klingt bei ihm alles natürlicher, nicht so gesucht. Er hat ja daneben her ein paar etwas realistische Ausdrücke gebraucht. Aber was wollen Sie, das ist heute Mode. Ich habe jedenfalls selten jemand gesehen, der den Spucknapf so geschickt zu halten versteht, wie wir bei uns im Regiment sagten, wo ich nämlich einen Kameraden hatte, an den dieser Herr mich erinnert. Er konnte über jeden beliebigen Gegenstand dies Glas hier zum Beispiel stundenlang daherreden. Nein, nicht über das Glas hier, was sage ich, aber zum Beispiel über die Schlacht bei Waterloo. Über was Sie wollen, konnte er auf der Stelle Dinge von sich geben, auf die man niemals gekommen wäre. Svan war übrigens im gleichen Regiment. Er muss ihn auch kennen. »Sehen Sie Herrn Svan oft?« fragte Madame Verdurin. »Oh nein,« antwortete Monsieur de Forchville, »und da er in der Absicht, Odette näher zu kommen, zu Svan liebenswürdig sein und die Gelegenheit, ihm zu schmeicheln, nicht außer Acht lassen wollte, gedachte er, von dessen gesellschaftlichen Beziehungen zu sprechen, aber doch im Ton eines Mannes von Welt. Nämlich als kritisiere er ihn freundschaftlich und nicht als beglückwünsche er ihn dazu, wie zu einem unverhofften Erfolg. Er rief ihm also zu? Nicht war Svan, ich sehe sie nie. Wie soll man sie auch sehen? Dieser Kerl steckt ja die ganze Zeit bei den Latremuil, den Delorme, etc.« Eine Unterstellung, die umso irriger war als seit einem Jahr ungefähr Svan kaum noch irgendwo hin, als zu dem Verdurins ging. Aber schon der Name von ihnen unbekannten Personen wurde bei diesen mit einem schweigender Missbilligung aufgenommen. Herbert Durin, der den peinlichen Eindruck fürchtete, den Namen von Langweilern, noch dazu in dieser taktlosen Weise im Angesicht aller Getreuen vorgebracht, auf seine Frau machen könnten, warf heimlich einen äußerst besorgten Blick nach ihr hin. Er konstatierte sofort, dass sie unter allen Umständen entschlossen war, nicht Stellung dazu zu nehmen, ja von der ihr zu Ohren kommenden Neuigkeit nicht berührt zu werden, nicht einmal dazu zu schweigen, sondern sie einfach nicht gehört zu haben. So wie wir es machen, wenn ein Freund, der einen Fehler begangen hat, in die Unterhaltung eine Entschuldigung einfließen lässt, die nehme man sie einfach unwidersprochen hin, man gelten zu lassen schiene, oder wenn man vor uns den verpönten Namen eines Undankbaren erwähnt. Damit ihr Schweigen nicht nach Beistimmung aussähe, sondern nur den Charakter des nicht wissenden Schweigens der leblosen Dinge hätte, hatte Madame Verdurin aus ihren Minen Leben und Bewegung ausgelöscht. Ihre gewölbte Stirn war nur eine schöne Studie von einer Schädelbuckelung, in die der Name jener La Tremuille, bei denen Zwan sich unaufhörlich aufhielt, nicht hatte eindringen können. Ihre leicht gerümpfte Nase ließ einen wirklich lebenswahren Nasenflügel erkennen. Ihr halb geöffneter Mund sah aus, als ob er gleich sprechen wolle. Ihr Gesicht war nur noch ein Wachsabdruck, eine Gipsmaske, eine Bildnisstudie für ein Baudenkmal, eine Büste für das Palais de l'Industrie, vor der das Publikum sich wahrscheinlich in Bewunderung darüber staunen würde, welche nahezu päpstliche Majestät der Künstler in seinem Bemühen, die unbeschreibliche Würde der Verdurins im Gegensatz zu der der La Tremuille oder Delhomme auszudrücken, denen sie sicher ebenso gut wie allen Langweilern der Erde das Wasser reichen konnten. Der Weiße und Stränge des Steins hatte aufprägen können. Schließlich aber kam Leben in den Marmor, und man vernahm, dass einem schon wirklich vor gar nichts grausen musste, wenn man zu diesen Leuten ging, denn die Frau sei immer betrunken und der Mann so dumm, dass er Collidor anstatt Corridor sage. Man könnte mir noch etwas dazu geben, ich würde so etwas hier bei mir nie empfangen, schloss Madame Verdurin mit einem zurechtweisenden Blick aufs Wann. Freilich konnte sie nicht hoffen, er werde die Unterwerfung so weit treiben, wie die Tante des Pianisten in frommer Unschuld tat, als sie in die Worte ausbrach, haben sie so etwas schon gehört? Man wundert sich wahrhaftig, dass es noch Leute gibt, die mit denen reden. Ich glaube, ich hätte geradezu Angst. Wie leicht kann da etwas passieren? Wie können nur Leute so unvernünftig sein, solchen Menschen auch noch nachzulaufen? Warum aber antwortete er nicht wenigstens wie forschwill, mein Gott, sie ist eine Herzogin. Es gibt eben Leute, denen das noch Eindruck macht. Worauf Madame Verdurin geantwortet hatte, dann sollen sie nur glücklich werden damit. Stattdessen begnügte sich Swann mit einem Lächeln, das offenbar besagte, solche Behauptungen seien zu extravagant, um sie ernst zu nehmen. Monsieur Verdurin, der weiter heimlich den Blick an seiner Frau hängen ließ, stellte mit Bedauern und vollstem Verständnis fest, dass in ihr der Zorn eines Großinquisitors wütete, dem es nicht gelingt, die Ketzerei auszurotten. Und um möglicherweise Swann zu einem ausdrücklichen Widerruf zu bewegen, da der Mut der eigenen Meinung denen, in deren Gegenwart man sich dazu bekennt, immer als feige Berechnung erscheint, wendete er sich an ihn. »Sprechen Sie sich nur offen aus, wir sagen es nicht weiter.« Worauf Swann erwiderte, »aber ich habe keine Angst vor der Herzogin, wenn Sie von den La Tremuil sprechen.« »Ich kann Ihnen nur sagen, dass jeder gern Ihr Haus besucht. Ich will nicht behaupten, dass sie bedeutend ist.« Er sprach das Wort bedeutend aus, als sei es ein lächerliches Wort, denn auch seine Sprechweise hatte noch Spuren von Gewohnheiten beibehalten, diejenige Wisse von der Liebe zur Musik her geprägte innere Erneuerung ihn eigentlich im Augenblick hatte aufgeben lassen. Er sprach jetzt seine Meinung manchmal mit Wärme aus, aber aufrichtig gesagt, sie ist sehr gescheit und der Herzog im wahrsten Sinne ein gebildeter Mann. Sie sind ganz reizende Menschen.« Es ging so weit, dass Madame Verdurin in dem Bewusstsein, durch diesen einen Ungetreuen an der Verwirklichung der moralischen Einheit des kleinen Kreises gehindert zu werden, aus Wut gegen diesen Starkkopf, der nicht sah, wie sie unter seinen Worten litt, ihm heftig entgegenschleuderte. »Finden Sie sie, wie Sie wollen, aber wenigstens sagen Sie es uns nicht.« »Es kommt ganz darauf an, was man Gescheitheit nennt,« bemerkte Forschwill, der nun seinerseits glänzen wollte. »Kommen Sie, Sven, erklären Sie uns, was nennen Sie gescheit.« »Endlich!« rief Odette. »Immer bitte ich ihn, dass er einmal mit mir von solchen Dingen spricht, aber er tut es nie.« »Aber doch,« protestierte Sven, »alle ist Angabe.« »Das ist nicht wahr,« rief Odette. »Angabe der Adresse,« fragte der Doktor zurück. »Besteht für Sie,« fragte Forschwill, »die Gescheitheit in dem mondänen Geschwätz der Leute, die sich beliebt machen wollen?« »Essen Sie lieber Ihren Nachtisch, damit Ihr Teller abgenommen werden kann,« bemerkte Madame Verdurin in scharfen Ton zu Sagnettin, der in Nachdenken versunken mit Essen aufgehört hatte. Dann schämte sie sich wohl selbst ihres Tons und setzte versöhnlich hinzu. »Es macht natürlich nichts. Sie haben Zeit.« »Ich meinte nur der anderen Wegen.« »Es hält das Servieren so auf.« »Es gibt da,« sagte Brichot, indem er jede Silbe einzeln skandierte, »eine sehr bemerkenswerte Definition der Intelligenz bei diesem anarchistischen Leiseträter Fenlon.« »Achtung«, ermahnte Forschwill den Doktor und Madame Verdurin, »jetzt kommt die Definition der Intelligenz bei Fenlon. Das ist interessant. Man hat nicht alle Tage Gelegenheit, so etwas zu hören.« Aber Brichot wartete erst noch auf die von Swan. Doch dieser reagierte nicht und brachte dadurch das brillante Wortgefecht zum Scheitern, das Madame Verdurin ihrem Gast Forschwill so gern vorgeführt hätte. »Natürlich, jetzt macht er es wieder wie mit mir,« rief Odette missgelaunt. »Es ist mir nur lieb, zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, zu der er sich nicht herablässt, über so etwas zu sprechen.« »Diese La Tremouillaye, die uns Madame Verdurin als so wenig empfehlenswert hinstellt,« fragte Brichot, wieder mit starker Markierung der Silben, »sind das Nachkommen von denen, die diese gutes nobistische Sévigné so gerne kennenlernen wollte, weil es vor ihren Bauern trefflich aussehen würde?« Sicherlich hatte die Markise auch noch einen anderen Grund, denn da sie die Seele eines Blaustrumpfs besaß, ging ihr ein Stoff zum Schreiben über alles andere. In dem Tagebuch aber, das sie regelmäßig ihrer Tochter schickte, figuriert Madame de La Tremouillaye als eine Person, die durch ihre ausgezeichneten verwandtschaftlichen Beziehungen über alles auf dem Laufenden ist und die ganze auswärtige Politik bestimmt. »Nein, nein, ich glaube nicht, dass das dieselbe Familie ist,« warf Madame Verdurin aufs Geratewohl ein. Sagnette, der, nachdem er überstürzt dem Diener seinen noch vollen Teller übergeben hatte, von neuem in brütendes Nachdenken versunken war, tauchte wieder daraus auf, indem er lachend eine Geschichte von einem Diner mit dem Herzog von La Tremouillaye, erzählte, bei dem dieser nicht gewusst habe, dass Georges Saint das Pseudonym einer Frau sei. Svan, der eine gewisse Sympathie für Sagnette hegte, glaubte ihm über die geistige Kultur des Herzogs Details geben zu sollen, aus denen hervorging, dass eine solche Unwissenheit von dessen Seite praktisch unmöglich sei. Plötzlich aber stockte er, denn er begriff, dass Sagnette gar keine Beweise brauche, sondern selbst sehr gut wusste, dass seine Geschichte unrichtig sei, aus dem guten Grunde, weil er sie erst soeben erfunden hatte. Der gute Mann litt darunter, dass die Verdurins ihn so langweilig fanden, und in dem Bewusstsein, dass er bei diesem Abendessen noch weniger glanzvoll als sonst gewesen sei, hatte er, bevor es zu Ende ging, auch einmal etwas Amüsantes vorbringen wollen. Er streckte so schnell die Waffen und sah dabei so unglücklich aus, da der erhoffte Erfolg ihm nicht zuteil geworden war. Auch wich er Sagn so ängstlich aus, damit dieser nicht auf einem Widerruf bestände, der schon gar nicht mehr nötig war, indem er sagte, schon gut, schon gut, auf alle Fälle, wenn ich mich täusche, ist es ja kein Verbrechen, nicht wahr? Dass Sagn am liebsten behauptet hätte, die Geschichte sei wahr und wirklich ganz köstlich. Der Doktor, der ihnen zuhörte, hatte das Gefühl, es sei hier ganz am Platze zu sagen, Se non è vero! Aber er war des genauen Wortlauts nicht sicher und fürchtete, sich dabei zu verheddern. Nach dem Essen trat Forchville von sich aus zu dem Doktor. »Muss mal gar nicht übel gewesen sein, diese Madame Verdurin. Jedenfalls eine Person, mit der man sich unterhalten kann, was mir die Hauptsache ist. Jetzt fängt sie ja offengestanden an, etwas rundlich zu werden. Aber diese Madame de Cressy scheint eine kluge kleine Person zu sein, alles, was recht ist. Man merkt gleich, sie hat einen scharfen Blick.« »Wir sprechen von Madame de Cressy«, sagte er zu Monsieur Verdurin, der in diesem Augenblick mit der Pfeife im Mund zu ihnen trat. »Ich stelle mir vor, so als Frau, ist sie mir lieber im Hemd als manche andere im Abendkleid«, fiel Cotard lebhaft ein. Seit Sekunden schon brannte er darauf, dass Forchville Luft schöpfte und er diese Redensart anbringen konnte, die er fürchtete, nicht mehr loszuwerden, wenn inzwischen die Unterhaltung eine andere Richtung nahm. Nun versuchte er sie mit der Munterkeit und dem Apelon vorzubringen, hinter denen sich die Mischung aus Unbeteiligtheit und Lampenfieber verbirgt, die man hat, wenn man etwas rezitiert. Forchville kannte den Witz und belachte ihn. Herr Verdurin sparte mit seiner Heiterkeit nicht, denn er hatte neuerdings eine symbolische Ausdrucksweise dafür gefunden, die zwar anders als die von seiner Frau verwendete, doch ebenso einfach und eindeutig war. Kaum hatte er die Kopf- und Schulterbewegungen eines Menschen ausgeführt, der sich vor Lachen schütteln will, als er auch schon zu Husten begann, wie wenn ihm bei allzu heftigem Lachen der Tabakrauch seiner Pfeife in die Kehle gekommen sei. Indem er diese im Mundwinkel festhielt, führte er beliebig lange seine Komödie der Heiterkeit auf. So wirkten er und Madame Verdurin, die auf der anderen Seite des Zimmers eine Geschichte des Malers anhörte und gerade die Augen schloß, um dann ihr Gesicht in den Händen zu verbergen, wie zwei Theatermasken, die auf verschiedene Weise das Lachen verkörpern sollen. Monsieur Verdurin hatte übrigens gut daran getan, die Pfeife nicht aus dem Munde zu nehmen, den Cotard, der sich einen Augenblick entfernen musste, tat dies mit halblauter Stimme und mit einer Umschreibung kund, die er erst jüngst in sein Repertoire aufgenommen hatte und nun jedes Mal zum Besten gab, bevor er einen gewissen Ort aufsuchte. Ich sollte mal nach den Pferden sehen. Die Folge war, dass Herrn Verdurins Husten gleich von neuem einsetzte. »Tu doch die Pfeife aus dem Mund, du siehst, du wirst noch ersticken, wenn du dein Lachen so verschluckst«, bemerkte Madame Verdurin, die den Likör anbot. »Was für ein reizender Mensch ist ihr Mann, er kann von seinem Geist noch anderen etwas abgeben«, erklärte Forcheville, zu Madame Cotard gewendet. »Vielen Dank, gnädige Frau. Ja, ein alter Soldat wie ich ist immer für einen Tropfen zu haben.« »Monsieur de Forcheville ist von Odette entzückt«, sagte Verdurin zu seiner Frau. »Sie hat mir gerade gesagt, sie würde gern einmal mit Ihnen zum Déjeuner kommen. Wir werden das irgendwie einrichten. Aber Herr Svan braucht es nicht zu merken. Sie müssen nämlich wissen, er ist leicht verschnupft. Aber deswegen müssen Sie natürlich doch auch abends kommen. Wir hoffen, Sie oft hier zu sehen. Wenn es jetzt warm wird, essen wir häufig irgendwo im Freien. Mögen Sie das auch, so ein kleines Diner im Bois? Gut, gut, dass wir dreizehn werden. »Wollen Sie wohl mal Ihren Beruf ausüben«, rief sie dem kleinen Pianisten zu, um einem neuen Gast vom Range Forchevilles gleichzeitig ihren Geist und ihre unumschränkte Macht über die Getreuen zu beweisen. »Monsieur de Forcheville wollte mir gerade etwas Schlimmes über dich sagen«, empfing Madame Cotard ihren Mann, der soeben wieder den Salon betrat. »Und er, noch ganz befangen in der Vorstellung, die ihn seit Beginn des Abends beherrschte, nämlich dass Forcheville ja adlig sei, zu ihm? Ich behandle zurzeit eine Baronin, eine Baronin Putbus. Die Putbus waren doch schon bei den Kreuzzügen mit dabei, nicht wahr? In Pommern haben sie einen See, der zehnmal so groß ist wie die Place de la Concorde. Ich behandle sie wegen ihrer Gicht. Sie ist eine reizende Dame. Übrigens kennt sie auch Madame Verdurin, glaube ich. Das hatte zur Folge, dass Forcheville, als er sich einen Augenblick darauf wieder allein mit Madame Cotard befand, das günstige Urteil über ihren Mann noch etwas abrunden konnte. Er ist außerdem interessant. Man sieht, er kommt unter die Leute. Ja, diese Ärzte haben es gut. Die sammeln Erfahrungen. »Ich werde das Thema aus der Sonate für Herrn Svan spielen,« sagte der Pianist. »Teufel! Das wird doch nicht auch so eine Schlange wie die Kreuzottersonate sein,« fragte Forcheville, um ebenfalls einen Geistesblitz von sich zu geben. Dem Doktor war dies Wortspiel neu. Er verstand es nicht und meinte, Forcheville habe sich geirrt. Er trat rasch neben ihn und berichtigte, »Aber es heißt doch Kreuzersonate,« flüsterte er ihm eifrig, ungeduldig und gleichzeitig triumphierend zu. Forcheville erklärte ihm, dass es ein Witz sein sollte. Der Doktor wurde rot. »Sie müssen doch zugeben, Doktor, dass der Einfall gelungen ist.« »Natürlich, ich kannte es schon,« behauptete Cotard. Aber dann schwiegen sie. Unter dem Beben der Geigentremoli, die es mit ihrem zwei Oktaven darüber liegenden, lang angehaltenen Klang beschützten und von deren Höhe gesehen es wirkte, wie in einer Gebirgslandschaft hinter der scheinbaren, schwindelnden Unbeweglichkeit eines Wasserfalls zweihundert Fuß tiefer die winzige Gestalt einer Spaziergängerin, tauchte fern, bezaubernd, hinter dem unsichtbaren, von unaufhörlich niederströmenden Klängen gewobenen Perlenvorhang, die kleine Weise auf. Und zwar beschwor sie in seinem Herzen wie eine Vertraute seiner Liebe und eine Freundin Odets, ihr zu sagen, sie möge doch auf diesen Forcheville nicht hören. »Ah, sie da, sie kommen aber spät,« sagte Madame Verdurin zu einem Getreuen, den sie erst für Nachtisch eingeladen hatte. »Wir haben heute einen unvergleichlichen Brichot gehabt. Er strömte über von Geist. Leider ist er jetzt fort.« »Nicht wahr, Herr Swan? Ich glaube, Sie sind ihm heute zum ersten Mal begegnet,« setzte sie hinzu, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er diese Bekanntschaft einzig ihr verdanke. »Nicht wahr? Er war doch köstlich, unser Brichot.« Zwan verbeugte sich höflich. »Nein, hat er sie nicht interessiert?« fragte Madame Verdurin sehr kühl. »Aber doch, gnädige Frau, gewiss, ich war entzückt. Er ist vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu selbstsicher und zu jovial. Mir wäre es lieber, er würde mit seinem Urteil etwas mehr zögern und etwas milder sein. Aber er weiß offenbar so viel und scheint wirklich ein trefflicher Mann zu sein.« Man brach allgemein sehr spät auf. »Ich habe selten Madame Verdurin so in Fahrt gesehen wie heute Abend«, waren die ersten Worte, die Cotar an seine Frau richtete. »Wer ist eigentlich diese Frau Verdurin? Bisschen Halbseide, was?« fragte Forchville den Maler, dem er vorgeschlagen hatte, mit zu ihm einzusteigen. Odette seien mit Bedauern scheiden. Sie wagte nicht, Zwan allein nach Hause fahren zu lassen, aber im Wagen war sie schlecht gelaunt, und als er fragte, ob er noch mit zu ihr kommen solle, sagte sie ihr selbstverständlich mit einem Achselzucken der Ungeduld. Als alle Gäste gegangen waren, bemerkte Madame Verdurin ihrem Mann gegenüber. »Hast du gesehen, wie albern Zwan gelacht hat, als wir von Madame Latremuil gesprochen haben?« Sie hatte festgestellt, dass Zwan und Forchville mehrmals von diesen Namen das »de« ausgelassen hatten. Da sie mit Sicherheit annahm, dass sie es täten, um ihre Unabhängigkeit von Titeln zu beweisen, wollte sie diese Kühnheit nachahmen, hatte aber nicht recht begriffen, wie sie grammatisch zu handhaben sei. Da nun aber ihre gewohnte fehlerhafte Ausdrucksweise stärker als ihre republikanische Bürgergesinnung war, sagte sie auch immer einmal wieder die »de la tremuil«. Oder vielmehr nutzte sie eine in den Konzertcafés und in Textunterschriften der Witzblätter übliche Abkürzung, bei der das »de« beinahe verschwand, die »dla tremuil«. Dann aber besann sie sich wieder und sagte »Madame Latremuil«. Die Herzogin, wie Zwan sagt, setzte sie in ironischem Ton und mit einem Lächeln hinzu, das besagte »Sie zitiere hier nur und nehme keinesfalls eine so naive und lächerliche Bezeichnung auf sich.« Ich kann dir nur sagen, ich habe ihn außergewöhnlich dumm gefunden. Er ist nicht offen, er ist ein Mensch, der immer Vorbehalte macht. Er will das eine tun und das andere nicht lassen. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wie anders ist Forch Wilda. Das ist doch noch ein Mann, der rundheraus seine Meinung äußert, ob sie einem zusagt oder nicht. Der andere ist nicht Fleisch, nicht Fisch. Odette scheint mir übrigens jetzt recht für Forch Wilde eingenommen zu sein. Und überhaupt, wenn Zwan bei uns den Mann von Welt spielen will und tut, als ob er bei Herzoginnen aus und eingeht, so hat der andere doch wenigstens ein Adelsprädikat. Er ist immerhin Comte de Forch Wilde, fügte er mit der Mine eines Eingeweihten hinzu, der über die Geschichte dieses Grafentitels bestens informiert ist und seinen Wert genau einzuschätzen weiß. Ich kann dir nur sagen, bemerkte Madame Verdurin noch, er hat sogar versucht, gegen Brichot allerlei giftige und lächerliche Unterstellungen vorzubringen. Er hat gesehen, dass der Professor bei uns im Hause gern gesehen ist. Es war also eine Art, uns selber anzugreifen und unsere Gesellschaft herabzusetzen. Das ist so einer, der einem ins Gesicht freundlich tut und schlecht über einen redet, sobald man den Rücken kehrt. In Wirklichkeit gab es keinen Getreuen, der weniger übelwollend gewesen wäre als gerade Zwan. Aber die anderen übten alle die Vorsicht, ihre Medisancen mit bekannten Witzeleien und einem kleinen Schuss von Rührung und Herzlichkeit zu versehen, während der mindeste Vorbehalt den Zwan machte und der keine solche konventionellen Floskeln enthielt, wie »Ich will gewiss nichts Böses sagen«, da er dieses für unter seiner Würde hielt, als »Perfidie« erschien. Es gibt Schriftsteller von einer gewissen Eigenart, bei denen die geringste Kühnheit das Publikum empört, weil sie nicht zuvor seinem Geschmack geschmeichelt und ihm die Gemeinplätze serviert haben, an die es nun einmal gewöhnt ist. Auf die gleiche Weise hatte Zwan Madame Verdurin gegen sich eingenommen. Wie bei jenen Autoren war es auch bei Zwan das Ungewohnte seiner Redeweise, das an schwarze Absichten bei ihm glauben ließ. Zwan wußte noch nichts von der Ungnade, die ihm von den Verdurins drohte. Noch immer sah er ihre lächerlichen Seiten aufgrund seiner Liebe in rosigem Licht. Odette traf er meist nur am Abend. Am Tage aber, wo er fürchtete, ihr lästig zu fallen, wenn er sie besuchte, hätte er doch gern ihre Gedanken unablässig mit seiner Person beschäftigt gewusst und suchte nach Gelegenheiten, sich in einer ihr angenehmen Weise darin einen Platz zu verschaffen. Wenn ihm in der Auslage eines Blumengeschäftes oder eines Juweliers eine Pflanze oder ein Schmuckstück gefiel, dachte er auf der Stelle daran, sie Odette zu schicken und stellte sich dabei das Vergnügen vor, das sie ihr verschaffen würden, und wie sie doch mit vermehrter Zärtlichkeit seiner gedenken müßte. Dann ließ er sie rasch zu ihr in die Rue la Perouse bringen, um den Augenblick nicht länger hinauszuschieben, wo sie etwas von ihm erhalten und er sich dadurch näher bei ihr fühlen würde. Vor allem wollte er, dass sie sein Geschenk bekam, bevor sie das Haus verließ, damit ihre Dankbarkeit ihm eine umso freundlichere Begrüßung sichern würde, wenn er sie bei den Verdurins traf. Oder, wer weiß, wenn der Lieferant sich entsprechend beeilte, könnte er vielleicht noch vor dem Abendessen ein Briefchen von ihr bekommen, oder womöglich machte sie sich sogar noch rasch selbst zu ihm auf, um ihm mit diesem nicht vorgesehenen Besuch ihren Dank auszudrücken. Wie er früher mit Odettes Natur durch Reaktionen der Verstimmung Experimente angestellt hatte, so suchte er jetzt durch die der Dankbarkeit, aus ihr versteckte Gefühlselemente hervorzuholen, die sie ihm bislang noch nicht offenbart hatte. Oft war sie in Geldverlegenheit und bat ihn dann, wenn ein Gläubiger drängte, ihr schnell zu Hilfe zu kommen. Er war darüber glücklich wie über alles, was Odette eine gewichtige Vorstellung von seiner Liebe oder auch nur von seinem Einfluss, seiner Nützlichkeit für sie geben konnte. Zweifellos, wenn man ihm zu Anfang gesagt hätte, deine Stellung gefällt ihr, oder jetzt, sie liebt dich deines Geldes wegen, so hätte er es nicht geglaubt, wäre aber nicht einmal sehr unzufrieden gewesen, dass andere sich vorstellten, sie hänge aus Nobismus oder um des Geldes willen an ihm, da auch das eine Form der Verbundenheit mit ihr gewesen wäre. Aber selbst wenn es stimmte, hätte er vielleicht nicht unter der Entdeckung gelitten, dass Odettes Liebe zu ihm auf einer solideren Basis beruhe, als auf der der Annehmlichkeit des Umgangs mit ihm oder der Vorzüge, die sie an ihm finden mochte. Der Eigennutz, gerade der Eigennutz, würde vielleicht am ehesten dafür sorgen, dass niemals der Tag erschiene, an dem sie versucht sein könnte, den Verkehr mit ihm abzubrechen. Im Augenblick, wenn er sie mit Geschenken überschüttete, ihr Gefälligkeiten erwies, konnte er sich aufgrund von Vorzügen, die außerhalb seiner Person lagen, nichts mit seiner Intelligenz zu tun hatten, von dem erschöpfenden Bemühen erholen, ihr durch sich selbst zu gefallen. Und gerade dieses Lustgefühl, verliebt zu sein, nur einer Liebe zu leben, an deren Wirklichkeit er manchmal zweifelte. Der Preis, den er als Amateur an immateriellen Gefühlen dafür zahlte, erhöhte in seinen Augen ihren Wert. So wie Leute, die im Grunde nicht ganz gewiss sind, ob das Schauspiel des Meeres und das Geräusch der Brandung denn eigentlich so köstlich seien, sich von der erlesenen Qualität ihrer rein ideellen Freuden dadurch überzeugen, dass sie für 100 Fr. am Tage ein Hotelzimmer mieten, das ihnen erlaubt, in diesen Genuss zu kommen. Eines Tages, als Überlegungen dieser Art seinen Blick noch einmal auf die Erinnerung an jene Zeiten zurücklenkten, wo man ihm von Odette als einer ausgehaltenen Person gesprochen hatte, und als er sich gerade von Neuem darin gefiel, jenen seltsamen Typus der ausgehaltenen Frau, ein schillerndes Amalgam aus unbekannten dämonischen Elementen, wie eine Gestalt aus den Bildern von Gustave Moreau mit giftigen Blüten geschmückt, unter die kostbare Kleinodien geflochten waren, jener Odette gegenüberzustellen, über deren Gesicht er das gleiche Mitgefühl für einen Unglücklichen, die gleiche Art von Empörung über eine Ungerechtigkeit oder von Dankbarkeit für eine empfangene Wohltat, wie früher über das seiner Mutter, seiner persönlichen Freunde hatte hingleiten sehen, jener Odette, deren Bemerkungen sich oft auf die Dinge bezogen, die er am besten kannte. Seine Sammlungen, sein Schlafzimmer, seinen alten Diener, auf dem Bankier, der seine Papiere verwaltete, erinnerte ihn gerade diese letztere Vorstellung von dem Bankier daran, dass er eigentlich hätte Geld abheben sollen. Denn wenn er in diesem Monat Odette in ihren materiellen Schwierigkeiten weniger großzügig Beistände als im letzten, wo er ihr 5000 Franc gegeben hatte, wenn er ihr nicht eine Diamantenschnur schenkte, die sie sich wünschte, würde er möglicherweise bei ihr auch nicht die gleiche Bewunderung für seine Freigebigkeit ernten und jene Dankbarkeit, die ihn so glücklich machte, und liefe damit Gefahr, in ihr den Glauben zu erwecken, dass seine Liebe zu ihr, da ihre Bestätigung nachließ, nicht mehr ganz dieselbe sei. Da auf einmal fragte er sich, ob nicht gerade darin eben das Aushalten bestehe, als ob nämlich dieser Begriff des Aushaltens sich nicht aus geheimnisvollen und perversen Elementen herleitete, sondern vielmehr dem ganz alltäglichen privaten Bereich seines Lebens angehöre, so wie jener im Hause verwahrte und vertraute, zerrissene und wieder geklebte 1000 Francschein, den sein Kammerdiener nach Empfang der Summe für die laufenden Monatsausgaben und seinen Lohn, wieder in die Lade des alten Schreibtisches gelegt hatte, aus der Svan ihn nahm, um ihn mit vier anderen an Odette zu schicken, und ob man nicht auf Odette, seitdem er sie kannte, denn nicht einen Augenblick arg wöhnte er, dass sie jemals zuvor von einem anderen als ihm Geld angenommen habe, jene Bezeichnung anwenden könnte, die er für ganz unvereinbar mit ihrer Person angesehen hatte, nämlich die des Ausgehaltenseins. Er hing dem Gedanken nicht weiter nach, denn eine gewisse angeborene, immer wiederkehrende, unter Vorsehung in die Hände arbeitende Trägheit des Geistes trat in diesem Augenblick bei ihm in Aktion und löschte seinen ganzen Scharfsinn mit solcher Plötzlichkeit aus, wie man später, als es überall elektrische Beleuchtung gab, ein ganzes Haus ihm nur in Dunkel versetzen konnte. Sein Denken tastete einen Augenblick noch in dieser Finsternis umher. Er setzte die Brille ab und rieb die Gläser, fuhr sich mit der Hand über die Augen und sah erst wieder Licht, als er sich einer ganz neuen Vorstellung gegenüber fand, nämlich der Frage, ob er nicht versuchen solle, Odette im nächsten Monat sechs oder siebentausend Franc zu schicken, wegen der Überraschung und Freude, die eine solche Sendung bei ihr auslösen würde. Wenn er am Abend nicht bis zu dem Augenblick, wo es Zeit wurde, Odette bei den Verdurins oder in einem der sommerlichen Restaurants zu treffen, die sie gerne im Bois oder noch lieber in Saint-Cloud aufsuchten, zu Hause blieb, begab er sich zum Abendessen in eines jener eleganten Häuser, in denen er früher so viel verkehrt hatte. Er wollte nicht ganz mit Menschen den Kontakt verlieren, die, wer konnte es wissen, vielleicht Odette eines Tages nützlich werden könnten und dank denen er ihr schon heute oft gefällig zu sein vermochte. Zudem hatte ihm die lange Gewöhnung an die Welt und den Luxus gleichzeitig mit ihrer Verachtung doch auch das Bedürfnis danach eingeflößt, sodass in dem Augenblick, wo die bescheidensten Behausungen ihm genau ebenso gut erschienen waren wie die fürstlichen Besitzungen, seine Sinne doch derartig an diese Letzteren gewöhnt waren, dass er nur mit einigem Unbehagen sich die Ersteren zu seinem Aufenthalt erwählt hätte. Er hatte, sogar in einem Maße, das diese sich gar nicht hätten vorstellen können, genau die gleiche Achtung für irgendwelche Kleinbürger, die im fünften Stock auf Gang D linker Flur eine kleine Tanzgesellschaft gaben, wie für die Prinzessin von Parma, die in Paris die elegantesten Feste veranstaltete. Aber er hatte nicht das Gefühl, auf einem Ball zu sein, wenn er sich mit den Vätern im Schlafzimmer der Dame des Hauses aufhielt und der Anblick der mit Handtüchern zugedeckten Waschgeschirre und der als Kleiderablagen hergerichteten Betten, auf deren Plümos sich Überzieher und Hüte häuften, verursachte ihm das gleiche Erstickungsgefühl, dass heute Menschen, die seit zwanzig Jahren an elektrisches Licht gewöhnt sind, bei einer qualmenden Lampe oder einem schwelenden Nachtlicht verspüren. An den Tagen, wo er außerhalb aß, ließ er um halb acht anspannen. Beim Ankleiden dachte er an Odette und fühlte sich somit nicht allein, denn das unaufhörliche Denken an sie gab den Augenblicken, die er fern von ihr verbrachte, den gleichen Reiz, wie die ihn besaßen, wo er mit ihr zusammen war. Er stieg in den Wagen, aber er spürte, dass dieser Gedanke mit ihm eingestiegen war und sich auf seinen Knien niederließ wie ein Lieblingstier, das man überall hin mitnimmt und das er sogar unbemerkt von den Gästen bei Tische bei sich behalten würde. Er hegte und pflegte ihn und überließ sich dabei aufgrund eines wagen Gefühls der Mattigkeit, einem leichten Zittern, das seinen Hals und seine Nase verkrampfte und ganz neu an ihm war, während er das Sträußchen Akelei in seinem Knopfloch befestigte. Da er sich seit einiger Zeit schon leidend und traurig fühlte, besonders seit jenem Tage, da Odette den Verdurins besagten Forschwill vorgestellt hatte, hätte Svan sich gern ein paar Tage auf dem Lande ausgeruht. Aber er fand nicht den Mut, Paris einen einzigen Tag zu verlassen, wenn Odette da war. Es war jetzt warm, die schönsten Tage des Frühlings hatten eingesetzt und wenn er steinerne Straßen durchfuhr, um ein ringsum geschlossenes Stadtpalais aufzusuchen, sah er unaufhörlich jenen Park vor Augen, den er nahe bei Combré besaß, wo man schon um vier Uhr nachmittags, da wo es zu einer Spargelpflanzung ging, dank dem Wind, der über die Felder von Mesiglis kam, unter einer Weißbuchenhecke die gleiche Kühle genießen konnte, wie am Ufer eines von Vergissmeinicht und Schwertlilien eingerahmten Sees, und wo beim Abendessen der Tisch von Ghirlanten aus Johannisbeerzweigen und Rosen eingefasst war, die sein Gärtner anordnete. Wenn die Zusammenkunft im Bois oder in Saint-Clou schon frühzeitig angesetzt war, brach er so unmittelbar nach dem Essen auf, besonders wenn es aussah, als ob es regnen und möglicherweise die Rückfahrt der Getreuen schon eher erfolgen könnte, dass einmal die Prinzessin de L'Homme, bei der spät zu Abend gegessen wurde und die Svan noch vor dem Mokka verlassen hatte, um sich zu den Verdurins auf die Insel in Bois zu begeben, bemerkte, ich muss schon sagen, wenn Svan dreißig Jahre älter wäre und an der Blase litte, würde man ihn ja entschuldigen, wenn er sich derartig rasch empfiehlt. Er sagte sich, dass er den Zauber des Frühlings, den er in Combray nicht genießen durfte, wenigstens auf der Ile des Signes oder in Saint-Clou finden müsse. Aber da er an nichts anderes als an Odette denken konnte, wußte er nicht einmal, ob er den Duft der Blätter verspürt habe oder ob Mondschein gewesen sei. Er wurde mit dem kleinen Thema aus der Sonate begrüßt, das im Garten auf dem Klavier des Restaurants intoniert wurde. War keines vorhanden, so scheuten die Verdurins keine Mühe, um aus einem der Zimmer oder dem Speisesaal ein solches ins Freie schaffen zu lassen. Das bedeutete nicht etwa, dass Svan wieder in Gnaden aufgenommen wäre, ganz im Gegenteil. Aber die Idee, ein sorgfältig vorbereitetes Vergnügen für jemanden zu organisieren, selbst wenn sie ihn nicht recht mochten, ließ bei ihnen während der Zeit, die sie für die Veranstaltung brauchten, noch einmal flüchtige und nur der Gelegenheit dienende Gefühle der Sympathie, ja Herzlichkeit aufkommen. Manchmal sagte er sich, dass nun wiederum ein Frühlingsabend dahingehe und versuchte, sich zu zwingen, auf die Bäume und den Himmel Acht zu geben. Aber die Aufregung, in die ihn Odettes Gegenwart versetzte, und dazu ein leichtes, fieberiges Unbehagen, das ihn in letzter Zeit kaum noch verließ, benahm ihm die Ruhe und das Wohlgefühl, die im Grunde für Natureindrücke die unerlässliche Voraussetzung sind. Eines Abends, als Svan eine Einladung zum Essen bei den Verdurins angenommen hatte, sprach er während der Mahlzeit davon, dass er am folgenden Tage an einem Bankett alter Kameraden teilnehmen müsse. Odette hatte ihm vor versammelter Tafelrunde und damit auch vor Forchwill, der jetzt einer der Getreuen war und noch vor dem Maler, sogar vor Cotard rangierte, zur Antwort gegeben, »Ja, ich weiß, Sie haben Ihr Bankett. Da sehe ich Sie also erst hinterher bei mir. Aber kommen Sie nicht zu spät.« Obwohl Svan bislang noch niemals die Freundschaft Odettes für diesen oder jenen Getreuen ernstlich beargwöhnt hatte, bereitete es ihm doch ein tiefes Glücksgefühl, als er sie in dieser Weise vor allen Anwesenden seelenruhig und unbefangen ihre regelmäßigen abendlichen Rendezvous und seine daraus hervorgehende Sonderrolle bei ihr eingestehen hörte. Gewiss hatte Svan oft genug gedacht, dass Odette eigentlich keine bemerkenswerte Frau sei und dass seine Macht über ein Wesen, das ihm so weit unterlegen war, nicht so schmeichelhaftes habe, dass er sie im Angesicht der Getreuen bekanntgegeben wünschte. Aber seitdem er bemerkt hatte, wie vielen Männern Odette als eine entzückende und begehrenswerte Frau erschien, hatte der Zauber, den für jene ihr Körper besaß, in ihm ein quälendes Bedürfnis geweckt, sie bis in die letzten Winkel ihres Herzens hinein sich völlig zu unterwerfen. Gleichzeitig hatte er begonnen, den am Abend bei ihr verbrachten Minuten einen unschätzbaren Wert beizumessen, jenen Augenblicken, da er sie auf seine Knie nahm, sie sagen ließ, was sie über diese oder jene Sache denke, und wo er im Geiste die Dinge an sich vorbeiziehen ließ, die die einzigen auf Erden waren, deren Besitz er noch wichtig nahm. Nach diesem Abendessen zog er sie daher auf die Seite, dankte ihr gerührt und machte dabei den Versuch, ihr durch seine sorgfältig abgestufte Dankbarkeit die verschiedenen Grade von Freuden, die sie ihm bereiten konnte, zu verdeutlichen, deren Höchste darin bestand, ihm, solange seine Liebe wehren und ihn in dieser Hinsicht verwundbar machen würde, die leidende Eifersucht zu ersparen. Als er am folgenden Tage nach dem Bankett das Restaurant verließ, regnete es in Strömen, und er hatte nur den offenen Wagen bei sich. Ein Freund schlug ihm vor, ihn in seinem Wagen nach Hause zu fahren, und da ihm Odette, in dem sie ihn zu kommen bat, die Gewissheit gegeben hatte, dass sie niemand erwarte, wäre er ruhigen Gemütes und zufriedenen Herzens lieber als im Regen noch einmal aufzubrechen, gleich zu Bett gegangen. Aber vielleicht würde sie, wenn sie sah, dass er gar nicht so großen Wert darauf zu legen schien, ausnahmslos bei ihr die letzten Stunden des Abends zu verbringen, auch nachlässiger darin werden, sie für ihn freizuhalten. Er war erst nach elf Uhr bei ihr, und als er sich entschuldigte, dass er nicht eher habe kommen können, klagte sie, es sei in der Tat sehr spät. Das Gewitter habe ihr zugesetzt. Sie fühle sich benommen im Kopf und bereitete ihn gleich darauf vor, dass sie ihn nicht länger als eine halbe Stunde dabehalten, sondern um Mitternacht nach Hause schicken werde. Kurz darauf wurde sie müde und wollte gerne schlafen. »Also keine Kattleya heute Abend?«, fragte er, »und ich hatte doch so auf eine kleine liebe Kattleya gehofft.« Etwas missmutig und nervös antwortete sie ihm, »aber nein, Liebling, keine Kattleya heute Abend, du siehst doch, wie angegriffen ich bin.« »Vielleicht hätte es dir gut getan, aber ich will dich nicht quälen.« Sie bat ihn, bevor er ging, das Licht auszumachen. Er selbst zog die Bettvorhänge zu und ging. Aber als er zu Hause war, kam ihm auf einmal der Gedanke, dass Odette vielleicht an diesem Abend noch jemand erwartete, dass sie ihn nur gebeten habe, das Licht auszulöschen, damit er glaube, sie wolle wirklich schlafen, und gleich nachdem er gegangen, es wieder angemacht, und jenen anderen eingelassen hätte, dem die Nacht bei ihr zugedacht war. Es war jetzt etwa anderthalb Stunden her, dass er sie verlassen hatte. Nun ging er noch einmal aus dem Haus, nahm einen Fiacker und ließ ihn ganz in ihrer Nähe halten in einer kleinen Straße, die im rechten Winkel auf die hinter ihrem Hause entlangführende stieß, in der er manchmal an ihr Schlafzimmerfenster klopfte, damit sie im Öffnen käme. Er stieg aus dem Wagen. Das ganze Viertel lag finster und öde da. Er hatte nur ein paar Schritte zu machen und stand bereits fast vor ihrem Haus. In der Dunkelheit aller dieser Fenster, hinter denen seit langem das Licht gelöscht war, sah er nur ein einziges aus dem, zwischen den Fensterläden, die eine goldene, geheimnisvolle Frucht zusammenzupressen schienen, das Licht aus dem Innern des Zimmers träufelte, mit jenem sanften Schein, der ihn an so vielen Abenden, wenn er es schon von fern her bemerkte, erfreut und ihm angekündigt hatte, sie ist da und wartet auf dich. Jetzt aber quälte es ihn vielmehr, weil es zu sagen schien, sie ist da mit dem, auf den sie gewartet hat. Er wollte wissen, wer es war. Er schlich an der Mauer entlang bis an das Fenster, aber durch die schrägen Latten der Läden sah er nichts. Er hörte nur das Murmeln von Stimmen in der Stille der Nacht. Er konnte sich nicht verhehlen, dass er litt beim Anblick dieses Lichts, in dessen goldenem Schimmer sich hinter dem Fensterrahmen das unsichtbare, verhasste Paar bewegte, beim Anhören dieses Gemurmels, das die Gegenwart jenes anderen kundtat, der nach seinem Weggang gekommen war, beim Gedanken an die Falschheit Odets und des Glücks, das sie mit jenem anderen zu genießen gedachte. Und doch war Svan zufrieden, dass er gekommen war. Die Unruhe, die ihn gezwungen hatte, noch einmal auszugehen, hatte von ihrer Qual verloren, was sie an Gewissheit gewann. Jetzt, wo das andere Leben Odets, das er bis zu diesem Augenblick nur je und ohnmächtig geahnt hatte, auf einmal im vollen Lampenlicht vor ihm lag, arglos gefangen in diesem Raum, in den er überraschend treten und wo er es mit Händen greifen konnte. Aber besser wäre vielleicht, an die Läden zu klopfen, wie er öfter tat, wenn es sehr spät geworden war. So würde wenigstens Odette erfahren, dass er Bescheid wusste, dass er das Licht gesehen, die murmelnden Stimmen gehört, und während er sie sich eben noch vorgestellt hatte, wie sie sich über seine Illusionen lustig machten, sah er jetzt die beiden vor sich, blind in Irrtum befangen, alles in allem getäuscht durch ihn, den sie ferne geglaubt, und der nun schon wusste, er werde gleich darauf an die Läden klopfen. Vielleicht war das, was er in diesem Augenblick als beinahe angenehm empfand, nicht die Beschwichtigung eines Zweifels oder eines Schmerzgefühls, sondern eine Genugtuung seines Intellekts. Wenn seitdem er liebte, die Dinge wieder etwas von dem beglückenden Interesse bekommen hatten, das sie früher für ihn besaßen, aber doch nur da, wo sie ihr Licht von der Erinnerung an Odette her erhielten, so wurde jetzt eine andere Fähigkeit seiner erkenntnishungrigen Jugend wieder neu belebt, der leidenschaftliche Drang nach Wahrheit. Einer Wahrheit jedoch, die, da sie zwischen ihm und seiner Geliebten stand, ihr Licht von ihr erhielt. Einer individuellen Wahrheit also, deren einziges unerhört kostbares Objekt von schon wieder fast ideeller Schönheit Odettes Handlungen waren. Ihre Beziehungen, Pläne, ihre Vergangenheit. Zu jeder anderen Zeit seines Lebens waren Zwan die täglichen kleinen Verrichtungen und Taten einer anderen Person völlig unwichtig erschienen. Erzählte man ihm darüber irgendwelchen Klatsch, so fand er ihn keineswegs interessant, und während er zuhörte, war er nur mit dem oberflächlichsten Teil seiner Aufmerksamkeit dabei. Es war für ihn ein Augenblick, in dem er sich jedes Mal etwas niveaulos fühlte. Aber in dieser seltsamen Phase der Liebe wird das Individuelle derartig bedeutungsvoll, dass die Neugier, die Zwan im Hinblick auf die geringfügigsten Beschäftigungen einer Frau in sich erwachen fühlte, genau die gleiche war, die früher geschichtliche Tatsachen in ihm ausgelöst hätten. Und Handlungen, deren er sich bislang geschämt haben würde, spionierend vor einem Fenster stehen und morgen vielleicht, wer weiß, geschickt gleichgültige Menschen zum Reden bringen, die Dienstboten für sich gewinnen, an den Türen horchen, würden ihm nur noch ebenso gut wie das Entziffern von Texten, das Vergleichen von Augenzeugenberichten und die Interpretation von Baudenkmälern als durchaus ernstzunehmende Methoden wissenschaftlicher Forschung erscheinen, die für die Findung der Wahrheit vortrefflich geeignet wären. Im Begriff, an die Läden zu pochen, hatte er eine Anwandlung von Scham bei dem Gedanken, dass Odette damit wissen würde, dass er misstrauisch gegen sie geworden, zurückgekommen und auf der Straße vor ihrem Fenster sei. Sie hatte ihm oft gesagt, wie abscheulich sie eifersüchtige Liebhaber fände, die einem Nachspionierten. Was er zu tun vorhatte, war recht ungeschickt. Sie würde ihn fortan verachten, während sie noch in diesem Augenblick, solange er nicht geklopft hatte, ihn vielleicht liebte, selbst wenn sie ihn betrog. Wie viele Glücksmöglichkeiten geben wir so für das ungeduldige Verlangen nach einem Vergnügen her, das auf der Stelle erreichbar ist. Doch der Wunsch, die Wahrheit zu kennen, blieb der stärkere Impuls und in seinen Augen beinahe der edlere. Er wusste, dass die Wirklichkeit aller Umstände, die er für sein Leben gern genau rekonstruiert hätte, hinter jenem lichtdurchwobenen Fenster so offen lesbar dalag, als sei es die goldverzierte Einbanddecke eines der Manuskripte, gegen deren reichen künstlerischen Schmuck selbst der Gelehrte, der etwas darin nachschlägt, nicht gleichgültig bleiben kann. Er verspürte eine brennende Lust, die erregende Wahrheit aus diesem einzigartigen, vergänglichen, kostbaren Exemplar zu erfahren, das aus einem so warm schimmernden, köstlichen Stoff bestand. Was er vor den beiden voraus hatte, es war ihm überaus wichtig, ihnen gegenüber im Vorteil zu sein, bestand vielleicht weniger darin, die Wahrheit zu wissen, als vielmehr ihnen zeigen zu können, dass sie ihm nicht verborgen sei. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und klopfte. Es schien ihm niemand zu hören. Er klopfte stärker, hielt inne. Eine Männerstimme, aus deren Klang er zu erraten versuchte, welchem der ihn bekannten Freunde Odette sie angehören mochte, rief, »Wer ist da?« Er war nicht recht sicher, wer es war. Er klopfte noch einmal. Das Fenster ging auf, dann die Läden. Jetzt war es zu spät, noch zurückzuweichen. Und da sie doch alles erfahren würde, und um nicht gar zu unglücklich, eifersüchtig und neugierbesessen zu wirken, rief er nur oben hin und scheinbar heiter zurück, »Lassen Sie sich nicht stören, ich kam nur gerade hier vorbei und sah Licht, da wollte ich mich erkundigen, ob es Ihnen auch nicht etwas schlechter ginge.« Er schaute hin. Vor ihm standen zwei alte Herren am Fenster. Der eine hielt eine Lampe in der Hand. Svan blickte in ein Zimmer, das ihm unbekannt war. Da er es gewöhnt war, wenn er sehr spät kam, Odettes Zimmer unter vielen fast gleichen als einziges noch beleuchtet zu finden, hatte er sich getäuscht und an das nächste geklopft, das bereits zum Nachbarhause gehörte. Er entfernte sich unter Entschuldigungen und kehrte nach Hause zurück, glücklich darüber, dass die Befriedigung seiner Neugierde die Intaktheit seiner Liebesbeziehung klargestellt habe, und dass er Odette, nachdem er ihr gegenüber seit so langem schon eine Art Gleichgültigkeit an den Tag gelegt, nicht durch seine Eifersucht den Beweis geliefert habe, dass er sie zu sehr liebte. Ein Beweis, der unter Liebenden denjenigen Teil, der ihn erhält, für alle Zeiten davon dispensiert, auch nur genug zu lieben. Er sagte zu ihr nichts von diesem missglückten Unternehmen und dachte selbst nicht mehr daran. Aber für Augenblicke berührte sein Denken doch die Erinnerung, die es ursprünglich nicht in sich aufgenommen hatte, stieß sich daran und trieb sie weiter in sich hinein. Svan verspürte dann einen jähen heftigen Schmerz, den er so wenig durch Denken herabmindern konnte, als sei er physisch bedingt. Aber bei einem physischen Schmerz kann das Denken, gerade weil er unabhängig davon ist, verweilen, kann feststellen, dass er nachgelassen, dass er für eine Sekunde vollkommen aufgehört habe. Jenen Schmerz aber, den er empfand, schuf das Denken jedes Mal neu, indem es sich damit befasste. Und wenn er im Gespräch mit seinen Freunden sein geheimes Leiden vergaß, so genügte manchmal ein Wort, das sein Gesicht einen veränderten Ausdruck bekam, wie das eines Verwundeten, dessen schmerzendes Glied ein ungeschickter, gedankenlos berührt. Wenn er Odette verließ, war er glücklich. Er fühlte sich ruhig. Er rief sich ihr Lächeln, spöttisch, wenn sie von diesem oder jenem sprach, zärtlich für ihn selbst, das Gewicht ihres Antlitzes, das sie aus seiner Achse verschob, um es ihm entgegenzuneigen und dann fast willenlos auf seine Lippen sinken ließ, die ersterbenden Blicke, die sie in seinen Armen liegend ihm zugeworfen hatte, während sie fröstelnd ihr geneigtes Haupt an seiner Schulter verbarg, ins Gedächtnis zurück. Zugleich aber nahm als Schattenbild seiner Liebe auch seine Eifersucht in ihren Bestand jenes Lächeln auf, das sie ihm am gleichen Abend geschenkt hatte, und das jetzt umgekehrt Swand zu verspotten und sich mit Liebe für einen anderen anzufüllen schien, die Neigung des Kopfes der fremden Lippen entgegensinken wollte und alle Zärtlichkeiten, die sie je für ihn gehabt und nun einem anderen zuzuwenden schien. Alle Erinnerungen an die Lust, die er mit ihr gekostet hatte, waren jetzt ebenso viele skizzenhafte Entwürfe, gleich denen, die man für die Einrichtung eines Hauses vorgelegt bekommt, und nach denen Swand sich nun eine Vorstellung von den leidenschaftlichen, schmachtenden Attitüden machen konnte, die sie für andere einnahm. Beinah kränkte er sich jetzt nachträglich um jeden Genuß, den er bei ihr gefunden, jede Liebkosung, die sie erdacht, und deren Süße er ihr unvorsichtigerweise ausdrücklich bekräftigt hatte, jeden besonders anmutigen Reiz, den er an ihr entdeckt hatte, denn er war sich bewusst, dass diese alle gleich darauf nur ebenso viele neue Werkzeuge für sein Martyrium abgeben würden. Dies wurde noch grausamer, als ihm die Erinnerung an einen kurzen Blick kam, den er zufällig und zum ersten Mal vor ein paar Tagen aus Odettes Augen aufgefangen hatte. Es war nach dem Essen bei den Verdurins. Sei es, dass Forchville in dem Gefühl, sein Schwager Sagnet sei bei seinen Gastgebern nicht sehr gern gesehen, ihn als Zielscheibe wählte, um vor ihnen auf seine Kosten zu glänzen, sei es, dass er gereizt war durch eine ungeschickte Bemerkung von seiner Seite, die übrigens unbemerkt an den Anwesenden vorübergegangen war, da sie gar nicht wussten, welche Anzüglichkeit sie, völlig entgegen der Absicht dessen, der sie vorgebracht hatte, enthalten mochte, sei es endlich, dass er seit längerer Zeit eine Gelegenheit suchte, einen Mann aus dem Hause zu entfernen, der ihn zu genau kannte und der ihn mit seiner Feinfühligkeit in gewissen Augenblicken schon durch seine bloße Gegenwart genierte. Jedenfalls antwortete Forchville auf Sagnets ungeschickte Worte so grob, ja beleidigend, wobei ihn der Schrecken, der Schmerz, das stumme Flehen des Anderen nur immer kühner machten, dass der Unglückliche, nachdem er Madame Verdurin gefragt, ob er bleiben solle und keine Antwort erhalten hatte, sich verlegen, stotternd, mit Tränen in den Augen empfahl. Odette hatte ungerührt diese Szene mit angesehen, aber als die Tür sich hinter Sagnet wieder schloss, hatte sie, indem sie den gewohnten Ausdruck ihres Gesichtes etwas herabminderte, um sich mit Forchville auf dem gleichen niedrigen Niveau zu finden, in ihren Augen ein verschwiegenes Lächeln aufzucken lassen, mit dem sie dem Beleidiger zu seiner Kühnheit gratulierte und zugleich das Opfer mit Ironie bedachte. Sie hatte Forchville einen Blick des Einverständnisses im Schlechten zugeworfen, der so deutlich besagte, wenn das keine Hinrichtung war, kenne ich mich nicht aus. Haben Sie seine Jammermiene gesehen? Er weint ja. Dass Forchville, als seine Augen diesem Blick begegneten, plötzlich in seinem wirklichen oder vorgeblichen Grimm trotz seines roten Kopfes völlig ernüchtert war und lächelnd sagte, er hätte nur höflich zu sein brauchen, dann säße er noch hier. Eine kleine Zurechtweisung kann in keinem Alter etwas schaden. Eines Tages, als Svan mitten am Nachmittag ausgegangen war, um einen Besuch zu machen, aber die Person, die er antreffen wollte, nicht zu Hause fand, kam er auf den Gedanken zu dieser Stunde, wo er sonst nie zu Odette ging, sie jedoch mit Bestimmtheit ihre Siesta haltend oder vor der Teestunde noch ein paar Briefe schreibend zu Hause wusste und so das Vergnügen haben konnte, sie zu sehen, ohne sie zu stören, sich zu ihr zu begeben. Der Hausmeister sagte ihm, er glaube, sie sei da. Er schellte, meinte ein Geräusch zu hören, auch Schritte, aber niemand machte ihm auf. Unruhig und verstimmt begab er sich in die kleine Straße hinter dem Hause und trat vor Odettes Schlafzimmerfenster. Die Vorhänge hinderten ihn daran, ins Innere zu sehen. Er pochte nachdrücklich an die Scheiben und rief. Niemand öffnete. Er sah, dass die Nachbarn sein Treiben beobachteten. Er ging also fort und dachte, er habe sich schließlich doch vielleicht in Bezug auf die Schritte getäuscht. Aber die Sache ging ihm so sehr nach, dass er an nichts anderes denken konnte. Eine Stunde später war er wieder da. Diesmal traf er sie an. Sie sagte ihm, sie sei zu Hause gewesen, als er vorhin schellte, habe aber geschlafen. Das Schellen habe sie aufgeweckt. Sie habe erraten, dass es Swan sei und sei ihm nachgelaufen, aber da war er schon fort. Sie habe ihn auch an die Scheiben klopfen hören. Swan erkannte in diesem Zugeständnis gleich eines jener Tatsachenfragmente, die die Lügner, wenn sie gestellt werden, mit einem Gefühl der Beruhigung in ihre falsche Darstellung aufnehmen, um diese dadurch der Wahrheit ähnlicher zu machen. Gewiss verstand Odette sehr gut, etwas, was sie getan hatte, aber nicht eingestehen wollte, für sich zu behalten. Sobald sie aber demjenigen gegenüberstand, den sie belügen wollte, wurde sie von Unruhe gepackt. Vergebens suchte sie, ihre Gedanken zusammenzuhalten. Ihr Erfindungsgeist und ihr Scharfsinn waren völlig gelähmt. Sie spürte eine Leere in ihrem Kopf, andererseits musste sie doch irgendetwas sagen, und dann kam ihr gerade nur die Sache in den Sinn, die sie verbergen wollte, die jedoch eben aufgrund ihres Wahrseins haften geblieben war. Sie entnahm dann daraus eine an sich unwichtige Einzelheit und sagte sich, dass es alles in allem so besser sei, weil ein nachprüfbares Detail ungefährlicher sei als ein falsches. »Das wenigstens ist wahr«, sagte sie sich. »Er kann sich ja danach erkundigen. Dann wird er sehen, dass es wahr ist. Daran kann er nichts merken.« Aber sie täuschte sich. Gerade daran merkte man es. Sie machte sich nicht klar, dass diese wahre Einzelheit Ecken und Kanten hatte, die eben nur in die entsprechenden Teile des wahren Tatbestandes hineinpassten, aus dem sie sie willkürlich herausgelöst hatte, und der überstehende Teil oder die nicht ausgefüllten leeren Stellen jeweils enthüllen würden, dass sie nicht dorthin gehöre. »Sie gibt zu, dass sie mich hat läuten und danach klopfen hören, und behauptet sogar, sie hätte mich gern gesehen«, dachte Swann. »Das stimmt aber nicht damit zusammen, dass sie mich nicht eingelassen hat.« Aber er machte sie auf diesen Widerspruch nicht aufmerksam, denn er glaubte, dass Odette, wenn man sie in Ruhe ließe, vielleicht eine weitere Lüge vorbringen werde, die einen schwachen Hinweis auf die Wahrheit enthielte. Sie sprach. Er unterbrach sie nicht, sondern nahm mit sehnsüchtiger und schmerzlicher Andacht die Worte in sich auf, die sie sagte, und in denen er, gerade weil sie sie beim Sprechen dahinter zu verbergen suchte, undeutlich, wie unter dem heiligen Schleier den Abdruck, die ungenau nachgezeichneten Konturen jener so unendlich kostbaren, aber ach unauffindbaren Wahrheit verborgen wußte, was sie um drei Uhr getrieben hatte, als er gekommen war, über die er stets nur Lügen hören würde, unlesbare, aber göttliche Spuren dessen, was nur noch in der hehlerischen Erinnerung jenes Wesens existierte, dass diese Wahrheit betrachtete, ohne sie schätzen zu können, und dass sie ihm bestimmt niemals preisgeben würde. Gewiss hatte er wohl augenblicksweise eine ahnende Vorstellung davon, dass die täglichen Beschäftigungen Odettes nicht aufregend interessant seien und dass die Beziehungen, die sie zu anderen Männern haben mochte, nicht unbedingt von Natur aus und für jedes denkende Wesen tödliche Trauer aushauchen müssten, die mit dem Rausch des Selbstmords geladen sei. Er war sich dann darüber klar, dass dieses Interesse, diese Trauer nur in ihm selbst als eine Art Krankheit bestanden, und dass nach deren Heilung die Handlungen Odettes, die Küsse, die sie ausgeteilt haben mochte, wieder so gleichgültig werden würden wie die einer anderen Frau. Aber dass die schmerzliche Neugier, die Svan jetzt in sich trug, ihre Ursache nur in ihm selbst hatte, war nicht dazu angetan, ihm als unsinnig erscheinen zu lassen, dass er diese Neugier wichtig nahm und alles tat, um sie zu befriedigen. Das kam daher, dass Svan jetzt in einem Alter angelangt war, dessen Philosophie, begünstigt durch die der Epoche und auch durch die des Milieus, in dem Svan einen so großen Teil seines Lebens verbracht hatte, jene Coterie um die Prinzessin de L'Homme, in der es für ausgemacht galt, dass man in dem Maße gescheit ist, wie man an allem zweifelt und nichts als wirklich und unbestreitbar ansieht, als die Neigungen jedes Einzelnen, schon nicht mehr die der Jugend ist, sondern die positivistische, fast medizinische solcher Menschen, die anstatt das Objekt ihres Strebens aus sich heraus zu verlegen, bemüht sind, aus ihren bereits verflossenen Jahren einen festen Bestand an Gewohnheiten und Leidenschaften zu entnehmen, die sie selbst als charakteristisch und ihrer Person inhärent betrachten können und deren Zufriedenstellung durch die Art von Dasein, das sie führen, sie bewusst im Auge behalten. Svan fand es weise in seinem Leben, dem Leiden, das für ihn darin bestand, nicht zu wissen, was Odette getan hatte, seinen Platz einzuräumen, wie dem erneuten Ausbruch eines Eczems, an dem er litt, sobald das Wetter feucht wurde, und in seinem Budget jeweils einen beträchtlichen, flüssigen Betrag vorzusehen, um über den Gebrauch, den Odette von ihren Tagen machte, Auskünfte zu erhalten, ohne die er sich unglücklich fühlen würde, so wie er sich auch immer eine Reserve für die Befriedigung anderer Bedürfnisse gehalten hatte, von denen er mit Sicherheit einen Genuss erwarten konnte, wenigstens, solange er noch nicht verliebt gewesen war, wie zum Beispiel seine Sammlungen und eine gute Küche. Als er Odette Adieu sagen und nach Hause zurückkehren wollte, bat sie ihn noch zu bleiben, hielt ihn mit lebhaften Worten zurück und nahm ihn beim Arm, als er die Tür öffnen und das Haus verlassen wollte. Aber er gab nicht Acht darauf, denn es ist unvermeidlich, dass wir in der Fülle der Gebärden und Reden, der kleinen Zwischenfälle, die eine Unterhaltung mit sich bringt, ohne dass irgendetwas besonders unsere Aufmerksamkeit weckt, nahe an solchen Phänomenen vorübergehen, die eine Wahrheit enthalten, nach der unser Argwohn überall forscht, und dass wir uns gerade bei denen aufhalten, hinter denen sich im Gegenteil nichts verbirgt. Dauernd wiederholte sie ihm, wie schade, dass ich dich, wo du doch sonst nie am Nachmittag kommst, dieses einzige Mal, wo du es doch getan hast, nun nicht gesehen habe. Er wusste ganz gut, dass sie in ihn nicht verliebt genug war, um so lebhaft zu bedauern, seinen Besuch versäumt zu haben. Aber da sie gutmütig war, das Bedürfnis hatte, ihm angenehm zu sein, und oft darunter litt, wenn sie ihm eine Freude verdorben hatte, fand er ganz natürlich, dass sie es auch diesmal in dem Bewusstsein tat, ihn darum gebracht zu haben, eine Stunde mit ihr zu verleben, was für ihn, nicht für sie, ein großes Vergnügen war. Doch immerhin war die Sache so wenig wichtig, dass ihre unausgesetzt tief betrübte Miene etwas auffallend schien. Sie erinnerte so noch mehr, als er es gewöhnlich schon fand, an die Frauengestalten des Malers der Primavera. Sie hatte in diesem Augenblick das niedergeschlagene, kummervolle Gesicht, das diesen Frauen das Aussehen gibt, als lasst ein Schmerz auf ihnen, der zu schwer für sie ist, auch wenn sie nur einfach das Jesuskind mit einem Granatapfel spielen lassen oder zuschauen, wie Moses Wasser in einen Trog schüttet. Er hatte schon einmal eine so tiefe Traurigkeit bei ihr gesehen, wusste aber nicht mehr recht, wann. Plötzlich erinnerte er sich. Es war, als Odette gelogen hatte, als sie nämlich am Tage nach jenem Abendessen, dem sie unter dem Vorwand einer Unpässlichkeit, in Wirklichkeit aber um mit Zwan zusammen zu sein, ferngeblieben war, mit Madame Verdurin gesprochen hatte. Sicher hätte sie sich als eine noch so gewissenhafte Frau wegen einer so harmlosen Unwahrheit keine Gedanken zu machen brauchen. Die aber, die Odette gewöhnlich vorbrachte, waren weniger harmlos und dazu bestimmt Enthüllungen vorzubeugen, die ihr bei den einen oder anderen schreckliche Unannehmlichkeiten hätten bereiten können. So hatte sie von vornherein, wenn sie log, in ihrer Angst und dem Gefühl, dass es mit ihrer Verteidigung ziemlich schwach bestellt sei, auch weil sie dem Erfolg misstraute, große Lust zu weinen, mehr oder weniger aus Müdigkeit, wie Kinder, die nicht geschlafen haben. Außerdem war sie sich bewusst, dass ihre Lüge im Allgemeinen eine schwere Kränkung des Mannes bedeutete, für den sie sie erfand und dessen Zorn sie vielleicht über sich ergehen lassen müsste, wenn sie nicht glaubhaft log. Sie fühlte sich dann gleichzeitig demutsvoll und schuldig ihm gegenüber, und wenn es sich nun auch nur um eine unbedeutende konventionelle Lüge handelte, verspürte sie durch eine Gefühls- und Erinnerungsassoziation großes Unbehagen, wie bei etwas, was über ihre Kräfte ging, und Reue wie nach wirklicher Schuld. Welche Lüge mochte sie wohl jetzt für Sven ersinnen, die sie derart bedrückte und ihren Blick so schmerzbewegt, ihre Stimme so wehmütig machte, als ob die Last, die ihnen beiden zugemutet wurde, allzu schwer für sie sei, sodass sie um Gnade flehten? Er kam auf den Gedanken, dass sie ihm nicht nur die Wahrheit über den Vorfall vom heutigen Nachmittag zu verbergen suchte, sondern etwas Neueres, etwas, was vielleicht noch nicht einmal eingetreten war, was noch vor ihr lag, was ihm jene Wahrheit aber offenbaren könnte. In diesem Augenblick ging draußen die Schelle. Odette hörte nicht zu sprechen auf, aber ihre Worte kamen wie ein Stöhnen aus ihrem Mund. Ihr Bedauern darüber, dass sie Sven am Nachmittag nicht gesehen, ihm nicht geöffnet habe, nahm jetzt den Ton von echter Verzweiflung an. Man hörte, wie die Eingangstür wieder geschlossen wurde. Und dann ein Räder rollen, als führe jemand ab. Der jemand sicherlich, dem Sven nicht begegnen durfte. Nachdem man ihm gesagt, Odette sei nicht zu Hause. Da hatte Sven bei dem Gedanken, dass er durch sein bloßes Kommen zu einer Stunde, zu der er gewöhnlich nicht erschien, offenbar eine Menge Dinge in Verwirrung gebracht hatte, von denen er nichts wissen sollte, ein Gefühl der Mutlosigkeit, fast der Trostlosigkeit. Aber da er Odette liebte und die Gewohnheit hatte, alle seine Gedanken immer auf sie zu richten, empfand er auf einmal das Mitleid, das er mit sich selbst hätte haben können, nur für sie und murmelte, Arme Kleine. Als er schließlich ging, ergriff sie mehrere Briefe, die auf ihrem Schreibtisch lagen, und fragte ihn, ob er sie zur Post geben könne. Er nahm sie, und als er zu Hause ankam, merkte er, dass er sie noch immer bei sich trug. Er ging damit zur Post, zog sie aus der Tasche und schaute, bevor er sie in den Kasten warf, die Adressen an. Sie waren alle für Lieferanten bestimmt, bis auf einen, der an Forschwill gerichtet war. Er hielt ihn in der Hand, dann sagte er sich, wenn ich sehen könnte, was darin steht, wüsste ich, wie sie ihn anredet, wie sie mit ihm spricht, ob etwas zwischen ihnen besteht. Vielleicht ist es geradezu ein Vergehen Odette gegenüber, wenn ich ihn nicht ansehe, denn dies ist die einzige Art, mich von einem Verdacht zu befreien, mit dem ich ihr vielleicht Unrecht tue, der auf alle Fälle aber geeignet ist, ihr wehzutun, und den ich auf keine Weise loswerden kann, wenn der Brief erst im Kasten ist. Er ging von der Post aus unmittelbar nach Hause, trug den Brief aber bei sich. Er zündete eine Kerze an und hielt den Umschlag davor, denn zu öffnen wagte er ihn nicht. Zuerst konnte er nichts lesen, aber das Papier war dünn, und wenn er es ganz fest auf der harten Karte aufliegen ließ, die sich darin befand, konnte er die letzten Worte eine sehr kühle Schlussformel erkennen. Hätte anstatt, dass er einen an Forch Will gerichteten Brief las, diese einen fürs Wann bestimmten in die Hände bekommen, würde er dort weit zärtlichere Worte gefunden haben. Er fasste jetzt die Karte, die in dem etwas zu großen Briefumschlag hin und her rutschte, ganz fest und rückte dann nacheinander die Zeilen unter den Teil, wo das Papier nicht doppelt lag und unter dem einzig er die Schrift erkennen konnte. Dennoch bekam er nicht alles heraus. Es machte er aber eigentlich nichts, denn er hatte genug gesehen, um sich klar darüber zu sein, dass es sich um eine ganz belanglose kleine Sache handelte, die mit Liebesbeziehungen nichts zu tun haben konnte. Es stand irgendetwas darin, was sich auf einen Onkel Odettes bezog. Zwan hatte zwar am Anfang die Worte »Ich habe Recht gehabt« gelesen, aber verstand nicht, womit Odette Recht gehabt haben wollte, als auf einmal ein Wort, das er zunächst nicht hatte erkennen können, deutlich wurde und den Sinn der ganzen Sache erhellte. »Ich habe Recht gehabt, die Tür zu öffnen. Es war mein Onkel.« Die Tür zu öffnen? Dann war Forschwill also da, als Zwan läutete, und sie hatte ihn gehen lassen. Daher auch das Geräusch, das er zu hören meinte. Darauf las Zwan den ganzen Brief. Zum Schluss entschuldigte sich Odette, ihn so formlos behandelt zu haben, und sagte ihm, er habe bei ihr seine Zigaretten liegen lassen. Es war der gleiche Satz, den sie an Zwan nach einem der ersten Male geschrieben hatte, wo er zu ihr gekommen war. Aber für Zwan hatte sie damals noch hinzugesetzt, hätten sie doch ihr Herz dagelassen. Ich hätte ihnen nicht erlaubt, es sich wiederzuholen. Nichts dergleichen für Forschwill. Überhaupt keine Anspielung, die auf irgendetwas zwischen ihnen Bestehendes hingedeutet hätte. In Wahrheit war ja auch Forschwill in diesem Fall der Betrogenere, da Odette ihm schrieb, um ihn Glauben zu machen, der Besucher sei ihr Onkel gewesen. Schließlich war er es gewesen, Zwan, der Mann, der ihr wichtig war, und um dessen Willen sie den anderen aus dem Hause geschickt hatte. Und doch, wenn nichts zwischen Odette und Forschwill war, warum hatte sie dann nicht gleich aufgemacht, und warum sagte sie, ich habe Recht gehabt, die Tür zu öffnen, es war mein Onkel. Wenn sie im Augenblick nichts Unrechtes tat, wie hätte Forschwill selbst sich erklären sollen, dass sie überhaupt die Tür hätte nicht öffnen können? Trauernd, verwirrt und doch glücklich saß Zwan mit seinem Brief, den Odette ihm unbesorgt mitgegeben hatte. Ein so unbedingtes Vertrauen setzte sie in seine Diskretion. Aber hinter diesem glasklaren Vertrauen gerade zeigte sich ihm mit dem Geheimnis eines Vorgangs, hinter den er niemals zu kommen glaubte, ein wenig von dem Leben Odettes, wie in einem kleinen erhellten Ausschnitt mitten im Unbekannten. Seine Eifersucht weidete sich daran, ganz als habe sie ein Eigenleben, das sich begierig auf alles stürzte, wovon sie sich nähern könnte, und wäre es auf Kosten seiner Lebenskraft. Jetzt hatte sie Nahrung bekommen, und Zwan würde nun anfangen, sich jeden Tag wegen der Besuche zu beunruhigen, die Odette um fünf Uhr erhielt. Er würde zu erkunden versuchen, wo Forschwill sich zu jener Stunde aufgehalten hatte. Denn Zwans Zärtlichkeit behielt unablässig ihren gleichen Charakter bei, den ihr schon zu Anfang die Unwissenheit darüber, wie Odette ihre Tage verbrachte, zusammen mit jener Trägheit des Denkens gegeben hatte, Er war zunächst auf Odettes Leben in seiner Gesamtheit nicht eifersüchtig, sondern einzig auf die Momente, in denen, wie er vielleicht aufgrund eines falsch interpretierten Umstandes vermutete, Odette ihn betrügen könnte. Wie ein Polyp, der erst den einen, dann einen zweiten und dritten Fangarm ausstreckt, heftete sich seine Eifersucht zunächst an diese fünf Uhrstunde und dann allmählich auch an andere Zeiten. Doch Zwan erfand sich seine Leiden nicht selbst. Sie war nur die Erinnerung, die Fortsetzung eines Leidens, das ihm von außen her zugefügt war. Dort wurde es ihm nun aber auch auf allen Seiten zuteil. Er wollte Odette von Forschwill lösen, ein paar Tage mit ihr an die Riviera fahren. Aber er glaubte, dass alle Männer im Hotel ihr nachstellten und sie selbst ihre Gesellschaft suchte. So sah man ausgerechnet ihn, der auf Reisen stets die Bekanntschaft neuer Leute und gesellige Treffpunkte gesucht hatte, menschenscheu die Gesellschaft fliehen, als habe sie ihn tödlich verletzt. Wie hätte er auch nicht zu Misanthropen werden sollen, wo er doch in jedem Mann einen eventuell Liebhaber von Odette sehen musste? So kam es, dass Zwanns Eifersucht, noch mehr als vor dem seine beglückte, heitere Neigung für Odette, seine Charakter verwandelte und von Grund auf auch für die Augen der anderen das äußere Bild seines Wesens veränderte. Vier Wochen nach dem Tage, da er Odettes Brief an Forschwill gelesen hatte, ging Zwan zu einem Abendessen, das die Verdurins im Bois veranstalteten. In dem Augenblick, als zum Aufbruch gerüstet wurde, bemerkte er, dass Madame Verdurin noch beratend mit mehreren Gästen zusammenstand, und er meinte zu hören, wie der Pianist daran erinnert wurde, dass er am folgenden Tage an einem Ausflug nach Chateau teilnehmen solle. Zwan war nicht eingeladen. Die Verdurins hatten nur halblaut und in allgemeinen Wendungen gesprochen, der Maler aber in seiner Zerstreutheit rief, er braucht kein Licht, er soll nur die Mondscheinsonate spielen, damit man etwas sehen kann. Madame Verdurin, die Zwan zwei Schritte von sich entfernt stehen sah, nahm den gewissen Ausdruck an, in dem der Wunsch, den Sprecher zum Schweigen zu bringen und der in den Augen des Zuhörenden harmlos auszusehen, in einem vollkommen nichtssagenden Blick sich gegenseitig aufheben. Ein ohne Wimpernzucken gegebenes Zeichen des Einverständnisses verbirgt sich unter dem Lächeln vollendeter Unschuld. Dies Minenspiel, das allen Leuten gemeinsam ist, die merken, dass soeben ein Fauxpas unterlaufen ist, enthüllt ihn auf der Stelle, wo nicht denen, die ihn begangen haben, so doch wenigstens dem, der das Objekt davon ist. Odette zeigte jetzt die Mine einer Verzweifelten, die den Kampf gegen die erdrückenden Schwierigkeiten des Daseins aufgibt, und Zwan zählte angstvoll die Minuten, die ihn von dem Augenblick trennten, da er nach Verlassen des Restaurants auf der Heimfahrt mit Odette von ihr Erklärungen verlangen und ihr zureden konnte, am folgenden Tage nicht mit nach Chateau zu gehen oder dafür zu sorgen, dass er eingeladen würde, kurz in ihren Armen die Angst, die ihn befiel, würde beschwichtigen können. Endlich ließ man die Wagen vorfahren. Madame Verdurin sagte zu Zwan, also adieu, denn auf bald, nicht wahr? Wobei sie ihn durch die Liebenswürdigkeit ihres Blicks und ein gezwungenes Lächeln hindern wollte, zu bemerken, dass sie nicht wie sonst immer zu ihm sagte, morgen also in Chateau und übermorgen wieder bei uns. Herr und Frau Verdurin ließen Forchville mit in ihren Wagen steigen. Svans Wagen stand in der Reihe hinter dem ihren und erwartete nur, dass sie abfahren würden, um Odette in den Seinen steigen zu lassen. Odette, wir nehmen Sie mit, sagte Madame Verdurin, wir haben noch ein Plätzchen für Sie neben Monsieur de Forchville. Ja, danke, antwortete Odette. Wie denn? Ich denke, ich fahre Sie heim, rief Zwan, alles scheu beiseite lassend, denn der Wagenschlag war geöffnet, die Sekunden gezählt, und er konnte nicht ohne Sie nach Hause fahren, in dem Zustand, in dem er war. Aber Madame Verdurin fordert mich doch auf. Kommen Sie, Zwan, Sie können gut einmal allein nach Hause fahren. Wir lassen Sie Ihnen so oft, bemerkte Madame Verdurin. Aber ich wollte Madame de Cressy etwas Wichtiges sagen. Ach was, dann schreiben Sie es ihr eben. Adieu, sagte Odette, und reichte ihm die Hand. Er versuchte zu lächeln, sah aber niedergeschmettert aus. Hast du bemerkt, was Zwan sich jetzt uns gegenüber herausnimmt, sagte Madame Verdurin zu ihrem Mann, als sie zu Hause waren. Als wir Odette mit zu uns in den Wagen genommen haben, sah er aus, als wollte er mich fressen. Er benimmt sich wirklich unerhört. Wir sind ja schließlich nicht dazu da, bei uns Rendezvous zu vermitteln. Ich verstehe nicht, dass Odette sich diese Manieren gefallen lässt. Er tut ihr gegenüber wirklich so, als gehöre sie ihm. Ich werde Odette meine Meinung sagen. Ich hoffe, sie wird mich verstehen. Noch immer wütend fügte sie kurz darauf hinzu, nein, wirklich, so ein Miststück, so ein Elendes, und gebrauchte dabei, ohne es zu wissen und vielleicht im gleichen dunklen Trieb nach Rechtfertigung gehorchend wie François Singcombré, wenn das Huhn nicht sterben wollte, fast die gleichen Worte, die die letzten Zuckungen eines wehrlosen Tieres im Todeskampf der Bäuerin entlocken, die ihm den Hals umdrehen will. Als Madame Verdurins Wagen abgefahren war und Zwands eigener Vorfuhr, fragte der Kutscher bei seinem Anblick, ob Monsieur auch nicht krank oder etwas Arges geschehen sei. Zwan schickte ihn fort. Er wollte gehen. Zu Fuß begab er sich durch dem Bois nach Hause. Unterwegs sprach er laut mit sich selbst in dem gleichen etwas affektierten Ton, in dem er bisher die Reize des kleinen Kreises analysiert oder die Großherzigkeit der Verdurins in den Himmel gehoben hatte. Aber wie die Reden, das Lächeln, die Küsse Odettes ihm, wenn sie anderen galten, jetzt ebenso verhasst waren, wie sie im Frühjahr beglückend erschienen waren, so zeigte sich ihm der Salon der Verdurins, der ihm bislang amüsant vorgekommen, von wahrem Kunstverständnis getragen und einem hohen geistigen Niveau bestimmt, nun da Odette dort einen anderen als ihn treffen und unbehindert mit ihrer Liebe bedenken würde, in seiner Lächerlichkeit, seiner Dummheit, seiner Schamlosigkeit. Mit Abscheu stellte er sich den morgigen Abend in Chateau vor. Überhaupt schon diese Idee, nach Chateau zu gehen, wie die Krämer nach Ladenschluss. Sie sind wirklich Spießbürger, wie sie im Buche stehen. Sie existieren eigentlich nicht. Sie stammen aus einem Stück von Labiche. Cotards würden da sein, vielleicht auch Brichot. Das ist doch wirklich etwas Groteskes, das Leben dieser Leutchen, die unaufhörlich zusammen sein müssen und sich verloren fühlten, wenn sie sich morgen nicht alle wieder in Chateau träfen. Ach, und der Maler würde anwesend sein, der so gern Ehen stiftete und vor Schwill sicher einlud, mit Odette sein Atelier zu besuchen. Er sah Odette in einer etwas zu eleganten Toilette bei dieser Landpartie, denn sie ist ja so gewöhnlich, diese arme Kleine, und vor allem so dumm. Er hörte im Geiste die Witzeleien, die Madame Verdurin nach dem Essen zum Besten geben würde, die ihn allerdings, welchen Langweiler sie auch als Zielscheibe haben mochten, bislang amüsiert hatten, weil er Odette darüber lachen, mit ihm, fast in ihm lachen sah. Jetzt hatte er das Gefühl, dass Odette eher veranlasst würde, über ihn zu lachen. Was für eine schäbige Art von Belustigung, sagte er zu sich, mit einer Miene so leidenschaftlichen Abscheus, dass er selbst ein Gefühl der Muskelverrenkung bis in den gegen den steifen Kragen zurückgedrückten Hals verspürte. Wie kann nur ein Menschenwesen, das nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, an diesen widerwärtigen Scherzen auch noch Vergnügen finden? Jede etwas empfindliche Nase würde sich angewidert von solchem Unrat abwenden. Es ist unglaublich zu denken, dass jemand nicht begreifen kann, dass er sich, wenn er sich dazu herabwürdigt, über einen Mitmenschen zu lächeln, dem er eben noch die Hand gedrückt hat, in eine Gosse begibt, aus der er sich beim besten Willen nicht wieder herausarbeiten kann. Ich lebe zu viele tausend Meter über diesen Niederungen, wo in solchem schmutzigen Gewäsch herumgeplanscht wird, als dass die Spritzer mich treffen könnten, wenn diese Verdurin ihre dummen Bemerkungen macht, rief er, hob den Kopf und straffte die Schultern nach hinten. Gott ist mein Zeuge, dass ich mich redlich bemüht habe, Odette aus diesem Sumpf herauszuziehen und sie in eine edlere und reinere Atmosphäre emporzuheben. Aber die menschliche Geduld hat Grenzen, und meine ist zu Ende, sagte er sich, als ob die Aufgabe, die er sich stellte, Odette einer Atmosphäre sarkastischer Äußerungen über die lieben Nächsten zu entreißen, schon länger als seit einigen Minuten datiere, und als ob er sie nicht erst auf sich genommen habe, seitdem er denken musste, dass diese Sarkasmen ihn selbst zum Gegenstand haben und Odette ihm entfremden könnten. Er sah den Pianisten, im Begriff die Mondschein-Sonate zu spielen, und die Miene Madame Verdurins bei der Behauptung, dass die Beethoven-Musik ihr sicher eine Nervenkrise verursachen würde. »Idiotin, Lügnerin«, rief er aus, »und sowas behauptet, die Kunst zu lieben!« Und zu Odette wird sie, nachdem sie geschickt ein paar lobende Worte über Forchville bei ihr angebracht hat, sagen, »Sie machen sicher neben sich ein bisschen Platz für Monsieur de Forchville. Im Dunkeln! Kupplerin! Hurenmutter! Kupplerisch!« nannte er jetzt auch die Musik, die die beiden einladen würde, miteinander zu schweigen, zu träumen, sich in die Augen zu blicken und bei der Hand zu nehmen. Er fand jetzt, dass die Stränge gegen die Kunst, wie Plato, Bossuet, die alte französische Erziehung sie proklamierten, auch ihr Gutes hätte. Alles in allem erschien ihm das Leben, das man bei den Verdurins führte und das er so oft als das wahre Leben bezeichnet hatte, jetzt als das Schlimmste von allen und der kleine Kreis als ein unvorstellbar niedriges Milieu. Er ist wirklich, dachte er bei sich, die unterste Stufe auf der sozialen Leiter, der letzte dantische Höllenkreis. Kein Zweifel, dass der erhabene Text sich auf die Verdurins bezieht. Man mag über die Menschen der guten Gesellschaft denken, wie man will, aber auf alle Fälle sind sie doch etwas anderes als dieses Pack. Sie beweisen ihre Klugheit damit, dass sie es ablehnen, die Bekanntschaft dieser Kreise zu machen, sich auch nur die Fingerspitzen an solchem Umgang zu beschmutzen. Welche weise Einsicht liegt in dem Noli Metangere des Faubourg Saint-Germain? Seit langem hatte er die Alleen des Bois verlassen. Er war jetzt fast bei seinem Hause angelangt, aber noch hielt die Trunkenheit des Schmerzes und die leidenschaftliche Unaufrichtigkeit bei ihm an und strömte ihren Rausch in dem verlogenen Tonfall und dem künstlich hochgeschraubten Klang seiner eigenen Stimme immer machtvoller aus. Laut perorierte er in der Stille der Nacht. Die große Welt hat ihre Fehler, die niemand besser kennt als ich, aber es gehören ihr doch lauter Leute an, bei denen gewisse Dinge eben unmöglich sind. Diese oder jene elegante Frau, die ich kannte, war von Vollkommenheit weit entfernt. Aber schließlich war doch in ihr ein fester Bestand an Takt vorhanden, eine gewisse Loyalität, die sie unter allen Umständen unfähig gemacht hätte, eine Schurkerei zu begehen, und die einen Abgrund zwischen ihr und einer Megiere wie der Verdurin schafft. Verdurin, was für ein Name! Oh, man kann wirklich sagen, sie sind vollkommen in ihrer Art, schon beinahe wieder schön. Gottlob, es war die höchste Zeit, dass ich aufhörte, mich mit diesem infamen Abschaum der Menschheit einzulassen. Aber ebenso wie die Tugenden, die er vor kurzem noch den Verdurins nachrühmte, selbst wenn sie darüber verfügten, ohne ihre Begünstigung und Förderung seiner Liebe nicht ausreichend gewesen wären, um bei Svan jenen verzückten Zustand zu erzeugen, in dem er sich gerührt über ihre Großherzigkeit ausließ, die unabhängig von ihrer Betätigung an anderen ihm selbst nur durch Odette bewusst werden konnte. Ebenso hätte die Unmoral, die er neuerdings an ihnen entdeckte, wenn sie nicht Odette mit Vorschwill und ohne ihn selbst eingeladen hätten, nicht vermocht, seine Entrüstung zu entfesseln und ihn gegen ihre Infamie in dieser Weise aufzubringen. Svans Stimme war hierin durchaus einsichtiger als er selbst. Denn sie lehnte es ab, jene Worte voller Abscheu gegen das verdurinsche Milieu und voller Freude darüber, dass er endlich mit ihnen fertig sei, anders als in einem künstlichen Ton wiederzugeben, so als wären sie eher dazu gewählt, seinen Zorn verrauchen zu lassen, als um seine Gedanken auszudrücken. Diese waren tatsächlich, während er sich jenen Invektiven überließ, mit etwas ganz anderem beschäftigt. Denn als er vor seinem Hause angekommen, kaum das Eingangstor hinter sich geschlossen hatte, schlug er sich an die Stirn, ließ sich noch einmal öffnen, trat hinaus und rief diesmal mit seiner natürlichen Stimme, »Ich glaube, jetzt weiß ich ein Mittel, wie ich doch zu dem Diner in Chateau eingeladen werden kann.« Aber das Mittel taugte offenbar nichts, denn Svans wurde nicht eingeladen. Dr. Cotard, der zu einem schweren Krankheitsfall in die Provinz gerufen, die Verdurins ein paar Tage nicht gesehen, auch an dem Ausflug nach Chateau nicht teilgenommen hatte, meinte am darauf folgenden Tage, als er bei ihnen seinen gewohnten Platz am Tisch einnahm, »Nun werden wir Herrn Svans heute Abend sehen. Er ist ja wohl eine Art persönlicher Freund von, das will ich nicht hoffen,« rief Madame Verdurin, »Gott bewahre uns davor. Er ist tödlich langweilig, dumm und außerdem unerzogen.« Cotard bekundete nach diesen Worten gleichzeitig sein Staunen und seine Unterwürfigkeit, wie angesichts einer Wahrheit, die zwar allem widersprach, was er bislang geglaubt hatte, aber durch den Augenschein doch unwiderleglich bewiesen war. Mit betroffener und ängstlicher Miene senkte er den Kopf wieder über seinen Teller und brachte als Antwort einzig ein »Tja, ja, 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 ja« hervor, bei dem seine Stimme in geordnetem Rückzug ihr ganzes Register in einer nach seinem Innern zu absteigenden Tonfolge durchlief. Von Svans war nicht mehr die Rede bei Verdurins. Von nun an wurde dieser Salon, in dem Svans und Odette sich vor dem getroffen hatten, ihren Begegnungen hinderlich. Sie sagte nicht mehr zu ihm, wie in der ersten Zeit ihrer Liebe, »Wir sehen uns ja auf alle Fälle morgen, Verdurins geben ein Souper, sondern morgen Abend können wir uns nicht sehen, es wird bei Verdurins soupiert.« Oder Verdurins hatten vor, Odette zur Operakomik in »Die Nacht der Kleopatra« mitzunehmen, und Svans las in ihren Augen jene Herzensangst, er könne sie bitten, nicht mitzugehen, die ihn früher unwiderstehlich verlockt haben würde, sie rasch vom Antlitz der Geliebten wegzuküssen. Jetzt aber irritierte sie ihn. Und dennoch, sagte er sich, ist es nicht etwa Groll, was ich empfinde, wenn sie der Versuchung erliegt, in dieser Musik herumzuplätschern, die doch nichts weiter ist, als ein seichter Morast. Aber ich gräme mich nicht meinetwegen, sondern um ihretwillen, wenn ich mit ansehen muss, wie sie nun mehr als ein halbes Jahr lang täglich mit mir zusammen war und sich nicht einmal so weit geändert hat, dass sie aus sich heraus diesen Victor Massé als unmöglich empfindet. Sie hat auch nicht begriffen, dass es Abende gibt, an denen ein Wesen von einigem Zartgefühl auf ein Vergnügen verzichten muss, wenn es darum gebeten wird. Sie müsste auch einmal sagen können, ich komme nicht mit, und wenn es aus Klugheit wäre. Denn von ihrer Antwort hängt ja ab, wie man sie endgültig klassifiziert. Und wenn er sich dann selbst überredet hatte, dass er einzig, um über Odettes seelische Qualitäten ein günstigeres Urteil fällen zu können, gewünscht hätte, sie bliebe bei ihm, anstatt in die Oper zu gehen, versuchte er es bei ihr mit dem gleichen Räsonement, das er sich selbst gegenüber angewendet hatte, und auch dem gleichen Maß an Unaufrichtigkeit, einem größeren sogar. Denn jetzt wollte er sie bei ihrer Eigenliebe fassen. »Ich schwöre dir«, sagte er ein paar Minuten, bevor sie zum Theater aufbrach, »als ich dich bat, nicht auszugehen, wünschte ich mir für mich selbst von Herzen, du würdest ablehnen. Denn ich habe heute Abend tausend andere Dinge vor, und es wäre für mich sehr schwierig und eher ärgerlich gewesen, wenn du entgegen allen Erwartungen geantwortet hättest, du ging es nicht. Aber es kommt ja nicht nur auf meine Pläne und Vergnügungen an, ich denke dabei auch an dich. Du erlebst vielleicht eines Tages, dass ich mich für immer von dir trenne, und dann würdest du mir mit Recht einen Vorwurf daraus machen, dass ich dich nicht in den entscheidenden Stunden gewarnt habe, wo ich fühlte, dass ich drauf und dran war, über dich ein strenges Urteil zu fällen, dem die Liebe nicht lange standhält. Siehst du, »Die Nacht der Kleopatra«, was für ein Titel, spielt dabei an sich gar keine Rolle. Was ich aber wissen muss, ist, ob du wirklich auf einer so niederen geistigen Stufe stehst, ob du ein Wesen mit so geringem Charme sogar, so untergeordnet in jedem Sinne bist, dass du auf ein Vergnügen nicht verzichten kannst. Wenn das so ist, wie könnte man dich dann lieben? Denn dann bist du ja nicht einmal eine wirkliche Person, ein deutlich, eindeutig bestimmtes Geschöpf, wenn auch unvollkommen, so doch möglicherweise zu vervollkommenen. Du bist wie gestaltloses Wasser, das immer dahin rinnt, wo es nach unten geht, ohne Erinnerungsvermögen und Verstand, wie ein Aquarienfisch, der hundertmal am Tage gegen die Scheibe stößt, die er immer wieder für Wasser hält. Begreifst du nicht, dass deine Antwort zur Folge haben wird, dass ich dich, ich will nicht sagen, auf der Stelle zu lieben aufhöre natürlich, aber doch weniger verführerisch finde, wenn ich nämlich einsehen muss, dass du kein selbstständiger Mensch bist, sondern weniger als ein Ding? Natürlich hätte ich dich lieber, ohne eine Wichtigkeit daraus zu machen, darum gebeten, auf die Nacht der Kleopatra, da ich ja dir zuliebe meine Lippen mit diesem unmöglichen Titel besudeln muss, zu verzichten, in der stillen Hoffnung, dass du doch gehen würdest. Da ich aber weiß, dass ich deiner Antwort solche Bedeutung beilegen und so schwerwiegende Konsequenzen daraus ziehen werde, fand ich loyaler, dich vorher darauf aufmerksam zu machen. Odette gab bereits seit ein paar Sekunden Zeichen der Betroffenheit und Unsicherheit von sich. Wenn ihr auch der eigentliche Sinn dieser Rede entging, so begriff sie doch, dass sie offenbar zu jener Art von Vorhaltungen oder Szenen gehörte, aus deren Vorwürfen und Beschwörungen sie bei ihrer Übung im Umgang mit Männern, ohne auf Einzelheiten Acht zu geben, zu schließen gelernt hatte, dass diese sie ihr nicht halten würden, wenn sie nicht verliebt in sie wären, und dass sie selbst, gerade weil sie verliebt in sie waren, nicht nötig hatte, darauf einzugehen, denn sie waren es bestimmt hinterher nur noch mehr. So hätte sie auch Swanns Erörterungen mit der größten Ruhe angehört, wenn sie nicht gesehen hätte, wie die Zeit verging, und dass sie, wenn er auch nur noch kurze Zeit weiterredete, wie sie ihm mit zärtlichem Lächeln zu verstehen gab, noch die Overtüre versäumen würde. Ein andermal, sagte er ihr, wodurch sie am ehesten seine Liebe verlieren werde, sei, dass sie nicht aufhören könne zu lügen. Selbst ganz einfach vom Stammpunkt der Koketterie aus, sagte er zu ihr, musst du doch verstehen, wie sehr du an Verführungskraft verlierst, wenn du dich so weit erniedrigst, dich auf Lügereien einzulassen. Wie viel könntest du durch ein offenes Geständnis wiedergutmachen? Wirklich, du bist doch weniger gescheit, als ich immer glaubte. Aber vergebens setzte ihr Swann in dieser Weise alle Gründe auseinander, weshalb sie nicht lügen sollte. Sie hätten bei Odette vielleicht ein System des Lügens zunichte machen können, doch das besaß sie nicht. Sie begnügte sich damit, in jedem einzelnen Falle, wo sie wünschte, dass Swann über irgendetwas, was sie getan hatte, in Unkenntnis blieb, es ihm nicht zu sagen. So war die Lüge für sie ein Auskunftsmittel für besondere Fälle. Und was allein darüber entscheiden konnte, ob sie sich ihrer bedienen solle oder die Wahrheit gestehen, war ebenfalls ein Grund von jeweils besonderer Art, nämlich die mehr oder weniger große Gefahrs, Wann könnte entdecken, dass sie nicht die Wahrheit sprach. In körperlicher Hinsicht machte sie eine schlechte Phase durch. Sie wurde dicker, und der schmerzvolle Gesichtsausdruck, die staunenden träumerischen Blicke, die früher ihren Reiz ausgemacht hatten, schwanden mit ihrer ersten Jugend dahin. Auf diese Weise wurde sie Swann gerade in dem Zeitpunkt so besonders teuer, als er sie sozusagen weniger anziehend fand. Er schaute sie lange an, um den Zauber wiederzufinden, den sie früher für ihn hatte. Aber er entdeckte ihn nicht. Es genügte ihm aber zu wissen, dass in dieser neuen Verkleidung wie in einer Schmetterlingspuppe doch immer die gleiche Odette lebte, der gleiche stets sich entziehende, ungreifbare, verstockte Wille, um mit der gleichen Leidenschaft sie irgendwie fassen zu wollen. Dann betrachtete er Fotografien, die vor zwei Jahren aufgenommen waren, und erinnerte sich, wie zauberhaft sie gewesen war. Das tröstete ihn dann ein wenig darüber, dass er sich ihretwegen so viel Kummer und Sorge machte. Wenn die Verdurins sie nach Saint-Germain, nach Chateau oder Melan mitnahmen, schlugen sie in der schönen Jahreszeit oft an Ort und stelle vor, man wolle dort übernachten und erst am nächsten Tag wieder nach Hause fahren. Madame Verdurin suchte die Bedenken des Pianisten zu beschwichtigen, dessen Tante in Paris zurückgeblieben war. Sie wird entzückt sein, dass sie sie einmal los ist für einen Tag. Wie soll sie sich denn beunruhigen, wo sie doch weiß, dass sie mit uns hier sind? Im Übrigen bin ich bereit, alles auf meine Kappe zu nehmen. Wenn es ihr aber nicht gelang, machte sich Monsieur Verdurin auf und suchte nach einem Telegrafenbüro oder einem Boten und erkundigte sich dann, wer von den Getreuen jemanden zu benachrichtigen wünsche. Odette lehnte dankend ab und sagte, sie habe niemandem etwas auszurichten. Denn Svan hatte sie ein für allemal erklärt, sie könne ihm nicht vor aller Augen eine Depesche schicken, ohne sich zu kompromittieren. Manchmal blieb sie mehrere Tage fort. Die Verdurins nahmen sie mit, um die Gräber von Drö zu besichtigen oder in Compiègne auf den Rad des Malers hin die Sonnenuntergänge im Wald zu bewundern, wo man dann bis zum Schloss von Pierrefonds vordrang. Wenn man bedenkt, dass sie in meiner Gesellschaft wirkliche Kunstdenkmäler besichtigen könnte, mit mir, der ich zehn Jahre lang Architektur studiert habe und von wer weiß wie bedeutenden Persönlichkeiten angefleht werde, sie nach Beauvais oder Saint-Louis-de-Nord zu führen, während ich es für sie ganz allein tun würde. Stattdessen aber berauscht sie sich mit diesem ungehobelten Pack nacheinander an den abscheulichen Kreationen eines Louis-Philippe und an dem, was Violet-le-Duc angerichtet hat. Mir scheint, man braucht kein Künstler zu sein, um auch ohne eine besonders feine Nase, nicht ausgerechnet in Latrinen, in nächster Nähe menschlicher Entleerungen, sein Naturgefühl zu befriedigen. Aber wenn Odette nach Drö oder Pierrefonds gegangen war, ohne Ach ihm zu erlauben, als wenn es nur zufällig wäre, ebenfalls dort zu erscheinen, weil das, wie sie sagte, einen schlechten Eindruck machen würde, versenkt es wann sich in dem berauschendsten Liebesroman, den es gibt, den Fahrplan, der ihn über die Möglichkeiten am Nachmittag, am Abend, am Morgen sogar in ihre Nähe zu gelangen unterrichtete. Bot er nur die Möglichkeit? Fast mehr. Er erteilte sogar die Genehmigung. Denn schließlich war der Fahrplan und waren die Züge ja selbst nicht umsonst gemacht. Wenn man das Publikum vermittels der Buchdruckerkunst davon verständigte, dass um acht Uhr morgens ein Zug abging, der um zehn in Pierrefonds war, so war doch nach Pierrefonds zu fahren damit eine erlaubte Handlung, für die die Genehmigung Odettes überflüssig war. Eine Handlung außerdem, die einen ganz anderen Grund haben konnte, als den Wunsch dort, Odette anzutreffen. Da ja auch Leute die Odette gar nicht kannten, sie tagtäglich vollzogen, in hindänglich großer Zahl sogar, dass es die Mühe lohnte, eine Lokomotive zu heizen. Im Grunde konnte sie ihn also nicht hindern, nach Pierrefonds zu gehen, wenn er Lust dazu hatte. Und tatsächlich verspürte er gerade Lust und wäre, auch wenn er Odette nicht gekannt hätte, jetzt eben dorthin gefahren. Schon längst wollte er sich eine genauere Anschauung von dem Stand der Restaurierungsarbeiten Violet-le-Dux verschaffen. Und bei dem jetzt herrschenden Wetter hatte er ein unwiderstehliches Bedürfnis, im Wald von Compiègne einen Spaziergang zu machen. Es war wirklich Pech, dass sie ihm den einzigen Ausflug untersagen wollte, der ihn heute lockte. Heute. Wenn er trotz ihres Verbotes hinführe, könnte er sie heute noch sehen. Aber wenn sie in Pierrefonds irgendeinem gleichgültigen Menschen begegnet wäre, hätte sie gesagt, ach sie da, da sind sie ja, und hätte den Betreffenden gebeten, sie doch im Hotel aufzusuchen, in dem sie mit den Verdurins abgestiegen war. Während sie im Gegenteil beim Anblick Swanns natürlich böse seien und sich sagen würde, dass er ihr nachgefahren sei. Sie würde ihn weniger lieben, sich vielleicht erzürnt von ihm wenden, wenn sie ihn bemerkte. Ich habe also nicht mehr das Recht, einmal zu verreisen, würde sie bei der Rückkehr zu ihm sagen, während in Wirklichkeit er es war, der nicht mehr verreisen durfte. Einen Augenblick lang hatte er die Idee, um nach Compiègne oder Pierrefonds gehen zu können, ohne dass es so aussah, als wolle er dort nur Odette begegnen, sich von einem seiner Freunde mit dorthin nehmen zu lassen, dem Marquis de Forestel zum Beispiel, der ein Schloss in der Gegend besaß. Dieser, dem er von seinem Plan Mitteilung machte, ohne den Grund zu nennen, zeigte sich nicht besonders erbaut und wunderte sich im Stillen, dass Swann zum ersten Male seit fünfzehn Jahren sich endlich bereit erklärte, seinen Besitz anzuschauen, aber da er, wie er ihm gesagt hatte, sich nicht lange aufhalten wollte, versprach er mit ihm, ein paar Tage lang Spaziergänge und Ausflüge zu machen. Swann sah sich im Geiste dort mit Monsieur de Forestel. Welches Glück würde es ihm schon bedeuten, selbst bevor er Odette erblickte, und selbst, wenn er sie überhaupt nicht sah, den Fuß auf jenem Boden zu setzen, auf dem er, wenn ihm auch nicht genau die Stelle bekannt war, an der sie sich zu dieser oder jener Zeit gerade befinden mochte, doch überall die Möglichkeit ihres plötzlichen Erscheinens in erregender Weise würde gegenwärtig fühlen. Auf dem Hofe des Schlosses, das schön für ihn geworden war, weil er ihretwegen es nunmehr besichtigen ging, auf allen Straßen der Stadt, die ihm daraufhin auf einmal romantisch vorkamen, auf jedem Waldweg, den ein warm und zärtlich getönter Sonnenuntergang mit rosigem Schimmer übergoss, ebenso viele wechselnde Freistätten, an die sich in der ungewissen Allgegenwart seiner Hoffnungen sein glückliches, schweifendes, vielfältig gewordenes Herz nunmehr flüchten konnte. Vor allem, würde er zu Monsieur de Forstel sagen, wollen wir aufpassen, dass wir nicht Odette und Verdurins begegnen. Ich habe erfahren, dass sie ausgerechnet heute in Pierrefonds sind. Man sieht sich wirklich genug in Paris. Es wäre die Mühe nicht wert, hinauszufahren, wenn man hier keinen Schritt machen kann, ohne einander zu treffen. Und sein Freund würde nicht verstehen, weshalb er, nachdem er nun einmal da war, zwanzigmal seine Pläne änderte und die Speisesäle sämtlicher Hotels von Compiègne inspizierte, ohne sich zu entschließen, in einem davon sich niederzulassen, obwohl von den Verdurins keine Spur zu erblicken war, sodass es schließlich aussehen würde, als suche er, was er zu meiden behauptete und wovor er tatsächlich wieder flüchtete, sobald er es gefunden. Denn wäre er der kleinen Gruppe begegnet, so hätte er sich geflissentlich von ihr ferngehalten, völlig zufrieden damit, dass er Odette gesehen und sie ihn gesehen hätte, zumal in einer Situation, in der er sie gar nicht weiter beachtete. Doch nein, sie würde sicher erraten, dass er nur ihretwegen kam. Und als Monsieur de Forestel ihn schließlich abholen kam, sagte er zu ihm, ach nein, ich kann heute nicht nach Pierrefonds fahren, Odette ist nämlich gerade dort. Dabei war Svan trotz allem glücklich in dem Bewusstsein, dass, wenn allein von allen Sterblichen er nicht das Recht besaß, an diesen Tage in Pierrefonds zu sein, so deswegen, weil er tatsächlich für Odette von allen anderen Menschen verschieden, nämlich ihr Liebhaber war, und diese seine Ausnahmestellung gegenüber dem allgemeinen Recht auf Bewegungsfreiheit nur eine der Formen der Versklavtheit der Liebe, an der ihm mehr als an allem lag. Ganz entschieden war es besser, nicht einen Bruch mit Odette zu riskieren, fiel mir in aller Geduld, auf ihre Rückkehr zu warten. Er verbrachte seine Tage über einer Karte des Waldes von Compiègne, als sei sie die Carte du Tendre aus dem Roman der Mademoiselle de Scuderie, und umgab sich mit Fotografien von Schloss Pierrefonds. Sobald der Tag erschien, an dem sie allenfalls hätte zurück sein können, schlug er wieder den Fahrplan auf und rechnete sich aus, welchen Zug sie nehmen könnte, und wenn sie in etwa verpasste, welch andere ihr noch blieben. Er verließ das Haus nicht aus Furcht, eine Depesche zu versäumen, und wagte nicht zu Bett zu gehen, für den Fall, dass sie mit dem letzten Zuge zurückkäme und ihm die Überraschung bereiten wollte, ihn mitten in der Nacht gleich noch aufzusuchen. Gerade im Augenblick hörte er an der Außentür Schellen. Es kam ihm vor, als wäre der Lange nicht aufgemacht. Er wollte schon den Portier wecken und stellte sich ans Fenster, um Odette zu rufen, falls sie es wirklich wäre, denn trotz aller Anweisungen, die er unten im Hause mindestens zehnmal persönlich erteilt hatte, war es immer noch möglich, dass jemand behauptete, Monsieur sei gar nicht da. Es war ein Bedienter, der spät nach Hause kam. Svan lauschte auf das unaufhörliche, rasche Vorüberrollen der Wagen, auf das er sonst überhaupt nicht Acht gegeben hatte. Er hörte jeden Einzelnen von Ferne kommen, sich nähern, an seiner Tür vorüberfahren, ohne dass er hielt, und eine Botschaft weitertragen, die nicht für ihn bestimmt war. Er wartete die ganze Nacht, und zwar völlig vergebens, denn die Verdurins hatten ihre Rückkehr vorverlegt. Odette war seit Mittag schon in Paris. Sie war nicht auf den Gedanken gekommen, ihn zu benachrichtigen. Da sie nicht wusste, was sie anfangen sollte, war sie am Abend allein ins Theater gegangen und nun seit Langem schon zu Hause. Sie lag zu Bett und schlief. Sie hatte nicht erst einmal an ihn gedacht. Solche Augenblicke aber, wo sie sogar die Existenz von Svan vergaß, waren nützlicher für sie, erfüllten besser den Zweck, Svan fester an sie zu ketten als alle ihre Coquetterie. Denn auf diese Weise lebte er immer von Neuem in jener schmerzlichen Unruhe, die schon die Macht besessen hatte, seine Liebe zur Entfaltung zu bringen, an jenem Abend, als er Odette nicht bei den Verdurins angetroffen und den ganzen Abend lang gesucht hatte. Er aber hatte nicht wie ich in meiner Kindheit in Combray glückliche Tagesstunden, in denen man die Leiden vergisst, die erste Abend wiederbringen wird. Seinen Tag verlebte er ohne Odette. In manchen Augenblicken sagte er sich dann, dass es ebenso unvernünftig sei, eine hübsche Frau in Paris allein ausgehen zu lassen, als wenn man ein Juwelenkästchen mitten auf die Straße stellt. Dann war er voller Entrüstung gegen alle Vorübergehenden, als seien sie sämtlich Diebe. Doch ihr gestaltloses Kollektivgesicht entzog sich seiner Fantasie und bot keine Nahrung für seine Eifersucht. Die Vorstellung davon ermüdete sein Denken so sehr, dass er sich mit der Hand über die Augen fuhr und ausrief, in Gottes Namen, wie diejenigen, die, nachdem sie leidenschaftlich das Problem der Realität der Außenwelt oder der Unsterblichkeit der Seele zu erfassen, versucht haben, ihrem erschöpften Hirn die Entspannung schlichten Glaubens gestatten. Doch immer war der Gedanke an die Abwesende mit den alltäglichsten Vorgängen von Swans Dasein, seinem Frühstück, dem Empfang der Post, jedem Ausgang, dem Schlafengehen, gerade durch den Kummer, den es ihm bereitete, sie ohne sie zu vollziehen, so unauflöslich verknüpft, wie in der Kirche von Brou die Initialen, Philibert des Schönen, mit denen der Margarete von Österreich, die sie aus Trauer um ihn überall miteinander verflocht. An manchen Tagen blieb er nicht zu Hause, sondern speiste zu Mittag in einem nahen Restaurant, dessen gute Küche er früher geschätzt hatte, in das er aber jetzt nur noch aufgrund eines jener gleichzeitig mystischen und spielerischen Einfälle ging, die man romantisch nennt, nämlich weil dies Restaurant, das heute noch existiert, denselben Namen trug, wie die Straße, in der Odette wohnte. La Perouse. Manchmal kam sie nach einer kurzen Abwesenheit erst nach Tagen auf den Gedanken, sie könne ihn wissen lassen, dass sie wieder in Paris sei. Dann sagte sie ihm ganz einfach, ohne wie früher die Vorsicht zu gebrauchen, sich für alle Fälle mit einem Zipfelchen Wahrheit zu bedecken, sie sei gerade eben erst mit dem Morgenzug angekommen. Die Worte waren eine Lüge, wenigstens für Odette keiner Tatsache entsprechend. Sie hatten nicht wie wahre Worte einen Stützpunkt in der Erinnerung ihrer Ankunft auf dem Bahnhof. Sie konnte sich sogar, was sie damit sagte in dem Augenblick, da sie es behauptete, nicht einmal vorstellen, denn was sie wirklich im Moment der Ankunft des Zuges getan hatte, rief ein ganz anderes Bild in ihr wach. In Swans Geist aber begegneten ihre Worte überhaupt keinem Widerstand, sondern sie setzten sich darin unbeweglich fest als eine so unbezweifelbare Tatsache, dass er, hätte ein Freund ihm gesagt, er sei mit dem gleichen Zuge angekommen und habe Odette nicht gesehen, überzeugt gewesen wäre, dass der Freund sich in Tag und Stunde geirrt, da seine Rede sich nicht mit den Worten Odettes in Einklang bringen ließ. Diese Worte wären ihm nur als Lügen erschienen, wenn er von Anfang an die Vorstellung gehabt hätte, sie seien es. Um zu glauben, dass sie die Unwahrheit sage, musste er zuvor einen bestimmten Verdacht gefasst haben. Diese Voraussetzung genügte dann allerdings auch, um alles, was Odette sagen mochte, verdächtig erscheinen zu lassen. Nannte sie einen Namen, so handelte es sich gewiss um den eines Liebhabers von ihr. Hatte diese Überzeugung einmal in ihm Platz gegriffen, so plagte er sich Wochen damit. Einmal wendete er sich sogar an ein Auskunftsbüro, um die Adresse eines Unbekannten ausfindig zu machen und zu erfahren, was er dann und dann getan habe, und hatte die Idee, dass er nur aufatmen könne, wofern der Betreffende sich auf Reisen befinde. Schließlich erhielt er die Mitteilung, es handele sich um einen vor 20 Jahren verstorbenen Onkel Odettes. Obwohl sie ihm im Allgemeinen mit der Behauptung, es würde Gerede geben, nicht gestattete, sich irgendwo am dritten Ort mit ihr zu zeigen, kam es doch vor, dass er auf einer Gesellschaft, zu der er ebenso wie sie eingeladen war, bei Forchville, bei dem Maler oder auf einem Wohltätigkeitsfest in einem Ministerium, zu gleicher Zeit erschien wie sie. Er sah sie dann, wagte aber nicht da zu bleiben, aus Furcht, sie könne ärgerlich sein, weil es so aussehe, als wolle er sie bei Vergnügungen beobachten, die sie mit anderen teilte, und die ihm, während er sich in tiefer Unruhe zu Bett begab, so wie ich ein paar Jahre später, wenn er bei uns in Cambrai zu Abend aß, grenzenlos erschienen, da er ja ihr Ende nicht sah. Ein- oder zweimal aber erlebte er an solchen Abenden Freuden von der Art, dass man, weil sie so große Beschwichtigung mit sich bringen, versucht sein könnte, sie als ruhiges Glück zu bezeichnen, wenn sie nicht einen so heftigen Rückstoß bei der Wiederkehr der nur zeitweilig aufgehaltenen Beängstigung nach sich zögen. Er hatte sich bei einem Atelierfest des Malers kurz gezeigt und wollte gerade gehen. Odette ließ er bei diesem Fest als eine strahlende Fremde, umgeben von Männern zurück, denen ihre Blicke und ihre Heiterkeit, die nicht für ihn bestimmt waren, irgendwelche Freuden zu verheißen schienen, zu denen es hier oder anderswo, vielleicht später auf dem Ball des Incohérents, wie er zitternd befürchtete, kommen würde, und die bei Swan mehr Eifersucht wach riefen, als die körperliche Vereinigung selbst, weil er sie sich schwerer vorzustellen vermochte. Er war schon an der Tür des Ateliers, als er sich zurückgerufen hörte, und zwar mit den folgenden Worten, die, indem sie das Fest eben um jenes Ende verkürzten, das ihm so furchtbar war, es rückblickend harmlos und Odettes Heimfahrt aus einer unbegreiflichen und erschreckenden, zu einer traulichen und bekannten Sache machten, die er neben sich in seinem Wagen verspüren würde, als ein Stück Alltagsleben, und die sogar Odette selbst weniger strahlend und heiter und ihr ganzes Auftreten nur als eine Verkleidung erscheinen ließen, die sie einen Augenblick lang für ihn selbst und nicht im Hinblick auf rätselhafte Vergnügungen, deren sie offenbar schon müde war, angelegt hätte, die Odette ihm nachsandte, als er bereits auf der Schwelle war, »Können Sie nicht vielleicht noch fünf Minuten warten? Ich gehe nämlich auch, dann könnten wir zusammen nach Hause fahren, und sie kämen noch ein bisschen mit zu mir.« Allerdings hatte Frau Schwill einmal gebeten, gleichfalls mitgenommen zu werden. Aber als er vor Odettes Tür angelangt, um die Erlaubnis nachgesucht hatte, mit hereinkommen zu dürfen, hatte Odette ihm aufs Wann verweisend gesagt, »Ja, wissen Sie, das hängt von diesem Herrn hier ab. Da müssen Sie ihn schon fragen.« Gut, kommen Sie auf einen Sprung, wenn Sie wollen, aber nicht lange, denn ich sage Ihnen gleich, er plaudert am liebsten ganz ungestört mit mir und hat nicht gern, dass gleichzeitig mit ihm andere Besucher da sind. Ach, wenn Sie diesen Mann so kennten wie ich. Nicht wahr, my love? Nur ich kenne Sie ganz genau.« Sven war dann vielleicht noch mehr als über diese vor vor Schwillern ingerichteten Worte der Zärtlichkeit, der betonten Vorliebe, über eine gewisse Kritik gerührt, wie etwa folgende. »Ich bin sicher, Sie haben Ihren Freunden noch nicht wegen des Diners am Sonntag geschrieben. Gehen Sie nicht hin, wenn Sie nicht mögen, aber höflich sollten Sie wenigstens sein. Oder haben Sie auch Ihren Essay über Vermeer hier gelassen, damit Sie morgen ein bisschen daran weiterarbeiten? Nein, wie faul ist doch dieser Mann. Ich werde Sie zum Arbeiten bringen, Sie werden sehen. Die bewiesen, dass Odette genau über seine gesellschaftlichen Verpflichtungen und seine Kunststudien auf dem Laufenden war, dass sie beide eine Art von gemeinsamem Leben führten. Während sie so sprach, schenkte sie ihm ein Lächeln, mit dem sie ihm ganz zu gehören schien. In solchen Augenblicken, während sie ihnen eine Orangeade bereitete, geschah etwas, wie wenn ein schlecht eingestellter Reflektor zunächst um irgendeinen Gegenstand her auf der Wand große, fantastische Schatten entstehen lässt, die sich dann zusammenschieben und ganz in ihn hineinschlüpfen. Alle die aufregenden und furchtbaren Vorstellungen, die Svan sich von Odette machte, schwanden dahin und wurden wieder eins mit der reizvollen Gestalt, die er vor sich sah. Er hatte dann ganz kurz eine Vision, als sei diese bei Odette im sanften Licht der Lampe verbrachte Stunde nicht eine künstliche Veranstaltung für ihn, dazu bestimmt, jene erschreckende und unbeschreiblich anziehende Sache zu überdecken, an die er unaufhörlich denken musste, ohne sie sich richtig vorstellen zu können, nämlich eine Stunde des wahren Lebens von Odette, wenn er nicht anwesend war, mit Theaterrequisiten und Früchten aus Papiermaché, sondern vielleicht ganz ernstlich eine Stunde aus diesem wahren Leben selbst. Als würde sie, wenn er nicht da gewesen wäre, vor Schwill den gleichen Sessel hingeschoben und ihm nicht ein unbekanntes Getränk, sondern ganz die gleiche Orangeart gemischt haben. Als sei die von Odette bewohnte Welt nicht jene andere, erschreckende und übernatürliche Welt, in der er sie im Geiste unaufhörlich sah und die vielleicht nur in seiner Einbildung existierte, sondern die wirkliche Welt und nicht mit einer besonderen Art von Trauer versetzt, sondern ein Bereich, in dem der Tisch, an dem er schreiben und das Getränk, von dem er kosten konnte, einfach enthalten war. Dazu alle diese Gegenstände, die er mit ebenso großer Neugier wie Bewunderung und Dankbarkeit betrachtete, denn wenn sie dadurch, dass sie seine Träume aufgesogen hatten, ihn von ihnen befreiten, so wurden sie selbst dadurch reicher, zeigten ihm ihre greifbare Wirklichkeit, beschäftigten seinen Geist und wurden plastischer für seinen Blick, während sie seinem Herzen Beruhigung verschafften. Ach, wenn das Schicksal ihm gestattet hätte, ein und dieselbe Wohnung mit Odette zu haben, bei ihr zu Hause zu sein, und wenn er die Dienstboten nach dem Menü für das Mittagessen befragte, zu wissen, dass er den Speisezettel Odettes erfuhr, oder, sobald Odette am Vormittag in der Avenue du Bois de Boulogne spazieren gehen wollte, als guter Ehemann, auch wenn er keine Lust hätte, sie begleiten und ihren Mantel tragen zu müssen, wofern es ihr zu warm würde, und wenn sie nach dem Abendessen im Schlafrock zu Hause bleiben wollte, gezwungen zu sein, bei ihr zu bleiben und zu tun, was sie wünschte, wie hätten dann alle die kleinen Nichtigkeiten in Zvans Leben, die ihm jetzt traurig schienen, ganz im Gegenteil, weil sie gleichzeitig einen Teil von Odettes Leben bildeten, selbst die Persönlichsten, wie diese Lampe, die Orangade, der Sessel, an die sich so viele Träume geheftet und die so viel Verlangen verwirklichten, eine Art von übermächtiger Süße und geheimnisvoller Intensität in sich aufgenommen. Gleichwohl ahnte er, dass das, was er ersehnte, diese Ruhe, der Frieden für seine Liebe keine günstige Atmosphäre bedeutet hätten. Wenn Odette aufhören würde, für ihn eine stets abwesende, ersehnte, traumhafte Erscheinung zu sein, wenn das Gefühl, das er für sie hatte, nicht mehr in jener geheimnisvollen Unruhe wurzelte, die das Thema der Sonate ihm mitteilte, sondern in Zuneigung und Dankbarkeit, wenn sich zwischen ihnen normale Beziehungen herausbildeten, die seinem Wahn und seiner Trauer ein Ende bereiteten, dann würden ihm zweifellos Odettes Handlungen in sich selbst ganz uninteressant erscheinen, wie er schon jetzt manchmal ahnte, dass sie in Wirklichkeit seien, zum Beispiel an jenem Tage, als er durch den Briefumschlag hindurch die an Forschwill gerichteten Zeilen gelesen hatte. Wenn er sein Leiden so sachlich beobachtete, als habe er es sich zu Studienzwecken selber durch Impfung beigebracht, musste er sich sagen, dass er einmal geheilt alles, was Odette beträfe, als gleichgültig ansehen werde. Aber aus dem Grunde seines krankhaften Zustandes heraus fürchtete er wie den Tod eine solche Heilung, die in der Tat das Ende von allem bedeutet hätte, was er im Augenblick war. Nach diesen ruhigen Abenden war Svans argwohn beschwichtigt. Er segnete Odette, und am folgenden Morgen schickte er ihr die schönsten Juwelen zu, weil ihre Güte am Abend zuvor entweder seine Dankbarkeit oder den Wunsch, sie immer neu zu erleben, oder einen Paroxysmus der Liebe in ihm bewirkt hatte, den er ausströmen musste. Zu anderen Zeiten aber überfiel der Schmerz ihn von neuem. Er bildete sich dann ein, Odette sei Forschwills Geliebte, und damals, als beide ihn im Bois, in Verdurins Landauer sitzend, am Vorabend des Festes in Chateau, zu dem er nicht eingeladen war, und als er sie vergeblich mit solcher Verzweiflung im Herzen gebeten hatte, mit ihm heimzufahren, dass es sogar dem Kutscher aufgefallen war, einsam und unterlegen hatte stehen lassen, habe sie gewiss zu Forschwills auf ihn weisend gesagt, jetzt ist er aber wütend, und zwar mit dem gleichen blitzenden, boshaften, gewöhnlichen und hinterhältigen Blick wie an jenem Abend, als Sagnette durch Forschwills aus dem Haus Verdurin vertrieben worden war. Dann verabscheute es wann, Odette. Ich bin ja auch zu dumm, sagte er sich. Ich zahle mit meinem Geld das Vergnügen der anderen. Aber sie wird doch guttun, den Bogen nicht zu überspannen, denn es könnte dann so weit kommen, dass ich ihr nichts mehr gebe. Auf alle Fälle werde ich im Voraus schon einmal alle zusätzlichen Freundlichkeiten unterlassen. Wenn ich denke, dass ich gestern erst, als sie davon sprach, sie habe Lust, eine Saison in Bayreuth mitzumachen, so einfältig war, ihr vorzuschlagen, ich könne ja für uns beide eines der hübschen Schlösser des Königs von Bayern in der Umgebung mieten. Dabei schien sie noch nicht einmal so besonders entzückt. Sie hat weder Ja noch Nein gesagt. Ich kann nur hoffen, sie verzichtet darauf, großer Gott. Vierzehn Tage lang Wagner mit ihr hören, die so viel davon versteht wie die Kuh vom Zitter spielen, das wäre ein Genuss. Und da sein Hass wie seine Liebe nach einer Entladung drängten, gefiel er sich darin, seine Einbildungskraft auch im Bösen immer weiter zu stimulieren, weil er, je mehr Perfidien von Odettes Seite er sich vorstellte, desto größeren Abscheu empfand, und wenn sie, wie er sich auszumalen versuchte, in Wirklichkeit vorhanden wären, eine Gelegenheit fände, sie zu strafen und seinem wachsenden Groll Genüge zu tun. So ging er also so weit, sich vorzustellen, er bekäme einen Brief von ihr, indem sie ihn bete, ihr das Geld für die Miete dieses Schlosses bei Bayreuth zur Verfügung zu stellen, ihn aber gleichzeitig davon in Kenntnis setzte, dass er selbst nicht mitkommen könne, weil sie forschwill und dem Verdurins versprochen habe, sie zu sich einzuladen. Oh, wie gern hätte er gesehen, sie brächte diese Kühnheit auf. Welch innige Freude würde es für ihn sein, abzulehnen und eine gehässige Antwort zu stilisieren, deren einzelne Wendungen er bereits mit Behagen auswählte und vor sich hin sagte, als habe er jenen Brief in Wirklichkeit schon erhalten. Am folgenden Tage traf er ein. Sie schrieb ihm, Verdurins und ihre Freunde hätten den Wunsch geäußert, den Wagner-Aufführungen beizuwohnen, und wenn er ihr das Geld schicken wollte, würde sie endlich einmal, nachdem sie so oft ihr Gast gewesen sei, das Vergnügen haben, sie ihrerseits einzuladen. Ihn selbst erwähnte sie mit keinem Wort. Sie betrachtete es als selbstverständlich, dass die Gegenwart der anderen die seine ausschließen würde. Da hatte er nun also Gelegenheit, die schreckliche Antwort, von der er am Abend zuvor jedes Wort festgelegt hatte, ohne dass er zu hoffen wagte, er werde sie jemals verwenden können, ihr überbringen zu lassen. Ach, er konnte sich freilich sagen, dass sie mit dem Geld, das sie hatte oder doch leicht auftreiben konnte, sehr wohl imstande sein werde, dennoch in Bayreuth irgendein Haus zu mieten, wenn sie Lust dazu hätte, ausgerechnet sie, die nicht fähig war, Bach von Clapisson zu unterscheiden. Immerhin würde sie dort etwas weniger üppig leben als sonst. Wenn er ihr nicht ein paar tausend Franc geschickt hätte, so würde sie nicht die Möglichkeit gehabt haben, jeden Abend in einem Schloss ein elegantes Souper zu arrangieren, nach welchem sie sich vielleicht einfallen ließe, was sie möglicherweise bisher noch nicht getan hatte, vor Schwill in die Arme zu sinken. Jedenfalls würde nicht er, Sven, diese verhasste Reise bezahlen. Oh, dass er sie verhindern könnte. Wenn sie sich doch den Fuß vor der Abfahrt verstauchte, wenn doch der Kutscher, der sie mit dem Wagen zum Bahnhof bringen sollte, um irgendeinen Preis dafür zu haben wäre, sie an einem Ort abzusetzen, wo sie die ganze Zeit in völliger Zurückgezogenheit leben müsste, diese hinterhältige Person mit dem spießgesellenhaften Lächeln für vor Schwill in ihren gleißenden Emailaugen, die Odette seit 48 Stunden in Zwanns Meinung geworden war. Doch war sie es nie sehr lange. Nach ein paar Tagen bereits verlor der schillernde, artlistige Ausdruck ihrer Augen seinen hinterhältigen Glanz. Das Bild einer Odette, die zu vor Schwill sagte, wie wütend er ist, begann zu verblassen und schließlich ganz zu verschwinden. Stattdessen kam allmählich wieder sanft schimmernd das Antlitz der anderen Odette zum Vorschein. Der Odette, die auch ein Lächeln an vor Schwill wendete, aber ein Lächeln, in dem nur für Svann Zärtlichkeit lag, wenn sie sagte, bleiben Sie nicht lange, dieser Herr hier hat nicht gern Besucher, wenn er Lust hat, bei mir zu sein. Ach, wenn Sie ihn kennten, wie ich ihn kenne. Das gleiche Lächeln, mit dem sie Svann für irgendein Zeichen besonderen Zartgefühls dankte, das sie so sehr an ihm schätzte, für einen Rat, den sie von ihm erbeten hatte, in einer so wichtigen Angelegenheit, dass sie sich dabei nur auf ihn verließ. Svann fragte sich, wie er dieser Odette einen so empörenden Brief hatte schreiben können, wie sie ihn zweifellos niemals von ihm erwartet hätte, und durch den er gewiß von dem hohen Piedestal herabgestiegen war, auf dem er bei ihr dank seiner Güte und Anständigkeit sonst stand. Er würde ihr jetzt sicher weniger teuer sein, denn gerade aufgrund jener Eigenschaften, die sie weder bei Forschwillen noch bei sonst jemand gefunden hatte, liebte sie ihn ja. Ihretwegen bezeigte ihm Odette so oft eine Freundlichkeit, die ihm im Augenblick seiner Eifersucht unbedeutend erschien, weil sie kein Zeichen des Verlangens nach ihm war und sogar eher Neigung als eigentlich Liebe verriet, deren Wichtigkeit er aber im gleichen Verhältnis von Neuem empfand, wie das Nachlassen seines Argwohns, das oft auch noch durch die Ablenkung bei der Lektüre eines kunstgeschichtlichen Werkes oder in einem Gespräch mit einem Freunde beschleunigt wurde, seine Leidenschaft minder anspruchsvoll in Bezug auf Erwiderung machte. Jetzt war Odette nach diesen Schwankungen wieder ganz von selbst auf dem Platz angelangt, von dem Svanns Eifersucht sie einen Augenblick lang hatte vertreiben können, und in der Sicht, die für ihn die reizendste war, stellte er sie sich mit aller Zärtlichkeit geschmückt und einem Blick der Verheißung so entzückend vor, dass er nicht anders konnte, als die Lippen zum Küssen spitzen, als sei sie da und er könne sie in die Arme nehmen. Für diesen betörend liebevollen Blick hegte er ebenso viel Dankbarkeit gegen sie, als habe er ihn in Wirklichkeit von ihr erhalten und nicht nur seine Einbildungskraft habe ihn ihm vorgetäuscht, um seinen Wünschen Genüge zu tun. Welchen Kummer mochte er ihr bereitet haben? Sicherlich fand er gute Gründe für seinen Groll gegen sie, aber sie hätten nicht genügt, dies Gefühl bei ihm auszulösen, wenn er sie nicht so sehr liebte. Hatte er nicht ebenso großen Verdrust durch andere Frauen erfahren, denen er gleichwohl heute noch jederzeit gern gefällig wäre und im Grunde nicht zürnte, weil er sie nicht mehr liebte? Sollte er eines Tages Odette gegenüber ebenso gleichgültig werden, müsste er einsehen, dass nur seine Eifersucht etwas so Arges, Unverzeihliches in ihrem an sich so begreiflichen Wunsche hatte sehen können. Einem Wunsch, der einem gewissen Maß an Kinderei, aber auch einer gewissen Zartheit des Empfindens entstammte, da sie ja nur bei sich bietender Gelegenheit auch einmal den Verdurins für ihre vielen Freundlichkeiten danken und selber Gastgeberin sein wollte. Er kehrte wieder zu dem Stammpunkt zurück, der dem von Liebe und Eifersucht Bestimmten entgegengesetzt war, denen er aber von Zeit zu Zeit aus einer Art von intellektueller Redlichkeit und um allen Möglichkeiten gerecht zu werden einzunehmen bemüht war und versuchte Odette zu beurteilen, als habe er sie nie geliebt, als sei sie für ihn eine Frau wie jede andere und das Leben Odettes, sobald er den Rücken gekehrt, nicht etwas anderes vor ihm Verborgenes, ja, eine gegen ihn angezettelte Angelegenheit. Wieso nahm er eigentlich an, dass sie dort in Bayreuth mit Forchville und anderen so berauschende Dinge erleben wollte, die sie bei ihm nicht fände und die doch einzig eine Ausgeburt seiner Eifersucht waren? In Bayreuth wie in Paris dachte vielleicht Forchville, wenn er es überhaupt tat, an ihn nur wie an jemanden, der in Odettes Leben eine große Rolle spielte und hinter dem er zurücktreten musste, wenn sie bei ihr zusammentrafen. Wenn Forchville und sie triumphierten, dass sie gegen seinen Willen in Bayreuth seien, so hätte er selbst es nicht anders gewollt, indem er sie überflüssigerweise daran zu hindern versuchte, während es, wenn er ihren, im Übrigen ganz vertretbaren Plan billigte, so aussehen würde, als sei sie dort in Befolgung seines Rates. Sie würde sich dann von ihm dorthin geschickt und wohl untergebracht fühlen und für das Vergnügen, das er ihr bereitete, nämlich die Leute bei sich sehen zu können, die sie so oft zu sich eingeladen hatten, ihm sicherlich dankbar sein. Wenn er ihr also, anstatt dass sie zerfallen mit ihm und ohne ihn wiedergesehen zu haben, abreiste, das Geld schickte, sie zu dieser Reise ermunterte und sich bemühte, sie ihr möglichst angenehm zu gestalten, würde sie strahlend und dankbar zu ihm eilen. Er würde die Freude haben, sie zu sehen, die ihm jetzt schon eine ganze Woche versagt geblieben und durch nichts zu ersetzen war. Denn sobald Swansi sich wieder ohne Grauen vorzustellen vermochte, sobald er von Neuem das Lächeln der Güte auf ihrem Antlitz im Geiste vor sich sah und nicht durch Eifersucht der Wunsch, sie jedem anderen wegzunehmen, seiner Liebe beigemischt war, wurde diese Liebe vor allem wieder zu einem gewissen Vergnügen an den Aufregungen, die Odettes Person ihm schuf, an dem Reiz, der darin bestand, das Heben ihres Blicks, die Art ihres Lächelns und den Tonfall ihrer Stimme wie ein Schauspiel zu bewundern und wie ein Naturphänomen zu erforschen. Dies Vergnügen, das sich von allen anderen so sehr unterschied, hatte schließlich in ihm ein Bedürfnis nach ihr geschaffen, das sie allein durch ihre Gegenwart oder ihre Briefe befriedigen konnte. Ein Bedürfnis, das fast ebenso unpersönlich, ebenso künstlich, ebenso pervers war wie ein anderes, das für Swansi in diesem neuen Lebensabschnitt charakteristisch wurde, in dem auf die innere Dürre und Depression der letzten Jahre eine übermäßige geistige Gespanntheit gefolgt war, wobei er ebenso wenig wusste, welchem Umstand er diese unerwartete Bereicherung seines Lebens zu verdanken hatte, wie etwa eine Person von zarter Gesundheit, die von einem gewissen Zeitpunkt an zunimmt, kräftiger wird und eine Zeit lang völliger Genesung entgegenzugehen scheint. Ein Bedürfnis, das sich außerhalb der Welt der Dinge bewegte und entwickelte, nämlich das, Musik zu hören und Verständnis dafür zu bekommen. So fing er, jener merkwürdigen Alchemie seines Leidens gehorchend, durch die er Eifersucht aus Liebe hergestellt hatte, nun an, Zärtlichkeit und Mitleid für Odette zu produzieren. Sie war wieder die bezaubernde und gute Odette geworden. Er empfand Gewissensbisse, dass er so hart mit ihr umgegangen war. Er wünschte sich, dass sie zu ihm käme. Zuvor aber wollte er ihr eine Freude machen, um Dankbarkeit ihren Ausdruck bestimmen und ihr Lächeln formend zu sehen. Daher machte es sich denn auch Odette, da sie gewiß war, ihn nach ein paar Tagen so ergeben und zärtlich wie vorher und auf Versöhnung bedacht wiederzusehen, zur Gewohnheit, ohne alle Angst, ihm zu missfallen oder ihn zu kränken, wenn es ihr gerade so passte, ihm die Gunstbezeigungen vorzuenthalten, an denen ihm am meisten lag. Vielleicht wußte sie nicht, wie aufrichtig er ihr gegenüber im Augenblick des Bruches gewesen war, als er ihr gesagt hatte, dass er ihr kein Geld schicken und versuchen werde, ihr Schwierigkeiten zu machen. Vielleicht wußte sie ebenso wenig, wie sehr er es, wenn nicht ihr, so doch sich selbst gegenüber in anderen Fällen war, wo er im Interesse der Fortführung ihrer Beziehung Odette zeigen wollte, dass er wohl imstande, auf den Umgang mit ihr zu verzichten und ein Bruch doch immerhin möglich sei, und daraufhin beschloss, eine Zeit lang nicht zu ihr zu gehen. Manchmal war das gerade nach ein paar Tagen, wo sie ihm keinen neuen Verdruss bereitet hatte. Dann wußte er, dass er aus seinen nächsten Besuchen keine große Beglückung, sondern wahrscheinlich nur irgendwelchen Kummer ziehen würde, der seiner wiedererrungenen Ruhe vermutlich ein Ende bereitete, und schrieb ihr, er sei sehr beschäftigt und könne sie an keinem der Tage sehen, die er ihr vorgeschlagen habe. Nun aber kreuzte sich mit dem Seinen ein Brief von ihr, in dem sie ihn ausgerechnet bat, das Rendezvous zu verschieben. Er fragte sich, weshalb. Argwohn und Schmerz suchten ihn wieder heim. In dem neuen Zustand der Erregung vermochte er den, in dem vorausgehenden Zustand gefassten Entschluss, nicht einzuhalten. Er eilte zu ihr und verlangte, sie nun an sämtlichen folgenden Tagen zu sehen. Und sogar wenn sie nicht von sich aus schrieb, sondern ihm nur antwortete und seinem Ansinnen einer kurzen Trennung zustimmte, genügte das, damit er es nicht mehr aushalten konnte, ohne sie zu sehen. Denn entgegen der Voraussicht Zwanz hatte Odettes Zustimmung alles in ihm verändert. Wie alle Menschen, die eine Sache besitzen, hatte er, nur um festzustellen, was wäre, wenn er sie plötzlich nicht mehr besäße, versucht, sie aus seinem Geist zu eliminieren, alles andere jedoch zu belassen, wie es vorher war. Das Nichtvorhandensein einer Sache ist aber nicht nur das. Sie bedeutet nicht ein partielles Fehlen, sondern bringt auch alles andere zum Einstürzen. Es ist ein neuer Zustand, den man sich in dem vorhergehenden einfach nicht vorstellen kann. Ein andermal im Gegenteil, Odette stand kurz vor ihrer Abreise, beschloss er nach einem kleinen Streit, für den er selbst den Vorwand gesucht und gefunden hatte, ihr nicht zu schreiben und sie nicht wiederzusehen, bevor sie von ihrer Reise zurückgekehrt sein würde. Er gab also eine Trennung, deren Hauptteil, da der Reise gewidmet, ganz unvermeidlich war und die durch sein Vorgehen nur etwas eher ihren Anfang nahm, den Anschein eines großen Bruches, den sie vielleicht für endgültig halten würde und den er im Grunde wie eine Wohltat ersehnte. Schon sah er im Geiste Odette, wenn sie weder Besuche noch Briefe von ihm erhielte, unruhig und betrübt, und dies Bild, das seine Eifersucht beschwichtigte, machte es ihm leichter, sich an die Unmöglichkeit zu gewöhnen, sie einstweilen zu sehen. Freilich gab es Augenblicke, in welchen er ganz im Hintergrunde seines Bewusstseins, in denen sein Entschluss diese Vorstellung zu verbannen versuchte, da ja die lange Strecke der drei Wochen Abwesenheit dazwischen lag, mit Vergnügen daran dachte, dass er Odette bei ihrer Rückkehr wiedersehen werde, doch auch mit so wenig Ungeduld, dass er sich zu fragen begann, ob er nicht gern diese ihm so leicht fallende Enthaltung doppelt so lange ausgedehnt sehen würde. Sie dauerte jetzt noch nicht länger als drei Tage an, also sehr viel weniger Zeit, als er sonst oft verbracht hatte, ohne Odette zu sehen, nur hatte er es sich sonst nicht im Voraus vorgenommen. Und doch bewog ihn dann irgendeine kleine, unvorhergesehene Schwierigkeit oder ein leichtes physisches Unbehagen, den gegenwärtigen Moment als etwas Außergewöhnliches, außerhalb der Regel Liegendes zu betrachten, indem man aus Klugheitsgründen die Befriedigung durch ein Vergnügen akzeptieren und den Willensentschluss etwas lockern sollte, bis er wieder sinnvoll wäre, und seinen Vorsatz vorübergehend wieder aufzuheben, sich seinem Zwang zu entziehen. Oder es genügte auch schon weniger als das. Der Gedanke an eine vergessene Anfrage bei Odette, ob sie mit sich zum Beispiel über die Farbe einig geworden sei, die sie ihrem Wagen geben wolle, oder ob es sich bei einem Börsenpapier um gewöhnliche oder Vorzugsaktien handele, die sie zu kaufen wünsche. Es war ja recht und gut, ihr zu zeigen, dass er auch ohne sie auskommen konnte, aber wenn nachher die Farbe noch einmal geändert werden musste oder die Aktien keine Dividende gaben, wäre auch nichts gewonnen, um wie ein straff gespanntes Gummiband, das man loslässt, oder die Luft, die in eine geöffnete Luftpumpe einströmt, aus Fernen, in denen sie so lange geweilt hatte, die Idee eines Wiedersehens im Nu in dem Bereich des Gegenwärtigen und der unmittelbaren Möglichkeiten zurückschnellen zu lassen. Sie war wieder da, ohne noch irgendeinem Widerstand begegnet zu sein, und zwar mit so unaufhaltsamer Gewalt, dass es wann viel leichter gefallen war, die vierzehn Tage, während derer er von Odette getrennt sein würde, zu überstehen, als die zehn Minuten, die der Kutscher zum Anspannen brauchte, damit der Wagen ihn zu ihr führte und die er in leidenschaftlicher Ungeduld und Freude verbrachte, während er tausendmal sich zärtlich an jener Möglichkeit weidete, sie gleich wiederzusehen, die gerade in dem Augenblick, da sie denkbar fernzuliegen schien, durch eine plötzliche Wendung in seinem nächsten Bewusstseinsbereich unmittelbar vor ihm lag. Die Aussicht war ja jetzt in ihm nicht mehr durch den Wunsch behindert, ihr auf der Stelle zu widerstehen, denn dieser Wunsch bestand bei Swan nicht mehr, seitdem er sich selbst bewiesen hatte, wenigstens bildete er es sich ein, dass er leicht hinter zu ihm stande sei. Er hatte jetzt kein Bedenken mehr, einen Trennungsversuch aufzuschieben, dessen Ausführung ihm gesichert schien, sobald er es nur wolle. Dazu trat der Gedanke, sie wiederzusehen, jetzt auch noch mit Neuheit und Verführung geschmückt und mit einer Frische begabt vor ihn hin, die zuvor durch Gewohnheit abgestumpft, jetzt in der Entwöhnung von nicht drei, sondern von vierzehn Tagen, denn die Dauer eines Verzichts muss im Voraus nach dem angenommenen Schlusstermin berechnet werden, neu gefestigt aus dem, was bislang ein vorauszusehendes Vergnügen war, das man leicht einmal aufgibt, ein unverhofftes Glück zu machen wussten, dem man nicht widerstehen kann. Endlich kehrte dieser Gedanke verschönt auch noch dadurch zurück, dass Wann keine Ahnung hatte, was Odette inzwischen angesichts der Tatsache, dass er kein Lebenszeichen gab, gedacht und getan haben mochte, sodass das, was er jetzt antreffen würde, nichts Geringeres war als die passionierende Offenbarung einer fast unbekannten Odette. Sie aber sah, ebenso wie sie seine Weigerung, ihr Geld zu geben, für eine Finte erachtet hatte, nur einen Vorwand in dem angeblichen Interesse an der Wagenlackierung oder dem Papier, das sie kaufen wollte. Denn sie lebte in Gedanken nicht die verschiedenen Phasen der Krisen nach, die er durchlief, begriff auch bei der Vorstellung, die sie sich davon machte, ihren eigentlichen Mechanismus nicht, sondern glaubte nur an das, was sie im Voraus kannte, das notwendige, unausbleibliche und stets gleiche Ende. Daraus ergab sich ein unvollständiges Bild, das aber vielleicht gerade dadurch umso schärfer war, wenn man es von Svan's Stammpunkt aus betrachtete, der sich von Odette ebenso unverstanden gefühlt hätte wie ein Morphinist oder Lungenkranker, die beide in der Überzeugung, dass sie nur, der eine durch ein äußeres Ereignis in dem Augenblick, da er sich von einer eingewurzelten Gewohnheit befreien wollte, der andere durch eine zufällige Indisposition gerade zu dem Zeitpunkt, wo er endlich genesen wäre, einen Rückfall erlitten haben, sich von ihrem Arzt verkannt glauben. Denn dieser legt nicht das gleiche Gewicht auf solche angeblichen Zufälligkeiten, die seiner Meinung nach nur Verkleidungen sind, unter denen der verderbliche Hang und der Krankheitszustand dem Patienten von Neuem bewusst werden. In Wirklichkeit haben sie niemals aufgehört, unheilbar drohend über denen zu schweben, die sich in Träumen von Befreiung durch Einsicht oder von Heilung wiegten. Tatsächlich aber war Svans Liebe bei jenem Stadium angelangt, wo der Arzt oder bei bestimmten Leiden selbst der kühnste Chirurg sich fragt, ob es noch vernünftig oder möglich sei, den Kranken von seiner Sucht oder seinem Leiden ernstlich befreien zu wollen. Bestimmt hatte Svan kein unmittelbares Bewusstsein von den Ausmaßen dieser Liebe. So oft er sie zu sondieren versuchte, kam es ihm vor, als nehme sie dabei ab, als werde sie zu einem Nichts. Zeitweilig zum Beispiel verspürte er wieder das nur mäßige Wohlgefallen oder besser Missfallen wie in der Zeit vor seiner Liebe zu Odette angesichts ihrer zu scharfen Züge und ihrer unfrischen Haut. Wirklich ein spürbarer Fortschritt, sagte er sich am folgenden Tag. Wenn ich es recht betrachte, hat es mir gestern überhaupt kein Vergnügen gemacht, bei ihr im Bett zu sein. Es ist sonderbar. Ich habe sie geradezu hässlich gefunden. Sicher war er aufrichtig, aber seine Liebe reichte weit über die Region des physischen Verlangens hinaus. Odettes Person nahm eigentlich keinen großen Raum mehr darin ein. Wenn sein Blick auf ihre Fotografie auf seinem Schreibtisch fiel oder sie ihn besuchen kam, wurde es ihm schwer, ihre Gestalt in Fleisch und Blut oder auf Glanzpapier mit der ständigen schmerzlichen Unruhe seines Innern in Zusammenhang zu bringen. Er sagte sich dann fast staunend, das ist sie, als wenn man uns plötzlich aus uns heraus transponiert, eine unserer Krankheiten zeigte und wir sie gar nicht dem ähnlich fänden, was wir in uns verspüren. Sie, er versuchte sich manchmal zu fragen, was das eigentlich sei, denn darin zeigen Liebe und Tod viel eher als in den etwas unbestimmten Zügen, die man gemeinhin dafür anführt, eine Ähnlichkeit, dass wir in der Furcht ihre Wirklichkeit könne uns entschwinden, dem Geheimnis der Persönlichkeit immer tiefer nachgehen. Diese Krankheitswanz aber, seine Liebe, hatte sich so sehr vervielfältigt, war so eng mit allen seinen Gewohnheiten, seinem Handeln und Denken, seiner Gesundheit, seinem Schlaf, seinem Leben, ja selbst mit dem, was er nach seinem Tode ersehnte, verknüpft. Sie war so sehr nur noch eins mit ihm, dass man sie nicht aus ihm hätte herausreißen können, ohne ihn selbst fast vollkommen dem Untergang zu weihen. Seine Liebe war, wie die Chirurgie es nennt, inoperabel geworden. Durch diese Liebe war Swann so sehr allen anderen Interessen entfremdet, dass er, wenn er zufällig einmal in die Gesellschaft zurückkehrte, in der Vorstellung, seine Beziehungen würden etwa wie ein elegantes Gespann, das sie übrigens nicht sehr sachgemäß einzuschätzen gewusst hätte, seiner Person in den Augen Odettes einen gewissen Wert verleihen, was auch gestimmt hätte, wären sie nicht tatsächlich gerade durch seine Liebe im Wert gemindert worden, da diese für Odette alles, was sie berührte, billiger werden ließ, allein durch die Tatsache, dass sie selbst ihr alles als weniger kostbar hinstellte, dass er dort neben dem großen Unbehagen an einem Orte und in einem Milieu zu sein, die Odette nicht kannte, das selbstlose Interesse verspürte, dass er an einem Roman oder einem Bild genommen hätte, auf dem die Zerstreuungen der Welt der Müßiggänger dargestellt sind. Wie er bei sich selbst zu Hause gern das reibungslose Funktionieren des Haushalts, die Eleganz seiner Garderobe und seiner Dienerschaft, die gute Anlage seiner Werte in der gleichen Weise betrachtete, wie er bei Saint-Simon, einem seiner Lieblingsschriftsteller, von dem Mechanismus der Tage in Versailles, dem Menü der Mahlzeiten bei Madame de Maintenon oder dem schlauen Geiz und großen Lebenszuschnitt Lulis las. Wenn man von den geringfügigen Sphären absah, in denen diese Desinteressiertheit nicht vollkommen war, bestand der Grund für das neue Vergnügen, das Svan in diesen Kreisen fand, darin, dass er für einen Augenblick in die spärlichen Bezirke seines Wesens ausweichen konnte, die seiner Liebe, seinem Kummer fremd geblieben waren. In dieser Hinsicht war der Personencharakter, den ihm meine Großtante mit der von seiner individuelleren Persönlichkeit als Charles Svan sehr wohl zu unterscheidenden Bezeichnung der junge Svan zulegte derjenige, in dem er sich zur Zeit am allermeisten behagte. Eines Tages, als er zum Geburtstag der Prinzessin von Parma, besonders weil sie indirekt Odette gefällig sein konnte, indem sie ihm Plätze für Galavorstellungen und Jubiläumsveranstaltungen verschaffte, als Geschenk Früchte schicken wollte und nicht recht wusste, wie man sie bestellt, hatte er eine Cousine seiner Mutter damit beauftragt, die entzückt darüber, dass sie eine Besorgung für ihn erledigen durfte. Ihm antwortete, sie habe nicht alle Früchte an der gleichen Stelle gekauft, sondern die Trauben bei Krapot, dessen Spezialität sie seien, die Erdbeeren bei Jauré, die Birnen bei Chevet, wo sie am schönsten ausfielen und so fort. Jede Frucht habe ich einzeln besichtigt und geprüft, setzte sie hinzu. Tatsächlich hatte er nach den Dankesbezeigungen der Prinzessin sich den Duft der Erdbeeren und den Wohlgeschmack der Birnen vorstellen können. Besonders aber waren die Worte, jede Frucht habe ich einzeln besichtigt und geprüft, balsam für seine Leiden gewesen, da sie sein Bewusstsein in einem Bereich entrückten, in den er sich nur selten begab, obwohl er besonders angemessen war für ihn als den Erben eines reichen, guten Bürgerhauses, in dem sich traditionell stets bei der Hand, um ihm zu diensten zu sein, wenn es ihm gefiele, die Kenntnis der guten Adressen und die Kunst erhielt, eine Bestellung richtig auszuführen. Gewiss hatte er zu lange vergessen, dass er der Junges Wann war, um nicht, wenn er es für einen Augenblick wieder wurde, ein lebhafteres Vergnügen zu empfinden als über alles, was er in der übrigen Zeit erfahren hatte und schon sattsam gewohnt war. Und wenn die Liebenswürdigkeit der bürgerlichen Kreise, für die er es immer geblieben war, weniger in die Augen fiel, als die der Aristokratie, jedoch schmeichelhafter war, da sie hier nie von wirklicher Achtung getrennt auftritt, so konnte doch ein Brief von einer Hoheit, welche fürstlichen Vergnügungen er ihm auch in Aussicht stellen mochte, ihm nicht angenehmer sein als der, indem man ihn als Trauzeugen oder auch nur Teilnehmer zu einer Hochzeit in der Familie alter Freunde seiner Eltern bat, von denen die einen ihn auch weiterhin öfter sahen, wie zum Beispiel mein Großvater, der ihn ein Jahr vorher zur Hochzeit meiner Mutter eingeladen hatte, die anderen ihn aber persönlich kaum kannten, jedoch glaubten eine Pflicht der Höflichkeit gegen den Sohn und würdigen Nachfolger des verstorbenen Herrn Zwan erfüllen zu müssen. Durch die alten, intimen Beziehungen aber, die er zu ihren Kreisen besaß, gehörten auch die Leute der großen Welt in gewisser Weise zu seinem Haus, seinem Lebenszuschnitt und zu seiner Familie. Er wusste, dass er an seinen glänzenden freundschaftlichen Verbindungen die gleiche Stütze außerhalb von seiner eigenen Person besaß, wie an seinem schönen Landbesitz, dem schönen Silber, den schönen Tafeltüchern, die ihm von den Seinen her überkommen waren. Und der Gedanke, dass, wenn ein Schlag ihn träfe, der Herzog von Chartres, Prinz Reus, der Herzog von Luxemburg und Baron Charlus die Personen wären, die sein Kammerdiener schnellstens herbeiholen würde, spendete ihm ebenso viel Trost wie unserer alten Françoise das Bewusstsein, dass sie in einem der ihr gehörigen feinen Leintücher beerdigt werden würde, die mit ihrem Namen gezeichnet und noch nicht oder aber so unsichtbar, dass man dadurch nur eine umso höhere Meinung von der Sorgfalt der Handarbeit bekommen würde, ausgebessert waren. Eine Vorstellung, aus der sie, so oft sie sie sich vor Augen führte, eine gewisse Befriedigung ihrer Eigenliebe, ja sogar eine Art von Behagen zog. Dann und zwar bei allen Gedanken und Handlungen, die sich auf Odette bezogen, unaufhörlich von dem uneingestandenen Gefühl beherrscht und geleitet wurde, dass er ihr vielleicht nicht weniger lieb, aber doch weniger angenehm zu sehen sei als jeder beliebige andere, als der langweiligste Getreue der Verdurins, begann er, wenn er sich jetzt wieder auf eine Gesellschaft stützte, in der er als der erlesenste Gast betrachtet wurde, in der man alles tat, um ihn ins Haus zu locken, wo man unglücklich war, wenn man ihn nicht zu sehen bekam, wieder an das Vorhandensein eines glücklicheren Lebens zu glauben, fast Lust darauf zu bekommen, wie ein Kranker, der seit Monaten bei strikter Diät fest zu Bett liegen muss, wenn er in der Zeitung auf die Speisenfolge eines offiziellen Dineers oder die Ankündigung einer Vergnügungsfahrt nach Sizilien stößt. Während er genötigt war, sich bei den Angehörigen der ersten Gesellschaftskreise zu entschuldigen, wenn er ihnen keine Besuche machte, musste er Odette im Gegenteil um Verzeihung bitten, wenn er es tat. Dabei bezahlte er sie noch dazu, denn am Ende des Monats fragte er sich, wenn er auch nur einigermaßen häufig bei ihr gewesen war, ob es genug sein würde, wenn er ihr 4000 Frans schickte und hatte für jeden einen Vorwand, ein Geschenk, das er ihr überbringen wollte, eine Auskunft, die sie brauchte, oder die Behauptung, Monsieur de Charlus, den er gerade auf dem Wege zu ihr getroffen hatte, hätte ihn um seine Begleitung gebeten. Wenn er absolut keinen fand, so bat er Charlus zu ihr hinzugehen und wie ganz von sich aus im Laufe des Gesprächs darauf zu kommen, er müsse Svan dringend sprechen und zu fragen, ob sie ihn nicht auffordern könne, gleich zu ihr zu kommen. Meist aber wartet es waren umsonst und Monsieur de Charlus teilte ihm am Abend mit, das Mittel habe diesmal versagt. So kam es, dass sie, ganz abgesehen von ihren jetzt so häufigen Abwesenheiten von Paris, auch wenn sie dort war und blieb, ihn nur wenig sah. Sie, die, als sie ihn liebte, zu ihm gesagt hatte, ich bin immer frei und was mache ich mir schon aus der Meinung der anderen, führte jetzt unaufhörlich, wenn er sie sehen wollte, konventionelle Bedenken oder andere Verpflichtungen an. Wenn er davon sprach, zu einem Wohltätigkeitsfest, einer Ausstellungseröffnung, einer Premiere gehen zu wollen, bei der auch sie anwesend war, sagte sie ihm, er wolle sich überall mit ihr zeigen, er behandle sie wie eine Prostituierte. Das ging schließlich so weit, dass Svan, um nicht überhaupt darauf verzichten zu müssen, irgendwo mit ihr zusammenzutreffen, eines Tages in seinem kleinen Appartement in der Rue Belle Chasse meinen Onkel Adolphe aufsuchte, von dem er wusste, dass sie ihn kannte und schätzte und dessen Freund er auch selbst gewesen war, um ihn zu bitten, er möge doch seinen Einfluss auf Odette geltend machen. Da sie immer, wenn sie zu Svan von meinem Onkel sprach, einen schwärmerischen Ton anschlug und Dinge sagte wie »Ach, er! Er ist nicht wie du, seine Freundschaft für mich ist etwas so Schönes, so Großes, so Besonderes. Er würde niemals so wenig zart fühlend sein, dass er sich mit mir bei öffentlichen Veranstaltungen zeigen wollte, dass Svan ganz in Verlegenheit war, zu welchem gewählten Ton er sich aufschwingen müsse, um von ihr zu meinem Onkel zu reden.« Er stellte zunächst Odettes Vortrefflichkeit als eine Tatsache a priori, ihre seraphische Engelhaftigkeit als ein Axiom, ihre Tugenden, die unbeweisbar und aus der Erfahrung nicht abzuleiten waren, als eine Offenbarungswahrheit hin. Ich möchte mit Ihnen reden. Sie sind ja doch jemand, der weiß, wie turmhoch Odette über alle anderen Frauen erhaben, was für ein anbetungswürdiges Wesen, welch ein Engel sie ist. Aber Sie kennen auch das Pariser Leben. Nicht jeder sieht Odette in dem gleichen Licht wie Sie und ich. Da gibt es denn Leute, die finden, dass ich eigentlich eine etwas komische Rolle spiele. Sie will mir nicht einmal gestatten, dass ich Sie außerhalb im Theater treffe. Sie könnten doch, wo sie zu Ihnen so viel Vertrauen hat, ihr ein Wort zu meinen Gunsten sagen und ihr die Gewissheit geben, dass sie sich eine übertriebene Vorstellung davon macht, wie sehr bereits ein Gruß von mir ihr bei anderen schaden könnte. Mein Onkel gab Svan den Rat, sie eine kurze Weile nicht zu sehen und meinte, er werde ihr daraufhin nur umso lieber sein. Odette aber redete er zu, sie solle ruhig Svan erlauben, dass er sie überall träfe, wo es ihm gefiele. Ein paar Tage später beklagte sich Odette bei Svan, sie habe eine Enttäuschung erlebt. Denn mein Onkel sei doch wie alle übrigen Männer. Er habe sie mit Gewalt mitzunehmen versucht. Sie beruhigte zwar Svan so weit, der im ersten Augenblick meinen Onkel fordern wollte, doch lehnte er künftig ab, ihm die Hand zu geben, wenn er ihn irgendwo traf. Er bedauerte diesen Bruch umso mehr, als er gehofft hatte, durch meinen Onkel Adolf, wenn er ihn wieder öfter gesehen hätte, gewissen Gerüchten, die über Odettes früheres Leben in Nizza umliefen, auf den Grund zu kommen. Mein Onkel Adolf nämlich brachte immer den ganzen Winter dort zu. Svan meinte sogar, er habe vielleicht da unten Odettes Bekanntschaft gemacht. Eine belanglose Äußerung, die in seiner Gegenwart über einen Mann gefallen war, der dort Odettes Liebhaber gewesen sei, hatte ihn tief getroffen. Doch Dinge, die er, bevor er sie kannte, furchtbar zu erfahren und unmöglich zu glauben gefunden hätte, waren, sobald er sie einmal wusste, für alle Zeiten in seine Trauer mit einbezogen. Er setzte sie voraus und hätte nicht mehr begreifen können, dass sie nicht existierten. Nur brachte jede dieser Einzelheiten an dem Bild, dass er sich von seiner Geliebten machte, eine Retusche an. Er glaubte einmal sogar verstehen zu müssen, dass die leichten Sitten Odettes, auf deren Entdeckung er selbst nicht verfallen wäre, ziemlich notorisch seien. Und dass sie in Baden-Baden und Nizza, wenn sie früher dort ein paar Monate zugebracht hatte, sogar eine gewisse Berühmtheit in den Sphären des galanten Lebens erlangt habe. Um etwas darüber zu erfahren, versuchte er mit mehreren Angehörigen der Lebewelt in Kontakt zu kommen. Diese aber wussten, dass er Odette gut kannte. Außerdem befürchtete er, sie von Neuem auf den Gedanken an sie zu bringen und damit gleichsam auf ihre Fährte zu setzen. Aber er, dem zuvor nicht so öde vorgekommen war, wie alles, was mit dem kosmopolitischen Leben von Baden-Baden oder Nizza zusammenhing, beugte sich jetzt, seitdem er wusste, dass Odette vielleicht früher an diesen Vergnügungsplätzen ein bewegtes Leben geführt hatte, ohne dass er jemals genau erfahren würde, ob sie es nur getan habe, um ihren Bedarf an Geld zu decken, was sie dank seiner Hilfe nicht mehr nötig hatte, oder aufgrund von Liebhabereien, die wieder aufleben konnten, in ohnmächtiger Furcht, blind und von Schwindel gepackt, über den bodenlosen Abgrund, in den jene Jahre aus der ersten Zeit der Dritten Republik versunken waren, in denen man den Winter auf der Promenade des Anglais und den Sommer unter den Linden von Baden-Baden verlebte, und fand in ihnen jenen schmerzlichen und grandiosen Reiz, den vielleicht ein Dichter ihnen beigelegt haben würde. Er hätte die Mühe nicht gescheut, die kleinen Ereignisse aus der Chronik der Côte d'Azur von damals zu rekonstruieren, wenn sie ihm dazu verholfen hätten, etwas Bestimmtes am Lächeln oder den Blicken, die dabei so ehrlich waren und so schlicht, von Odette zu verstehen, sondern sich mit größerer Leidenschaft daran begeben, als ein Kunsthistoriker, der Quellendokumente über das Florenz des Quattrocentos studiert, um tiefer in das Seelenleben der Primavera, der Bella Simonetta oder der Venus von Botticelli einzudringen. Oft schaute er sie schweigend und nachdenklich an. Dann sagte sie zu ihm, »Wie traurig du aussiehst!« Es war noch nicht sehr lange her, dass er von der Vorstellung, sie sei ein gutes Geschöpf, so vortrefflich wie die besten, die er je gekannt, zu jener anderen übergegangen war, sie sei eine ausgehaltene Person. Umgekehrt war es danach schon vorgekommen, dass er von jener Odette de Cressy, die in der Lebewelt bei Männern und bei Frauen vielleicht nur allzu bekannt war, wieder zu dem Antlitz, mit der oft so überaus sanften Miene der menschlich warme Natur zurückgekehrt war. »Was besagt es schon?« pflegte er sich zu sagen, »dass Inizza jeder weiß, wer Odette de Cressy ist. Renommees dieser Art werden, selbst wenn sie Stimmen in den Köpfen der anderen hergestellt.« Er dachte, dass ein solch begleitender Text, selbst wenn er authentisch wäre, ja dem Bilde Odettes nur von außen hinzugefügt, nicht wie eine Persönlichkeit unverrückbar und immer weiter übleswirkend sei. Dass das Geschöpf, das vielleicht dazu verleitet worden war, etwas Unrechtes zu tun, eine Frau mit gütigen Augen, einem Herzen voll Mitleid für menschliches Leiden, einem anschmiegenden Körper sei, den er selbst in Armen gehalten und mit Händen berührt hatte, eine Frau, die er eines Tages vielleicht völlig für sich haben würde, wenn es ihm nur gelänge, ihr unentbehrlich zu werden. Da saß sie, oft müde, mit einem Gesicht, aus dem einen Augenblick lang das fieberhaft muntere Beschäftigtsein mit den unbekannten Dingen gewichen war, unter denen Svan so oft litt. Sie schob ihr Haar mit den Händen zurück. Ihre Stirn, ihr Gesicht trat umso breiter hervor. Dann brach plötzlich irgendein schlicht menschlicher Gedanke, ein gutes Gefühl, wie jede Kreatur es hat, wenn sie in einem Augenblick der Ruhe und der Sammlung sich selbst überlassen ist, aus ihren Augen wie ein goldgelber Strahl hervor. Ihr ganzes Antlitz hältte sich auf wie eine graue Landschaft, über der die Wolken, von denen sie überlagert ist, im Augenblick des Sonnenuntergangs sich teilen, um das verklärende Licht über sie fluten zu lassen. Das Leben, das in solchen Augenblicken in Odette war, selbst die Zukunft, die sie träumend im Auge zu haben schien, hätte Svan mit ihr teilen können. Keine schlechte Regung mehr schien darin als Rückstand geblieben zu sein. So vereinzelt diese Momente waren, gingen sie doch nicht nutzlos vorbei. In der Erinnerung fügte Svan diese kleinen Bruchstücke zusammen. Er ließ die Zwischenräume fort und formte sich dann daraus wie aus reinem Gold eine Odette, die ganz Güte und Gelöstheit war, und der er später, wie man im zweiten Teil dieses Werkes sehen wird, Opfer brachte, welche die andere niemals von ihm erlangt haben würde. Doch wie selten waren diese Augenblicke und wie wenig sah er sie jetzt. Selbst für ihre abendlichen Zusammenkünfte galt, dass sie ihm erst in letzter Minute sagte, ob sie sie ihm gewähren könne oder nicht, denn da sie damit rechnete, dass er immer frei sei, wollte sie erst ganz sicher gehen, dass niemand sonst sie zum Kommen aufforderte. Sie gab dann vor, sie müsse auf eine Antwort von höchster Wichtigkeit für sie warten, und selbst wenn, nachdem Svan schon gekommen war, irgendwelche Freunde im Verlaufe eines bereits angebrochenen Abends sie noch aufforderten, sie im Theater oder hinterher zum Nachtessen zu treffen, machte sie einen Luftsprung vor Freuden und kleidete sich in Eile um. Je weiter ihre Toilette fortschritt, mit jeder Bewegung, die sie vollzog, rückte für Svan der Augenblick näher, da er sie verlassen musste, da sie in einem unwiderstehlichen Schwung von ihm fortschnellen würde. Und wenn sie dann fertig war und ein letztes Mal ihre von Aufmerksamkeit gespannten und erhellten Blicke in den Spiegel versenkte, etwas Rouge auf die Lippen tat, eine Locke auf der Stirn ordnete und ihren himmelblauen Abendmantel mit den goldenen Quasten verlangte, sah Svan so traurig aus, dass sie eine Bewegung der Ungeduld nicht unterdrücken konnte und zu ihm sagte, »So also dankst du mir, dass ich dich bis zur letzten Minute dabehalten habe, und ich meinte es besonders nett. Es ist gut, dass ich das weiß. Ich merke es mir für das nächste Mal.« Zuweilen nahm er sich auf die Gefahr, sie zu verstimmen vor, ganz genau festzustellen, wohin sie gegangen war. Er träumte von einem Abkommen mit Forschwill, der ihm vielleicht Auskunft geben könnte. Wenn er im Übrigen wusste, mit wem sie den Abend verbrachte, kam es nur sehr selten vor, dass er nicht bei seinen vielen Beziehungen jemanden fand, der, wenn auch nur indirekt, den Mann kannte, mit dem sie ausgegangen war und ihm diese oder jene Einzelheit schildern konnte. Während er dann an den einen oder anderen seiner Freunde um Aufklärung eines Punktes schrieb, erholte er sich bei dem Gedanken, dass er selbst sich nun keine Fragen mehr zu stellen brauchte, die keine Antwort fanden, dass er die Mühe der Erkundung an einen anderen abgegeben habe. Allerdings war's wann kaum besser daran, wenn er gewisse Auskünfte erhielt. Wissen ist nicht immer gleichbedeutend mit verhindern können, aber immerhin haben wir die Dinge, die wir wissen, wenn auch nicht in der Hand, so doch im Kopf, wo wir sie nach Belieben einordnen können, und das gibt uns dann die Illusion einer gewissen Macht über sie. Er war jedes Mal glücklich, wenn Monsieur de Charluz bei Odette war. Swan wusste, dass zwischen Charluz und ihr nichts vorkommen konnte, dass, wenn Monsieur de Charluz mit ihr ausging, es aus Freundschaft für ihn geschah, und dass er nicht anstehen würde, ihm alles zu erzählen, was sie unternehme. Manchmal hatte sie Swan so kategorisch erklärt, es sei ihr ganz unmöglich, ihn an einem bestimmten Abend noch zu sehen, sie schien so großen Wert auf einen Ausgang zu legen, dass es für Swan eminent wichtig wurde, wenn Charluz sie zu begleiten in der Lage war. Am nächsten Tag zwang er ihn dann, da er ihm nicht viele Fragen zu stellen wagte, dadurch, dass er so tat, als habe er seine erste Antwort nicht verstanden, ihm weitere zu erteilen. Nach jeder fühlte er sich leichter, denn er bekam sehr bald heraus, dass Odette den Abend mit den harmlosesten Dingen zugebracht habe. Aber wie denn, mein lieber Meme, ich verstehe nicht recht, ihr seid doch nicht direkt von ihrem Haus aus ins Musée Grévin gegangen, ihr wart doch bestimmt erst noch anderswo. Nein? Ach, das ist aber komisch. Du ahnst nicht, Meme, wie mich das alles amüsiert. Das ist aber eine lustige Idee gewesen, hinterher noch ins Chanoir zu gehen. Das sieht ihr ähnlich. Nein? Der Gedanke stammte von dir? Ach, das wundert mich. Wirklich gar keine schlechte Idee. Sie hat da sicher auch viele Bekannte getroffen. Nein? Sie hat mit niemand gesprochen? Das ist aber sonderbar. Da seid ihr also beide ganz allein geblieben? Ich sehe die Szene vor mir. Du bist wirklich sehr lieb, mein guter Meme. Ich habe dich furchtbar gern. Sven fühlte sich erleichtert. Für ihn, dem es schon mehrmals passiert war, dass er, wenn er mit gleichgültigen Leuten sprach, denen er kaum zuhörte, plötzlich gewisse Sätze vernahm, zum Beispiel, gestern habe ich Madame de Cressy gesehen, sie war mit einem Herrn, den ich nicht kenne, die in seinem Innern sofort feste Gestalt annahmen, sich in ihm einkapselten, ihn quälten und nicht von der Stelle wichen, waren die Worte »Sie kannte niemand, sie hat mit niemand gesprochen«, unbeschreiblich süß. Sie gingen ihm glatt ein, sie waren so flüssig und flüchtig wie leichte Luft, in der man atmen kann. Doch gleich darauf musste er sich eingestehen, dass Odette ihn schon recht langweilig finden musste, um seiner Gesellschaft solche Vergnügungen vorzuziehen, deren Belanglosigkeit ihn zwar einerseits beruhigte, andererseits aber auch schmerzte wie ein Verrat. Selbst wenn er nicht wissen durfte, wohin sie gegangen war, hätte es ihm zur Überwindung seiner Angst, für die Odettes Gegenwart, das beglückte Gefühl, bei ihr zu sein, das einzige Spezifikum war, ein Spezifikum, das wie viele Mittel das Übel auf die Dauer zwar schlimmer machte, aber doch für den Augenblick anesthesierend wirkte, schon genügt, wofern nur Odette es erlaubte, solange sie fort war, auf ihre Rückkehr in ihrer Wohnung zu warten. In deren tiefen Frieden würden sich dann die Stunden verlieren, die ihm durch bösen Zauber anders erschienen als die übrigen. Aber sie wollte es nicht. Er fuhr nach Hause zurück und zwang sich unterwegs, verschiedene Pläne zu machen. Er dachte nicht mehr an Odette. Es gelang ihm sogar, während er sich auskleidete, sich nahezu heiteren Vorstellungen zu überlassen. In der Hoffnung, am folgenden Tage irgendein Meisterwerk der Kunst zu betrachten, legte er sich zu Bett und löschte das Licht. Aber sobald er bei der Vorbereitung auf den Schlaf aufhörte, einen Zwang auf sich selbst auszuüben, dessen er sich schon nicht mehr bewusst war, so sehr war er daran gewöhnt, strömte ein eisiger Schauer in sein Herz und löste ein Schluchzen in seiner Kehle aus. Er wollte nicht einmal wissen, weshalb. Er trocknete sich die Augen und sagte sich lachend dabei, »So ist es recht. Jetzt werde ich vollends neurotisch.« Aber er konnte dann nicht mehr ohne ein Gefühl großer Müdigkeit daran denken, dass er am nächsten Tage wiederum anfangen müsse, zu ermitteln, was Odette getan hatte und all seinen Einfluss aufzubieten, um sie vielleicht zu sehen. Diese Notwendigkeit unablässigen Handelns, bei dem kein Wechsel und eigentlich kein Erfolg zu erwarten war, wurde so grausam für ihn, dass er, als er eines Tages bei sich eine Schwellung am Leib bemerkte, fast freudig mit dem Gedanken spielte, es könne ein bösartiger Tumor sein. Er habe vielleicht gar nicht nötig, sich noch um irgendetwas zu bekümmern. Die Krankheit werde ihn ganz beherrschen. Er werde bis zum nahen Ende nur noch ihr Spielball sein. Wenn er in jener Zeit häufig, ohne es sich einzugestehen, den Tod herbei wünschte, so tatsächlich weniger um der Heftigkeit seiner Leiden als vielmehr der Einförmigkeit seiner Bemühungen zu entrinnen. Und doch hätte er gern noch die Zeit erlebt, wo er sie nicht mehr lieben, wo sie keinen Grund mehr haben würde, ihm Lügen aufzutischen und wo er endlich einmal würde erfahren können, ob sie an dem Tage, als er sie am Nachmittag besuchen wollte, gerade mit Forchville etwas gehabt hätte oder nicht. Tagelang lenkte ihn der Verdacht, sie könne einen anderen Lieben davon ab, sich diese Frage speziell mit Bezug auf Forchville zu stellen. Ja, er machte ihn sogar beinahe gleichgültig dagegen, so wie die neuen Formen, in denen ein immer gleicher, krankhafter Zustand auftritt, uns einen Augenblick lang von den früheren befreit zu haben scheinen. Es gab sogar Tage, an denen er von keinem Argwohn heimgesucht war. Er glaubte sich geheilt. Aber am folgenden Morgen beim Erwachen fühlte er an der gleichen Stelle ganz den gleichen Schmerz, der für ihn den ganzen Vortag über vom Strom der verschiedenen Eindrücke weggeschwemmt worden war. In Wirklichkeit hatte er sich nicht von der Stelle gerührt. Vielmehr hatte er ein akuter Anfall dieses Schmerzes ihn aufgeweckt. Da Odette ihm keine Auskunft über die so wichtigen Dinge gab, von denen sie den ganzen Tag in Anspruch genommen war, seiner Erfahrung nach konnte es sich dabei freilich nur um Vergnügungen handeln, gelang es ihm nicht lange, sich davon eine Vorstellung zu machen. Sein Hirn funktionierte eine Weile noch im Leerlauf, dann strich er sich mit den Fingern über die müden Augen, als wolle er das Glas seines Monockels abwischen. Er dachte überhaupt nicht mehr. Freilich schwebten über diesem Unbekannten gewisse Beschäftigungen umher, die von Zeit zu Zeit wiederkehrten und auf unbestimmte Art mit entfernten Verwandten oder Freunden von früher in Beziehung standen. Da sie die einzigen waren, die Odette oft als Grund dafür anführte, dass er sie nicht sehen könne, schienen sie Svan eine Art von festem, unverrückbarem Rahmen für Odettes Dasein abzugeben. Wenn er sich des Tones erinnerte, indem sie von Zeit zu Zeit sagte, es sei der Tag, an dem sie mit ihrer Freundin ins Hippodrom gehe und sich klarmachte, sobald er sich einmal gerade elend fühlte und gedacht hatte, vielleicht würde Odette ein Weilchen zu mir kommen, dass es ja gerade dieser Tag sei, sagte er sich, ach nein, da hat es keinen Zweck, sie zu mir zu bitten. Ich hätte eher daran denken sollen. Es ist ja der Tag, an dem sie mit ihrer Freundin ins Hippodrom geht. Ich spare es mir besser für ein andermal auf, wo es möglich ist. Es ist sinnlos, etwas vorzuschlagen, was sich doch nicht einrichten lässt und wovon man von vornherein weiß, dass sie es nicht tut. Diese Verpflichtung, ins Hippodrom zu gehen, die Odette auferlegt war und vor der Svan sich beugte, war nicht nur in sich selbst sakrosankt, sondern ihr Unausweichlichkeitscharakter schien auch alles plausibel und legitim zu machen, was in irgendeinem engen oder losen Zusammenhang damit stand. Wenn Odette auf der Straße von einem Vorübergehenden gegrüßt und Svan's Eifersucht dadurch geweckt worden war, so antwortete sie auf seine Fragen in der Weise, dass sie die Existenz dieses Unbekannten mit den zwei oder drei festen Verpflichtungen, die sie zu erwähnen pflegte, in Verbindung brachte und sagte etwa, das ist ein Herr, der in der Loge meiner Freundin war, mit der ich ins Hippodrom gehe. Diese Erklärung brachte sofort Svan's Argwohn zur Ruhe, denn er fand es in der Tat unvermeidbar, dass die Freundin auch andere als Odette in ihre Loge im Hippodrom einlud, hatte aber nie versucht oder erreicht, sich diese anderen vorzustellen. Wie gern hätte er die Bekanntschaft dieser Freundin gemacht, die ins Hippodrom ging und Odette mitnahm. Wie gern hätte er alle seine Beziehungen hergegeben, für die zu irgendeiner der Personen, welche Odette gewohnheitsmäßig sah, ob es sich nun um eine Maniküre handelte oder um eine Verkäuferin. Er hätte sich mehr um sie bemüht, als um eine Königin, hätten sie ihm doch mit dem Teil vom Leben Odettes, der sich in ihnen verkörperte, das einzig wirksame Beruhigungsmittel für seine Nerven geboten. Mit wie viel Freuden hätte er seine Tage bei den kleinen Leuten zugebracht, mit denen Odette, sei es aus Eigennutz, sei es ganz ohne Hintergedanken, eine Beziehung unterhielt. Wie gern wäre er in den fünften Stock jenes verkommenen und doch mit Neid betrachteten Mietshauses gezogen, in das sich Odette von ihm nicht begleiten ließ. Wenn er dort scheinbar als Liebhaber der nicht mehr arbeitenden kleinen Schneiderin lebte, könnte er fast jeden Tag Odettes Besuch erwarten. Er wäre ganz bereit gewesen, eine bescheidene, ja verachtete und doch beglückende, von Ruhe und Freude erfüllte Existenz in diesen fast proletarischen Regionen von Paris zu führen. Manchmal kam es noch vor, dass Wann auf Odettes Gesicht, wenn sie in seiner Begleitung jemand auf sich zukommen sah, den er nicht kannte, die gleiche Traurigkeit bemerkte wie damals, als er zu ihr gekommen war und sie gerade vor Schwill bei sich hatte. Allerdings war das selten. Denn im Allgemeinen herrschte an den Tagen, wo sie trotz aller Abhaltungen und aller ihrer Befürchtungen, was die Leute meinen könnten, Svan dennoch einmal sah, in ihrer Haltung jetzt eine Art Sicherheit vor, die ganz im Gegensatz zu der früheren ängstlichen Aufgeregtheit stand und vielleicht eine unbewusste Rache dafür war, die sie in den ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft in seiner Gegenwart an den Tag gelegt hatte und sogar auch, wenn sie fern von ihm war. Zum Beispiel damals, als sie ihren Brief mit den Worten begonnen hatte, Lieber Freund, meine Hand zittert so sehr, dass ich kaum zu schreiben vermag. Wenigstens behauptete sie es und etwas davon war vermutlich wahr, sodass sie nur ein wenig zu übertreiben brauchte. Damals gefiel ihr Svan. Man zittert ja immer nur für sich oder für die, die man liebt. Wenn in ihren Händen unser Glück nicht mehr ruht, welche Ruhe, Behaglichkeit und kühne Selbstständigkeit können wir dann in ihrer Nähe genießen. Wenn sie mit ihm sprach, ihm schrieb, gebrauchte sie die Wendungen nicht mehr, durch die sie sich die Illusion zu verschaffen versucht hatte, er gehöre ihr an, als sie noch jede Gelegenheit benutzte, mein oder unser zu sagen, wenn sie von ihm sprach. Du bist mein Schatz, dies ist das Parfum, das zu unserer Freundschaft gehört, bei dem bleibe ich jetzt. Mit ihm von der Zukunft, ja vom Tode sogar als von etwas zu reden, was sie gemeinsam beträfe. In jener Zeit hatte sie auf alles, was er sagte, bewundernd zur Antwort gegeben, sie, sie werden niemals wie all die anderen sein. Sie blickte auf seinen langen, etwas kahlen Schädel, bei dessen Anblick die Leute, denen sein Erfolg in der Gesellschaft bekannt war, festzustellen pflegten, was wollen sie, er ist nicht eigentlich hübsch, aber er ist fesch. Mensch, diese Tolle, das Monokel, das Lächeln. Um vielleicht noch mehr von der Neugier, ihn kennenzulernen, als von dem Wunsch bestimmt, seine Geliebte zu werden, hatte sie damals gemeint, wenn ich nur wissen könnte, was in diesem Kopf vorgeht. Jetzt gab sie auf alles, was wann vorbrachte, in einem oft gereizten, manchmal nachsichtigen Ton und zur Antwort, ach, du bist auch niemals so wie die anderen. Sie schaute sein Gesicht an, das durch den Kummer nur wenig gealtert war, von dem aber jetzt alle Leute Kraft jener Gabe, die gestattet, den Sinn einer Symphonie zu begreifen, wenn man das Programm gelesen oder die Ähnlichkeit bei einem Kind zu entdecken, dessen Anverwandte man kennt, zu sagen wussten, er ist ja nicht positiv hässlich, wenn man will, aber er ist komisch, dies Monokel, dies Lächeln, dies Toupet, wobei sie deutlich in ihrer stark beeinflussbaren Fantasie die unsichtbare Trennungslinie feststellten, die innerhalb von ein paar Monaten den Kopf eines um seiner selbst willen geliebten Mannes anders erscheinen lässt, als den eines betrogenen Liebhabers. Jetzt sagte sie, oh, wenn ich doch endlich einmal diesen Mann und was in seinem Kopf vorgeht zur Vernunft bringen könnte. Immer bereit zu glauben, was er wünschte, wenn nur irgendwie Odettes Verhalten ihm gegenüber noch einen Zweifel offen ließ, stürzte er sich voll Eifer auf diese Worte. Das kannst du, wenn du willst, sagte er zu ihr. Und er versuchte ihr klarzumachen, dass ihn zur Ruhe zu bringen, zu lenken, zur Arbeit anzuhalten, eine noble Aufgabe wäre, die viele andere Frauen zu übernehmen sich drängten, in deren Händen allerdings diese noble Aufgabe ihm nur als zu dringliche und unleidliche Freiheitsberaubung erschienen wäre. Wenn sie mich nicht doch etwas liebte, sagte er sich, würde sie mich nicht anders haben wollen. Um mich aber zu ändern, muss sie mich häufiger treffen. So sah er noch in dem Vorwurf, den sie ihm machte, einen Beweis ihres Interesses an ihm, vielleicht sogar ihrer Liebe. Tatsächlich gab sie ihm deren jetzt so wenige, dass er gezwungen war, als solche bereits ihr Verbot anzusehen, dies oder jenes zu tun. Eines Tages erklärte sie ihm, sie möge seinen Kutscher nicht. Er nehme ihn, Svan, offenbar gegen sie ein. Jedenfalls lege er ihr gegenüber nicht die Zuverlässigkeit und Ehrerbietung an den Tag, auf die sie halten müsse. Sie spürte deutlich, dass er gern hören würde, wenn sie sagte, nimm ihn nicht, wenn du zu mir kommst, als würde ihm das Wohltun wie ein Kuss. Da sie gerade gut aufgelegt war, sagte sie es denn auch. Svan war gerührt. Am Abend im Gespräch mit Monsieur de Charluz, zu dem er beglückenderweise ganz offen von ihr sprechen konnte, denn auch seine belanglosesten Äußerungen, selbst Personen gegenüber, die sie gar nicht kannten, bezogen sich in irgendeiner Weise auf sie, sagte er daher, ich glaube doch, sie liebt mich, sie ist so reizend zu mir und es ist ihr offenbar nicht gleichgültig, was ich tue. Und wenn er, im Begriff zu ihr zu fahren, mit einem Freund, den er unterwegs irgendwo absetzen wollte, in den Wagen stieg und jener sagte, schau an, du hast ja heute nicht Loredan auf dem Bock, so antwortete ihm Svan mit einer Art von schwermütiger Freude, oh nein, oh nein, weißt du, ich kann Loredan nicht nehmen, wenn ich in die Rue La Perouse fahre. Odette mag nicht, wenn er mich fährt, sie findet, er ist nicht der richtige Mann für mich. Was soll man da machen? Du weißt ja, die Frauen, ich würde sie sehr damit kränken. Wenn ich mir vorstelle, ich käme mit Remy an, mein Gott, was würde das geben? Gewiss Litz waren unter der neuen, gleichgültigen, zerstreuten, reizbaren Art Odettes ihm gegenüber, aber er kannte sein Leiden nicht. Da Odette fortschreitend von Tag zu Tag kühler geworden war, hätte er nur durch eine Gegenüberstellung ihres jetzigen und ihres früheren Selbst den Wandel erkennen können, der sich vollzogen hatte. Dieser Wandel war in der Tat die tiefe, geheime Wunde seines Innern, die Tag und Nacht in ihm rannte. Sobald er aber spürte, dass seine Gedanken ihr zu nahe kamen, lenkte er sie rasch nach einer anderen Seite ab, um nicht zu sehr zu leiden. Er machte sich wohl theoretisch klar, es hat eine Zeit gegeben, wo Odette mich mehr geliebt hat, aber er suchte in Gedanken diese Zeit nicht mehr auf. Ebenso wie es in seinem Arbeitszimmer eine Kommode gab, die er mit Erfolg anzuschauen vermied, indem er beim Betreten und Verlassen des Raumes einen Bogen machte, weil in der einen ihrer Laden die Chrysantheme lag, die sie ihm am ersten Abend, an dem er sie nach Hause brachte, geschenkt hatte, der Brief, in dem sie ihm sagte, warum haben sie nicht auch ihr Herz dagelassen, ich hätte es sie nie wieder abholen lassen, und zu welcher Stunde des Tages oder der Nacht sie mögen, geben sie mir ein Zeichen und verfügen sie über mich. So gab es in ihm auch eine Stelle, bis zu der er seinen Geist nie vordringen ließ. Lieber ließ er in den Umweg lange Argumente nehmen, damit er an ihr nicht vorüberkam. Hier aber lebte die Erinnerung an seine glücklichen Tage. Aber alle Vorsichtsmaßnahmen wurden eines Abends zunichte gemacht, als er sich unter die Menschen seiner früheren Kreise begab. Es war bei der Marquise de Saint-de-Vert, bei der letzten Soirée dieses Jahres von mehreren, die sie veranstaltet hatte, um die Künstler vorzustellen, die sie später in ihren Wohltätigkeitskonzerten auftreten ließ. Svan, der eigentlich zu allen hatte gehen wollen, sich aber nachher doch nicht dazu entschloss, hatte, während er sich ankleidete, den Besuch des Baron de Charlus erhalten, der sich erbot, mit ihm zu der Marquise zu gehen, wenn seine Gesellschaft ihm verhelfen könnte, sich etwas weniger zu langweilen und bedrückt zu fühlen. Svan aber hatte ihm zur Antwort gegeben, »Du kannst dir vorstellen, welch großes Vergnügen es für mich wäre, dort mit dir zusammen zu sein, aber das größte Vergnügen, das du mir machen könntest, wäre, stattdessen lieber zu Odette zu gehen. Du weißt ja, welchen ausgezeichneten Einfluss du auf sie hast. Ich glaube, sie ist heute zu Hause, bis sie zu ihrer früheren Schneiderin geht, außerdem hat sie sicher sehr gern, wenn du sie begleitest. Auf alle Fälle triffst du sie bis dahin in ihrer Wohnung an. Versuche, sie gut zu unterhalten und auch ihr zur Vernunft zu raten. Wenn du für morgen irgendetwas arrangieren könntest, was ihr Vergnügen macht und was wir zu dritt unternehmen könnten. Versuche auch, etwas für den Sommer auszumachen. Wir könnten vielleicht zu dreien mit einer Yacht irgendwo hinfahren oder so. Heute Abend rechne ich ja nicht mehr darauf, sie zu sehen. Wenn sie es aber doch wünscht oder es fällt dir etwas ein, wie man es einrichten könnte, dann brauchst du mir nur ein Wort bis Mitternacht zu Madame de Saint-de-Vert oder hinterher zu mir in die Wohnung zu schicken. Hab tausend Dank für alles, was du für mich tust. Du weißt, wie gern ich dich mag. Der Baron versprach, den gewünschten Besuch zu machen, sobald er ihn bis vor die Tür des Palais Saint-de-Vert geleitet hätte. Zwan kam dort beruhigt durch den Gedanken an, dass Monsieur de Charlus den Abend in der Rue la Perouse verbringen würde, jedoch in einem Zustand melancholischer Gleichgültigkeit gegen alle Dinge, die mit Odette nichts zu tun hatten. Besonders gegen alles Gesellschaftliche, was diesen Dingen, da sein Wille sich in keiner Weise mehr damit beschäftigte, den unabhängigen Reiz des ganz für sich Bestehenden verlieh. Gleich beim Aussteigen aus dem Wagen fand Zwan ein Vergnügen daran, im Vordergrund der fiktiven, gedrängten Übersicht ihres häuslichen Lebens, welche die Gastgeberinnen den Eingeladenen an solchen Galatagen bieten und bei der sie vor allem auf die Echtheit der Kostüme und der Szenerie Wert legen, die Erben jener Tiger Balzacs zu sehen, die Grooms, die bei allen Ausgängen ihrem Herrn zu folgen hatten, jetzt aber mit Dreispitz und hohen Stiefeln draußen vor dem Eingang des Palais auf der Straße standen oder vor den Stellen aufgereiht waren wie Gärtner, die man vor dem Eingang zu den Blumenparterres postiert. Die besondere Neigung, die er immer gehabt hat, Analogien zwischen den lebenden Wesen und den Porträts in den Museen zu suchen, wirkte sich auch jetzt noch bei ihm aus, aber auf eine beständigere und allgemeinere Art. Das ganze gesellschaftliche Leben kam ihm jetzt, wo er sich völlig losgelöst davon fühlte, wie eine Bildervolge vor. In der Kleiderablage, die er früher, als er noch ganz Gesellschaftsmensch war, im Abendmantel betreten und dem Frack wieder verlassen hatte, ohne dass er wusste, was inzwischen geschehen war, da er in Gedanken während der kurzen Augenblicke, die er dort verbrachte, noch bei dem Fest, das er eben verlassen hatte oder schon bei dem war, zu dem er sich jetzt begab, fiel ihm zum ersten Male die durch die unvermutete Ankunft eines so späten Gastes noch einmal aufgeweckte, überall verteilte, prächtige, unbeschäftigte Meute hochgewachsener Diener auf, die hier und da auf Bänken und Truhen schliefen und nun ihre edlen, scharf gezeichneten Windhundprofile reckten, sich erhoben und sich um ihn scharrten. Der eine von ihnen, der besonders trutzig wirkte und etwa einem Henke auf gewissen Renaissancebildern glich, die Folterungen darstellen, trat mit unbeweglicher Miene auf ihn zu, um ihm die Sachen abzunehmen. Doch wurde die Härte seines stehlernen Blicks durch die Weichheit seiner Baumwollhandschuhe kompensiert, so dass es wann vorkam, als bezeige er zwar Verachtung für seine Person, desto größeren Respekt jedoch für seinen Hut. Er nahm ihn mit einer Behutsamkeit entgegen, die in ihrer absoluten Korrektheit etwas Gemessenes und Zartes hatte, durch die seine physische Kraft etwas fast Rührendes bekam. Dann reichte er ihn an einen seiner Gehilfen weiter, der, noch ein schüchterner Neuling, die Angst, die ihn beseelte, dadurch verriet, dass er wütende Blicke nach allen Richtungen sandte und das aufgeregte Gebaren eines gefangenen Tieres in den ersten Stunden seiner Zähmung bewies. Ein paar Schritte davon entfernt träumte ein großer Lakai in unbeweglicher statuarischer Haltung zwecklos vor sich hin, wie jener rein dekorative Krieger, den man auf den tumultuarischen Schlachtenbildern Mantegnas auf seinen Schild gelehnt, sinnend dastehen sieht, während alles neben ihm tobt und einander erwürgt. Losgelöst von der Gruppe seiner Gefährten schien er ebenso entschlossen an dieser Szene keinerlei Anteil zu nehmen, die er unberührt mit seinen grausamen graugrünen Augen verfolgte, als handle es sich um den betlehemitischen Kindermord oder das Martyrium des heiligen Jakobus. Er schien ganz und gar jenem Geschlecht anzugehören, das inzwischen untergegangen ist oder hat es immer nur auf der Altarwand von San Zeno oder in den Fresken der Eremitani-Kirche existiert, wo Svanes gesehen und wo es noch immer träumend weiterlebt und das aus der Verbindung einer antiken Statue mit einem paduanischen Modell des Meisters oder irgendeines dürerschen Germanen hervorgegangen scheint. Die Strähnen seines rostroten Naturkrausen aber mit Brillantine festgeklebten Haars waren in jener breiten Manier behandelt, wie in den Werken der griechischen Bildhauerkunst, in die sich der mantuanische Maler unaufhörlich vertiefte und die, wenn sie schöpferisch auch nur den Menschen darstellt, doch aus seinen schlichten Formen so vielfältige und gleichsam der gesamten belebten Natur entlehnte Bereicherungen zu ziehen weiß, dass ein Haarschopf mit seinen leichten Wellen und den spitzen Schnabe gebildender Locken oder in Form einer dreifachen natürlich blühenden Flechtenkrone angeordnet, gleichzeitig wie ein Algenbündel, ein Taubennest, ein Band aus Hyazinthen oder ein Schlangenknäuel wirkt. Andere ebenso Riesenhafte standen auf den Stufen einer monumentalen Treppe, die dank ihrer dekorativen Anwesenheit und marmornen Unbeweglichkeit sehr wohl wie die im Dogenpalast Gigantentreppe hätte heißen können und dieswann mit Trauer im Herzen betrat, weil Odette sie nie emporgestiegen war. Mit welcher Freude hätte er hingegen die düsteren, übelriechenden und halsbrecherischen Stockwerke erklommen, wo die verflossene kleine Schneiderin oben im Fünften wohnte und wo er so gern an den Abenden sich aufgehalten hätte, an denen Odette hinkam, dass er glücklich gewesen wäre, seinen Platz dort teurer bezahlen zu dürfen als einen wöchentlichen Orchesterlogenplatz in der Oper. Sogar an anderen Tagen wäre er gern dort gewesen, um von ihr sprechen und mit Leuten zusammen sein zu können, die sie regelmäßig aufsuchte, wenn er nicht da war, und die ihm eben deswegen von dem Leben seiner Geliebten einen verborgenen Teil innezuhaben schienen, eine natürlicheren, unzugänglicheren und geheimnisträchtigeren. Während man auf jener verpesteten und von Wünschen umwitterten Treppe der ehemaligen Schneiderin, da es keine rückwärtige Stiege für Lieferanten gab, am Abend vor jeder Tür eine leere benutzte Milchkanne auf der Strohmatte bereitstehen sah, waren auf der prunkvollen, doch verhassten Treppe, die Svan in diesem Augenblick erstieg, auf beiden Seiten in verschiedener Höhe, vor jeder Vertiefung, die das Fenster der Portierloge oder die Tür eines Zimmers bildete, als Vertreter der verschiedenen Zweige des Dienstes, die ihnen oblagen, für den Empfang der Gäste ein Concierge, ein Major Domus, ein Silberdiener postiert, brave Leute, die an den übrigen Tagen der Woche verhältnismäßig selbstständig in ihren Bereichen hausten, bei sich daheim speisten, wie kleine Ladenbesitzer und morgen vielleicht im bürgerlichen Dienst eines Arztes oder Industriellen stehen würden. Aufmerksam darauf bedacht, keine der Anordnungen zu missachten, die man ihnen gegeben hatte, bevor sie die glänzende Livree anziehen durften, die sie nur in großen Abständen einmal trugen und in der sie sich nicht sehr behaglich fühlten, standen sie wie Heilige in ihrer Nische unter dem Bogen ihres jeweiligen Portals, in strahlendem Glanz, der durch eine gewisse Gutmütigkeit, wie sie dem Volke eigen ist, etwas gemildert wurde. Ein weiterer Riese in einer Tracht wie ein Kirchenschweizer stieß seinen Stab jedes Mal beim Vorübergehen eines Eintretenden auf den Boden. Als Sven oben an der Treppe angekommen war, auf der ein Bedienter mit bleichem Gesicht und einem kleinen Haarzopf nach Art eines Sakristans von Goya oder eine Gerichtsperson aus dem Bühnenrepertoire hinter ihm herging, musste er an einem Schreibtisch vorbei, hinter dem ein paar Diener, die wie Notare vor großen Registern saßen, sich erhoben und seinen Namen eintrugen. Dann durchschritt er ein kleines Vestibül, das für den Eintretenden, so wie manchmal bestimmte Räume für ein einziges Kunstwerk reserviert sind, die dann nach diesem benannt werden und in gewollter Kahlheit außer ihm nichts enthalten, gleich einem kostbaren Bildwerk von Benvenuto Cellini, das einen Wachtposten vorstellt, einzig einen jungen Diener aufwies, der mit leicht vorgebeugtem Oberkörper dastand und über seinem roten Koller ein noch röteres Gesicht emporreckte, von dem wahre Ströme von Feuereifer und Schüchternheit ausgingen und der, wie er mit leidenschaftlich gespanntem Blick durch die Aubusson-Teppiche schaute, die vor dem Saale hingen, in dem musiziert wurde, mit seiner Wachsamkeit und seinem Übereifer, seiner Unerschütterlichkeit oder seinem überweltlichen Glauben, Allegorie der Bestürzung, Inkarnation der Erwartung, Gedächtnismahl des Augenblicks vor der Schlacht aussah, als spähe er wie ein Turmwächter oder Engel von einem Belfried oder einer Kathedrale nach dem Nahen des Feindes oder des jüngsten Gerichtes aus. Svan blieb nichts mehr zu tun, als in den Konzertsaal einzutreten, dessen Tür ihm ein kettenbeladener Türsteher mit einer so tiefen Verneigung öffnete, als überreiche er ihm die Schlüssel einer Stadt. Er aber dachte an das Haus, in dem er sich in diesem Augenblick hätte befinden können, wofern Odette es ihm gestattet hätte, und die halbbewusste Vorstellung von einer leeren Milchkanne auf einer Strohmatte griff ihm ans Herz. Das Gefühl für männliche Hässlichkeit kehrte bei Svan rasch wieder zurück, als jenseits des Tapisserievorhangs auf das Schauspiel der Bedienten, das der Gäste folgte. Aber selbst diese Hässlichkeit von Gesichtern, die er doch so gut kannte, schien ihm neu, seitdem ihre Züge, anstatt für ihn praktisch auszuwertende Anhaltspunkte für die Identifizierung einer Person zu sein, die ihm bis dahin eine bestimmte Menge von wahrzunehmenden Freuden, Verdrussen, die es zu vermeiden galt, oder Höflichkeiten bedeutet hatte, die er erweisen musste, nur nach ästhetischen Gesichtspunkten geordnet, in der Autonomie ihrer Linien ruhten. Unter diesen Männern, von denen Svan sich umringt sah, gab es nichts bis zu den Eingläsern, die viele trugen, und von denen er vor dem höchstens hätte sagen können, dass eben dieser oder jener sich eines solchen bediente, was nicht jetzt, losgelöst von der Idee einer allen gemeinsamen Gewohnheit, mit einer Art von Individualität ausgestattet erschien. Vielleicht kam es, weil er den General Frauberville und den Marquis de Breauté, die plaudernd am Eingang standen, nur noch wie zwei Figuren auf einem Bild betrachtete, während sie lange für ihn nützliche Freunde gewesen waren, die ihn in den Jockeyclub eingeführt oder Sekundanten bei einem Duell abgegeben hatten, dass das Monokel des Generals, das zwischen den Liedern wie ein Granatsplitter in einem vulgären, narbendurchfurchten, überheblichen Antlitz unter einer scheinbar einäugigen Zyklopenstirn wirkte, Svan wie eine grausige Wunde vorkam, auf die jener zwar stolz sein mochte, deren zur Schaustellung aber etwas Indezentes hatte. Während das des Marquis de Breauté als ein Zeichen der Festlichkeit zu den perlgrauen Handschuhen, dem Chapeau-Klack, der weißen Krawatte hinzutrat und die Stelle des sonst üblichen Kneifers, wie auch bei Svan, einnahm, sobald er sich in Gesellschaft begab und an seiner Rückseite wie ein naturwissenschaftliches Präparat unter einem Mikroskop einen von unendlich vielen feinen Liebenswürdigkeitspartikeln wimmelnden Blick geheftet trug, der unaufhörlich die hohen Zimmerdecken, die Schönheit des Festes, das interessante Programm und die Vortrefflichkeit der dargebotenen Erfrischungen mit seinem Lächeln bedachte. Schau, da sind sie ja auch einmal wieder. Man hat sie ja seit Ewigkeiten nicht gesehen, sagte der General zu Svan, aus dessen angegriffenen Zügen er folgerte, dass vielleicht eine ernste Erkrankung ihn so lange von der Welt ferngehalten habe. Er setzte also hinzu, sie sehen gut aus, wissen Sie? Während Monsieur de Breauté, einem Gesellschaftsschriftsteller, der soeben als sein einziges Instrument der psychologischen Durchdringung und der unerbittlichen Analyse ebenfalls sein Einglas in den Augenwinkel geschoben hatte, die Frage zuwarf, und Sie, mein Lieber, was tun Sie denn hier? Worauf der andere mit rollendem R und geheimnisvoll wichtiger Miene die Antwort erteilte, ich brauche das, um kritisch zu beobachten. Das Monokel des Marquis de Forstel war winzig klein und randlos, wodurch es ihn zu einer unaufhörlichen, schmerzhaften Zusammenziehung des Auges zwang, indem es wie ein fest eingewachsener, ganz überflüssiger Knorpel von unerklärlichem und ungewöhnlichem Stoff aussah, der dem Gesicht des Marquis einen Ausdruck zartsinniger Schwermut gab. Die Frauen glaubten ihn daraufhin zu großem Liebesschmerz befähigt. Das Glas von Monsieur de Saint-Candé war von einem enormen Ring umgeben wie der Planet Saturn und bildete den Schwerpunkt eines Gesichts, das jeden Augenblick seine Züge neu um diesen herumgruppierte und sich mitsamt der roten schwabbelnden Nase und dem sarkastischen, wulstlippigen Mund grimassierend auf der Höhe des Feuerwerks vom Geist zu halten versuchte, das aus dieser Scherbe zu blitzen schien, die vor den schönsten Blicken der Welt bei snobistischen und sittenlosen jungen Frauen den Vorrang erhielt, weil sie in ihnen Träume von subtil durchdachten Genüssen und einem unerhörten Raffinement der Lust aufkommen ließ. Etwas weiter im Hintergrund wirkte hingegen das von Monsieur de Palency, der mit seinem dicken Karpfenkopf und den runden Augen sich langsam durch das festliche Treiben schob und von Zeit zu Zeit mit den Kiefern schnappte, als wolle er sich auf diese Weise orientieren, nur so, als sei es ein beiläufiges und vielleicht rein symbolischen Charakter tragendes Stück von der Glaswand eines Aquariums, das als eine Art von Pars pro Toto mit sich führte und das Svan, den großen Bewunderer der Giotto'schen Tugenden und Laster im Padua, an jenen Ungerechten erinnerte, an dessen Seite ein belaubter Zweig an die Wälder gemahnt, in denen er seine verborgene Zufluchtsstätte hat. Svan hatte sich auf Drängen von Madame de Saint-de-Vert weiter nach vorn begeben und, um eine Arie aus Orpheus zu hören, die von einem Flötisten vorgetragen wurde, in eine Ecke gesetzt, von der aus sein Blick unglücklicherweise auf zwei nebeneinander sitzende, reifere Damen beschränkt blieb. Die Marquise de Cambremer und die Vicomtesse de Francteau, die, da sie Cousinen waren, die Zeit bei solchen festlichen Abendveranstaltungen mit dem Pompadour in der Hand und von ihren Töchtern gefolgt, damit zubrachten, sich wie auf einem Bahnhof gegenseitig zu suchen und erst beruhigt waren, wenn sie mit Fächer oder Taschentuch zwei Plätze nebeneinander belegt hatten. Madame de Cambremer hatte nur wenige Beziehungen und war umso glücklicher, eine Gefährtin zu finden. Madame de Francteau, die im Gegenteil Gott und die Welt kannte, fand es elegant und originell, allen ihren guten Freunden vor Augen zu führen, dass sie ihnen eine Dame unbekannter Herkunft vorzog, mit der sie Jugenderinnerungen teilte. Mit schwermütiger Ironie saß Van ihnen zu, wie sie das Intermezzo für Klavier von List, die Vogelpredigt des Heiligen Franziskus anhörten, das inzwischen das Flötenstück abgelöst hatte und die schwindelnde Fingerfertigkeit des Virtuosen verfolgten, wobei Madame de Francteau so ängstlich und bestürzt auf die Tasten blickte, über die seine Hand beweglich dahin eilte, als seien sie eine Folge von Trapezen, von denen er aus einer Höhe von 80 Metern herabstürzen könnte, nicht ohne ihrer Nachbarin Blicke staunend nicht wahrhaben wollens zuzuwerfen, die so etwas besagten wie, es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so etwas kann, während Madame de Combremer, als Frau, die eine gründliche musikalische Erziehung genossen hatte, mit ihrem Kopf den Takt angab, als sei er der Zeiger eines Metronoms, dessen Schwingungsweite und Tempo von einer Schulter zur anderen so groß geworden waren, dazu kam noch jener entrückte und hingegebene Blick, wie man ihn hat, wenn man sich nicht mehr kennt vor Schmerz und die anderen gleichsam bedeutet, ich kann nicht anders, dass sie dauernd mit ihren Ohrgehängen an den Schulterbändern ihrer Tai hängen blieb und die schwarzen Trauben, die sie im Haar trug, zurechtrücken musste, ohne einen Augenblick mit der Beschleunigung der Bewegung innezuhalten. Auf der anderen Seite der Vicomtesse, aber etwas weiter vorn, saß die Marquise von Galardon, mit ihrer Lieblingsvorstellung beschäftigt, nämlich der Tatsache ihrer Verschwägerung mit den Germant, aus der sie in Gesellschaft und vor sich selbst großen Glanz bezog, mit einem Gran von Demütigung vermischt, da die großartigsten Repräsentanten des Hauses sich von ihr etwas zurückhielten, vielleicht weil sie langweilig oder weil sie boshaft war oder weil sie einer bescheideneren Nebenlinie angehörte, möglicherweise auch aus gar keinem Grund. Wenn sie neben jemand saß, den sie nicht kannte, wie im Augenblick neben Madame de Francteau, litt sie darunter, dass ihre Verwandtschaft mit den Germants sich nicht in äußerlich sichtbaren Zeichen nach Art der Spruchbänder in den Mosaiken byzantinischer Kirchen bekunden konnte, die in einer Kolonne untereinander neben einem dargestellten Heiligen die Worte verzeichnen, die er gleichzeitig sprechen soll. Sie dachte gerade daran, dass ihre junge Cousine de Lhomme ihr in den sechs Jahren, die sie verheiratet war, weder einen Besuch gemacht noch eine Einladung geschickt hatte. Der Gedanke daran erfüllte sie mit Empörung, doch auch mit Stolz, denn sie hatte so oft zu anderen Leuten, die sich wunderten, sie bei der Prinzessin nicht zu sehen, gesagt, sie wolle eben nicht Gefahr laufen, dort der Prinzessin Mathilde zu begegnen, was ihre ultra-legitimistische Familie ihr nie verziehen hätte. Dass sie schließlich glaubte, dies sei wirklich der Grund, weshalb sie ihre junge Cousine nicht besuche. Dennoch erinnerte sie sich, wenn auch nur dunkel, dass sie Madame de Lhomme mehrmals gefragt hatte, wie es sich einrichten ließe, sie zu treffen. Doch schob sie diese etwas demütigende Erinnerung dadurch auf ein ganz anderes Gebiet, dass sie vor sich hinwurmelte, es ist ja schließlich nicht an mir, den ersten Schritt zu tun. Ich bin zwanzig Jahre älter als sie. Dank der Magie dieser Worte, die sie sich oft wiederholte, konnte sie stolz die nur lose an ihrem Rumpf sitzenden Schultern nach hinten rücken. Auf ihnen ruhte fast waagerecht ihr Kopf nach der Art eines dressierten Fasanenkopfes, der mit allen Federn auf der Tafel erscheint. Dabei war sie im Grunde stämmig, derb, ja eher rundlich. Aber die fortwährenden Zurücksetzungen hatten sie gestrafft wie jene Bäume, die durch ihren schlechten Standort am Rande eines Abgrunds genötigt sind, steil nach hinten zu wachsen, um das Gleichgewicht zu bewahren. Da sie, um sich darüber zu trösten, dass sie nicht völlig dasselbe war, wie die anderen Germains, sich unaufhörlich zu sagen gezwungen war, dass sie sie nur aus Intransigenz in Bezug auf ihre Grundsätze und aus Stolz so wenig sähe, hatte dieser Gedanke schließlich die Modellierung ihres Körpers bestimmt und eine gewisse stattliche Vornehmheit bei ihr herausgebildet, die in den Augen der Bürgerfrauen als Ausdruck des Rassigen galt und manchmal ein flüchtiges Verlangen in dem müden Blick der Lebemänner aufglimmen ließ. Hätte man die Unterhaltung der Marquise de Galardon jener Art von Analyse unterworfen, durch die man aus der mehr oder minder großen Häufigkeit der Wiederkehr eines Ausdrucks den Schlüssel eines schiffrierten Textes gewinnt, so hätte man feststellen müssen, dass keine Wendung, selbst die gebräuchlichste nicht, bei ihr so oft vorkam wie bei meinen Vättern Germont, bei meiner Tante Germont, die Gesundheit von Elsear de Germont, die Loge meiner Cousine Germont. Wenn man zu ihr von einer berühmten Persönlichkeit sprach, so antwortete sie, dass sie diese zwar nicht persönlich kenne, aber hundertmal bei ihrer Tante Germont getroffen habe, und zwar brachte sie durch ihren eisigen Ton und ihre Grabesstimme klar zum Ausdruck, dass, wenn sie sie nicht persönlich kennte, dies an ihren unausrottbaren und unübersteigbaren Grundsätzen läge, an die sie hinten mit den Schultern zu rühren schien, wie an die Leitersprossen, auf denen Gymnastiklehrer ihre Zöglinge sich flach ausstrecken lassen, um ihren Thorax zu kräftigen. Nun aber war die Prinzessin de L'Homme, die niemand hier bei Madame de Saint-au-Vert zu sehen erwartet hatte, soeben angekommen. Um zu zeigen, dass sie in einem Salon, den sie nur aus Leutseligkeit besuchte, ihren überlegenen Rang nicht fühlen lassen wollte, war sie mit diskret gesenkten Schultern eingetreten und schob sich selbst da nur ganz unauffällig hindurch, wo es gar keine Massen zu durchteilen oder niemanden vorbeizulassen galt. Sie blieb mit Absicht im Hintergrund, als sei dort ihr Platz, wie ein König, der sich in die Schlange am Theatereingang einreiht, solange die leitenden Herren nicht wissen, dass er anwesend ist. Und indem sie ihren Blick ganz schlicht, damit es nicht aussehe, als mache sie auf ihre Anwesenheit aufmerksam und wolle mit besonderer Rücksicht behandelt sein, auf die Betrachtung eines Musters im Teppich oder auf ihrem eigenen Rock beschränkte, stand sie in dem Winkel, der ihr als der bescheidenste erschien, und aus dem sie, wie sie recht gut wusste, mit einem entzückten Ausruf die Marquise de Saint-au-Vert sofort herausholen würde, sobald sie sie bemerkte, neben Madame de Cambremer, die sie nicht einmal kannte. Sie beobachtete die Mimik ihrer Melodie besessenen Nachbarin, ahmte sie aber nicht nach. Nicht etwa, dass die Prinzessin de L'Homme, wenn sie schon einmal auf fünf Minuten bei Madame de Saint-au-Vert erschien, nicht gewünscht hätte, damit ihr die erwiesene Höflichkeit doppelt angerechnet würde, so liebenswürdig wie möglich zu sein. Aber sie hatte von Natur ein Grauen vor allen Übertreibungen und legte Wert darauf zu zeigen, dass sie nicht notwendig habe, nach außen hin ihre Gefühle in einer Weise zu bekunden, die nicht das Genre des engeren Kreises war, zu dem sie gehörte, die ihr aber andererseits doch Eindruck machte aufgrund jenes gewissen Nachahmungstriebes, der der Schüchternheit nahe benachbart ist und sogar bei von Natur selbstsicheren Menschen durch die Atmosphäre eines ihnen neuen Milieus geweckt wird, auch wenn es sich um ein sozial Tieferstehendes handelt. Sie begann sich zu fragen, ob dies Gebärdensystem nicht etwa durch das gespielte Stück bedingt sei, das vielleicht einer ganz anderen Gattung angehörte als alles, was sie bislang gehört hatte, ob ein Verzichten darauf nicht ein Zeichen von Verständnislosigkeit oder eine Unfreundlichkeit gegenüber der Gastgeberin sei, sodass sie endlich, um annähernd ihre widersprechenden Gefühle auszudrücken, wenigstens an ihren Achselbändern rückte, in ihrem blonden Haar die kleinen, diamanten überstreuten Beeren aus Korallen oder rosa Emaille, die ihr eine reizende, schlichte Haartracht schufen, zurechtschob und, während sie mit kalter Neugier ihre stürmische Nachbarin musterte, mit ihrem Fächer einen Augenblick lang den Rhythmus der Musik begleitete, allerdings zum Zeichen ihrer Unabhängigkeit entschieden gegen den Takt. Als der Klavierspieler das Stück von List beendet hatte und ein Prélude von Chopin intonierte, warf Madame de Cambremère, ihrer Nachbarin Francteau, einen gerührten Blick zu, der neben der Befriedigung eingeweihten Könnertums eine Anspielung auf vergangene Zeiten enthielt. In ihrer Jugend hatte sie gelernt, mit zärtlichen Fingern die endlos langfrasierten Themen Chopinscher Musik nachzumodellieren, die mit ihren sich windenden Hälsen so freischwebend, so beweglich, so fühlsicher umhertasten, um einen Platz außerhalb und fern von ihrem Ausgangspunkt zu finden, an dem man dennoch hofft, sie mit weichem Schlag wieder landen zu hören, und wirklich kehren sie nach diesem spielerischen Schweifen der Fantasie desto williger, desto vorbedachter, mit umso größerer Präzision wie auf einem bis in den schrillsten diskant vibrierenden kristallenen Spiegel, zurück und treffen den Hörer mitten ins Herz. Da Madame de Cambremer in der Provinz in einer Familie lebte, die wenig Beziehungen zur Gesellschaft unterhielt und kaum jemals Festlichkeiten besuchte, hatte sie sich in der Einsamkeit ihres Landsitzes daran berauscht, den Tanzschritt all der Paare, die sie bei diesen Klängen vor sich sah, bald zu verlangsamen, bald zu beschleunigen, sie wie Blüten umherzustreuen und einen Augenblick darauf im Geiste den Tanzsaal zu verlassen, um draußen den Wind unter den Tannen am Seeufer wehen zu hören und dann auf einmal, mehr noch von allen Träumen verschieden, als ein irdischer Liebhaber es jemals sein könnte, einen zart gegliederten jungen Mann mit etwas singender, fremder und falscher Stimme in weißen Handschuhen auf sich zukommen zu sehen. Doch heute schien ihr die verjährte Schönheit dieser Musik ohne Frische und beinahe wie verwelkt. Seit einigen Jahren von den Kennern nicht mehr bewundert, hatte sie Ehre und Zauber eingebüßt und selbst die Menschen mit schlechtem Geschmack fanden nur noch ein uneingestandenes, mäßiges Vergnügen daran. Madame de Cambremer blickte verstohlen hinter sich. Sie wußte, dass ihre junge Schwiegertochter, voller Respekt vor ihrer neuen Familie, soweit es sich nicht um geistige Dinge handelte, in denen sie die Harmonielehre getrieben und Griechisch gelernt hatte, ein Übergewicht besaß, Chopin verachtete und darunter litt, wenn sie ihn spielen hörte. Da sie sich aber der Aufsicht dieser Wagnerianerin, die in einiger Entfernung bei einer Gruppe von Personen ihres Alters stand, entronnen fühlte, gab sie sich entzückt ihren Eindrücken hin. Die Prinzessin de L'Homme empfand ihn ganz der gleichen Weise. Ohne von Natur musikalisch zu sein, hatte sie doch 15 Jahre hindurch im Faubourg Saint-Germain den Klavierunterricht einer genialen Frau genossen, die am Ende ihres Lebens in Not geraten war und im Alter von 70 Jahren wieder angefangen hatte, den Töchtern und Enkelinnen ihrer einstigen Schülerinnen Musikstunden zu erteilen. Sie war nicht mehr am Leben, aber ihre Methode, ihr schöner Anschlag lebten manchmal noch unter den Händen ihrer Schülerinnen wieder auf. Selbst bei denjenigen, die sich im Übrigen zu Durchschnittsgeschöpfen entwickelt, die Musik aufgegeben hatten und fast nie mehr eine Taste anrührten. Daher konnte auch Madame de L'Homme in voller Sachkenntnis den Kopf wiegen, mit genauer Beurteilung der Art, in der der Pianist das Prélude vortrug, das sie auswendig kannte. Das Ende der begonnenen Melodie sang wie von selbst auf ihren Lippen mit. Sie murmelte, charmant wie immer, mit einem doppelten Sch im Anlaut, das eine verfeinerte Wertschätzung ausdrückte und bei dem ihre Lippen sich kräuselten wie schöne Blütenblätter. Unwillkürlich stellte sie ihren Blick durch etwas gefühlvoll Schweifendes darin auf die gleiche Nuance ab. Indessen kam in der Marquise de Galardon die Vorstellung auf, dass es doch schade sei, wie selten sie Gelegenheit habe, der Prinzessin de L'Homme zu begegnen. Sie wollte ihr so gern einmal eine Lektion erteilen, indem sie ihren Gruß nicht erwiderte. Sie wusste nicht, dass ihre Cousine im Saal anwesend war. Mit einer Kopfbewegung machte Madame de Francteau sie darauf aufmerksam. Sofort stürzte sie sich auf sie, ohne darauf zu achten, dass sie die anderen störte. Aber in dem Bedürfnis, eine hochmütige und eisige Miene zu bewahren, die allgemein daran erinnern sollte, dass sie eigentlich keine Beziehungen zu einer Person zu unterhalten wünschte, bei der man sich plötzlich der Prinzessin Mathild gegenüber sehen konnte und der sie auch nicht einen Schritt entgegenzukommen nötig hatte, da jene ja nicht von ihrer Generation sei, wollte sie doch andererseits diese distanzierte Haltung durch eine Bemerkung ausgleichen, die ihren Schritt rechtfertigte und die Prinzessin zwang, das Gespräch aufzugreifen. Als sie schließlich ihrer Cousine gegenüberstand, fragte sie also mit verschlossener Miene und indem sie ihr die Hand hinhielt wie eine Karte, mit der man notgedrungen bedient. Wie geht es deinem Mann? In so besorgtem Ton, als sei der Prinz mindestens schwer erkrankt. Die Prinzessin brach in ein Lachen aus, das ihr eigentümlich war und das gleichzeitig den Zweck erfüllte, den anderen zu bedeuten, dass sie sich über jemand lustig mache, sie aber auch umso hübscher erscheinen ließ, weil sich der ganze Ausdruck ihres Gesichts in dem lebendigen Mund und dem leuchtenden Blick konzentrierte und antwortete, aber ganz ausgezeichnet. Sie lachte immer noch. Doch die Teil straffend und mit kühlerer Miene, immer noch um den Zustand des Prinzen Delhomme besorgt, fuhr Madame de Galardon zu ihrer Cousine gewendet fort, »Oriane«, hier warf Madame de Lhomme einen erstaunten und lächelnden Blick auf einen unsichtbaren Dritten, dem sie offenbar zu verstehen geben wollte, dass sie niemals die Marquise de Galardon autorisiert hatte, sie beim Vornamen zu nennen, »Ich würde großen Wert darauf legen, dass du morgen Abend einen Augenblick zu mir kommst und dir ein Quintett mit Klarinette von Mozart anhörst. Ich möchte deine Meinung darüber wissen.« Sie schien nicht eine Einladung auszusprechen, sondern einen Dienst zu erbitten und die Ansicht der Prinzessin über das Mozart-Quintett einholen zu wollen, als handele es sich um ein neues Gericht einer Köchin, über deren Talent sie gern das Urteil eines Feinschmeckers hörte. »Aber ich kenne das Quintett. Ich kann dir gleich sagen, wie ich es finde. Ich persönlich liebe es sehr.« »Du weißt, meinem Mann geht es nicht sehr gut. Seine Leber, es würde ihm solches Vergnügen machen, dich zu sehen,« fuhr Madame de Galardon fort, nunmehr der Prinzessin eine Pflicht der Nächstenliebe daraus zu machen, dass sie zu ihrer Soirée erschiene. Die Prinzessin sagte den Leuten nicht gern, sie wolle sie nicht sehen. Täglich drückte sie schriftlich ihr Bedauern darüber aus, dass sie, wegen der unerwarteten Ankunft ihrer Schwiegermutter, einer Einladung ihres Schwagers, eines Opernbesuchs, eines Ausflugs aufs Land, sich das Vergnügen versagen müsse, an einer Abendgesellschaft teilzunehmen, zu der zu gehen, ihr nie in den Sinn gekommen wäre. So ließ sie viele Leute sich in dem Glauben wiegen, sie gehöre zu ihrem Bekanntenkreis und hätte sie an sich gern besucht, sei nun aber durch eine der Komplikationen ihres fürstlichen Daseins, die jenige schmeichelt als Konkurrenz für ihre Veranstaltung gelten ließen, daran verhindert. Da sie außerdem zu der geistvollen Klick der Germant gehörte, in der noch etwas von jenem heiter sprühenden, allen Gemeinplätzen und konventionellen Gefühlsäußerungen abholden Geist überlebte, der von Merimé stammt und ein letztes Aufflackern in den Stücken von Meillac und Alevi erfahren hat, wendete sie diesen auch auf rein gesellschaftliche Beziehungen an und ließ ihn in ihre höflichen Ausreden einfließen, wie sie möglichst positiv und präzis formulierte und bei denen sie so nah wie irgend angängig bei der schlichten Wahrheit blieb. Nie verlor sie einer Gastgeberin gegenüber viele Worte, wie gern sie an ihrer Soiree teilgenommen hätte, sondern sie fand es liebenswürdiger, ihr ein paar Tatsachen vor Augen zu halten, von denen abhängen würde, ob sie kommen könne oder nicht. »Höre, ich will dir sagen«, bemerkte sie zu Madame de Galardant, »ich muss morgen zu einer Freundin, die mich vor langem schon auf diesen Tag eingeladen hat. Will sie uns mit ins Theater nehmen, so besteht beim besten Willen keine Möglichkeit, dass ich zu dir komme. Wenn wir aber bei ihr bleiben, kann ich, da ich weiß, dass wir allein dort sind, sicher rechtzeitig gehen.« »Sag, hast du gesehen, dass dein Freund Swan hier ist?« »Aber geh, nein, der gute Swan, ich wusste nicht, dass er gekommen ist, ich will schauen, dass er mich bemerkt.« »Komisch, dass er sogar hier bei der alten Sainte de Verde erscheint«, meinte Madame de Galardant. »Oh ja, ich weiß schon, er ist gescheit«, fügte sie hinzu, »als meine sie damit, er sei geschickt, aber das macht nichts. Ein Jude ausgerechnet bei der Schwester und Schwägerin von zwei Erzbischöfen.« »Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich nicht daran stoße«, bemerkte die Prinzessin de Lorme. »Ich weiß natürlich, er ist getauft, sogar seine Eltern und Großeltern schon. Aber man sagt ja immer, dass getaufte Juden noch mehr mit ihrer Religion verbunden bleiben als die anderen. Dass sie sich nur verstellen, ob das wohl stimmt?« »Ich bin für diese Frage gar nicht kompetent.« Der Pianist, der nach dem Prélude noch zwei weitere Stücke von Chopin zu spielen hatte, war sofort zu einer Polonaise übergegangen. Aber seitdem die Prinzessin durch ihre Cousine wusste, dass Swan anwesend sei, hätte Chopin selbst aus dem Grabe steigen und seine sämtlichen Werke vortragen können, ohne dass sie darauf Acht gegeben hätte. Sie gehörte nämlich zu derjenigen Hälfte der Menschheit, die, anstatt wie die anderen auf alle ihnen unbekannten Wesen neugierig zu sein, sich nur für die ihr Bekannten interessiert. Wie bei vielen Damen des Faubourg Saint-Germain genügte bei ihr, wo immer sie sich befand, die Gegenwart eines einzigen Menschen aus ihrem gewohnten Milieu, selbst wenn sie ihm nichts zu sagen hatte, um ausschließlich ihre Aufmerksamkeit auf Kosten aller übrigen Anwesenden auf ihn zu konzentrieren. Von diesem Augenblick an machte die Prinzessin in der Hoffnung, Swan werde sie bemerken, wie eine weiße Maus, der man, um sie zu zähmen, ein Stück Zucker einmal hinhält, dann wieder entzieht, nur noch Kopfbewegungen, in denen tausend Zeichen des Einverständnisses lagen, die zu der Polonaise von Chopin in keiner Beziehung standen, in der Richtung, in der Swan sich befand, und sobald er den Platz wechselte, verlegte sie entsprechend ihren magnetisch angezogenen Blick. »Orian, sei mir nicht böse«, sagte Madame de Galardon, die niemals darauf verzichten konnte, ihre größten und glänzendsten gesellschaftlichen Hoffnungen dem Dunkeln, auf sofortige Erfüllung gerichteten, ganz privaten Vergnügen aufzuopfern, irgendetwas Unangenehmes zu sagen. »Es gibt Leute, die behaupten, dieser Swan sei jemand, den man bei sich nicht empfangen kann. Ist das wahr?« »Aber du musst es ja wissen«, antwortete die Prinzessin de Lome, »du hast ihn ja schon mindestens fünfzigmal eingeladen, ohne dass er gekommen ist.« Und indem sie ihre tödlich gekränkte Cousine stehen ließ, lachte sie noch einmal so hell auf, dass die Leute, die der Musik zuhörten, sich darüber entrüsteten. Aber immerhin zog sie dadurch die Aufmerksamkeit der Marquise de Saint-de-Vert auf sich, die aus Höflichkeit in der Nähe des Flügels geblieben war, und erst jetzt die Prinzessin bemerkte. Madame de Saint-de-Vert war umso entzückter, sie zu sehen, als sie sie noch in Germant mit der Pflege ihres kranken Schwiegervaters beschäftigt glaubte. »Aber nein, Sie, Prinzessin, Sie sind da!« »Ja, ich habe mich in ein Eckchen gesetzt und viel Schönes gehört.« »Wie? Sogar länger sind Sie schon da.« »Aber ja, nur ist mir die Zeit eigentlich kurz vorgekommen, lang höchstens, weil ich Sie noch immer nicht gesehen hatte.« Madame de Saint-de-Vert wollte der Prinzessin de Lome ihren Fauteuil überlassen, doch diese antwortete, »Nicht doch, warum denn nur? Ich sitze überall gut.« Mit Absicht wählte sie, um besonders eindringlich die schlichte Haltung einer wahrhaft großen Dame zu manifestieren, einen kleinen, lehnenlosen Sitz. »Da, der Puff ist recht, mehr brauche ich nicht. Da muss ich mich wenigstens gerade halten. Oh mein Gott, jetzt mache ich schon wieder Lärm. Sie werden mich noch auspfeifen.« Indessen steigerte der Pianist immer weiter das Tempo. Die musikalische Begeisterung erreichte ihren Höhepunkt. Ein Diener bot auf einem Tablett Erfrischungen an und klapperte dabei mit den Löffeln, und wie jede Woche machte ihm Madame de Saint-de-Vert, ohne dass er es sah, ein Zeichen, er solle verschwinden. Eine Jungvermählte, die gelernt hatte, dass eine junge Frau nie blasiert aussehen dürfe, lächelte vor Freude und suchte mit dem Blick die Gastgeberin, um ihr ihre Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass sie an sie gedacht habe bei einem solchen Genuss. Wenn auch mit größerer, äußerer Ruhe als Madame de Francteau verfolgte sie doch das Stück mit Unruhe. Die Ihre aber galt weniger dem Pianisten als dem Flügel, auf dem eine bei jedem Fortissimo in heftige Bewegung geratende Kerze unaufhörlich nahe daran war, wenn auch nicht den Schirm in Brand zu setzen, so doch Flecken auf dem Palisanderholz zu machen. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. Sie eilte die beiden Stufen zu der Estrade, auf der das Instrument stand, hinauf und sprang hinzu, um die Manschette mit dem Licht abzunehmen. Doch kaum berührte sie sie mit der Hand, als das Stück mit dem Schlussakkord endete und der Klavierspieler sich erhob. Immerhin brachten die kühne Initiative der jungen Frau, der kurze, nahe Kontakt zwischen ihr und der Musikanten, allgemein einen günstigen Eindruck hervor. »Haben Sie gesehen, was diese junge Person da gemacht hat?« fragte General de Froberville, die Prinzessin de Lome, zu deren Begrüßung er herangetreten war, als die Marquise de Saint-au-Vert sie einen Augenblick verließ. »Das ist doch sonderbar. Ist sie selber Musikerin?« »Nein, sie ist eine kleine Madame de Cambremer,« antwortete die Prinzessin, etwas unbedacht. Rasch setzte sie hinzu. »Ich wiederhole nur, was ich selbst habe sagen hören. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Ich hörte nur hinter mir so eine Bemerkung, die Cambremer, sein Gutsnachbarn von Madame de Saint-au-Vert, aber ich glaube, kein Mensch kennt sie. Es sind halt so Leute vom Lande. Im Übrigen weiß ich nicht, ob sie in der glanzvollen Gesellschaft hier sehr zu Hause sind. Ich selbst kenne alle diese erstaunlichen Leute nicht einmal mit Namen. Was meinen Sie, womit die ihre Zeit verbringen, wenn sie nicht bei den Soireen von Madame de Saint-au-Vert sind? Offenbar bezieht sie sie gleichzeitig mit den Musikern, den Stühlen und den Erfrischungen. Aber geben Sie zu, diese von Beloir gestellten Gäste sind wirklich erstklassig. Dass sie sich wirklich getraut, jede Woche solche Statisten zu mieten. Es ist kaum zu glauben.« »Oh, aber Cambremer ist ein Name, den es gibt. Er ist sogar alt«, meinte der General. »Ich habe nichts dagegen, dass er alt ist«, gab die Prinzessin kühl zurück. »Euphonisch jedenfalls ist er nicht.« Sie setzte dabei das Wort »euphonisch« gleichsam in Anführungsstriche, was eine kleine affektierte Manier der Coterie Germain darstellte. »Finden Sie?« »Aber die junge Frau ist doch allerliebst«, sagte der General, der kein Auge von Madame de Cambremer ließ. »Meinen Sie nicht auch?« »Sie spielt sich zu sehr auf. Ich finde das bei einer so jungen Person nicht richtig. Denn ich kann mir nicht denken, dass sie von meiner Generation ist«, antwortete Madame de Lhomme. Diese Wendung nämlich war bei den Galardon und Germant gleichermaßen beliebt.« Als aber die Prinzessin bemerkte, dass Monsieur de Frobertville Madame de Cambremer auch weiterhin anstarrte, setzte sie, halb aus Bosheit gegen jene, halb aus Liebenswürdigkeit dem General gegenüber hinzu, ich meine nicht richtig ihrem Mann gegenüber. Ich bedauere, dass ich sie nicht kenne, da sie so offenbar für sie eingenommen sind. Ich hätte sie ihr gern vorgestellt. Sie sagte das, obgleich sie wahrscheinlich nichts dergleichen getan hätte, wäre sie auch mit Madame de Cambremer gut bekannt gewesen. »Ich glaube, ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden. Eine Freundin von mir hat Geburtstag, da muss ich gratulieren«, bemerkte sie schlicht und wahrheitsgemäß, wobei sie allerdings die gesellschaftliche Veranstaltung, zu der sie sich begab, auf die Maße einer bloßen Zeremonie reduzierte, deren Beobachtung zwar langweilig, jedoch unerlässlich und durch die Pflicht der Menschenfreundlichkeit geboten sei. »Außerdem treffe ich da Bazin«, setzte sie hinzu, der während ich hier war Freunde besucht hat, die sie auch kennen, glaube ich. Sie heißen Jena, wie die Brücke. »Zunächst ist das der Name eines Sieges gewesen, Prinzessin«, sagte der General. »Wissen Sie, für einen alten Haudegen wie ich einer bin«, setzte er hinzu, indem er sein Monokel, um es abzuwischen, in der Verband wechselt, während die Prinzessin den Blick abwendete, »ist dieser napoleonische Adel zwar natürlich auch eine Sache für sich, aber doch sehr schön in seiner Art. Jedenfalls sind es Leute, die sich als Helden geschlagen haben.« »Aber ich habe die größte Hochachtung vor Helden«, sagte die Prinzessin in einem leicht ironisch gefärbten Ton. »Wenn ich nicht mit Bazin zu diesen Jenas gehe, so einfach deswegen, weil ich sie nicht kenne. Bazin kennt sie und mag sie sehr gern. Nein, nein, nicht, was Sie denken, es ist kein Flirt. Ich habe keinen Grund etwa dagegen zu sein.« »Was würde es auch schon nützen, wenn ich dagegen wäre«, fügte sie im melancholischen Ton hinzu, denn jeder wusste, dass Prinz Delhomme am ersten Tage nach seiner Heirat mit ihr seine entzückende Cousine schon wieder betrogen hatte. Aber hier ist es anders. Es sind Leute, die er von früher kennt. Sie nützen ihm irgendwie. Ich finde das ganz recht. Im Übrigen muss ich sagen, dass schon allein, was er mir von ihrem Hause erzählt hat. Stellen Sie sich vor, Sie sind ganz in Empir eingerichtet. Aber das ist doch natürlich, Prinzessin. Es werden halt die Möbel Ihrer Großeltern sein. Dagegen sage ich ja auch nichts. Nur wird es nicht schöner dadurch. Ich verstehe sehr gut, dass man möglicherweise keine hübschen Sachen besitzt, aber deswegen braucht man doch noch keine lächerlichen aufzustellen. Ich kann nun mal nicht anders. Ich finde, es gibt nichts Protzigeres und Parvenuhafteres als diesen grausigen Stil mit den Kommoden, die mit Schwanenköpfen verziert sind, als wären es Badewannen. Aber ich glaube doch, Sie haben auch schöne Sachen. Sie sollen den berühmten Mosaiktisch haben, an dem irgendein Vertrag unterzeichnet worden ist. Ich glaube, der von Achwas. Vom historischen Gesichtspunkt aus mögen die Sachen interessant sein. Dagegen sage ich ja nichts. Aber schön? Sie sind nun mal eben fürchterlich. Auch ich habe solche Stücke, die Basin von dem Montesquius geerbt hat. Nur lagern wir sie in Germant auf dem Speicher, wo kein Mensch sie sieht. Doch gut, darum handelt es sich ja nicht. Ich würde auch mit Basin zu Ihnen hinlaufen und Sie mitten unter Ihren Sphinxen und Kupferbeschlägen besuchen, wenn ich sie kennte. Aber ich kenne sie nicht. Als ich klein war, hat man mir gesagt, es sei nicht artig, zu Leuten zu gehen, die man nicht kennt, fügte sie kindisch eigensinnig hinzu. Ich tue nur, was mir gesagt worden ist. Können Sie sich die guten Leute vorstellen, wenn Sie plötzlich jemand zu sich hereinkommen sehen, den Sie gar nicht kennen? Sie würden mich vielleicht sehr wenig nett empfangen. Aus Kokettrie lächelte sie umso reizender bei dieser Unterstellung und schaute den General mit blauen, sanften, träumenden Blicken an. Oh, was das anbelangt, Sie wissen ganz genau, Prinzessin, Sie wären vor Freude außer sich. Aber nicht doch. Weshalb denn? fiel sie ihm lebhaft ins Wort. Entweder wollte sie so tun, als wüsste sie nicht, dass es so sei, weil sie eben einem der ganz großen Damen von Frankreich war oder weil sie es gern von dem General noch einmal hören wollte. Weshalb? Wie wollen Sie das denn wissen? Es wäre Ihnen vielleicht denkbar unangenehm. Ich weiß nicht, mir selbst zum Beispiel ist es schon unangenehm, wenn ich die Leute sehen muss, die ich kenne. Ich glaube, wenn ich nun auch noch die, die ich nicht kenne, sehen müsste, und wenn es zehnmal Helden sind, würde ich verrückt. Außerdem wissen Sie, wenn es sich nicht um alte Freunde wie Sie handelt, die man ohnehin kennt, glaube ich nicht, dass Heldentum in Gesellschaft etwas besonders Handliches ist. Schon so langweilt es mich entsetzlich, wenn ich die Näs bei mir arrangieren muss. Aber wenn ich mich dabei auch noch von Spartakus sollte zu Tisch führen lassen? Nein, nein, Vercingetorix zum Beispiel würde ich nicht einmal einladen, wenn wir 13 wären. Höchstens bei ganz großen Reunions. Und da ich die nicht gebe? Ah, Prinzessin, nicht umsonst sind Sie eine Germant. Sie haben wirklich den Esprit der Germant. Man sagt immer der Esprit der Germant. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Sie kennen also auch andere von der Familie, die ihn haben, fügte sie mit einem perlenden Lachen der Ausgelassenheit hinzu. Ihre Züge lagen gesammelt unter dem feinen Netz ihrer angeregten Stimmung. Ihre Augen blitzten, aufglänzend in einem sonnigen Strahlen von Heiterkeit, das einzig bei allen Bemerkungen ausbrach, die, und kämen sie aus ihrem eigenen Munde, zum Preis ihres Geistes und ihrer Schönheit vorgebracht wurden. Sehen Sie mal, da ist Zwan. Es sieht so aus, als begrüße er ihre Cambremer. Da, jetzt steht er neben der alten Saint-au-vert. Sehen Sie denn nicht? Bitten Sie ihn doch, dass er sie bekannt macht mit ihr. Aber beeilen Sie sich. Es sieht gerade so aus, als wolle er eben gehen. Haben Sie bemerkt, sagte der General, wie furchtbar schlecht er aussieht letzthin? Der liebe Charles! Ach, endlich kommt er! Ich glaubte schon, er wolle mich nicht sehen. Zwan mochte die Prinzessin de Lome sehr gern. Außerdem erinnerte ihn ihr Anblick immer an Germant, einen Besitz unmittelbar bei Combray, und an jene ganze Landschaft, an der er so sehr hing, und in der er sich nie mehr auffiel, weil er sich von Odette nicht entfernen wollte. Er drückte sich ihr gegenüber in einer Weise aus, die halb dem Künstlerjargon, halb dem galanten Ton der Salons entsprach, und die er ganz natürlich wiederfand, sobald er auch nur für kurze Zeit in sein altes Milieu zurückgekehrt war. Außerdem spielte seine ganz private Sehnsucht nach dem Lande mit hinein. Ach, sagte er, so, dass er gleichzeitig von Madame de Saint-Aubert, mit der er noch sprach, und von Madame de Lome, die er meinte, gehört werden konnte, da kommt ja die bezaubernde Prinzessin. Sehen Sie, sie ist, um die Vogelpredigt von Liszt zu hören, wie eine reizende kleine Maise eigens aus Germant herübergeflattert, und hat nur noch gerade Zeit gehabt, ein paar Vogelkirschen und Weißdornbeeren mit ein paar Tautröpfchen und ein bisschen Reif, über den die Herzogin sicher seufzt, für ihr Haar abzupflücken. Das sieht wirklich wunderhübsch aus, liebe Prinzessin. Wie, die Prinzessin ist von Germant eigens hergekommen? Das ist mehr, als ich erwarten konnte. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, rief naiverweise Madame de Saint-Aubert aus, die zu wenig an Zwans Redeweise gewöhnt war. Aber wirklich, es sieht so aus wie, wie soll ich sagen, Kastanien sind es nicht. Eine reizende Idee. Aber woher soll die Prinzessin denn unser Programm gekannt haben? Die Musiker hatten es ja nicht einmal mir anvertraut. Svan, der Frauen, denen er in galanten Wendungen den Hof zu machen pflegte, immer Dinge von raffinierter Erfindung sagte, die viele nicht verstanden, hielt es nicht für nötig, Madame de Saint-Aubert darüber aufzuklären, dass er nur bildlich gesprochen habe. Die Prinzessin hingegen lachte hell heraus, denn Zwans Art von Geist war in ihrem engeren Kreis sehr geschätzt. Außerdem war sie außerstande, ein Kompliment anzuhören, das ihr galt, ohne es äußerst reizvoll und unwiderstehlich launig und lustig zu finden. Gut, gut, ich bin begeistert, Charles, dass meine Bärchen Ihnen gefallen. Warum begrüßen Sie denn diese Cambre-Mère? Sind Sie etwa auch Nachbarn? Als Madame de Saint-Aubert sah, dass die Prinzessin sich mit Zwan angeregt unterhielt, zog sie sich zurück. Aber Sie doch auch, Prinzessin. So? Ja, haben diese Leute denn überall Landbesitz? Da tauschte ich gern mit Ihnen. Ich meine nicht die Cambre-Mères, sondern die Eltern der jungen Frau. Sie ist eine geborene Le Grandin, die aus Cambrai stammt. Wissen Sie überhaupt, Prinzessin, dass Sie Gräfin von Cambrai sind und dass das Kapitel Ihnen einen Grundzins schuldet? Was das Kapitel mir schuldet, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass mir der Pfarrer jedes Jahr hundert Franc aus der Tasche zieht, worauf ich sehr gern verzichten würde. Diese Cambre-Mères jedenfalls haben einen seltsamen Namen. Er hört noch gerade zur rechten Zeit auf, aber schon spät genug. Der Anfang ist auch schon bedenklich, meint es Wann. Eine zweifache Abkürzung, wenn man will. Sie stammt von jemand, der sehr wütend war, aber wusste, was sich schickt und schon das erste Wort halb verschluckt hat. Aber wenn er dann doch das zweite anbrechen musste, hätte er lieber das erste vollständig bringen und dann Schluss machen sollen. Eine reizende Art von Witzen erlauben wir uns da, lieber Charles, aber wie traurig, dass man sie nie mehr sieht, setzte sie schmeichelnd hinzu. Es plaudert sich doch mit Ihnen so nett. Stellen Sie sich vor, Frau Berville, dieser Idiot, verstand nicht einmal, dass Cambre-Mères ein fataler Name ist. Sie werden mir zugeben, dass das Leben alles andere ist als schön. Nur wenn ich sie sehe, höre ich einen Augenblick mich zu langweilen auf. Zweifellos war das nicht wahr. Aber Swan und die Prinzessin hatten eine gleiche Art, die kleinen Dinge des Lebens zu sehen, und die Wirkung, wenn nicht Ursache, war eine große Ähnlichkeit der Ausdruckswahl, ja sogar der Aussprache. Diese Ähnlichkeit drängte sich nicht sehr auf, da ihrer beider Stimmen denkbar verschieden waren. Aber wenn man in Gedanken Swans Äußerungen, von dem sie umhüllenden, volleren Stimmklang löste und von dem Schnurrbart absah, hinter dem sie hervorkamen, wurde einem klar, dass es sich bei beiden um das gleiche Genre von Bemerkungen, den gleichen Tonfall, die ganze gleiche, der Coterie-Germande eigentümliche Art handelte. In Bezug auf wichtige Dinge stimmten Swan und die Prinzessin in keinem Punkte überein. Aber seit Swan so traurig und unaufhörlich im Zustand jener Erregung und Rührung war, die dem Augenblick vorausgeht, wo man in Tränen ausbricht, hatte er das gleiche Bedürfnis, von seinem Kummer zu sprechen, wie ein Mörder es fühlt, von seinem Verbrechen zu reden. Als die Prinzessin zu ihm sagte, das Leben sei alles andere als schön, empfand er das gleiche sanfte Wohlgefühl, als redete sie zu ihm von Odette. Ja, das Leben ist grauenhaft. Wir müssen uns wieder öfter sehen, ma cher ami. Was den Umgang mit Ihnen so angenehm macht, ist, dass Sie nicht lustig sind. Wir sollten einmal wieder einen Abend zusammen sein. Und ob wir das sollten? Aber warum kommen Sie nicht nach Germont? Meine Schwiegermutter wäre wer weiß wie froh. Die Gegend gilt als hässlich, aber ich muss Ihnen sagen, mir missfällt die Landschaft nicht. Ich hasse malerische Regionen. Und ob es dort schön ist, ich bewundere die Landschaft sogar sehr. Sie ist fast zu schön, zu lebendig für mich im Augenblick. Es ist eine Szenerie, in der man glücklich sein sollte. Vielleicht kommt es daher, dass ich selbst dort gelebt habe. Alles spricht mich so stark dort an. Wenn sich ein Lüftchen regt, wenn es im Kornfeld rauscht, habe ich das Gefühl, dass jemand kommt, dass eine Botschaft auf dem Wege zu mir ist und die kleinen Häuser am Uferrand. Ich wäre sehr unglücklich dort. Oh, mein guter Charles, passen Sie auf, die furchtbare Rampillon hat mich entdeckt. Verstecken Sie mich und sagen Sie mir rasch, was mit ihr vorgefallen ist. Ihre Tochter hat sich verheiratet oder ihr Freund oder beide, vielleicht miteinander. Ach nein, richtig, jetzt besinne ich mich. Ihr Fürst hat sie verlassen. Tun Sie so, als sprechen Sie mit mir, damit diese Berenike nicht kommt und mich zum Diner einladen will. Im Übrigen verschwinde ich jetzt. Hören Sie, mein lieber Charles, wollen Sie sich nicht jetzt, wo ich Sie endlich einmal sehe, entführen lassen und mit mir zur Prinzessin von Parma gehen? Sie würde sich so freuen und Basin auch, mit dem ich mich doch treffe. Wenn man nicht manchmal durch Mémé etwas von Ihnen hörte, Sie dürfen nicht vergessen, ich sehe Sie ja überhaupt nicht mehr. Swan aber lehnte ab. Da er Monsieur de Charlus gesagt hatte, er werde direkt von Madame de Saint-au-Vert nach Hause gehen, legte er keinen Wert darauf, durch einen Besuch bei der Prinzessin von Parma möglicherweise um eine Botschaft zu kommen, auf deren Überbringung durch einen Diener er schon den ganzen Abend gehofft hatte und die er nun vielleicht zu Hause beim Concierge finden würde. Der arme Swan, sagte an jenem Abend die Prinzessin zu ihrem Gatten, er ist immer sehr nett, aber er sieht furchtbar traurig aus. Du wirst es selber sehen, er hat mir versprochen, dass er dieser Tage zu uns zum Abendessen kommt. Ich finde ja im Grunde lächerlich, dass ein so gescheiter Mann sich um eine solche Person so viel Kummer macht. Nicht einmal interessant ist sie, es heißt, sie sei furchtbar dumm, setzte sie mit der überlegenen Klugheit derjenigen, die nicht lieben, hinzu, die alle der Meinung sind, ein Mann von Geist solle nur um eine Frau unglücklich sein, die es auch verdient. Mit dem gleichen Recht wundert man sich, dass sich jemand herbeilässt, wegen einer so unscheinbaren Kreatur, wie der Komma-Bacillus es ist, an Cholera zu erkranken. Swan wollte gehen, aber in dem Augenblick, als er gerade glaubte, sich losgemacht zu haben, bat ihn General Frau Berville, ihn mit Madame de Cambremer bekannt zu machen, und er musste noch einmal mit ihm in den Saal zurück, um nach ihr zu suchen. Was meinen Sie, Swan? Ehe ich von den Wilden massakriert würde, möchte ich lieber der Mann dieser Dame sein. Was halten Sie davon? Die Worte »von den Wilden massakriert« bohrten sich schmerzhaft in Swans Herz. Auf der Stelle hatte er das Bedürfnis, das Gespräch mit dem General fortzusetzen. »Oh«, sagte er, »manch schönes Leben hat dieses Ende gefunden. Sie wissen ja, dieser Seefahrer, dessen Asche du Mont d'Urville mitgebracht hat, La Perouse, und schon war's wann so glücklich, als spräche er von Odette. »Das ist eine anziehende Gestalt, die mich immer interessiert hat, dieser La Perouse«, setzte er melancholisch hinzu. »Richtig, richtig. La Perouse«, sagte der General, »ein bekannter Name, eine Straße heißt nach ihm. Kennen Sie jemand in der Rue La Perouse«, fragte Swans lebhaft zurück. »Nur Madame de Champs-Liveau, die Schwester des guten Chauspierre. Wir hatten neulich einen reizenden Theaterabend bei ihr. Das ist ein Salon, der eines Tages sehr elegant sein wird. Sie werden sehen. So, sie wohnt in der Rue La Perouse. Das ist sympathisch. Es ist eine hübsche Straße. Sie hat so etwas Schwermütiges. Sagen Sie das nicht. Sie sind offenbar in letzter Zeit nicht dagewesen. Schwermütig ist da gar nichts mehr. Es wird mächtig gebaut in der ganzen Gegend. Als Swann endlich den General der jungen Madame de Cambremere vorstellte, ließ sie, da sie den Namen Frau Berville zum ersten Mal hörte, ein flüchtiges Lächeln freudigen Erstaunens auf ihren Zügen erscheinen, als habe sie nie von jemand anderem reden gehört. Denn da sie die Freunde ihrer jetzigen Familien nicht kannte, glaubte sie bei jeder neuen Erscheinung, die man ihr vorführte, es könne einer von ihnen sein. Und da sie es für ein Zeichen besonderen Taktes hielt, so zu tun, als habe sie schon viel von dem Betreffenden gehört, reichte sie ihm die Hand in jener zögernden Art, die die natürliche Reserve andeuten sollte, zu der man sie erzogen hatte und die sie erst überwinden musste, gleichzeitig aber auch die spontane Sympathie, die über die Hemmung siegte. Daher erklärten denn auch ihre Schwiegereltern, die sie noch für die glanzvollsten Repräsentanten Frankreichs hielt, sie sei ein Engel, umso mehr, als sie bei ihrer Einwilligung in diese Heirat ihres Sohnes lieber der Anziehungskraft ihrer trefflichen Eigenschaften, als der ihres großen Vermögens gefolgt sein wollten. Man sieht gleich, dass sie eine von Grund auf musikalische Seele sind, Madame, sagte der General in unbewusster Anspielung auf den Zwischenfall mit der Lichtmanschette. Doch das Konzert nahm weiter seinen Gang und Sven musste einsehen, dass er vor dem Ende der neuen Programmnummer nicht werde gehen können. Er litt darunter, hier mit diesen Leuten eingesperrt zu sein, deren Dummheit und Lächerlichkeit ihn umso schmerzlicher berührten, als sie in Unwissenheit über seine Liebe und wenn sie davon gewusst hätten, außerstande, sich dafür zu interessieren und etwas anderes zu tun, als darüber zu lächeln, wie über eine Kinderei oder sie zu beklagen, wie eine Narrheit, sie ihm unter dem Gesichtspunkt eines ganz subjektiven Zustandes erscheinen ließen, der einzig für ihn bestände und dessen Wirklichkeit durch nichts Äußeres bekräftigt würde. Er litt ganz besonders und mit einer Intensität, das selbst der Klang der Instrumente ihm Lust machte, vor Schmerzen aufzuschreien unter der Tatsache, dass er nun den Aufenthalt an einem Orte noch länger ausdehnen musste, an den Odette niemals kommen würde, wo niemand, wo nicht sie kannte, von dem sie in jeder Weise abwesend war. Aber plötzlich war es, als sei sie eingetreten, und dies ihr Erscheinen bereitete ihm einen Schmerz, der ihn so reißend durchfuhr, dass sie die Hand an sein Herz führen musste. Die Geige hatte eine Folge hoher Töne erreicht, auf denen sie unbeirrt verharrte, wie in langer Erwartung, als sähe sie beselig den Gegenstand ihres Sehnens von Ferne näher kommen, und versuche nun in verzweifeltem Bestreben, bis zu seiner Ankunft auszuhalten, ihn zu empfangen, bevor ihr die Kraft versagte, ihm noch mit äußerstem Bemühen, die Wege offen zu halten, damit er auf ihnen eingehen könne, wie durch eine Tür, die man aufzustemmen versucht, da sie sonst zufallen würde. Bevor noch Svan Zeit hatte zu begreifen und sich sagen konnte, es ist das kleine Thema von Venteuil, ich darf nicht hinhören, wachten alle seine Erinnerungen aus der Zeit, da Odette in ihn verliebt war, die er bis zu diesen Tagen unsichtbar in den Tiefen seines Innern zurückzuhalten vermocht hatte, getäuscht durch diesen flüchtigen Sonnenstrahl aus der Zeit der Liebe, die sie damit zurückgekehrt, glaubten auf, erhoben sich mit mächtigem Flügelschlag und sangen ihm ohne Erbarmen für seine jetzige Unseligkeit die vergessenen Strophen des Glücks tönend ins Ohr. Anstelle abstrakter Vorstellungen wie »Damals, als ich glücklich war«, »Die Zeit, da sie mich noch liebte«, die er sich so oft mit diesen Worten im Geiste vorgestellt hatte, ohne dabei allzu viel Schmerz zu empfinden, denn nur bestimmte Auszüge der Vergangenheit waren darin niedergelegt, tauchte jetzt wieder alles vor ihm auf, was die unverkennbare, flüchtige Essenz dieses Glücks in sich aufgespeichert hatte. Er sah wieder die schneeig-weißen, gelockten Blütenblätter der Chrysantheme, die sie ihm in den Wagen geworfen und die er an seine Lippen gepresst hatte, die in Reliefbuchstaben eingeprägte Aufschrift »Maison Dorée« auf jenem Brief, in dem er die Worte las, »Meine Hand zittert so sehr«, »Das leichte Zusammenziehen der Brauen, mit dem sie ihn angefläht hatte, wird es auch nicht allzu lange dauern, bis ich von Ihnen höre?« Er verspürte den Geruch des heißen Eisens, mit dem der Friseur seine Bürste gerade richtete, während Loredan die kleine Arbeiterin abholte, den Duft der Gewitterregen, die in jenem Frühling so häufig niedergegangen waren, die fröstelnde Heimfahrt in seinem offenen Wagen im Mondschein, das ganze Maschengefüge aus Denkgewohnheiten, jahreszeitlichen Impressionen, Reaktionen der Körperhaut, die damals über den Ablauf der Wochen wie ein gleichförmiges Netz gebreitet waren, unter dem sein Leib gefangen lag. Damals tat er einer lustvollen Neugiergenüge, indem er die Freuden der Menschen zur Kenntnis nahm, die ganz aus der Liebe leben. Er hatte geglaubt, es dabei belassen zu können und nicht in die Lage zu kommen, vermeint, auch ihren Schmerz zu erfahren. Wie trat jetzt der Zauber Odette so völlig hinter dem furchtbaren Grauen zurück, das jenen zu einem trüben Dunstkreis auseinanderzuziehen schien, hinter der ungeheuerlichen Angst, nicht jeden Augenblick zu wissen, was sie tat, sie nicht überall und zu jeder Zeit ganz für sich allein zu haben. Ach, er erinnerte sich, in welchem Ton sie ausgerufen hatte, aber immer kann ich sie sehen, ich bin immer frei. Sie, die es jetzt niemals mehr war. An das Interesse, die Neugier, die sie für sein Dasein an den Tag gelegt, den leidenschaftlichen Wunsch, den sie bekundet hatte, er möge ihr die Gunst erweisen, die damals in ihm eine Art Furcht wie vor einer möglicherweise ärgerlichen Beeinträchtigung auslöste, ihr Zugang dazu zu gewähren, wie sie ihn hatte bitten müssen, damit er sich zu dem Verdurins mitnehmen ließ, und wie, als er sie einmal im Monat zu sich kommen ließ, sie ihm jedes Mal, bevor er nachgab, wiederholen musste, wie bezaubernd es sein würde, sich alle Tage zu sehen, ein Brauch, von dem sie damals träumte, während er ihm nur wie eine lästige Störung seiner Gewohnheiten erschien, gegen den dann aber sie eine Abneigung bekam, so dass sie schließlich damit brach, als er für ihn zu einem unbezwinglichen, schmerzhaften Bedürfnis geworden war. Er hatte nur allzu recht gehabt, als er ihr bei ihrer dritten Zusammenkunft, damals, als sie immer wieder sagte, warum lassen sie mich nicht öfter kommen, galant und lächelnd geantwortet hatte, aus Furcht zu leiden. Jetzt, ach, kam es auch noch öfter vor, dass sie ihm von einem Restaurant oder Hotel ausschrieb, auf Papier, das oben den betreffenden Namen trug. Jetzt aber waren diese Buchstaben für ihn wie brennende Feuermahle. Sie schreibt aus dem Hotel Vouimont. Weshalb mag sie da sein? Mit wem? Was hat sich dort zugetragen? Er dachte an die Gasflammen, die auf dem Boulevard des Italiens ausgelöscht wurden, als er sie wieder alle Hoffnung unter den irrenden Schatten getroffen hatte in jener Nacht, die ihm fast übernatürlich vorgekommen war, und die tatsächlich, als eine Nacht aus der Zeit, wo er sich nicht einmal zu fragen brauchte, ob er sie durch sein Suchen und Wiederfinden nicht verstimmen würde, so sicher durfte er damals sein, dass es für sie keine größere Freude gab, als die, ihn zu sehen und mit ihm nach Hause zu gehen, einer geheimnisvollen Welt angehörte, in die man nie zurückkehren kann, wenn einmal die Pforten wieder geschlossen sind. Und Svan sah vor diesem wieder durchlebten Glück unbeweglich einen Unglücklichen stehen, der, weil er ihn nicht gleich erkannte, sein Mitgefühl erregte, sodass er die Augen senken musste, damit niemand sah, dass sie voll Tränen standen. Dieser Unglückliche war er selbst. Als er es begriffen hatte, hörte sein Mitleid zwar auf, aber er fühlte sich eifersüchtig auf jenes andere selbst, das sie geliebt hatte. Eifersüchtig auch auf die, von denen er sich ohne deswegen allzu sehr zu leiden oft gesagt hatte, sie liebt sie vielleicht. Jetzt, wo er die unbestimmte Idee des Liebens, in der noch selbst keine Liebe liegt, mit den Chrysanthemenblüten und dem Briefkopf der Maison Doré vertauscht hatte, die ihrerseits voll davon waren. Als sein Leiden zu heftig wurde, strich er sich mit der Hand über die Stirn, ließ sein Monokel fallen und rieb das Glas. Hätte er sich in diesem Augenblick gesehen, so würde er bestimmt in seine Sammlung bezeichnender Eingläser auch das Seine aufgenommen haben, das er ablegte, als wolle er damit einen lästigen Gedanken abstreifen und auf dessen beschlagener Oberfläche er mit dem Taschentuch einen Kummer wegzuwischen versuchte. Es liegt ein Timbre im Klang der Geige, wenn man das Instrument nicht sieht und das, was man hört, nicht auf seinen Anblick beziehen kann, der die Klangfarbe unwillkürlich modifiziert, das so sehr dem gewisser Altstimmen gleicht, dass man der Täuschung erliegen kann, es sei eine Singstimme zu dem Konzert hinzugetreten. Man hebt an den Blick und sieht nur die Geigenkörper. Schreine, so kostbar wie chinesische Holzarbeit, aber für Augenblicke wird man dennoch wieder durch den betörenden Ruf der Sirene irregeführt. Manchmal glaubt man auch, einen gefangenen Geist zu hören, der sich in dem von geheimem Wissen verzaubert erbebenden Behältnis regt und sträubt wie der Teufel im Weihwasserbecken. Manchmal endlich scheint durch die Luft ein Wesen rein und aus überirdischen Welten stammend zu entschweben, indem es eine unsichtbare Botschaft vor uns abrollen lässt. Es war, als ob die Instrumente das kleine Thema weniger spielten, als dass sie es vielmehr nach den Riten, die es verlangte, heraufbeschworen, um für kurze Zeit sein geisterhaftes Erscheinen zu bewirken und ihm Dauer zu verleihen, und Svan, der es nicht klarer zu erkennen vermochte, als gehöre es einer Welt ultravioletter Strahlungen an und nur dem leisen, kühlen Hauch der Verwandlung in der gegenwärtigen Blindheit erfuhr, mit der er geschlagen wurde, sobald er in seine Nähe kam, spürte dennoch seine Gegenwart wie die einer schützenden Gottheit, die die Vertraute seiner Liebe wäre und die, um inmitten der Menge zu ihm vordringen und abseits zu ihm sprechen zu können, die Verkleidung dieser klangvollen Materialisation angenommen habe. Und während sie leicht mit beschwichtigendem Raunen wie ein Duft vorüberstrich ihm sagte, was sie zu sagen hatte, bewegte er in seinem Herzen jedes Wort dieser Botschaft, beklagte sie, so rasch vorüberfliehen zu sehen und formte unwillkürlich die Lippen zu einem Kuss, den er dem flüchtig und mit süßem Laut entschwebenden Genius aufdrücken wollte. Noch mehr auf sich selbst zurückgeworfen, noch einsamer fühlte er sich, da diese Stimme, die zu ihm sprach, mit gedämpftem Laut von Odette redete. Denn er meinte nicht mehr wie einst, dass die Melodie von ihm und Odette nichts wisse. Zu oft war sie Zeugin ihrer Freuden gewesen. Freilich hatte sie ihn auch oft vor deren Vergänglichkeit gewarnt. Doch während er in jenen Zeiten das Leid in ihrem Lächeln, in ihrem illusionslos klaren Stimmklang erriet, fand er heute eher darin die Anmut fast heiterer Resignation. Von jenen Kümmernissen, von denen sie früher schon sprach und die sie, ohne dass er glaubte, von ihnen berührt zu werden, in ihrem rasch und gewunden strömenden Lauf dahintrug, schien sie jetzt, da sie die Seinen geworden waren, ohne dass er hoffen durfte, sich jemals daraus zu lösen, wie einstmals von seinem Glück zu sagen, was ist das schon? Es ist alles nichts. Und zum ersten Male dachte Sven mit Mitleid und Zärtlichkeit an Vinteuil, jenen unbekannten, erhabenen Bruder im Leid, der so großen Schmerz hatte erfahren müssen. Wie mochte sein Leben gewesen sein? Aus welchen Leidenstiefen hatte er die Gotteskraft geschöpft, dies grenzenlose Schöpfertum? Wenn das kleine Thema ihm jetzt von der Eitelkeit seines Kummers sprach, fand Sven eine süße Tröstung in jener gleichen Weisheit, die ihm eben noch unerträglich erschienen war, als er sie auf den Minen gleichgültiger Menschen zu lesen meinte, die seine Liebe als eine Entgleisung ansahen, der keine Wichtigkeit beizumessen war. Diese kleine Melodie nämlich sah darin, welche Meinung sie auch sonst über die kurze Dauer solcher Seelenzustände haben mochte, nicht wie alle diese Leute etwas weniger Ernstes als das wirkliche Leben es ist, sondern im Gegenteil etwas, was so sehr darüber erhaben sei, dass nur dies allein sich auszudrücken lohne. Die Reize einer zu innerst gefühlten Trauer versuchte sie nachzubilden, ja von Neuem zu schaffen und ihr tiefstes Wesen sogar, das doch völlig unmittelbar ist und jedem anderen als dem, der sie an sich erlebt hat, eitel erscheinen muss, hatte sie erfasst und sichtbar gemacht, so dass alle Zuhörer, wofern sie nur im geringsten musikalisch waren, ihren Wert bekennen und ihre göttliche Süße kosten mussten. Sie alle, die im Leben bei jeder Einzelliebe, die sie in ihrer Nähe würden entstehen sehen, sie doch wieder ebenso schmählich verkennen würden. Zweifellos konnte die Form, in der sie diese Reize aufgezeichnet hatte, nicht vernunftmäßig analysiert werden. Aber seit mehr als einem Jahr, nachdem die Liebe zur Musik, die ihm so viele Reichtümer seiner Seele offenbart hatte, wenigstens für einige Zeit in ihm aufgekommen war, hielt Zwang die musikalischen Motive für wirkliche Ideen aus einer anderen Welt, einer anderen Ordnung angehörig, von dunkel eingehüllte, unbekannte, mit den Mitteln des Geistes nicht zugängliche Ideen, die dadurch jedoch nicht weniger voneinander unterschieden waren, ungleich an Bedeutung und Wert. Wenn er sich das Thema aus der Sonate von Verteuil nach jenem Abend bei dem Verdurins wieder vorspielen ließ und herauszufinden versuchte, wieso es ihm von allen Seiten entgegenschlug und ihn einhüllte, wie ein Duft, wie Zärtlichkeit des Gefühls, war er sich klar geworden, dass durch den geringen Abstand zwischen den fünf Noten, aus denen es bestand, und der unaufhörlichen Wiederkehr von zweien von ihnen dieser bestimmte Eindruck von stetsig zurücknehmender, fröstelnder Süße darin zustande kam. In Wirklichkeit aber wusste er, dass er in dieser Weise nicht über das Thema selbst argumentierte, sondern über schlichtere Werte, durch die er für ein bequemeres Verständnis die geheimnisvolle Wesenheit ersetzte, die er noch vor der Bekanntschaft mit den Verdurins an jenem Abend erkannt hatte, als er die Sonate zum ersten Male hörte. Er wusste, dass sogar noch die Vorstellung von dem Klavier den Hintergrund fälschte, auf dem er die Dinge der Musik sich bewegen sah, dass das eigentliche Feld, das dem Musiker offensteht, nicht die Klaviatur mit ihren sieben Tönen ist, sondern ein unendliches Manual, das noch ganz unermessen ist, in dem nur hier und da durch dichtes, unerforschtes, dunkel getrennt einige von Millionen Klangtasten der Zärtlichkeit, der Leidenschaft, der göttlichen Heiterkeit, aus denen es sich zusammensetzt, verschieden voneinander wie ein Weltall vom anderen, von einigen großen Künstlern entdeckt worden sind, die, indem sie in uns ein Echo des Themas, das sie anschlagen, wecken, uns den Dienst erweisen, dass wir durch sie sehen, welchen Reichtum, welche Fülle der Vielheit uns unbewusst jene große, undurchwanderte, entmutigend ziellose Nacht unserer Seele birgt, die wir für Leere halten und für nichts. Vinteuil war einer dieser begnadeten Musiker gewesen. In seinem kleinen Thema spürte man unter der dunklen Oberfläche einen so unverrückbaren, einzigartigen Inhalt, dem es eine so neue und originale Kraft verlieh, dass alle, die es gehört hatten, es da in sich aufbewahrten, wo die Ideen des Geistes ihre Städte haben. Swan hatte beim Gedanken daran eine so besondere Vorstellung von Liebe und Glück, wie etwa, wenn die Princesse de Clave oder Renée sie ihm vor Augen stellten. Selbst wenn er nicht an das kleine Thema dachte, war es latent in seinem Geiste vorhanden, in der gleichen Weise wie gewisse andere Begriffe, für die es nicht ihresgleichen gibt, wie die Vorstellung von Licht, von Ton, von Tastbarkeit oder physischer Lust, die den reichen Grundbestand bilden, in denen die Bezirke unseres Inneren sich differenzieren und die ihren Schmuck ausmachen. Vielleicht verlieren wir sie einmal, vielleicht erlöschen sie bei unserer Rückkehr ins Nichts. Aber solange wir leben, können wir nicht mehr dazu tun, dass wir sie nicht gekannt haben, als etwa mit Bezug auf ein reales Objekt, so wie wir zum Beispiel an dem Licht der Lampe nicht zweifeln können, die vor den verwandelten Gegenständen unseres Zimmers entzündet wird, aus dem im gleichen Augenblick alles dunkel entschwindet, ja selbst die Erinnerung daran. Dadurch aber hatte das Thema von Vinteuil wie irgendein Motiv aus Tristan, das ebenso eine Ausweitung unserer Gefühlswelt bedeutet, Anteil bekommen an unserem sterblichen Geschick etwas Menschliches angenommen, das zutiefst rührend war. Sein Los war von damit der Zukunft, der Wirklichkeit unserer Seele verknüpft, zu deren erlesensten und kompliziertesten Besitztümern es gehörte. Vielleicht ist das Nichts das Wahre und all unser Träumen hat kein wirkliches Sein. Dann aber wissen wir aus dem Gefühl, dass diese musikalischen Ideen und alles, was in Beziehung auf sie entsteht, ebenfalls nichts ist. Wir gehen dahin, doch als Geiseln haben wir diese gefangenen göttlichen Geschlechts, die unser Schicksal teilen. Der Tod mit ihnen aber hat weniger Bitternis, ist weniger ruhmlos. Ja, er erscheint vielleicht nicht einmal mehr so gewiss. Swan hatte also nicht Unrecht zu glauben, dass das Thema der Sonate wirklich existiere. Gewiss war es menschlich in dieser Sicht, dennoch aber gehörte es einer Ordnung übernatürlicher Wesen an, die wir niemals gesehen haben und doch mit Entzücken erkennen, wenn es einem Erforscher des Unsichtbaren gelingt, eines davon einzufangen und es von seiner Götterwelt her einen Augenblick über der Unseren erstrahlen zu lassen. Das aber hatte Venteuil mit seinem kleinen Thema erlangt. Swan fühlte, dass der Komponist nicht mehr getan hatte, als es mit den Mitteln der Musik freizulegen, sichtbar werden zu lassen, seine Liniensysteme ehrfurchtsvoll mit liebender, behutsam zarter Hand nachzuzeichnen, die so sicher war, dass der Ton sich jeden Augenblick änderte, sich verwischte, um einen Schatten anzudeuten und sich von Neuem belebte, wenn er einer kühner geführten Kontur auf der Spur bleiben wollte. Ein Beweis, dass Swan sich nicht täuschte, wenn er an die Existenz dieses Themas glaubte, war, dass jeder auch nur ein wenig empfindliche Liebhaber dieser Musik sofort den Betrug gemerkt hätte, wenn etwa Venteuil in einem Nachlassen seines Vermögens die Formen genau zu erkennen und nachzubilden versucht hätte, hier und da aus eigenem etwas hinzuzutun, um über die Lücken seiner Vision oder das Versagen der Hand täuschend hinweg zu gleiten. Das Thema war verschwunden. Swan wusste, dass es am Schluss des letzten Satzes wiederkehren würde, nach einer langen Passage, die Madame Verdurins Pianist gewöhnlich übersprang. Es gab hier noch wundervolle Ideen, die Swan beim ersten Hören nicht erkannt hatte, sondern jetzt erst bemerkte, als hätten sie im Vorraum seiner Erinnerung die gleichmachende Verkleidung des Neuen abgelegt. Swan lauschte auf alle die Einzelmotive, die schließlich in dem Thema zusammenfließen würden, wie die Prämissen in einem notwendig sich ergebenden Schluss. Er wohnte seinem Entstehen bei. Eine ebenso geniale Kühnheit vielleicht, sagte er sich, wie die eines Lavoisiers, eines Ampère. Auch Venteu experimentiert und entdeckt die geheimen Gesetze einer noch unbekannten Kraft. Durch unerforschte Gebiete lenkt er dem einzig möglichen Ziel das unsichtbare Gespann entgegen, dem er sich anvertraut und das er selber niemals erkennen wird. Welch einen schönen Dialog zwischen Klavier und Geige hört es zu Beginn des letzten Satzes mit an. Das Fehlen menschlicher Worte ließ bei weitem nicht der Fantasie zu viel Raum, wie man hätte glauben können, sondern hielt sie vollkommen fern. Niemals noch war die gesprochene Rede so unbeugsam durch Notwendigkeit bestimmt, kannte sie in solchem Maße die Eindeutigkeit der Fragen, die Evidenz der Antwort darauf. Erst klagte das Klavier wie in Verlassenheit gleich einem Vogel, der seine Gefährtin vermisst. Die Geige hörte und gab Antwort von einem benachbarten Baum. Es war wie nach der Erschaffung der Welt, als gäbe es noch nichts als diese beiden auf Erden, oder vielmehr wie in einer für alles andere verschlossenen, aus der Logik eines Schöpfers erbauten, in der nur immer diese beiden sein würden, der Welt dieser Sonate. War es ein Vogel? War es die noch unfertige Seele der werdenden kleinen Melodie? War es eine Fee, dieses unsichtbar seufzende Wesen, dessen Klage das Klavier so zärtlich eindringlich wiederholte? Seine Schmerzensrufe brachen so plötzlich hervor, dass der Geigenspieler eilends den Bogen ansetzen musste, um sie aufzugreifen. Er schien den Wundervogel beschwören, bezähmen, betören zu wollen. Schon war er in seine kleine Thema im wahrhaft besessenen Leib des Violinisten wie in dem eines Mediums. Svan wusste, es werde noch einmal seine Stimme erheben, und er war jetzt so deutlich in zwei Wesen geteilt, dass die Erwartung des unmittelbar bevorstehenden Augenblicks, wo er sich ihm gegenüber befinden würde, ihn in einem Schluchzen erschauern ließ, wie eine schöne Strophe oder eine traurige Nachricht. Nicht, wenn wir allein sind, freilich, sondern, wenn wir sie Freunden mitteilen, in denen wir uns erkennen, wie einen anderen, dessen wahrscheinliche Rührung uns im Voraus das Herz erweicht. Es kehrte zurück, aber diesmal nur, um in der Luft zu schweben und einen Augenblick lang wie unbeweglich zu kreisen und gleich darauf abzubrechen. Svan aber verlor keinen Augenblick von seinem so kurzen Verweilen. Es schwebte wie eine irrisierende Kugel, die sich selber trägt, wie ein Regenbogen, dessen Leuchten immer schwächer wird, abklingt und dann vor dem völligen Verlöschen noch einmal einen Augenblick erblüht wie niemals zuvor. So fügte es zu den beiden bislang wahrnehmbaren Farben andere durchsichtige Stränge hinzu, alle Nuancen des Spektrums und brachte sie zum Erklingen. Svan und reichte aus, die Aufmerksamkeit von 300 Personen in Schach zu halten und machte dieses Podium, auf dem eine Seele beschworen wurde, zu einem der edelsten Altäre, auf dem je eine magische Handlung vorgenommen worden ist. Sodass, als das Thema schließlich in den darauf folgenden Motiven zerflatterte, die an seine Stelle traten, Svan, der im ersten Augenblick unangenehm berührt war, als er die Comtesse de Montréandé, die für ihre naiven Äußerungen bekannt war, sich zu ihm neigen sah, ihm ihre Eindrücke anzuvertrauen, bevor die Sonate noch beendet war, nicht anders konnte als lächeln und vielleicht auch einen tiefen Sinn, der ihr entging in den Worten fand, die sie verwendete. In Staunen gesetzt durch die Virtuosität der Spieler rief die Gräfin zu Svan gewendet aus, das ist ja fabelhaft, ich habe niemals etwas erlebt, was mir solchen Eindruck gemacht hätte, aber ein Exaktheits Bedenken veranlasste sie, zurückhaltender und gleichsam korrigierend hinzuzusetzen, seit dem Tischrücken damals. Von diesem Abend an begriff Svan, dass Odettes Gefühle für ihn nicht wiederkehren, dass seine Hoffnungen auf Glück sich niemals erfüllen würden. Und an den Tagen, wo sie zufällig noch einmal nett und zärtlich zu ihm war und einige Aufmerksamkeit an ihn wendete, notierte er dann diese scheinbaren trügerischen Zeichen einer leichten Rückwendung zu ihm, mit jenem gerührten, aber skeptischen Eifer und der im Grunde verzweifelten Freude derjenigen, die bei der Pflege eines Freundes im letzten Stadium einer unheilbaren Krankheit als große Besonderheiten vermerken. Gestern hat er selbst die Ausgaben nachgerechnet und uns sogar darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns verrechnet hatten. Er hat mit Appetit ein Ei gegessen und wenn er es gut verträgt, soll er morgen ein Schnitzel bekommen, sie wissen, dass diese Dinge am Vorabend des unvermeidlichen Endes keine Bedeutung mehr haben. Zweifellos war Swan gewiss, dass Odette ihm, wenn er jetzt fern von ihr gelebt hätte, schließlich gleichgültig geworden wäre, sodass er sie mit einer Art von Erleichterung hätte Paris für immer verlassen sehen. Er hätte dann die Kraft besessen zu bleiben, doch die selbst zu gehen hatte er nicht. Er dachte des Öfteren daran. Jetzt, da er sich wieder an seine Vermehr-Studie gemacht hatte, hätte er allen Grund gehabt, wenigstens für ein paar Tage nach Den Haag, nach Dresden oder Braunschweig zu reisen. Er war überzeugt, dass eine Diana mit ihren Nymphen, die vom Mauritz-Häus auf der Versteigerung Goldschmidt als ein Nikolaus Maas angekauft worden war, in Wirklichkeit von Vermehr stammte. Er hätte gern das Bild an Ort und Stelle untersucht, um seine These zu stützen. Aber Paris verlassen, solange Odette da war, und selbst wenn sie abwesend wäre, denn an neuen Orten, wo die Empfindungen noch nicht durch die Gewohnheit abgeschwächt sind, verstärkt und belebt sich ein Schmerz, war für ihn ein so grausames Vorhaben, dass er nur deshalb so unaufhörlich daran denken konnte, weil er ganz genau wusste, er werde es doch nicht tun. Aber es kam vor, dass ihm im Schlaf diese Absicht zu reisen wieder vor Augen trat, ohne dass er sich daran erinnerte, dass diese Reise unmöglich sei, und im Traum verwirklichte sie sich auch. Eines Nachts träumte er, er verreise für ein Jahr. Aus der Wagentür sich einem jungen Mann zuneigend, der auf dem Bahnsteig stand und ihm weinend Lebewohl sagte, suchte Sven ihn dafür zu gewinnen, dass er mit ihm reise. Der Zug setzte sich in Bewegung, die Angst weckte ihn auf. Er rief sich ins Gedächtnis zurück, dass er ja gar nicht verreise, dass er Odette am gleichen Abend sehen werde, auch am folgenden und überhaupt beinahe jeden Tag. Da pries er in seinem Herzen, noch ganz unter dem Eindruck des Traumes, die besonderen Umstände seines Lebens, die ihn unabhängig machten, dank denen er in Odettes Nähe bleiben und auch erreichen konnte, dass sie ihm gestattete, sie zuweilen zu sehen. Und als er sich alle Vorteile seiner Situation einzeln vor Augen stellte, sein Vermögen, das sie zu unerlässlich in Anspruch nehmen musste, um nicht vor einem Bruch zurück zu schrecken, wobei sie sogar, wie behauptet wurde, den Hintergedanken hätte, sich aber ihm die sanfte Genugtuung verschaffte, zu wissen, dass sie von ihm in schmeichelhaften Wendungen reden hörte, dank diesem Freund, dem sie so große Achtung entgegen brachte, seine Intelligenz sogar, die er ganz darauf verwendete, jeden Tag etwas Neues auszudenken, was seine Gegenwart für Odette angenehm ja notwendig machen könnte, dachte er daran, was aus ihm geworden wäre, wenn er das alles nicht hätte, wenn er wie so viele andere arm, bescheiden, aller Möglichkeiten beraubt und gezwungen, jeden Broterwerb anzunehmen oder mit Eltern, mit einer Frau belastet wäre, dann hätte er vielleicht Odette verlassen müssen und der Traum, dessen Grauen ihm noch in den Gliedern lag, zur Wahrheit geworden wäre und sagte sich, man weiß nicht, wie glücklich man ist, man ist nie so Jahre andauerte, dass er als Äußerstes hoffen durfte, dass es noch lange so ginge, dass er seine Arbeit, seine Vergnügungen, seine Freunde, sein ganzes Leben endlich der täglichen Erwartung einer Begegnung zum Opfer brächte, aus der nichts Glückliches für ihn hervorgehen könne. Und er fragte sich, ob er sich auch nicht täusche, ob nicht gerade alles, was diese Verbindung begünstigt und dem Bruch verhindert hätte, seinem Schicksal abträglich gewesen sei, ob nicht das wünschenswerte Ereignis gerade dasjenige wäre, an dem er sich nur freute, solange es einzig im Traume eintrat, dass er ginge. Er sagte sich, dass man sein Unglück nicht kennt und niemals so glücklich ist, wie man glaubt. Manchmal hoffte er, sie werde ohne zu leiden bei einem Unfall umkommen, da sie ja von morgens bis abends so viel auf Straßen und Landstraßen unterwegs war. Und da sie immer heil und gesund wieder nach Hause kam, bewunderte er, wie geschmeidig und kraftvoll der menschliche Körper doch sei, dass er unaufhörlich alle ihn umlauernden Gefahren, die Svan zahllos schienen, seitdem sein geheimes Wünschen sie überall unterstellte, von sich abhielt, ihnen ein Trachten nach Genuss nach zu gehen. Svan fühlte sich im Herzen jenem Mohammed dem zweiten Verwandt, dessen Porträt von Bellini ihm so erfreulich war. Dieser Sultan hatte, als er inne wurde, dass er eine seiner Frauen bis zum Wahnsinn liebte, sie kurzerhand erdolcht, um, wie sein venezianischer Biograf ganz naiv berichtet, die Freiheit seines Geistes wieder zu erlangen. Dann wiederum entrüstete er sich, und die Leiden, die er erduldete, schienen ihm keines Mitleids wert, da er selbst Odettes Leben so gering veranschlagt hatte. Da er sich nicht endgültig von ihr trennen konnte, hätte wenigstens ein pausenloses Zusammensein mit ihr seinen Kummer beschwichtigt und vielleicht seine Liebe zum Erlöschen gebracht. Wenn sie schon Paris nicht für immer verlassen wollte, hätte er gern gesehen, sie verließe es nie. Da er nun wenigstens wusste, dass die einzige längere Abwesenheit, die sie jeweils plante, immer für August und September vorgesehen war, hatte er mehrere Monate im Voraus muße, den bitteren Gedanken daran, auf die ganze Zukunft zu verteilen, die er vorwegnehmend in sich trug, und die aus Tagen zusammengesetzt, die den gegenwärtigen glichen, durchsichtig und kalt in seinem Geiste zirkulierte, wo sie der Trauer Nahrung gab, ohne ihm allzu spürbare Leiden zu bereiten. Doch diese im Innern vorbereitete Zukunft, ihr farbloser, frei dahinfließender Strom, konnte durch ein einziges Wort Odets, das bis in die Tiefen seines Wesens drang, zu Eis erstarren, aufgehalten werden, sich verfestigen, ganz und gar gefrieren. Svan spürte sie dann in sich, wie eine ungeheure blockartige Masse, die gegen die Innenwände seines Wesens drückte, als wollte sie sie zersprengen. Eines Tages nämlich hatte Odette lächelnd und mit spöttisch beobachtendem Blick zu ihm gesagt, Forschwill hat zu Pfingsten eine schöne Reise vor, er will nach Ägypten gehen. Und Svan hatte sofort begriffen, dass das bedeutete, Pfingsten gehe ich mit Forschwill nach Ägypten. Und tatsächlich, als Svan ein paar Tage darauf zu ihr sagte, wie ist es denn mit dieser Reise, die du mit Forschwill nach Ägypten machen willst, antwortete sie unbedacht, ja, lieber Junge, wir reisen am 19. Wir werden dir eine Karte schicken mit den Pyramiden darauf. Da hätte er gern wissen mögen, ob sie Forschwill's Geliebte war, am liebsten sie selbst danach gefragt. Er wusste, dass sie abergläubisch, wie sie war, gewisse Dinge nicht abschwören würde, und außerdem fiel die Furcht, die ihn so lange zurückgehalten hatte, nämlich Odette durch seine Fragen zu reizen, jetzt fort, nachdem er die Hoffnung aufgegeben hatte, jemals wieder von ihr geliebt zu werden. Eines Tages bekam er einen anonymen Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, Odette sei die Geliebte zahlloser Männer gewesen, von denen einige aufgeführt wurden, darunter Forschwill, Monsieur de Bréauté und der Maler und auch von Frauen. Außerdem suche sie Stundenhotels auf. Es bereitete ihm Qualen zu denken, dass unter seinen Freunden jemand imstande sein sollte, ihm diesen Brief zu schreiben, denn aus gewissen Einzelheiten ging bei dem, der diese Zeilen geschrieben hatte, eine intime Kenntnis von Svan's Leben hervor. Er dachte nach, wer es sein könnte. Aber er hatte niemals die ihm unbekannten Handlungen der anderen beachtgewöhnt, d.h. solche, die durch kein sichtbares Band mit ihren Worten verknüpft waren. Wenn er wissen wollte, ob er die unbekannte Region, in der diese schmähliche Handlung hatte entstehen können, eher in der Wesensart von Monsieur de Charlus, Monsieur de Lome, Monsieur d'Orsan, wie sie sich nach außen zeigten, zu suchen habe, sah er, da keiner von ihnen jemals in seiner Gegenwart das Schreiben anonymer Briefe gut geheißen, vielmehr alles, was sie geäußert hatten, einschloss, dass sie es missbilligten, keine Gründe, weshalb er diese Infamie eher mit der Natur des einen als des anderen in Verbindung bringen sollte. Die des Baron de Charlus neigte ein wenig zur Extravaganz, war aber im Grunde herzensgut. Die des Prinzen de Lome etwas trocken, aber gesund und ehrenhaft. Was Monsieur d'Orsan anbetraf, so war's wann niemals jemandem begegnet, der selbst unter den traurigsten Umständen ihm mit so aufrichtig gefühlten Worten und einem so unbefangenen und richtigen Verhalten entgegengetreten wäre. Das ging so weit, dass er die etwas unvornehme Rolle, die Monsieur d'Orsan in einer zwischen ihm und einer reichen Frau bestehenden Beziehung angeblich spielte, so wenig begreifen konnte, dass er jedes Mal, wenn er an ihn dachte, von diesem schlechten Ruf absehen musste, der mit so vielen eindeutigen Beweisen des Zartgefühls unvereinbar war. Einen Augenblick hatte Svan das Gefühl, dass sein Geist sich verwirrte. Er dachte an etwas anderes, um wieder klarer zu sehen. Dann fand er den Mut, zu seinen Überlegungen nochmals zurückzukehren. Da er aber niemand Bestimmten verdächtigen konnte, musste er wohl oder übel alle verdächtigen. Monsieur de Charluz war ihm alles in allem zugetan und hatte ein gutes Herz. Aber er war ein Neurastheniker. Er würde vielleicht morgen Tränen vergießen, weil er erfuhr, sein Freund Svan sei krank, ihm aber heute aus Eifersucht oder irgendeiner fixen Idee heraus alles Böse wünschen. Im Grunde war diese Menschensorte ja die schlimmste von allen. Gewiss, der Prinz de Lome war weit entfernt, Svan so zu lieben wie Monsieur de Charluz. Aber gerade deswegen konnte er auch nicht auch nicht so empfindlich wie jener sein. Außerdem war er zweifellos eine kalte Natur, gleich unfähig zur Schurkerei wie zu großen Taten. Svan bedauerte, dass er sich im Leben nur an solche Art von Menschen angeschlossen habe. Dann bedachte er, dass einzig die Güte die Menschen daran hindert, ihrem Nächsten Böses zuzufügen und dass er im Grunde nur für die der seinen ähnlichen Naturen einstehen könne, wie es bezüglich des Herzens wenigstens die von Charluz war. Der bloße Gedanke, Svan solchen Kummer zu machen, hätte jenen aufs tiefste verstört. Aber bei einem fühllosen Menschen, der einer ganz anderen Menschengattung angehörte, wie dem Prinzen Delorme, konnte man nicht voraussehen, zu welchen Handlungen Beweggründe ihn führen könnten, die einer von der Svan so völlig verschiedenen Wesensart entstammten. Ein Herz haben ist alles, und das jedenfalls hatte Monsieur de Charluz. Auch Dorsan konnte man es nicht absprechen, und seine cordialen, wenn auch nicht intimen Beziehungen zu Svan, welche auf der angenehmen Konversation beruhten, die sie miteinander führten, weil sie über alles die gleichen Ansichten hegten, bildeten eine zuverlässigere Grundlage als die etwas exaltierte Anhänglichkeit des Baron de Charluz, die auch zu Akten der Leidenschaft führen konnte, Guten oder Schlechten. Wenn es jemand gab, von dem Svan sich immer verstanden und auf eine diskrete Art geliebt wusste, so war es Monsieur Dorsan. Ja, aber dies etwas zweifelhafte Leben, das er führen sollte. Svan bedauerte, dass er so wenig darauf Acht gegeben, ja sogar oft im Scherz geäußert hatte, er hege niemals so lebhafte Gefühle der Sympathie und Hochachtung wie in Gesellschaft eines Gauners. Nicht umsonst, sagte er sich jetzt, beurteilen die Menschen, seitdem sie sich überhaupt mit der Kritik ihres Nächsten abgeben, diesen nach seinen Handlungen. Nur das gilt und keineswegs, was wir sagen und denken. Charlus oder Delorme können diese oder jene Charakterfehler besitzen. Sie sind doch Ehrenmänner. Dorsan hat vielleicht keine, aber er ist kein Ehrenmann. Er hätte ja auch noch ein zweites Mal etwas Schlechtes tun Dann richtete sich Svans Verdacht auf Rémy, der allerdings den Brief nur hätte inspirieren können. Diese Fährte schien ihm einen Augenblick die richtige zu sein. Zunächst hatte Loredan Gründe, Odette übel zu wollen. Und wie sollte man eigentlich nicht annehmen, dass unsere Dienstboten, die in einer der unseren untergeordneten Situation leben, die in unsere angenehme Lage und unsere Fehler Reichtümer und Laster hineinfantasieren, um deren Willen sie uns beneiden und verachten, nicht zwangsläufig dazu kommen, anders zu handeln, als die Menschen unserer eigenen Welt. Auch meinen Großvater verdächtigte er. Hatte er sich nicht jedes Mal, wenn Svan seine Hilfe in Anspruch nehmen wollte, ablehnend verhalten? Außerdem würde er vielleicht mit seinen bürgerlichen Anschauungen zu Svan's Bestem zu handeln glauben. Dann richtete sich sein Argwohn auch noch gegen Bergotte, den Maler, die Verdurins, und er bewunderte beiläufig wieder einmal die Klugheit der großen Welt, die mit den Künstlermilieus nichts zu tun haben wollte, wo solche Dinge möglich waren, ja vielleicht sogar als amüsante Späße zugegeben wurden. Dann wieder fielen im Züge der Rechtschaffenheit im Gesamtbild dieser Bohème ein, und er verglich zu dem Geldmangel, Luxusbedürfnis oder Genussgier oft Aristokraten verleiten. Kurz, dieser anonyme Brief bewies, dass es unter seinen Bekannten jemanden gab, der zu Gemeinheiten fähig war. Aber er sah keinen besseren Grund, weshalb dieser Streich eher unter der von anderen unerforschten trügerischen Patina des warmherzigen als des kalten Menschen, des Künstlers als des Bürgers, des großen Herrn als des Lakaien zu suchen sein sollte. Welches Kriterium gab es für die richtige Beurteilung der Menschen? Im Grunde war in seinem Bekanntenkreis niemand, der einer Infamie nicht fähig sein könnte. Sollte er einfach mit allen in Bausch und Bogen brechen? Sein Geist verschleierte sich. Er strich sich zwei oder dreimal mit der Hand über die Stirn und putzte sein Monokel mit dem Taschentuch ab und in dem Gedanken, dass schließlich Leute, die ebenso viel wert waren wie er, mit Monsieur de Charlus, dem Prinzen de L'homme und den übrigen umgingen, sagte er sich, dass das zwar vielleicht nicht bedeute, dass sie unfähig zu einer Gemeinheit seien, wohl aber, dass eine Lebensnotwendigkeit, der jeder sich unterwirft, darin bestehe, mit Leuten umzugehen, welche zu einer solchen Handlung vielleicht nicht unfähig seien. Daraufhin drückte er auch weiterhin allen Freunden, die er beargwöhnt hatte die Hand, mit dem rein formalen Vorbehalt, dass sie möglicherweise versucht hatten, ihn zur Verzweiflung zu treiben. Was den Inhalt dieses Briefes anbetraf, so beunruhigte er sich nicht, denn nicht eine der darin ausgesprochenen Anschuldigungen gegen Odette hatte einen Schatten von Wahrscheinlichkeit für sich. Wie viele Menschen war Svan ziemlich trägen Geistes und ohne jede Erfindungsgabe. In Form einer allgemeinen Lebensweisheit war ihm zwar wohl bekannt, dass das menschliche Leben reich an Widersprüchen sei, aber bei jedem Einzelwesen stellte er sich dennoch vor, dass der ihm unbekannte Teil von dessen Leben mit dem ihm Bekannten völlig identisch sein müsse. Er rekonstruierte sich alles, was man ihm verschwieg, mit Hilfe dessen, was ihm von dem gleichen Menschen gesagt worden war. Wenn er in den Augenblicken die Odette in seiner Nähe verbrachte, mit ihr von einer schnöden Handlungsweise oder den undelikaten Gefühlen eines anderen sprach, so verurteilte sie sie aufgrund der gleichen Grundsätze, die Swan immer von seinen Eltern hatte predigen hören und denen er treu geblieben war. Dann ordnete sie die Blumen in einer Vase, trank eine Tasse Tee und erkundigte sich besorgt nach dem Fortgang von Swanns Arbeiten. Diese Gewohnheiten nun dehnte Swan in Gedanken auch auf das übrige Leben Odettes aus. Er wiederholte nur diese Gebärden, wenn er sich die Momente ausmalen wollte, die sie fern von ihm verbrachte. Wenn sie ihm jemand so vor Augen gestellt hätte, wie sie mit ihm war, oder vielmehr lange Zeit gewesen war, jedoch mit einem anderen Mann, so hätte er Schmerz empfunden, denn dieses Bild wäre ihm glaubhaft erschienen. Aber dass sie mit Kupplerinnen in Verbindung stand, Orgien mit anderen Frauen beging, das schmutzige Dasein verworfener Kreaturen führte, wäre ihm als Wahnidee erschienen, die ja Gott sei Dank durch die Chrysanthemen, an die er zurückdachte, die vielen Teeinladungen, ihre tugendhafte Entrüstung auf der Stelle widerlegt wurden. Nur von Zeit zu Zeit gab er Odette zu verstehen, dass die Leute boshaft genug seien, ihm alles zu erzählen, was sie tue und lasse. Und dadurch, dass er eine unbedeutende, aber wahre Einzelheit, die er zufällig erfahren hatte, so vorbrachte, als sei sie ein nur aus Versehen ihm entschlüpftes Detail aus einer vollständigen Rekonstruktion von Odettes Leben, die er insgeheim in sich herumtrage, flößte er ihr die Meinung ein, er sei über Dinge orientiert, die er in Wirklichkeit nicht wusste und nicht einmal arg wöhnte. Denn wenn er oft Odette beschwor, der Wahrheit die Ehre zu geben, so war es nur, ob es ihm nun bewusst war oder nicht, damit Odette ihm alles mitteilte, was sie tat. Zweifellos liebte Sven, wie er Odette gegenüber behauptete, die Aufrichtigkeit, aber er liebte sie als eine Zwischenträgerin, die ihn über das Leben, das seine Geliebte hielt. So hatte auch seine Liebe zur Aufrichtigkeit, da sie keineswegs selbstlos war, ihn nicht besser gemacht. Die Wahrheit, die er liebte, war die, die ihm Odette gestehen würde. Um aber an diese Wahrheit zu kommen, war jene selbe Lüge ihm recht, die er Odette unaufhörlich als den sicheren Weg ausmalte, der jede menschliche Kreatur zur Herabwürdigung führe. Alles in allem log er genauso viel wie Odette, da er zwar weniger egoistisch war. Und sie, wenn sie Sven in dieser Weise Dinge, die sie getan hatte, ihr vorerzählen hörte, sah ihn misstrauisch an und tat für alle Fälle empört, damit es nicht scheine, als fühle sie sich ertappt und schäme sich ihrer Handlungen. Eines Tages hatte er in einer der längsten Ruheperioden, die er ohne Eifersuchtsanfälle durchlebt hatte, zugesagt, mit der Prinzessin Delhomme ins Theater zu gehen. Als er die Zeitung aufschlug, um zu sehen, was gespielt würde, bedeutete für ihn der Anblick des Titels »Les filles de marbre« von Theodor Barriere einen so grausamen Schlag, dass er eine Sekunde zurückprallte und den Kopf wendete. Als er es hier wie von Rampenlicht angestrahlt und an dieser ganz neuen Stelle vor sich sah, erhielt das Wort »Marmor«, das ihm sonst gar nicht mehr auffiel, so oft war es ihm vor Augen gekommen, einen ganz neuen Aspekt und rief ihm eine Geschichte, die Odette früher einmal erzählt hatte, in die Erinnerung zurück. Es handelte sich um einen Besuch im Salon des Palais de l'Industrie mit Madame Verdurin, bei dem diese geäußert hatte, »Sieh dich vor, ich kann dich zum Auftauen bringen, du bist nicht von Marmor. Odette hatte ihm gegenüber behauptet, es sei nur ein Scherz gewesen und er hatte die Sache denn auch Der anonyme Brief jedoch erwähnte gerade Liebschaften dieser Art. Er wagte nicht noch einen weiteren Blick auf diese Seite der Zeitung zu werfen, sondern entfaltete sie ganz und wendete die Blätter um, damit er nicht noch einmal den Titel »Les filles de marbre« sehen müßte. Mechanisch überflog er die Nachrichten aus der Provinz. Im Kanal hatte ein Sturm gewütet. Es war von Verwüstungen in Dieppe Cabour und Böswall die Rede. Wiederum war es für ihn wie ein Schlag. Der Name Böswall rief in seinem Bewusstsein den eines anderen Ortes in jener Gegend wach Böswil, an den mit einem Bindestrich ein anderer hinzugesetzt ist, nämlich Breauté. Er hatte ihn oft auf den Karten gesehen, machte sich aber jetzt zum ersten Male klar, dass es ja der Name seines Freundes Monsieur de Breauté sei, von dem der anonyme Brief behauptete, er sei einer der Liebhaber Odettes. Wenn man es recht bedachte, war die Unterstellung für Breauté nicht eben unwahrscheinlich, während die Sache mit Madame Verdurin einfach unmöglich schien. Aus der Tatsache, dass Odette manchmal log, konnte man nicht ableiten, dass sie niemals die Wahrheit sprach, und in den Gesprächen zwischen ihr und Madame Verdurin, von denen sie berichtete, hatte er deutlich jene Art von albernen, wenn auch bedenklichen Scherzen erkannt, wie Frauen in ihrer Unerfahrenheit und Unkenntnis des Lasters sie austauschen und in denen sich gerade ihre Ahnungslosigkeit zeigt. Frauen noch dazu, die, wie zum Beispiel Odette, denkbar weit davon entfernt sind, schwärmerisch zärtliche Gefühle für andere ihresgleichen zu hegen. Andererseits passte die Empörung, mit der sie den Argwohn, den Augenblick in ihm geweckt hatte, von sich wies, gut zu allem, was er von den Neigungen und dem Temperament seiner Geliebten wusste. In diesem Augenblick nun aber erinnerte sich Svan in einer jener Eingebungen der Eifersucht, die jenen gleichen, die dem Dichter oder Gelehrten, der erst über einen Reim oder eine vereinzelte Beobachtung verfügt, die Idee oder das Gesetz offenbaren, aus denen ihnen auf einmal ihre Schöpferkraft erwächst, zum ersten Mal an einen Ausspruch Odettes, der bereits zwei Jahre zurück lag. Oh, im Augenblick existiert für Madame Verdurin überhaupt niemand außer mir. Ich bin ihr Liebling. Sie küsst mich ab. Ich soll alle ihre Besorgungen mit ihr machen. Sie möchte, dass wir uns duzen. Weit entfernt den Satz damals schon im Zusammenhang mit den absurden, sich lasterhaft gebärdenden Äußerungen zu sehen, die Odette ihm wiederholt hatte, nahm er ihn zu jener Zeit nur als Beweis einer etwas übersteigerten Freundschaft hin. Nun aber trat mit einem Male die Erinnerung an die übertrieben zärtlichen Gefühle von Frau Verdurin zu der Erinnerung an jene geschmacklose Unterhaltung hinzu. Er konnte sie in seinem Bewusstsein nicht mehr voneinander trennen und sah Zärtlichkeit den scherzhaften Reden etwas Ernstes beimischte und diese wiederum jenem Gefühl seine Unschuld benahmen. Er ging zu Odette. In einiger Entfernung von ihr setzte er sich hin. Er wagte nicht, sie zu küssen, da er nicht wusste, ob bei ihr oder ihm Zuneigung oder Hass aus einem Kuss entstände. Er sah schweigend zu, wie ihre Liebe starb. Plötzlich fasste er einen Entschluss. Odette, mein Herz, sagte er, ich weiß, ich bin ein schrecklicher Mensch, aber ich muss dich einmal nach ein paar Dingen fragen. Du weißt doch, was für eine Idee ich damals über dich und Madame Verdurin hatte. Sage mir, ob es wahr ist oder ob etwas ähnliches mit einer anderen Frau gewesen ist. Sie schüttelte den Kopf und presste die Lippen zusammen. Ein Zeichen, das viele Leute anwenden, um auszudrücken, dass sie irgendwohin nicht gehen werden, dass sie keine Lust haben, wenn jemand sie fragt, schauen sie sich den Festzug an, gehen sie zur Parade. Aber da dies Kopfschütteln gewöhnlich für ein erst zukünftiges Ereignis verwendet wird, wirkt es als Verneinung von etwas Gewesenem merkwürdig unbestimmt. Außerdem erweckt es eher die Vorstellung von persönlicher Abneigung gegen das Thema als von einer eigentlichen Ablehnung oder moralischen Unmöglichkeit der Sache. Als Swan sah, dass Odette ihm mit dieser Art von Zeichen zu verstehen gab, es stimme nicht, begriff er, dass es wahr sein könnte. Ich habe es dir ja gesagt, du weißt es doch, fügte sie mit betrübter, ja unglücklicher Miene hinzu. Ja, ich weiß, aber bist du auch ganz sicher? Sage nicht, du weißt es doch, sondern sage, ich habe niemals solche Dinge mit irgendeiner Frau getan. Wie eine Lektion wiederholte sie in ironischem Ton, als wolle sie ihn nur loswerden, ich habe niemals solche Dinge mit irgendeiner Frau getan. Kannst du es mir bei deiner Medaille der Madonna di Laghetto schwören? Swan wusste, dass Odette bei dieser Medaille niemals falsch schwören würde. Ach, ach, du bringst mich ja um, rief sie aus und entzog sich, indem sie aufsprang dem Drängen dieser Frage. Bist du bald fertig damit? Du scheinst fest entschlossen, es dahin zu bringen, dass ich dich hassen, dich verabscheuen muss. Da sieht man es ja. Ich wollte mit dir wieder sein wie früher in unserer besten Zeit und das ist der Dank dafür. Er aber gab nicht nach wie ein Chirurg, der mit seinem Eingriff nur das Ende eines Krampfes abwartet, welcher die Aktion vorübergehend unmöglich macht, sich aber nicht davon abbringen lässt. Du hast völlig Unrecht, wenn du meinst, ich sei dir im geringsten böse deswegen, Odette, sagte er im Tone trügerisch sanfter Überredung zu ihr. Ich spreche immer nur zu dir von Sachen, die ich weiß, und ich weiß stets mehr, als du glaubst. Du nur kannst durch ein Geständnis mildern, was mich sonst dich zu hassen zwingt, solange ich es nämlich nur von den anderen höre. Mein Groll gegen dich rührt nicht aus deinen Handlungen her. Ich verzeihe dir alles, denn ich liebe dich ja, sondern aus deiner sinnlosen Unaufrichtigkeit, mit der du Dinge abstreitest, die ich mit Sicherheit weiß. Aber wie soll ich dich denn weiterhin lieben, wenn ich sehe, dass du mir gegenüber eine Sache behauptest und beschwörst und ich weiß genau, sie ist falsch. Wenn du nur willst, ist die ganze Sache in einer Sekunde erledigt. Du hörst von mir kein Wort mehr davon. Sage mir bei deiner Medaille ja oder nein, ob du so etwas getan hast. Aber ich weiß es nicht mehr, rief sie wütend aus, vielleicht vor sehr langer Zeit einmal, ohne zu wissen, was ich tat, zwei oder dreimal vielleicht. Sven hatte alle Möglichkeiten ins Auge gefasst. Die Wirklichkeit ist also etwas, was gar keine Beziehung zu den Möglichkeiten hat, nicht mehr als ein Messerstich, den wir empfangen, zu den über unserem Kopf dahin ziehenden Wolken, da ja diese Worte zwei oder dreimal vielleicht sich wie ein kreuzförmiger Schnitt in sein Herz eingeroben. Es war seltsam zu erleben, wie diese Worte zwei oder dreimal nichts als Worte, die in einer gewissen Entfernung in die Luft gesprochen wurden, einem so das Herz zerreißen konnten, als ob sie es wirklich träfen und einen krank machten wie ein Gift, das man tatsächlich schluckte. Unwillkürlich dachte es wann an die Worte, die er bei Madame de Saint de Verde gehört hatte. Das ist der stärkste Eindruck, den ich hatte, seit dem Tischrücken damals. Das Leiden, das er verspürte, glich in nichts dem, was er sich vorgestellt hatte. Nicht nur, weil er sich selbst in seinen stundenärgsten Misstrauens mit der Fantasie niemals so weit vorgewagt hatte, sondern auch, weil, wenn er an dergleichen gedacht hatte, die Sache doch ganz im Ungewissen nebelhaften blieb, noch frei von dieser besonderen Art von Grauen, die jetzt den Worten zwei oder dreimal vielleicht entströmte, frei auch von jeder speziellen Grausamkeit, die so ganz anders war als alles, was er sich vorgestellt hatte, wie eine Krankheit, die einen zum ersten Male überfällt. Und doch war ihm diese Odette, von der alles Leiden kam, deswegen nicht weniger lieb, sondern im Gegenteil kostbarer noch, als ob in dem Maße, wie sein Leiden wuchs, auch der Wert des Beruhigungsmittels immer höher stiege, des Gegengifts, über das einzig und allein diese Frau verfügte. Er wollte mehr auf sie Acht geben, wie auf eine Krankheit, die sich als schwerer herausstellt, als man erst angenommen hat. Er wollte, dass diese Sache, die sie zwei oder dreimal getan zu haben behauptete, sich niemals wiederholte. Dazu aber musste er über Odette aufmerksamer wachen. Es heißt oft, dass man, wenn man einem Freund die Fehler seiner Geliebten zur Kenntnis bringt, ihn nur umso stärker an sie bindet, weil er das gehörte einfach nicht glauben will. Wie viel mehr aber noch, wenn er es glaubt? Aber, fragte sich Sven, wie soll andere, und er begriff jetzt, welcher Wahnsinn es gewesen war, als er an jenem Abend, da er Odette bei den Verdurins nicht antraf, den Wunsch in sich hatte entstehen lassen, ein anderes Wesen zu besitzen, was immer unmöglich ist. Zu seinem Glück besaß Sven unter der Flut der neuen Leiden, die wie eine wild anstürmende Horde in seine Seele eindrangen, eine ältere, ruhigere Schicht seiner Natur, die unermüdlich schweigend tätig war, wie die Zellen eines verwundeten Organismus, die sich sofort daran machen, die verletzten Gewebe wiederherzustellen, oder die Muskeln eines gelähmten Gliedes, die das Bestreben haben, ihre Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen. Diese älteren Ureinwohner seiner Seele wendeten einen Augenblick alle Kräfte Svans für die verborgene Wiederherstellungsarbeit auf, die einem Genesenden, einem Operierten die Illusion der Ruhe gibt. Diesmal vollzog sich die Entspannung weniger als gewöhnlich in Svans Hirn, als vielmehr in seinem Herzen. Aber alle Dinge des Lebens, die einmal existiert haben, zeigen die Tendenz wieder zu erstehen, und wie ein veränderndes Tier, das von einem letzten Anfall des Krampfes geschüttelt wird, der schon beendet schien, so zeichnete in Svans einen Augenblick lang schon weniger versehrtes Herz noch einmal das gleiche Leiden, das gleiche schneidende Kreuz. Er dachte an die Vollmondabende zurück, als er in seinen Wagen gelehnt sich zur Rue La Perouse tragen ließ. Er durchlebte mit Lust noch einmal die bewegten Gefühle des Verliebten, der noch nichts wußte von der vergifteten Frucht, die sie tragen würden. Doch alle diese Gedanken hielten nur eine Sekunde an, nur solange er brauchte, die Hand zum Herzen zu führen, den stockenden Atem zu beleben und hinter einem Lächeln seine Qual zu verbergen. Schon fing er wieder an, sich neue Fragen zu stellen, denn seine Eifersucht, die sich mehr mühte, als ein Feind, der ihm einen Schlag hätte zufügen wollen, ihm nur ja den grausamsten Schmerz zum Bewusstsein zu führen, den er je erfahren hatte, fand, er habe noch immer nicht genug gelitten und suchte ihm eine noch tiefere Wunde beizubringen. Wie eine böse Gottheit trieb sie mit ihren Einflüsterungen Svan seinem Verderben entgegen. Es lag nicht an ihm, sondern an Odette, wenn zunächst seine Qual sich noch nicht verschlimmerte. Liebes, sagte er, es ist also gut. War etwas mit einer Person, die ich kenne? Aber nein, ich schwöre dir, übrigens glaube ich, ich habe übertrieben, es ist eigentlich nie so weit gekommen. Er lächelte und fing von neuem an. Was willst du? Es macht mir gar nichts aus, nur schade, dass du mir den Namen nicht sagen kannst. Wenn ich mir vorstellen könnte, mit wem es gewesen ist, würde ich gar nicht mehr an die Sache denken. Ich sage es nur deinetwegen, weil ich dich dann nicht mehr damit plagen würde. Es hat immer etwas Beruhigendes, wenn man sich die Dinge vorstellen kann. Unangenehm ist nur, was sich nicht ausmalen lässt. Aber du warst nun schon so nett, da will ich nicht weiter in dich dringen. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles Liebe, was du an mir tust. Es ist gut jetzt. Nur noch eine Frage. Wie lange liegt es zurück? Aber Charles, siehst du denn nicht, wie du mich damit quälst? Das sind uralte Geschichten, ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Es ist, als ob du mich mit Gewalt von neuem darauf bringen willst. Was du schon davon hättest, meinte sie unbewusst töricht, aber mit einer Bosheit, die nicht ohne Absicht war. war es hier im Hause? Du kannst mir nicht einen bestimmten Abend nennen, damit ich mir vorstellen kann, was da gerade war? Du musst dir doch selber sagen, Odette, mein Liebes, es ist doch ausgeschlossen, dass du nicht mehr weißt, mit wem es war. Aber ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war einmal im Bois, wo du danach gekommen bist und uns auf der Insel getroffen hast. Du hattest bei der Prinzessin Delhomme zu Abend gegessen, fügte sie hinzu, froh, ein Detail beibringen zu können, welches für ihre Wahrhaftigkeit sprach. An einem Nachbartisch saß eine Frau, die ich sehr lange nicht gesehen hatte. Sie hat zu mir gesagt, kommen Sie doch mit mir, dahinter den kleinen Felsen, man sieht dort so schön den Mondschein auf dem Wasser spielen. Erst habe ich gegähnt und gesagt, ach nein, ich bin müde und fühle mich hier sehr wohl. Da behauptete sie, ein so schöner Mondschein sei noch gar nicht gewesen. Ich habe geantwortet, alles blaff. Ich wusste gleich, was sie wollte. Odette erzählte das alles beinahe lachend, sei es, dass es ihr ganz natürlich vorkam, oder sei es, dass sie glaubte, die Sache bekäme dadurch weniger Gewicht oder um nur ja nicht nach schlechtem Gewissen zu wirken. Als sie Swans Miene sah, änderte sie sofort ihren Ton. Du bist ein schrecklicher Mensch. Es macht dir Spaß, mich zu quälen. Du bringst mich dazu, dass ich dir Unwahrheiten erzähle, nur damit du mich in Ruhe lässt. Dieser zweite gegen Swan geführte Schlag war schlimmer als der erste. Niemals hatte er vermutet, dass die Sache vor so kurzer Zeit und gleichsam unter seinen Augen geschehen sei, ohne dass er es gemerkt hatte. Nicht in einer Vergangenheit, wo er sie noch nicht kannte, sondern an einem jener Abende, an die er sich gut erinnern konnte, die er mit Odette verlebt hatte. Er hatte sie so wohl zu kennen geglaubt, aber rückblickend bekamen sie nun etwas Heimliches und Odette war zwar nicht gescheit, aber sie besaß den Reiz der Natürlichkeit. Sie hatte die ganze Szene so harmlos erzählt und mimisch dargestellt, dass Svan atemlos alles an sich vorbeiziehen sah. Odettes Gähnen, den kleinen Felsen. Er hörte sie lachend leider antworten, alles blaff. Er spürte, dass sie an diesem Abend nichts mehr sagen würde, dass er im Augenblick keine weitere Enthüllung von ihr erwarten durfte. Er sagte, mein armes Liebes, sei mir nicht böse, ich merke, dass ich dich quäle, aber jetzt ist es vorbei, ich denke nicht mehr daran. Sie aber sah, dass seine Blicke auf die Dinge geheftet blieben, die er nicht wusste und auf die Vergangenheit ihrer Liebe, die in seiner Erinnerung einförmig und freundlich dargelegen hatte und die jetzt von jener Minute im Bois beim Mondschein nach dem Abendessen bei der Prinzessin Delhomme wie eine Wunde aufgerissen wurde. Aber er hatte sich so sehr daran gewöhnt, das Leben interessant zu finden, die kuriosen Entdeckungen zu bestaunen, die man darin machte, dass er noch, als er in einem Maße litt, dass er glaubte, er könne nicht lange mehr solchen Schmerz ertragen, sich sagte, das Leben ist wirklich erstaunlich und hält immer Überraschungen bereit. Das Laster ist offenbar viel verbreiteter, als man meint. Da ist nun hier diese Frau, zu der ich Vertrauen hatte, die so schlicht und so redlich wirkt, selbst wenn sie leichtfertig ist, die einem so normal und gesund in ihren Neigungen vorkommt. Auf eine ganz unwahrscheinliche Verleumdung hin frage ich sie, und das Wenige, was sie mir gesteht, ist schon viel mehr, als ich vermuten konnte. Aber es gelang ihm doch nicht, sich auf solche selbstlosen Betrachtungen zu beschränken. Er versuchte genau die Bedeutung dessen abzuschätzen, was sie ihm erzählte, um daraus schließen zu können, ob sich die Worte, die sie gebraucht hatte. Ich merkte, worauf sie hinauswollte, zwei- oder dreimal, alles blaff. Aber sie hatten in Zwands Bewusstsein nichts von ihrer Schärfe verloren. Jede dieser Wendungen gab ihm einen Stich. Lange Zeit hindurch verhielt er sich wie ein Kranker, der es nicht lassen kann, jede Minute die Bewegung zu machen, die für ihn schmerzhaft ist, und sagte sich unaufhörlich Aber sein Leiden nahm derart zu, dass er innehalten musste. Er wunderte sich, dass Dinge, die er immer leichtfertig, fast amüsiert hingenommen hatte, jetzt so schwerwiegend geworden waren, wie eine Krankheit, an der man sterben kann. Er kannte freilich Frauen, die er hätte bitten können, ein Auge auf Odette zu haben. Aber wie sollte er hoffen, dass sie den gleichen Stammpunkt einnehmen würden wie er und nicht vielmehr den, der so lange sein eigener gewesen war und durch den er sich stets in seinen Liebesaffären hatte bestimmen lassen. Dass sie nicht lachend sagten, dieser eifersüchtige Kerl will nur die anderen um ihr Vergnügen bringen. Welche Falltür hatte sich plötzlich aufgetan und ihn, der doch früher aus seiner Liebe zu Odette nur zarte Freuden gezogen hatte, rau Arme Odette, er war nicht böse auf sie, sie selbst war nur zur Hälfte schuld. Sagte man denn nicht, dass ihre eigene Mutter sie, als sie noch ein halbes Kind war, in Nizza einem reichen Engländer überantwortet habe? Aber welche schmerzliche Wahrheit enthielten nunmehr für ihn jene Zeilen aus dem Tagebuch eines Dichters von Alfred de Vigny, über die er früher gleichgültig hinweggelesen hatte? Wenn man sich von Liebe zu einer Frau ergriffen fühlt, sollte man sich fragen, in welcher Umgebung lebt sie? Wie ist ihr Dasein verlaufen? Alles Glück des Lebens hängt davon ab. Zwan staunte, einfache Wendungen, die er sich in Gedanken immer wieder vorsprach, wie alles blaff, ich merkte, worauf sie hinaus wollte, ihm so wehtun konnten. Aber allmählich sah er ein, dass das, was er für schlichte Worte hielt, Teile jener Vorrichtung waren, die das Leiden, das er bei Odettes Erzählung verspürt hatte, aufgespeichert hielt und zu jeder Zeit von Neuem auf ihn loslassen konnte. Denn es war immer das gleiche Leiden, das er nur stets wie ein Neues empfand. Es half ihm nichts, dass er jetzt alles wusste. Er mochte sogar mit fortschreitender Zeit schon ein wenig wo er sich diese Worte wiederholte, machte das alte Leiden ihn wieder so, wie er gewesen war, bevor Odette gesprochen hatte, unwissend und vertrauend. Seine grausame Eifersucht versetzte ihn, damit Odettes Geständnis ihn auch ja richtig träfe in die Situation eines Menschen, der noch von gar nichts weiß. Und noch nach mehreren Monaten erschütterte ihn diese alte Geschichte wie eine ganz neue Enthüllung. Er bewunderte die furchtbare, immer neue Produktivität seiner Erinnerung. Erst von den nachlassenden Kräften dieser Unheilsgebärerin, deren Fruchtbarkeit mit dem Alter abnimmt, konnte er eine Linderung seiner Martha erhoffen. Aber wenn einmal eines der von Odette gesprochenen Worte seine Kraft ihn zu versehren, etwas erschöpft zu haben schien, löste irgendein anderes, an dem sich Swan bislang weniger gestoßen hatte, ein noch fast neues, jenes abgenutzte ab und traf ihn mit ungeschwächter Kraft. Die Erinnerung an den Abend, als er mit der Prinzessin Delorme zur Nacht gegessen hatte, war ihm schmerzlich geblieben, aber er bildete gleichsam nur das Zentrum seines Leidens, von dem es nach allen Seiten in die Tage vorher und nachher ausstrahlte. Und an welchen Punkt davon er auch in seinen Erinnerungen rührte, jene ganze Saison, in der die Verdurins so oft auf der Insel im Bois zu Abend gegessen hatten, war eine einzige hochneuralgische Zone, so empfindlich, dass die Neugier, die die Eifersucht in ihm weckte, durch die Angst vor neuen Martern aufgehoben wurde, die er sich, wenn er ihr nachgab, vielleicht zuziehen würde. Er machte sich klar, dass der ganze Lebensabschnitt Odettes vor der Begegnung mit ihm, jene Periode, die er sich niemals recht hatte vorstellen wollen, nicht die von ihm in ungewissen Umrissen erschaute abstrakte Zeitstrecke war, sondern aus ganz bestimmten, mit konkreten Begebenheiten angefüllten Jahren bestand. Er aber fürchtete, dass diese farblose, verfließende und somit erträgliche Vergangenheit, dadurch, dass er sie näher kennenlernte, eine greifbare, widerwärtige Gestalt, ein individuelles, teuflisches Antlitz erhalten könnte. Er mühte sich also weiterhin, sie nicht deutlich vor sich zu sehen, weniger aus Trägheit des Denkens, als aus Angst zu leiden. Er hoffte, eines Tages den Namen der Insel im Bois und der Prinzessin Delhomme hören zu können, ohne jenen alten zerreißenden Schmerz zu verspüren, und fand es unvorsichtig, aus Odette neue Worte, neue Ortsnamen, weitere Umstände herauszulocken, die wahrscheinlich seinen kaum beschwichtigten Gram in anderer Gestalt wieder aufleben ließen. Dinge jedoch, von denen er kaum etwas wusste, deren nähere Kenntnis er jetzt aber fürchtete, enthüllte aus eigenem Antrieb Odette ihm häufig selbst, ganz ohne es zu merken. Tatsächlich war der Abstand, den Odettes Laster zwischen ihrem wirklichen Leben und dem verhältnismäßig harmlosen Schuh, von dem Svan geglaubt hatte und sehr häufig auch jetzt noch glaubte, dass sie es führe, ihr selber nicht in vollem Ausmaß bewusst. Ein dem Laster ergebenes Wesen, das vor den Menschen, die davon nichts wissen sollen, immer die gleichen Tugenden zur Schau trägt, verliert den Überblick darüber, wie sehr diese Laster, deren unaufhörliches Anwachsen sich ihm selber unbewusst vollzieht, es allmählich von den normalen Lebensgewohnheiten abdrängen. Dadurch, dass sie in Odettes Bewusstsein so dicht mit der Erinnerung an Handlungen, die sie vor Svan verbarg zusammenwohnten, teilten sie auch den anderen ihre Farbe und ihr Wesen mit, ohne dass sie selbst etwas Befremdendes an ihnen feststellte und ohne dass jene in der speziellen Umgebung, in der sie bei ihr beheimatet waren, irgendwie auffallend wurden. Wenn sie aber zu Svan davon sprach, war er aufs Tiefste über die Atmosphäre entsetzt, aus der sie offenbar kamen. Eines Tages versuchte Svan Odette möglichst schonungsvoll zu fragen, ob sie jemals mit einer Kupplerin zu tun gehabt habe. Im Grunde war er überzeugt, es sei nicht der Fall gewesen. Erst die Lektüre des anonymen Briefes hatte diesen Gedanken überhaupt in ihm aufkommen lassen, aber nur in einer rein mechanischen Form, ohne in seinem Bewusstsein im geringsten Glauben zu finden. Aber er war doch in ihm hängen geblieben, und um die rein formale, aber doch lästige Gegenwart dieses Argwohns loszuwerden, wünschte sich Svan, dass Odette ihn selbst in ihm ausrottete. Oh nein, nicht, dass sie mir nicht nachgelaufen wären, setzte sie mit einem Lächeln befriedigter Eitelkeit hinzu, deren Unfassbarkeit fürs Wann ihr nicht mehr zu Bewusstsein kam. Noch gestern hat hier eine mehr als zwei Stunden auf mich gewartet. Sie versprach mir jeden Preis, den ich verlangen würde. Offenbar hat irgendein Gesandter ihr gesagt, wenn sie sie mir nicht bringen, nehme ich mir das Leben. Erst habe ich ihr sagen lassen, ich sei ausgegangen, aber schließlich habe ich sie selbst hinaus befördern müssen. Ich wünschte, du hättest mit angesehen, wie ich es ihr gegeben habe. Meine Jungfer, die mich vom Nebenzimmer aus hörte, hat mir nachher gesagt, ich hätte sie regelrecht angeschrien, aber wo ich ihnen doch sage, dass ich nicht will, ich bin nun einmal so, ich mag das nicht, ich kann doch tun und lassen, was ich will, oder nicht. Wenn ich noch Geld brauchte, will ich nicht sagen, der Portier hat Order, sie nicht mehr ins Haus zu lassen, er soll jedes Mal sagen, ich sei auf dem Land. Ach, ich wünschte, du hättest von einem Versteck aus zugehört, ich glaube, du wärst zufrieden gewesen, Liebling. Auch deine kleine Odette hat ihre guten Seiten, wenn sie auch noch so abscheulich sein soll. Im Übrigen dienten auch ihre Geständnisse, wenn sie es wann solche machte, in sie den Alten ein Ende bereiteten, denn sie entsprachen diesen niemals ganz. Wenn auch Odette aus ihrer Beichte alles Wesentliche ausließ, so blieb doch in den Nebenumständen irgendetwas, was Svan nie vermutet hätte, was ihm ganz neue Möglichkeiten enthüllte und das Problem der Eifersucht für ihn wiederum in ein neues Licht rückte. Diese Geständnisse aber konnte er nicht vergessen. Wie einen Leichnam führte seine Seele sie in ihren Strömungen mit, warf sie ans Ufer, nahm sie wiegend wieder auf und blieb vergiftet davon. Einmal sprach sie vor ihm von einem Besuch, den Forsch Will ihr am Tag des Paris Murcia Festes gemacht habe. Wie, da kanntest du ihn schon? Ach ja, natürlich, setzte er hinzu, um sich den Anschein zu geben, als habe er es gewusst. Und an dem er den Brief von ihr erhalten hatte, den er als Kostbarkeit bei sich aufbewahrte, in der Maison d'Or mit Forcheville déjeuniert. Sie schwor, es sei nicht der Fall gewesen. Aber die Maison d'Or erinnert mich doch an irgendetwas, wovon ich später gemerkt habe, es sei nicht wahr, fuhr er fort, um sie unsicher zu machen. Ja, weil ich an dem Abend nicht Miene entnahm, dass er es bereits wisse, mit einer Entschiedenheit, in der nicht eigentlich Zynismus, sondern eher Schüchternheit lag, eine gewisse Angst Zwan zu verstimmen, die sie aus Eigenliebe gleichwohl verbergen wollte, dann auch der Wunsch ihm zu zeigen, sie könne durchaus offen ihm gegenüber sein. Daraufhin traf sie ihn denn auch mit der kraftvollen Akkurates eines Henkers wie wohl ohne alle Grausamkeit, denn Odette war sich nicht bewusst, welchen Schmerz sie Svan bereitete. Sie fing sogar zu lachen an, allerdings vielleicht deshalb, um nicht verlegen oder beschämt zu wirken. Es stimmt, ich war nicht in der Maison Doré, ich kam gerade von Forchville. Ich war wirklich bei Prévost gewesen, ich habe dir nichts Falsches gesagt. Er hatte mich dort getroffen und mir vorgeschlagen, ich solle mir bei ihm seine Stiche anschauen. Aber dann war inzwischen bei ihm ein Besuch eingetroffen. Ich habe dir gesagt, ich käme aus der Maison Doré, weil ich fürchtete, du würdest dich vielleicht ärgern. Du siehst, ich habe es nur in bester Absicht getan. Und wenn es Unrecht war, gestehe ich es dir jedenfalls offen ein. Was für ein Interesse zu, wo wir uns ja damals noch gar nicht so sehr gut kannten. Sage doch selbst Cherry. Er lächelte sie mit der unmotivierten Feigheit des kraftlosen Menschenwesens an, das diese niederschmetternden Worte aus ihm gemacht hatten. Also auch schon in jenen Monaten, an die er kaum jemals zurückzudenken gewagt hatte, weil er allzu glücklich gewesen war, in jenen Monaten, da sie ihn geliebt, hatte sie ihn schon belogen. Wie viele andere Augenblicke noch als diesen, wo sie ihm gesagt hatte, sie käme aus der Maison Doré, es war der erste Abend gewesen, an dem sie Katleier gespielt hatten, mochte es gegeben haben, die hehlerisch eine Lüge versteckten, von der Svan nichts ahnte. Er erinnerte sich, dass sie eines Abends zu ihm gesagt hatte, ich brauche ja Madame Verdurin nur zu sagen, mein Kleid sei nicht fertig geworden oder mein Wagen habe sich verspätet. Eine Ausrede findet sich doch immer. Auch ihm hatte sie wahrscheinlich häufig ein paar Worte hingeworfen, die eine Verspätung erklären, die Verschiebung einer Verabredung rechtfertigen sollten. Sicher hatten sie, ohne dass er es damals ahnte, irgendetwas verdeckt, was sie mit einem anderen plante, zu dem sie bestimmt gesagt hatte, ich brauche es wann nur zu sagen, mein Kleid sei nicht fertig gewesen oder mein Wagen zu spät gekommen, eine Ausrede findet sich schon. Und hinter seinen süßesten Erinnerungen, hinter den einfachsten Worten, die Odette ihm früher gesagt und an die er wie an das Evangelium geglaubt hatte, den täglichen kleinen Vorhaben, von denen sie ihm erzählt hatte, den gewohntesten Städten, dem Haus der Schneiderin, der Avenue Dubois, dem Hippodrome, vermutete er jetzt, verhüllt und begünstigt durch die überschüssige Zeit, die selbst in sorgfältig rekonstruierten Tagesläufen noch einen gewissen Spielraum lässt, die mögliche unterirdische Gegenwart von Lügen geweben, die ihm jetzt alles vergelten, was ihm das Liebste gewesen war, die schönsten Abende, die Rue la Perouse sogar, die Odette offenbar immer zu anderen Stunden verlassen hatte, als sie ihm gegenüber behauptete. Überall trugen sie etwas von dem düsteren Grauen hin, das er bei ihrem Geständnis bezüglich der Maison Doré empfunden hatte, und brachten wie die unreinen Tiere beim Untergang von Ninive Stein für Stein seine ganze Vergangenheit ins Wanken. Wenn er sich von nun an jedes Mal wegwandte, sobald sein Gedächtnis den grausamen Namen der Maison Doré heraufführte, so war es nicht mehr, wie vor ganz kurzem noch bei der Soiree von Madame de Saint Auvert, weil er ihn an ein Glück, das er seither verloren hatte, sondern, weil er ihn an ein Unglück erinnerte, von dem er erst neuerdings wusste. Dann wurde es mit dem Namen der Maison Doré wie mit der Insel Limbois. Er bereitet es wann keine Leiden mehr. Denn das, was wir für unsere Liebe, unsere Eifersucht halten, ist nicht ein und dieselbe fortlaufende unteilbare Leidenschaft. Sie setzt sich vielmehr aus einer Unendlichkeit aufeinander folgender Liebes- und Eifersuchtszustände zusammen, die nur kurzlebig sind, aber durch ihren nie endenden Ablauf den Eindruck der Folge und die Illusion einer Einheit gewähren. Die Zehlebigkeit von Svans Liebe, die Beständigkeit seiner Eifersucht waren aus unendlich vielen Wünschen und unendlich vielen Zweifeln gemacht, die alle abgelebt und treulos von ihm gewichen waren. Alle aber hatten Odette zum Gegenstand gehabt. Hätte er sie wirklich einmal lange nicht gesehen, so wären die Abgestorbenen nicht mehr durch andere ersetzt worden. Aber Odettes Gegenwart säte in Svans Herz abwechselnd neuen Argwohn und neue Zärtlichkeits Gefühle. An manchen Abenden legte sie unvermittelt ihm gegenüber wieder eine Liebenswürdigkeit an den Tag, die sie ihn fast streng auf der Stelle wahrnehmen hieß, unter Androhung der Möglichkeit, dass er sie in Jahren nicht mehr bei ihr wieder antreffen werde. Er Er musste dann sofort mit zu ihr gehen und Katleia spielen und dies Verlangen nach ihm, dass sie so plötzlich zu verspüren behauptete, trat so je, so unerklärlich und so gebieterisch auf, die Zärtlichkeiten, die sie dabei an ihn verschwendete, waren so betont und so ungewohnt, dass dieses brutale Überströmen ohne rechte Überzeugungskraft zwann beinahe ebenso schmerzte wie Lüge und Grausamkeit. Eines Abends, als er in dieser Weise auf ihren förmlichen Befehl mit zu ihr gegangen war und während sie ihre Küsse mit Worten der Leidenschaft untermischte, die zu ihrer sonstigen Kühle in krassen Widerspruch standen, meinte er auf einmal ein Geräusch zu hören. Er stand auf, suchte überall, konnte aber nichts finden. Doch hatte er nicht das Herz zu ihr zurück zu kehren, worauf sie außer sich vor Zorn eine Vase zerschlug und zu ihm sagte, mit dir ist auch nie etwas anzufangen. Er aber blieb im Unklaren darüber, ob sie irgendjemand versteckt hatte, dessen Eifersucht sie erregen oder dessen Sinne sie entzünden wollte. Manchmal suchte er irgendein Maison de Rendezvous auf, in der Hoffnung etwas über sie zu erfahren, allerdings ohne ihren Namen zu nennen. Ich habe da eine Kleine, die ihnen gefallen wird, sagte die Inhaberin, und dann verbrachte er eine Stunde im melancholischen Gespräch mit einem armen Mädchen, das sich wunderte, dass er weiter nichts wollte. Eine junge, ganz entzückende Person sagte eines Tages zu ihm, am liebsten hätte ich einen Freund, er könnte sicher sein, dass ich da nie mehr mit einem anderen ginge. Wirklich? Meinst du, es könne möglich sein, dass es einer Frau ernstlich etwas ausmacht, wenn man sie liebt, so dass sie einen dann nicht mehr betröge? Wollte Swan angstvoll wissen. Aber sicher, das hängt vom Charakter ab. Swan konnte nicht anders, er sagte diesen Mädchen das gleiche, was er der Prinzessin Delorme gesagt hätte. Zu der, die einen Freund suchte, bemerkte er mit ganz genau zur Farbe deines Gürtels. Sie haben auch blaue Manschetten. Eine schöne Unterhaltung führen wir, wenn man bedenkt, wo wir hier sind. Langweile ich dich auch nicht? Du hast vielleicht zu tun. Nein, ich habe beliebig Zeit. Wenn sie mich langweilten, würde ich es sagen. Im Gegenteil, ich höre ihnen gern zu. Das ist sehr schmeichelhaft für mich. Nicht wahr, wir unterhalten uns doch sehr gut, meinte er, als die Madame ins Zimmer trat. Aber gewiss, das hatte ich mir gedacht, wie brav diese Kinder sind, so ist das neuerdings. Man kommt zum Plaudern zu mir. Der Fürst hat es neulich erst gesagt, er fühlt sich hier viel wohler als bei seiner Frau. Es scheint, dass sie jetzt in der besten Gesellschaft ein Genre Frauen haben, es ist ein Skandal. Aber ich bin diskret, ich lasse euch allein. Und damit überließ sie Svan dem Mädchen mit den blauen Augen. Er stand bald auf und sagte Adieu. Sie interessierte ihn nicht, denn sie wusste ja nichts von Odette. Da der Maler erkrankt war, hatte Dr. Cotard ihm zu einer Seereise geraten. Mehrere Getreue sprachen davon, ihn dabei zu begleiten. Die Verdurins konnten sich nicht entschließen, allein zurück zu bleiben. Sie mieteten eine Yacht, erwarben sie dann sogar, und auf diese Weise machte Odette eine Reihe von kleinen Seereisen mit. Jedes Mal, wenn sie ein Weilchen fort war, fühlte Svan, dass er anfing, sich von ihr zu lösen. Aber es war, als stehe diese geistige Distanz im direkten Verhältnis zur materiellen Entfernung, denn sobald er Odette wieder in Paris wusste, hielt er es nicht aus, ohne sie zu sehen. Einmal, als sie, so glaubten sie wenigstens, nur für vier Wochen verreist waren, gingen sie, sei es, dass sie erst unterwegs Lust dazu bekamen, oder dass Herr Verdurin im Voraus das Ganze seiner Frau zu gefallen so arrangiert und die Getreuen erst von Fall zu Fall näher unterrichtet hatte, von Algier aus zuerst nach Tunis, und von da aus nach Konstantinopel und Kleinasien. Die Reise dauerte fast ein Jahr. Zwan war vollkommen ruhig, beinahe glücklich sogar. Obwohl Madame Verdurin den Pianisten und Dr. Cotard zu überzeugen versucht hatte, dass die Tante des einen und die Patienten des anderen sie nicht brauchen würden und dass es auf alle Fälle unvorsichtig wäre, Madame Cotard nach Paris zurückkehren zu lassen, wo, wie ihnen doch in Konstantinopel die Freiheit wiedergeben. Der Maler reiste mit Cotards zurück. Eines Tages, kurz nach der Heimkehr der drei Reisenden, saß Swan einen Omnibus in Richtung Jardin du Luxembourg vorüberfahren, wo er zu tun hatte. Er sprang hinein und fand sich mit einem Male Madame Cotard gegenüber, die in großer Toilette mit einem Reiergesteck am Hut, im Seidenkleid mit Muff, als Schirm den Antoukas sowie mit Visitenkartentasche und weißen, frisch gereinigten Handschuhen auf der Besuchstournee war. Mit diesen Insignien bekleidet, ging sie, wenn trockenes Wetter war, zu Fuß von einem Haus zum anderen, soweit sie im gleichen Stadtviertel gelegen waren. Doch um sich in ein anderes Cartier zu begeben, benutzte sie den Omnibus und seine Umsteigemöglichkeiten. Im ersten Augenblick, noch bevor bei ihr die angeborene Liebenswürdigkeit der Frau, die Steifheit der Kleinbürgerin hatte durchbrechen können, und ehe sie sich noch recht klar darüber war, ob sie zu Svan von den Verdurins sprechen sollte, führte sie ganz natürlich mit ihrer sanften, langsamen, etwas timiden Stimme, die augenblicksweise vom Lärm des Vehikels vollkommen überdeckt wurde, Reden, die sie in den 25 Häusern, deren Stockwerker sie an einem Tag durch Maß mit anhörte und selbst wiederholte. Ich frage sie gar nicht erst, Monsieur Svan, ob sie, der sie doch so über alles auf dem laufenden Sinn bei den Mirlitons das Portrait von Machard gesehen haben, zu dem alle Leute hinströmen. Ich bin gespannt, was halten sie davon? Stehen sie im Lager derer, die es bewundern oder missbilligen sie es? In allen Salons ist nur noch von Machards Portrait die Rede. Man ist nicht schick, man ist nicht auf der Höhe, wenn man nicht seine Meinung über dieses Bild abgeben kann. Als Svan erklärt hatte, er habe das Portrait nicht gesehen, fürchtete Madame Cotard ihn dadurch verletzt zu haben, dass sie ihn zu diesem Eingeständnis nötigte. So ist es recht. Sie geben es wenigstens offen zu. Sie rechnen es sich nicht zur Unehre an, wenn sie das Portrait von Machard noch nicht gesehen haben. Ich finde das sehr richtig von ihnen. Nun, ich habe es gesehen. Die Meinungen sind geteilt. Manche finden es etwas geleckt, etwas konditorhaft. Ich selbst muss gestehen, ich finde es ideal. Wie die blauen und gelben Frauen, die unser Freund Tisch malt, ist es allerdings nicht. Aber ich muss offen sagen, auf die Gefahr hin, dass sie mich ein bisschen rückständig finden, aber ich sage es, wie ich es empfinde, ich habe kein Verständnis dafür. Mein Gott, ich erkenne natürlich an, dass in dem Porträt meines Mannes irgendetwas steckt. Es ist auch weniger seltsam als die, die er gewöhnlich malt, aber er hat ihm auch einen blauen Schnurrbart gegeben. Hingegen dieser Machard, sehen sie, gerade der Mann der Freundin, zu der ich im Augenblick gehe, ich habe dadurch das große Vergnügen, die Fahrt mit ihnen zu machen, hat ihr versprochen, sobald er in die Akademie aufgenommen wird, ihr Porträt von Machard malen zu lassen. Aber das wird wohl ein schöner Traum bleiben. Ich habe eine andere Freundin, die behauptet, sie ziehe Le Loire vor. Ich verstehe ja nicht genug davon, und Le Loire ist vielleicht der noch größere Könner. Aber ich finde, die wichtigste Eigenschaft eines Porträts, zumal, wenn es 10.000 Franc kostet, bleibt doch, dass es ähnlich ist, und zwar auf eine angenehme Art. Nachdem sie diese Äußerungen getan hatte, zu denen sie die Stattlichkeit ihrer Reiheragraffe, das Monogramm auf ihrer Visitenkartentasche, die kleine von der Färberei mit Tinte eingezeichnete Ziffer in ihren Handschuhen und ihre Hemmung von den Verdurins zu sprechen, zu zur Ecke der Rue Bonaparte, wo der Omnibus-Schaffner sie absetzen sollte, noch ziemlich weit sei, endlich auf die Stimme ihres Herzens, die andere Worte in Bereitschaft hielt. Die Ohren haben ihnen klingen müssen, Monsieur Swan, sagte sie während der Reise, die wir mit Madame Verdurin gemacht haben. Unaufhörlich war von ihnen die Rede. Swan war sehr erstaunt. Er hatte vermutet, dass sein Name vor Madame sie mit von der Partie und damit ist ja schon alles gesagt. Wo Odette auch ist, sie hält es niemals lange aus, ohne von ihnen zu reden und sie können sich denken, Herr Swan, dass sie nichts Schlechtes sagt. Wie? Sie scheinen zu zweifeln? fragte sie angesichts einer skeptischen Gebärde Svans. Fortgerissen von der Aufrichtigkeit ihrer Überzeugung und ohne sich im Übrigen irgendetwas Böses dabei zu denken, sondern nur als spräche sie von der herzlichen Zuneigung, wie sie Freunde untereinander hegen, fuhr sie fort, sie vergöttert sie ja. Ach, ich glaube, man dürfte in ihrer Gegenwart nicht das Geringste gegen sie vorzubringen wagen, da käme man schön an. Bei jeder Gelegenheit, zum Beispiel wenn wir Bilder ansahen, sagte sie, oh, wenn er jetzt da wäre, er wüsste ganz genau, ob das echt ist oder nicht, so gut wie er weiß das keiner. Immerzu fragte sie sich, was mag er jetzt wohl tun, wenn er nur etwas arbeitete, es ist zu schade, ein so begabter Mensch, aber leider faul. Sie verzeihen mir, wenn ich das wiederhole, nicht wahr? In diesem Augenblick sehe ich ihn vor mir, er denkt gewiss an uns und fragt sich, wo wir sind. Sie hat sogar etwas gesagt, was ich ganz reizend fand. Herbert Duran meinte nämlich, aber wie können Sie denn sehen, was er in diesem Augenblick tut, wo sie doch 800 Meilen von ihm entfernt sind? Da hat Odette gesagt, dem Auge einer Freundin ist nichts unmöglich. Nein, ich schwöre Ihnen, ich sage das nicht, um Ihnen etwa zu schmeicheln. Sie haben eine wirkliche Freundin an ihr, wie man sie selten findet. Ich will Ihnen auch noch verraten, wenn Sie es noch nicht wissen, dass Sie bei ihr der Einzige sind. Madame Verdurin sagte noch am letzten Tage zu mir, Sie wissen ja, am Abend vor der Abreise plaudert man am allerintimsten miteinander. Ich will nicht behaupten, dass Odette nicht an uns hängt, aber alles, was wir ihr sagen, hat kein Gewicht neben dem, was Monsieur Swan sagen würde. Oh, mein Gott, jetzt macht mir schon der Schaffner ein Zeichen, beinahe hätte ich mich verplaudert und die Rue Bonaparte sagen, ob mein Reier auch gerade sitzt. Und Madame Cotard nahm ihre weiß Behandschute Rechte aus dem Muff, um sie zu reichen. Ein Umsteigefahrschein entflatterte ihr. Eine Vision von High Life erfüllte den Omnibus mit dem Geruch von Reinigungsmitteln vermischt. Swan verspürte eine überflutende Zärtlichkeit für sie, ebenso für Madame Verdurin und beinahe auch für Odette, denn sein Gefühl für sie war jetzt frei von Schmerz und daher kaum noch Liebe zu nennen, während er ihr von der Plattform aus mit gerührten Blicken nachsah. Mutig, mit hohem Reiher und baumelndem Muff, mit der einen Hand den Rock raffend und in der anderen den Schirm und die Visitenkartentasche haltend, deren Monogramm sie sehen ließ, verschwand sie in der Rue Bonaparte. Als Gegengewicht gegen die krankhaften Gefühle, die Svan Odette entgegenbrachte, hatte Madame Cotard, die sich hierin als eine bessere Therapeutin erwies, als ihr Gatte es gewesen wäre, ihm daneben andere, normalere einzuimpfen versucht. Gefühle der Freundschaft und Dankbarkeit, die in seinem Geiste Odette menschlicher machen mussten, auch mehr wie andere Frauen, welche ihm solche Gefühle ebenfalls einflößen konnten, und die ihre endgültige Umwandlung in jene mit friedlicher Zuneigung geliebte Odette beschleunigten, die ihn einmal nach einem Fest bei dem Maler mit Forschwill auf ein Glas Oranget in ihre Wohnung mitgenommen hatte und an deren Seite Svann sich damals ein glückliches Leben erträumte. Früher hatte er oft mit Schrecken daran gedacht, dass er eines Tages aufhören werde, in Odette verliebt zu sein. Er hatte sich vorgenommen, gut aufzupassen und sobald er ein Nachlassen seiner Liebe verspüren würde, sich daran anzuklammern und sie festzuhalten. Nun aber setzte gleichzeitig mit dem Schwächerwerden seiner Neigung auch eine Verminderung seines Wunsches verliebt zu bleiben ein. Denn man das heißt eine andere Person werden und dennoch den Gefühlen derjenigen unterstehen, die man nicht mehr ist. Manchmal verspürte er, wenn er in der Zeitung den Namen eines der Männer fand, von denen er vermutete, dass sie Odettes Liebhaber gewesen wären, noch einmal eine Regung von Eifersucht. Aber sie war nur sehr leicht und da sie ihm bewies, dass er noch nicht gänzlich aus jener Periode heraus war, in der er so sehr gelitten hatte, in der er freilich auch eine so sinnlich beglückende Art des Fühlens gekannt hatte und dass die Zufälle des Weges ihm vielleicht gestatten würden, hier und da noch von Ferne ihre Schönheiten zu genießen, verschaffte ihm diese Eifersucht eine eher angenehme Erregung, so wie etwa dem Pariser der betrübten Sinnes Venedig verlässt und nach Frankreich zurückkehrt, ein letzter Mosquito beweist, dass Italien und der Sommer noch nicht so ferne sind. Doch die meiste Zeit war es so, dass er, sofern er sich Mühe gab, wenn auch nicht in dieser so eigenartigen Epoche seines Lebens zu verbleiben, so doch solange es noch möglich wäre, eine klare Sicht von ihr zu haben, feststellen musste, dass es schon nicht mehr ging. Er hätte diese Liebe, von der er sich entfernte, wie eine Landschaft sehen mögen, die allmählich entschwand. Aber es ist so schwer, sich zu spalten und eine wirkliche Ansicht von einem Gefühl zu haben, dass man nicht mehr in sich hegt, sodass bald alles in seinem Hirn in Dunkelheit verschwamm. Er sah nichts mehr und wollte nichts mehr sehen. Er nahm das Augenglas ab und rieb ein wenig daran. Er sagte sich, es sei besser, etwas auszuruhen. Es sei auch nach einem Weilchen noch Zeit und verkroch sich wie ein Reisender, der ohne Neugier stumpf und starr im Halbschlaf seinen Hut über die Augen schiebt, um in dem Eisenbahnwagen zu schlafen, der ihn immer schneller aus dem Lande entführt, in dem er so lange gelebt hat und das er nicht hatte verlassen wollen, ohne einen letzten Abschiedsblick. Wie der Reisende auch, der erst in Frankreich erwacht, bemerkte Sven, wenn er zufällig in seiner Nähe auf einen Beweis dafür traf, forschwill sei Odettes Liebhaber gewesen, dass er keinen Schmerz mehr verspürte, dass die Liebe schon fern war und bedauerte, dass er den Augenblick nicht wahrgenommen hatte, wo er sie für immer hinter sich ließ. Und ebenso, wie er vor seinem ersten Kuss versucht hatte, sich Odettes Gesicht einzuprägen, wie es so lange für ihn gewesen war, ehe die Erinnerung an diesen Kuss es für immer verwandelte, so hätte er jetzt gern in Gedanken wenigstens, während sie noch existierte, von jener Odette Abschied genommen, die ihm Liebe und Eifersucht eingeflößt hatte, die ihm Leiden bescherte und die er nun niemals mehr wiedersehen würde. Aber er täuschte sich. Er sollte ihr einige Wochen später noch einmal wieder begegnen. Es war im Schlaf, in der Dämmerung eines Traums. Svan ging mit Madame Verdurin, dem Doktor, einem jungen Mann im Fes, dessen Identität er nicht feststellen konnte, dem Maler, Odette, Napoleon III. und meinem Großvater auf einem Wege spazieren, der dicht am Meer entlang führte. Manchmal sehr hoch, manchmal aber nur ein paar Meter darüber, sodass man unaufhörlich wechselnd emporstieg und abwärts ging. Die Spaziergänger, die sich im Abstieg befanden, waren für die nicht sichtbar, die gerade aufwärts gingen. Das ohnehin schwache Tageslicht nahm noch weiter ab, und es schien, dass schwarze Nacht sich schnell herniedersenkte. Manchmal brandeten die Wogen bis an den Rand des Weges empor, und Svan fühlte auf der Wange eiskalte Spritzer davon. Odette wollte, dass er sie abtrocknete. Aber er konnte nicht und fühlte sich ihr gegenüber aus diesem Grunde verlegen, wie auch, weil er im Nachthemd war. Er hoffte, man werde es bei der Dunkelheit nicht bemerken. Aber Madame Verdurin fixierte ihn dennoch eine ganze Weile mit befremdetem Blick. Inzwischen aber verwandelten sich ihre Züge. Ihre Nase wurde ganz lang, und ein großer Schnauzbart schmückte ihr Gesicht. Er wendete sich ab, um nach Odette zu sehen. Ihre Wangen waren bleich und mit kleinen roten Flecken übersät. Ihre Züge wirkten schlaff, sie hatte Ringe unter den Augen, aber sie schaute ihn mit zärtlichen Blicken an, die sich loszulösen und wie Tränen auf ihn zu fallen schienen. Und er liebte sie so sehr, dass er sie auf der Stelle hätte entführen mögen. Auf einmal wendete Odette ihr Handgelenk um. Sie blickte auf eine kleine Uhr und sagte, ich muss jetzt gehen. Sie verabschiedete sich von allen auf die gleiche Weise, ohne Sven auf die Seite zu ziehen und ohne ihm zu sagen, wo er sie am Abend oder an einem anderen Tag würde treffen können. Er wagte nicht, sie danach zu fragen. Er wäre ihr gern nachgegangen, musste aber ohne sich nach ihr umzuwenden, lächelnd Madame Verdurin auf eine Frage Antwort geben. Sein Herz schlug fürchterlich. Er verspürte eine Art von Hass auf Odette. Er hätte ihr die eben noch so sehr geliebten Augen auskratzen, ihre unfrischen Wangen wütend zerfleischen mögen. Er ging mit Madame Verdurin weiter aufwärts, das heißt, entfernte sich mit jedem Schritt von Odette, die in umgekehrte Richtung abwärts ging. Nach einer Sekunde schon war sie stundenlang fort. Der Maler machte Sven darauf aufmerksam, dass Napoleon III. sich einen Augenblick nach ihr entfernt habe. Es war gewiss zwischen ihnen so ausgemacht, setzte er hinzu. Sie treffen sich sicher unten am Strand, haben aber nicht gleichzeitig Adieu sagen wollen, damit es nicht so auffällt. Sie ist seine Geliebte. Der junge Unbekannte fing zu weinen an. Sven suchte ihn zu trösten. Schließlich hat sie recht, sagte er, indem er jenem die Augen trocknete und ihm den Fes abnahm, damit er es leichter hätte. Ich habe es ihr selbst mindestens zehnmal geraten. Weshalb traurig sein. Er ist gerade der Mann, der sie richtig versteht. So redete Sven sich selber zu. Denn der junge Mann, den er zunächst nicht hatte identifizieren können, war niemand anders als er selbst. Wie manche Romanschriftsteller hatte er seine Person auf zwei Gestalten verteilt, diejenige, die träumte, und eine andere, die er mit einem Fes auf dem Kopf vor sich sah. Was Napoleon III. anging, so war es forschwill, dem er infolge einer vagen Ideenassoziation nach einer leichten Retusche der Züge des Barons und aufgrund des Großkordons der Ehrenlegion, den er um den Hals trug, diesen Namen aufgeheftet hatte. In Wirklichkeit aber und in allem, was diese Traumfigur für ihn bedeutete, war es eben forschwill. Denn aus unvollständigen und wechselnden Bildern zog der Schlummern des Wann falsche Folgerungen, wobei er zudem im Augenblick eine so starke Schöpferkraft besaß, dass er sich einfach wie gewisse niedere Organismen durch Teilung vermehren konnte. Mit der Wärme, die er in seiner eigenen Handfläche verspürte, modellierte er die Höhlung einer fremden Hand, die er zu drücken glaubte, und aus Gefühlen und Impressionen, die ihm noch nicht bewusst wurden, ließ er etwas wie Peripetien entstehen, die in logischer Verkettung zur gegebenen Zeit im Traum die Person erzeugten, die seine Liebe übernehmen oder ihm zum Erwachen verhelfen sollte. Es wurde plötzlich vollends finster um ihn. Die Sturmglocke läutete, Küstenbewohner eilten vorbei, die sich aus brennenden Häusern retteten. Svan hörte das Drönen der Wogen, die bis auf den Weg heraufschlugen, und mit der gleichen Heftigkeit schlug ihm das Herz in der Brust vor Angst. Plötzlich nahm das Tempo dieses Herzklopfens rasend zu. Er verspürte einen Schmerz und unerklärliche Übelkeit. Ein mit Brandwunden bedeckter Bauer rief ihm im Vorübereilen zu, »Kommen Sie, fragen Sie Charlize, wo Odette den Rest des Abends mit ihrem Begleiter verbracht hat. Er ist ja früher bei ihr gewesen, ihm verheimlicht sie nichts. Sie haben auch das Feuer angelegt.« Aber es war bereits sein Kammerdiener, der ihn mit den Worten wecken kam, »Monsieur, es ist acht Uhr, der Friseur war da. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer Stunde wiederkommen.« Aber diese Worte waren, als sie die ihn noch umfangenden Wogen des Schlafes durchdrangen, nur auf jener Art von Umweg ins Wandsbewusstsein gelangt, durch den ein Lichtstrahl auf dem Grunde des Wassers wie eine Sonne erscheint. Ebenso hatte einen Augenblick zuvor das Geräusch der Schelle in den Tiefen dieses Abgrunds den Klang einer Sturmglocke angenommen und die Episode mit der Feuersbrunst ausgelöst. Nun aber verfloss die Szenerie, die er vor Augen gehabt hatte, in nichts. Er schlug die Augen auf und hörte zum letzten Mal noch ein Meeresbrausen, das sich in der Ferne verlor. Er berührte seine Wange, die vollkommen trocken war. Und doch erinnerte er sich an das Gefühl der Nässe und den Salzgeschmack. Er stand auf und kleidete sich an. Er hatte den Friseur schon so früh bestellt, weil er am Vortage meinem Großvater geschrieben hatte, er werde am Nachmittag nach Combray kommen, denn er hatte gehört, dass Madame de Combrémer, die frühere Mademoiselle Le Grandin, dort ein paar Tage verbringen werde. Da er in seiner Erinnerung zwischen dem Zauber dieses jungen Gesichts und dem einer Landschaft, die er so lange nicht mehr gesehen, eine Verbindung hergestellt hatte, bildeten sie zusammen einen Anreiz für ihn, der ihn schließlich bewog, Paris ein paar Tage zu verlassen. Da die verschiedenen Zufälle, die uns mit bestimmten Personen zusammenführen, nicht mit der Zeit unserer Liebe zu ihnen zusammenfallen, sondern sich bereits, bevor noch jene angebrochen ist, ergeben und ebenso andauern können, wenn sie abgelaufen ist, nehmen sie rückblickend in unseren Augen den Charakter einer Vorahnung, einer Vorhersage an. In dieser Weise hat es Wann sich oft wieder Odettes Bild vor Augen gestellt, wie er sie damals im Theater gesehen hatte, an jenem ersten Abend, als er noch nicht damit rechnete, sie je wieder zu erblicken. Und so auch dachte er jetzt an den Abend bei Madame de Saint-Aubert zurück, wo er den General Frauberville Madame de Cambremère vorgestellt hatte. Die Interessen unseres Lebens sind so vielfältig verflochten, dass nicht selten bei einer gleichen Gelegenheit die Richtpunkte eines noch nicht bestehenden Glücks bereits festgelegt sind, wenn wir an einem noch immer wachsenden Kummer leiden. Das hätte für Swann natürlich auch anderswo geschehen können, als bei Madame de Saint-Aubert. Wer kann wissen, ob nicht an jenem Abend sogar, wäre er anderswo gewesen, andere Freuden sich angebahnt, andere Leiden ihn betroffen hätten, die ihm später ebenso unvermeidlich vorgekommen wären. Was aber ihm wirklich so erschien, war das, was geschehen war. Und er neigte beinahe dazu, etwas Schicksalhaftes darin zu sehen, dass er sich entschlossen hatte, die Soirée der Marquise zu besuchen. Da nämlich sein Geist in dem Verlangen, den Erfindungsreichtum des Lebens zu bewundern und unfähig, sich lange eine schwierige Frage vorzulegen oder festzustellen, was am wünschenswertesten gewesen sei, in den Leiden, die er an jenem Abend durchlebt und den noch ungeahnten Freuden, die darunter schon keimten und die sich nur schwer gegeneinander abwägen ließen, eine Art notwendiger Verkettung erkennen wollte. Aber während er eine Stunde nach seinem Erwachen dem Friseur die nötigen Anweisungen gab, damit seine Bürste im Wagen nicht zu Schaden kommen konnte, dachte er an seinen Traum zurück. Er sah wieder, wie er sie vor kurzem noch ganz nahe bei sich gefühlt, Odettes bleichen Teint, ihre zu mageren Wangen, die schlaffen Züge, die müden Augen vor sich. Alles, was er, im Laufe der vielen aufeinanderfolgenden Liebesstunden, die seine Dauerliebe zu Odette zu einem einzigen langen Vergessen jenes ersten Bildes gemacht hatten, nach den ersten Zeiten seiner Verbindung mit ihr nicht mehr bemerkt, dessen genauen Eindruck aber offenbar seine Erinnerung im Schlafe wiederherzustellen versucht hatte. Und mit jener zeitweilig bei ihm auftauchenden Müfflerie, einer gewissen derben Offenheit, sie kam besonders zum Vorschein, wenn er weniger unglücklich war, die gleichzeitig sein seelisches Niveau etwas herunterdrückte, sagte er empört zu sich selbst, wenn ich denke, dass ich mir Jahre meines Lebens verdorben habe, dass ich sterben wollte, dass ich meine größte Leidenschaft erlebt habe, alles wegen einer Frau, die mir nicht gefiel, die nicht mein Genre war. Unter den Zimmern, deren Bild ich am häufigsten in schlaflosen Nächten heraufbeschwor, glich keines weniger den von einer gehaltvollen, blumenstaubgeschwängerten, nahrhaften, frommen Atmosphäre überlagerten Foncombray, als das im Grand Hotel de la Plage zu Balbec, dessen weiß lackierte Wände, ähnlich den glatten Seitenflächen eines Schwimmbeckens, in dem das Wasser bläulich scheint, eine reine, adzurne Salzluft umschlossen. Der bayerische Dekorateur, der mit der Ausstattung dieses Hotels betraut worden war, hatte die Räume verschieden zu gestalten versucht. In dem von mir Bewohnten liefen an drei Wänden niedere glasverkleidete Bücherregale entlang, auf deren Scheiben sich je nach ihrer Lage durch einen Effekt, den ihr Schöpfer nicht vorhergesehen hatte, der eine oder andere Teil der ständig wechselnden Meereslandschaft spiegelte und so einen Fries von lichtüberfluteten Seestücken bildete, der nur durch die Mahagoni-Flächen unterbrochen wurde. Das ganze Zimmer wirkte dadurch wie einer jener idealen Schlafräume, die in den Ausstellungen von Arnau-Woh-Möbeln mit einem Bilderschmuck vorgeführt werden, den man für geeignet hält, die Augen der darin Schlafenden zu erfreuen und der jeweils in Beziehung zu der Gegend steht, für die die Wohnung gedacht ist. Aber nichts glich auch weniger jenem wirklichen Balbeck als das, von dem ich geträumt hatte an stürmischen Tagen, wo der Wind so heftig ging, dass Françoise, wenn sie mich in die Champs-Élysées führte, mir empfahl, nicht so dicht an den Häusern entlang zu gehen, damit ich nicht Dachziegel auf den Kopf bekäme, wobei sie seufzend von Flutkatastrophen und gestrandeten Schiffen sprach, über die die Zeitungen zu berichten wussten. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als das stürmische Meer zu sehen, nicht als ein bloßes Schauspiel, sondern vielmehr als eine Offenbarung des wahren Lebens der Natur. Oder ich möchte lieber sagen, es gab für mich keine schönen Schauspiele außer solchen, von denen ich wusste, dass sie nicht jemand künstlich zu meinem Vergnügen veranstaltete, sondern dass sie notwendig, unabwendbar waren, die Schönheiten der Landschaft oder der großen Kunst. Ich war nur auf das aus, was ich für wahrer hielt, als ich selbst mir vorkam. Das heißt, was in meinen Augen den Vorzug hatte, mir einen Einblick in das Denken eines großen Genius oder in das mächtige und reizvolle Walten der Natur zu verschaffen, so wie sie es entfaltet, wenn sie ohne menschliches Zutun ganz sich selbst überlassen ist. Ebenso wie der für sich allein vom Phonografen reproduzierte schöne Stimmklang unserer Mutter uns über ihren Verlust nicht würde trösten können, hätte mich ein mit den Mitteln der Technik nachgeahmter Sturm kalt gelassen, wie die Leuchtfontänen auf dem Ausstellungsgelände. Ich verlangte auch, damit der Sturm absolut richtig wäre, dass das Ufer ein wirklicher Naturstrand sei und nicht ein in neuerer Zeit von Amtswegen hergestellter Deich. Übrigens erschien mir die Natur durch alle Gefühle, die sie in mir weckte, den maschinellen Erzeugnissen der Menschen durchaus entgegengesetzt. Je weniger sie durch diese beeinträchtigt war, desto weiter wurde mein Herz bei der Berührung mit ihr. Den Namen von Balbeck aber hatte ich behalten, wie Le Grandin in uns zitiert hatte, als den eines jenen düsteren, durch so viele Schiffsuntergänge berühmten, die Hälfte des Jahres von dem Leichentuch der Nebel und schäumenden Meereswogen bedeckten Küsten nahegelegenen Ortes am Strand. Man spürt dort noch unter den Füßen, hatte er gesagt, viel mehr als am Cap Finisterre selbst, und wenn sich in Balbeck auch jetzt Hotels über dem ältesten Erdgerippe angesiedelt haben, ohne es dennoch im Wesen irgendwie ändern zu können, das letzte vorgeschobene Gebiet französischen Bodens, ja Europas. Man fühlt sich am äußersten Ende der antiken Welt. Hier ist die letzte Stätte, wo Fischer noch wie alle Fischer, die seit Erschaffung der Welt auf dieser Erde lebten, im Angesicht des ewigen Nebelreichs aus Meer und Dunkelhausen. Eines Tages, als ich den Strand von Balbeck vor Monsieur Svan erwähnte, um von ihm zu erfahren, ob er wohl auch recht gut gewählt sei, um mächtige Stürme zu erleben, hatte er gesagt, Balbeck kenne ich freilich recht gut. Die noch halbromanische Kirche dort aus dem 12. und 13. Jahrhundert ist vielleicht das merkwürdigste Beispiel normannischer Gotik und von so ausgesprochener Eigenart, dass sie beinahe wie ein Werk der persischen Baukunst anmutet. Verzaubert sah ich nun diese Stätten, die mir so lange nur wie ein Stück Natur aus unvordenklichen Zeiten, aus den Epochen der großen erdgeschichtlichen Umwälzungen vorgekommen waren, ebenso sehr außerhalb der Menschheitsgeschichte stehend wie der Ozean oder der große Bär, mit ihren naturhaften Fischern, für die es so wenig im Mittelalter gegeben hatte wie für die Walfische etwa, auf einmal in den Lauf der Jahrhunderte eingeordnet. Ich erfuhr, dass sie die romanische Epoche mitgemacht hatten, und dass das gotische Kleeblatt auch auf diesen starren Klippen zu seiner Zeit aufgesprost war, wie jene zartgliederigen, aber zählebigen Pflanzen, die, wenn es Frühling wird, mit ihren Blütensternen hier und da den Schnee der Pole besticken. Wenn aber die Gotik diese Stätten und Menschen mit einer Bedeutung versah, die ihnen jedoch abging, prägten doch auch ihr umgekehrt diese den Stil ihres Wesens auf. Ich versuchte mir vorzustellen, wie diese Fischer wohl gelebt hätten, ihr schüchternes, unerwartet hier und da auftauchendes Bemühen, während des Mittelalters zu einer Gesellschaftsbildung zu kommen, zusammengedrängt auf einem Punkt dieser Höllenküste, zu Füßen der Todesklippen. Die Gotik aber wurde mir umso lebendiger, als ich sie nun losgelöst von den Städten erblickte, wo ich sie im Geiste bislang stets gesehen hatte und mir vorstellen konnte, wie sie in einem bestimmten Fall auf den wilden Felsen Wurzel geschlagen und die zarte Blüte eines Glockenturms in die Höhe getrieben hatte. Ich bekam Gelegenheit geboten, Reproduktionen der berühmtesten Bildwerke von Balbeck zu sehen, die gelockten Apostel mit den stumpfen Nasen, die heilige Jungfrau des Portals und vor Freude stockte mir der Atem bei dem Gedanken, dass sie für mich aus dem ewigen Salzwasserdunst greifbar hervortreten würden. Von da an vermischte sich in mir an weichen, stürmischen Februarabenden, es tobte dabei in meinem Herzen so stark wie in meinem Schlafzimmerkamin, bei der Vorstellung einer Reise nach Balbeck die Sehnsucht nach gotischer Architektur, mit der nach einer Sturmflut am Meer. Am liebsten hätte ich gleich am nächsten Tage den schönen, verheißungsreichen 1.22 Uhr Zug benutzt, dessen Abfahrtsstunde ich auf den Plakaten der Eisenbahn und in Rundreiseangeboten nie ohne Herzklopfen las. Sie schien mir im Laufe des Nachmittags einen köstlichen Einschnitt zu schaffen, ein geheimnisvoll trennendes Mahl, von dem aus zwar die von ihrer Bahn abgelenkten Stunden noch zum Abend führten und sogar zum Morgen des folgenden Tages, doch als Stunden nunmehr, die man anstatt in Paris in einer der Städte erleben würde, die jener Zug berührt und die man sich aussuchen konnte. Denn er hielt ihm Bayeux, Coutances, Vitré, Castambert, Pontorson, Balbeck, Lagnon, Lambal, Benodet, Pontavant, Inquimperlé und setzte seinen Weg grandios beladen mit Namen fort, die er mir alle anbot und unter denen ich mich so schwer entschied, da ich es einfach nicht über mich brachte, auf einen davon zu verzichten. Aber ich hätte diesen Zug gar nicht abzuwarten brauchen, sondern, wofern meine Eltern es mir erlaubten, mich schnell ankleiden, rasch noch am gleichen Abend abreisen und schon in Balbeck eintreffen können, wenn die frühe Morgenstunde über dem tosenden Meer aufgegangen wäre, vor dessen weithin fliegenden Schaumspritzern ich mich dann in die Kirche im persischen Stil hätte flüchten dürfen. Doch als die Osterferien näher kamen und meine Eltern mir versprachen, ich solle sie diesmal in Norditalien verbringen, waren plötzlich jene Träume von Sturm, von denen ich soeben noch ganz erfüllt gewesen war, in dem Wunsch, von allen Seiten anrollende Wogen zu sehen, die immer höher an der wildesten aller Küsten hinauffleckten und von Kirchen in nächster Nähe, die schroff und starr aufragten wie Felsgestade und in deren Türmen Meeresvögel schrien, wie weggewischt, allen Reizes beraubt und an ihre Stelle trat, jene anderen vollkommen ausschließend, da er ihnen so ganz entgegengesetzt war und sie nur hätte mindern können, der völlig anders geartete Traum von einem in allen Farben schimmernden Frühling, der nicht der Frühling von Combré mit seinen noch scharf prickelnden Eisnadeln war, sondern ein Lenz, der schon die Gefilde um Fiesole mit Lilien und Anemonen überzog, und Florenz vor einem Goldgrund, der dem auf den Bildern von Fra Angelico glich, schimmernd aufstrahlen ließ. Seit diesem Augenblick gab es für mich nur noch Licht, Duft und Farbe, denn die einander ablösenden Bilder hatten in mir einen Frontwechsel auch der Wünsche bewirkt und ebenso schnell, wie es manchmal in der Musik geschieht, durch Vorzeichen meine Gefühle in eine andere Tonart versetzt. Schließlich reichte schon eine bloße atmosphärische Veränderung aus, um diese Modulation in mir zu bewirken, ohne dass ich die Rückkehr einer bestimmten Jahreszeit hätte abwarten müssen. Denn oft verirrt sich in die eine ein Tag aus einer anderen, in die er uns dann hineinversetzt, wobei er in uns den Wunsch nach ihren besonderen Freuden weckt und gleichzeitig die Träume unterbricht, die wir im Augenblick hegten. Früher oder später, als es eigentlich an der Reihe ist, schiebt er dies kleine lose Blatt aus einem anderen Kapitel in den an solchen Einfügungen reichen Glückskalender ein. Aber ebenso, wie man sich vorstellen kann, dass die Wissenschaft sich eines Tages jener Naturphänomene, aus denen unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit nur einen zufälligen und unbedeutenden Nutzen ziehen können, bemächtigt, sie planmäßig erzeugt und damit, unabhängig von der Bevormundung durch den Zufall und von seiner Genehmigung, die Möglichkeit ihres Auftretens in unsere Hände legt, unterstand schließlich auch das Auftauchen dieser Träume vom Ozean und von Italien nicht mehr ausschließlich dem Wechsel der Jahreszeiten und des Wetters. Ich brauchte, um sie ins Leben zu rufen, nur die Namen auszusprechen. Balbeck, Venedig, Florenz, in denen das Verlangen nach den durch sie bezeichneten Orten im Voraus aufgespeichert lag. Selbst im Frühling genügte es, dass ich irgendwo den Namen Balbeck las, damit in mir das Bedürfnis nach Stürmen und normannischer Gotik erstand. Und auch an einem stürmischen Tag erzeugte der Name Florenz oder Venedig in mir die Sehnsucht nach Sonne, nach Lilien, nach dem Dogenpalast und Santa Maria dei Fiori. Doch wenn diese Namen sich für alle Zeiten mit der inneren Anschauung tränken, die ich von jenen Städten besaß, so doch nur, weil sie sie umwandelten und ihre Wiederkehr vor meinem geistigen Auge ihrem Gesetz unterstand. Sie stellten sie mir schöner und anders dar, als normannische oder toskanische Städte es in Wirklichkeit sein können, vermehrten dadurch die von meiner Fantasie willkürlich erfundenen Freuden und bereiteten umso schwerere künftige Enttäuschungen für meine Reisen vor. Sie gaben mir von gewissen Städten der Erde eine übersteigerte Vorstellung ein, indem sie sie einzigartiger machten und ihnen etwas wie eine erhöhte Wirklichkeit verliehen. Sie waren die Ursache, dass ich mir Städte, Landschaften, Architekturen nicht als mehr oder weniger erfreuliche, aus einer gleichen Materie ausgeschnittene Veduten einbildete, sondern jede einzeln als ein Unbekanntes, das wesensmäßig von den anderen ganz verschieden wäre, ein Etwas, nach dem meine Seele dürstete und das sie mit Gewinn in sich aufnehmen würde. Wie viel persönlicher wurden sie dadurch, dass man sie mit Namen bezeichnete, die einzig ihnen zugedacht waren, wie Personennamen. Die Wörter führen uns von den Dingen ein kleines, deutliches, landläufiges Bild vor Augen, wie man sie an die Wände eines Schulzimmers hängt, um den Kindern zu zeigen, was eine Hobelbank, ein Vogel, ein Ameisenhaufen ist, und zwar in einer Gestalt, die allen der gleichen Art gleichmäßig nahe kommt. Die Namen aber geben uns von den Personen und von den Städten, die sie uns verleiten, für originell und einzigartig wie Personen zu halten, ein unbestimmteres Bild, das sich aus ihrem lebhaften oder dumpfen Klang in einer Tönung färbt, in der es dann durchweg gehalten ist, wie ein Plakat, ganz in Rot oder Blau, auf dem infolge der in ihren Mitteln begrenzten Herstellungstechnik oder aufgrund einer Laune ihres Schöpfers nicht nur der Himmel und das Meer, sondern auch die Schiffe, die Kirche, die Menschen auf der Straße ausschließlich blau oder rot gemalt sind. Der Name von Parma, einer der Städte, die ich am glühendsten aufzusuchen wünschte, seitdem ich die Kartause von Parma gelesen hatte, schien mir fest und glatt in sanftem, grau-rosa Ton gehalten, und wenn jemand zu mir von einem Hause in Parma sprach, das ich besuchen könnte, weckte er in mir die angenehme Idee, ich werde in einem fugenlos glatten Haus von milder, grau-rosa Tönung wohnen, das keine Beziehung zu den Behausungen irgendeiner anderen Stadt Italiens hätte und das ich mir nur mit Hilfe jener schweren, gleichsam luftlosen Tonsilbe des Wortes Parma vorstellte, dazu in standalische Wehmut und den Duft seiner Pfeilchen getaucht. Wenn ich an Florenz dachte, so war es für mich eine Stadt, die einem Blütenblatt glich, von köstlichen Aromaten erfüllt, weil sie die Stadt der Lilien war und ihre Kathedrale Santa Maria dei Fiori hieß. Balbeck war einer der Namen, auf denen man, so wie man an alten normanischen Töpfereierzeugnissen noch die Farbe der Erde erkennt, aus der sie gewonnen sind, die Darstellung irgendeines alten, nicht mehr bestehenden Brauches oder Feudalrechts, einer Örtlichkeit in ihrem alten Zustand, eine altmodische Art der Aussprache zu erkennen meint, die seine wunderlichen Silben bestimmt. Alle diese Dinge glaubte ich bei dem Gastwirt wiederzufinden, der mir bei meiner Ankunft einen Milchkaffee servieren und das entfesselte Meer zu Füßen der Kirche zeigen würde und den ich mir als eine lebhaft disputierende, feierlich ernste Gestalt aus einer mittelalterlichen Verserzählung vorstellte. Wenn meine Gesundheit sich festigte und meine Eltern mir erlaubten mich vielleicht nicht gerade im Balbeck aufzuhalten, aber doch einmal wenigstens, um mir einen Eindruck von der Architektur und Landschaft der Normandie und Bretagne zu verschaffen, jenen 1.22 Uhr Zug zu benutzen, in den ich im Geiste so oft schon eingestiegen war, so hätte ich am liebsten in den schönsten Städten Aufenthalt eingelegt. Aber wenn ich sie untereinander verglich, fiel es mir doch allzu schwer, unter so individuellen Einzelwesen zu wählen, die ganz unauswechselbar sind, mich zu entscheiden zwischen Bayeux, der hochgebauten Stadt mit rötlich-flammender Zinne, deren Spitze im altgoldenen Schein seiner zweiten Silbe erstrahlt, Vitré, dessen Accent d'Aigu' die alten Glasmalereien mit einem Rautenwerk aus schwärzlichem Holz zu versteifen scheint, das weiche Langball, dessen weißlicher Ton von Eierschalen-Gelb zu Perlgrau übergeht, Coutances, normannische Kathedrale, die die golden-sich-rundende Fülle ihres Wortausklangs wie einen Turm aus Butter trägt, Lagnon in dörflicher Stille mit dem summenden Ton der Fliege, die der Kutsche folgt, Castanbert, Pontorson, komisch und naiv wie weißes Gefieder und gelbe Schnäbel auf der Landstraße zwischen den wasserfrohen und poesievollen Städten, Benaudet, ein kaum verhafteter Klang, den der Fluss in sein Algengewirr hineinzuziehen versucht, Pontavant, weiß und rosa Flattern einer leichten Haube mit ihrem zitternden Widerschein im grünlichen Wasser des Kanals, Carpalais, besser und schon vom Mittelalter her zwischen den Bächen zu Haus, mit denen es sich berieselt und grau überperlt, so wie hinter den Spinnweben an einer Fensterscheibe die Sonnenstrahlenes tun, deren Aufblitzen sich in stumpfem, dunkel gewordenem Silber verliert. Diese Bilder waren noch aus einem anderen Grunde falsch, nämlich weil sie notwendigerweise stark vereinfacht waren. Zweifellos hatte ich alles, wonach meine Fantasie verlangte und was meine Sinne nur unvollständig und ohne Freude in der Gegenwart wiederfanden, in diese letzte Zuflucht der Namen gebannt. Zweifellos auch zogen sie jetzt, da ich so viele Träume darin angehäuft hatte, meine Wünsche gleichsam magisch an. Aber die Fassungskraft von Namen ist nur gering. Ich konnte kaum zwei oder drei wichtigste Sehenswürdigkeiten der Stadt in sie hineinbringen und ganz übergangslos fanden sie sich dann nebeneinander darin. In dem Namen Balbek sah ich, wie auf den kleinen, hinter einem Vergrößerungsglas angebrachten Fotografien in den Federhaltern, wie man sie in Seebädern kauft, wogen, die eine Kirche im persischem Stil umdreuten. Vielleicht war gerade die Vereinfachung ein Grund, weshalb diese Bilder solche Macht über mich gewannen. Als mein Vater in einem Jahre einmal entschieden hatte, dass wir die Osterferien in Florenz und Venedig verbringen würden, boten die Namen mir nicht genügend Raum, um alle die Elemente darin unterzubringen, aus denen gewöhnlich eine Stadt sich zusammensetzt, und somit war ich gezwungen, eine Art überweltlicher Stadt aus der Vermählung gewisser Frühlingsdüfte mit dem, was sich für den Genius Giotto's hielt, willkürlich zu erzielen. Höchstens, da man ja in einen Namen ebenso wenig Dauer wie weiter hinein zwingen kann, gelang es mir, den Namen Florenz nach Art gewisser Bilder gerade Giotto's, die zwei verschiedene Abschnitte eines gleichen Vorgangs darstellen, nämlich dieselbe Person einmal auf dem Lager ruhend und dann im Begriff aufs Pferd zu steigen, in zwei Fächer zu teilen. In dem einen erblickte ich unter einem architektonischen Baldachin eine Freskomalerei, über der zur Hälfte ein Vorhang aus dunstdurchwebter, schräg einfallender, langsam steigender Morgensonne lag, in dem anderen, denn da ich an die Namen nicht wie an ein unerreichbares Ideal, sondern wie an eine wirkliche Daseinssphäre dachte, in die ich eintauchen würde, verlieh das noch nicht gelebte, intakte, noch ganz reine Leben, mit dem ich sie erfüllte, selbst den materiellsten Vergnügungen und den schlichtesten Szenen die Anziehungskraft der Werke der Primitiven, eilte ich, um desto schneller zu dem mich erwartenden Mahl mit Früchten und Chianti zu gelangen, über den von Gelben und Weißen Narzissen und Anemonen überschäumenden Pontevecchio hin. Das, wie wohl ich in Paris war, sah ich vor Augen und nicht, was mich wirklich umgab. Selbst unter einem ganz realen Gesichtspunkt nehmen die Gegenden, nach denen wir uns sehnen, in jenem Augenblick unseres wirklichen Lebens sehr viel mehr Raum ein als das Land, in dem wir uns befinden. Zweifellos wäre ich mir, wenn ich mehr auf das Acht gegeben hätte, was sich in meinen Gedanken vollzog, sobald ich die Worte nach Florenz, nach Parma, nach Pisa, nach Venedig gehen aussprach, darüber klar geworden, dass ich keineswegs dabei eine Stadt vor mir sah, sondern etwas ebenso sehr von allem, was mir vertraut war, Unentschiedenes und ebenso Köstliches, wie für eine Menschheit, deren Leben einzig in der Atmosphäre später Winternachmittage verlaufen wäre, das Wunder eines Frühlingsmorgens hätte bedeuten müssen. Diese unwirklichen, aber festgewordenen und immer gleichen Bilder, die meine Nächte und Tage erfüllten, trennen diese Epoche meines Lebens deutlich von den ihr Vorangegangenen ab, die in den Augen eines Beobachters, der die Dinge nur von außen sieht, das heißt, der eben nichts sieht, sehr leicht damit hätten eins scheinen können, so wie in eine Oper ein musikalisches Motiv etwas ganz Neues einführt, von dem man nichts ahnen kann, wenn man nur das Textbuch liest, erst recht jedoch nicht, wenn man draußen vor dem Theater stehend nur die verstreichenden Viertelstunden zählt. Und selbst unter einem reinen Quantitätsgesichtspunkt sind unsere Tage nicht alle gleich. Nervöse Naturen gleich der meinen verfügen für ihre Bewältigung wie die Automobile über verschiedene Gänge. Es gibt schwer überwindbare, unbequeme Tage, die man unendlich langsam erklimmt, und andere abwärtsgleitende, die man mit einem Lied auf den Lippen durcheilt. In diesem Monat nun, wo ich wie eine Melodie, deren man niemals müde wird, die Bilder von Florenz, Venedig und Pisa immer wieder in mir aufklingen ließ, jener Stetten, nach denen ich mich in einer Weise sehnte, dass das Verlangen nach ihnen so persönlich wie die Liebe zu einem Menschen war, gab ich den Glauben nicht auf, sie entsprechen einer von mir unabhängigen Wirklichkeit, und lebte dank ihnen in einem so schönen Zustand der Hoffnung, wie sie die ersten Christen in Erwartung ihres Eintritts ins Paradies in sich genährt haben mögen. Ohne mich also um den Widerspruch zu kümmern, der darin lag, dass ich mit den Organen der Sinne erblicken und berühren wollte, was mit den Mitteln des Traumes ausgestaltet und nicht mit jenen wahrgenommen war, um so verlockender freilich für sie, um so neuartiger im Vergleich mit allem, was sie kannten, entzündete sich mein Verlangen gerade an dem, was mir jene Bilder als Wirklichkeit ins Gedächtnis rief, weil es wie ein Versprechen künftiger Erfüllung war. Und obwohl meinem rauschhaften Zustand das Verlangen nach künstlerischen Genüssen zugrunde lag, gaben ihm die Reiseführer noch mehr Nahrung als ästhetische Betrachtungen in Büchern und mehr noch als jene das Kursbuch. Was mich bewegte, war der Gedanke, dass jenes Florenz, das nah, aber unerreichbar in meiner Einbildung vor mir stand, zwar in meinem Innern von mir durch eine Entfernung getrennt war, die sich nicht überwinden ließ, aber dass ich es mittelbar auf einem Umweg dennoch erreichen konnte, wofern ich den Landweg nahm. Gewiss, wenn ich mir um den Dingen, die ich sehen würde, einen umso höheren Wert zu geben, wiederholte, dass Venedig die Schule Georgiones, die Heimatizians, das vollständigste Museum der Wohnbaukunst des Mittelalters sei, fühlte ich mich glücklich. Dennoch war ich es noch mehr, wenn ich auf einem meiner Gänge rasch dahinschreitend wegen des Wetters, das nach ein paar verfrühten, länzlichen Tagen noch einmal winterlich geworden war, so wie wir es gewöhnlichen Combray in der Karwoche hatten, beim Anblick der an dem Boulevard stehenden Kastanienbäume, die in eisig-nasse Luft getaucht, dennoch als pünktliche Gäste schon im Festgewand und ungebrochenen Mutes in ihren froststarren massiven, das unaufhaltsam sprießende Grün formten und ziselierten, dessen Weiterwachsen von der Keime mordenden Kraft der Kälte zwar beeinträchtigt, doch nicht verhindert werden konnte, daran dachte, dass der Pontevecchio nun schon mit Hyazinthen und Anemonen überschwemmt sein würde und die Frühlingssonne die Fluten des Canal Grande bereits mit tiefem Azurblau und so edlends Maragdtönen färbte, dass sie im Anbranden an die Malereien Titians im Reichtum des Colorids mit jenen wetteifern konnten. Ich vermochte meine Freude kaum zu bezähmen, als mein Vater, während er das Barometer befragte und über die Kälte klagte, nach den besten Zügen zu suchen begann, und als ich begriff, dass man sich nach dem Mittagessen in das russige Laboratorium die magische Kammer begeben konnte, die die große Verwandlung rings um sich her zu bewirken übernahm, und dann am folgenden Morgen in der Stadt aus Marmor und Gold erwachte, deren Mauer ein Jaspis war und der Grund ein Smaragd. So waren also sie und die Lilienstadt nicht nur willkürlich vorgestellte Fantasiebilder, sondern sie existierten tatsächlich in einer gewissen Entfernung von Paris, die man unbedingt durchmessen musste, wenn man sie sehen wollte, an einem ganz bestimmten Punkt der Erde und an keinem anderen. Mit einem Wort, sie waren wirklich da. Sie waren es für mich erst recht, als mein Vater sie dadurch durch das, er sagte, ihr könntet also vom 20. bis 29. April in Venedig bleiben und am Ostermorgen in Florenz eintreffen, beide nicht nur aus dem abstrakten Raum, sondern auch aus einer imaginären Zeit heraustreten ließ, in der wir nicht nur eine einzige Reise auf einmal unterbringen, sondern gleichzeitig auch andere, ohne dass uns das irgendetwas ausmacht, denn sie sind ja nur als möglich gedacht. Aus dieser Zeit, die so rasch wieder nachwächst, dass man sie sehr wohl in einer Stadt verbringen kann, nachdem man sie bereits für den Aufenthalt in einer anderen verwendet hat und ihnen diese ganz bestimmten Tage zuwies, die eine Art Echtheitszeichen der Dinge sind, für die man sie verwendet. Denn diese einmaligen Tage schwinden im Gebrauch, sie kommen niemals wieder, man kann sie nicht noch einmal an diesem Ort verleben, wenn man sie an jenem zugebracht hat. Ich wusste, dass die beiden Königinnen unter den Städten, die ich besuchen sollte, zu der ganz bestimmten Woche, welche mit dem Montag begann, an dem die Wäscherin meine mit Tinte befleckte Weste wiederbringen sollte, ihre Schritte lenken, um darin aufzugehen, nachdem sie jene ideale Zeit verlassen hatten, in der sie noch nicht existierten, und durch eine tief bewegende Art von Geometrie ihre Dome und Türme in den Plan meines eigenen Lebens einzuzeichnen. Aber ich war immer noch auf dem Wege zum letzten Grade der Beschwingtheit. Ich erreichte ihn schließlich, wobei mir nun erst aufging, dass auf den Hallenden, vom Widerschein georgionischer Fresken geröteten Straßen nicht, wie ich mir trotz so vielem, was dagegen sprach, eingebildet hatte, majestätische Männer, furchterregend wie das Meer, die ihr bronzefarben aufschimmerndes Gewaffen in den Falten des blutroten Mantels bargen, in dem Venedig der nächsten Woche umhergehen würden, sondern dass sehr wohl ich selbst jene winzige Staffage-Figur mit der Melone auf dem Kopf sein konnte, die auf einer großen, mir leihweise überlassenen Fotografie von San Marco vor dem Portal zu sehen war, als mein Vater bemerkte, auf dem Kanal Grande ist es sicher noch kalt, du tust gut für alle Fälle deinen Winterüberzieher und den warmen Rock einzupacken. Bei diesen Worten wurde ich von einer Art Schwindel erfasst. Ich sollte, was ich bis dahin für unmöglich gehalten hatte, wirklich vordringen zu jenen Amethystfelsen, die wie ein Riff im Indischen Ozean waren. Mit einer äußersten meine Kräfte fast übersteigenden gymnastischen Leistung warf ich die Luft meines Zimmers wie ein wesenloses Gehäuse von mir ab und ersetzte sie durch eine gleiche Schicht venezianischer Atmosphäre, einen Hauch vom Meere her, unsagbar und eigenartig wie der meiner Träume es war, den meine Fantasie in den Namen Venedig hineingelegt hatte. Ich spürte, wie sich in mir eine wunderbare Entselbstung vollzog. Daneben aber tauchte fast gleichzeitig jener unklare Brechreiz auf, den man bei heftigem Halsweh verspürt, und ich wurde mit einem so hartnäckigen Fieber zu Bett geschickt, dass der Arzt erklärte, man müsse nicht nur für den Augenblick darauf verzichten, mich nach Florenz und Venedig reisen zu lassen, sondern auch, wenn ich völlig wiederhergestellt sei, noch mindestens ein Jahr lang alle Reisepläne und jeden Grund zur Aufregung von mir fernhalten. Und ach, er verbot auch kategorisch mich ins Theater gehen und die Bermas sehen zu lassen. Die erhabene Künstlerin, die Bergotte so genial fand, hätte mir vielleicht die Bekanntschaft mit irgendetwas geschenkt, was ebenso bedeutungsvoll und schön mich darüber getröstet hätte, dass ich nicht in Florenz und Venedig war und nicht nach Balbeck durfte. Stattdessen wurde ich nur jeden Tag in die Champs-Élysées geschickt, unter Aufsicht einer Person, die dafür sorgen sollte, dass ich mich nicht überanstrengte, und zwar war das Françoise, die nach dem Tode meiner Tante Leonie in unsere Dienste getreten war. In die Champs-Élysées zu gehen, war mir unerträglich. Hätte sie nur Bergotte in einem seiner Bücher beschrieben, dann hätte ich zweifellos gewünscht, sie näher kennenzulernen, wie alle Dinge, die dichterisch nachgeformt in meine Fantasie Eingang gefunden hatten. Die nämlich erwärmte sie, erfüllte sie mit Leben, gab ihnen ein Gesicht, und dann wünschte ich mir auch in Wirklichkeit ihnen zu begegnen. Aber nichts in diesem Park passte zu meinen Träumen. Eines Tages, als ich mich an unserem gewöhnlichen Platz in der Nähe des Karussells mit den Holzpferden langweilte, hatte mich Françoise aus den vertrauten Bereichen etwas weiter hinweg geführt, über jene Grenze hinaus, die in gewissen Abständen durch die kleinen Bastionen der Zuckerzeughändlerinnen bezeichnet wird, in die benachbarten, aber fremden Bezirke, wo man die Gesichter noch nicht kennt, dorthin, wo der Ziegenwagen verkehrt. Dann war sie zurückgekommen, um ihre Sachen von einem Stuhl zu holen, der mit der Lehne an einem Lorbeer-Boskett stand. Während ich auf sie wartete, lief ich auf der großen Rasenfläche mit ihrem kümmerlichen, niedrigen, von der Sonne vergilbten Grase und dem am anderen Ende von einer Statue gekrönten Wasserbecken umher, als ich von der Allee herüber die Stimme eines Mädchens hörte. Während sie ihren Mantel anzog und ihr Racket an sich nahm, rief sie einer Freundin mit rotblonden Haar, die vor dem Becken mit dem Federball spielte, die Worte zu, Adieu, Gilbert, ich gehe jetzt, vergiss nicht, dass wir heute Abend nach dem Essen zu dir kommen. Der Name Gilbert klang neben mir auf und rief mir umso mehr die Existenz der durch ihn bezeichneten Person in die Erinnerung zurück, als er sie nicht nur wie eine Abwesende, von der die Rede ist, benannte, sondern unmittelbar ihr selber galt. Der Name traf mich dadurch in voller Aktion und mit einer Kraft, die in der Kurve seines Fluges wuchs, je näher er dem Ziele kam. In sich aber trug er wie das Schiff seine Ladung alle Vorstellungen von der, der er galt. Nicht die meinen, sondern die der Freundin, die sie gerufen hatte. Alles, was sie beim Aussprechen dieses Namens vor sich sah, meistens im Gedächtnis hegte, von ihrem täglichen Beisammensein, den Besuchen, die sie einander machten, von all dem Unbekannten, das mir noch unzugänglicher und schmerzlicher vorkam, weil es andererseits so vertraut und so greifbar war für diese Glückliche, die mich etwas davon ahnen ließ, ohne dass ich eindringen durfte, und die das alles zusammen ins Freie verströmte in einem Ruf. Schon hatte dieser die Luft mit dem köstlichen Hauch erfüllt, der durch sein präzises daran Rühren von einigen unsichtbaren Punkten im Leben der Tochter Svans aufstieg, von jenem Abend, wie er nach dem Nachtessen bei ihr verlaufen würde. Den Himmel durchziehend, mitten zwischen all diesen Kindern und Bonnen, bildete er ein kleines farbiges Wölkchen, wie eines, das über einem schönen Park von Poussin, gleich der Wolke in einem Opernhaus mit ihren Pferden Er schlang über diesen schütteren Rasen, da, wo er gleichzeitig ein Stück verdorrter Grasfläche und ein Augenblick aus dem Nachmittag der blonden Ballspielerin war, die unaufhörlich mit schnellen Fangen beschäftigt blieb, bis eine Erzieherin mit blauer Feder am Hut sie rief, ein wunderbares heliotrop farbenes Band, ungreifbar wie ein Lichtreflex und wie ein Teppich gespreitet, über den unermüdlich meine zögernden, sehnsüchtigen, unwürdigen Schritte glitten, während Françoise mich rief, komm, mach jetzt, knöpf deinen Mantel zu, wir müssen los, und ich zum ersten Mal gereizt feststellte, dass sie eine gewöhnliche Ausdrucksweise hatte und, ach, keine blaue Feder am Hut. Würde sie überhaupt wieder in die Champs-Élysées kommen? Am folgenden Tage war sie nicht da, aber an den nächsten Tagen konnte ich sie sehen. Ich trieb mich den ganzen Tag in der Nähe der Stelle umher, wo sie mit ihren Freundinnen spielte, so dass einmal, als ihnen jemand für eine Partie Barlauf fehlte, sie mich fragen ließ, ob ich mitspielen wollte, was ich von da an nun jedes Mal tat, wenn sie auch da war. Doch war das nicht alle Tage der Fall. An manchen war sie durch ihre Privatstunden, den Katechismus, eine Kindergesellschaft, kurz durch ihr ganzes von dem meinigen getrenntes Dasein, das sich in der gleichsam kondensierten Form ihres Namens Gilbert zweimal so schmerzlich nah neben mir verspürt hatte, einmal auf dem kleinen steilen Pfad in Combray und dann auf dem Rasenplatz der Champs-Élysées, am Kommen verhindert. An solchen Tagen kündigte sie im Voraus an, dass man sie nicht sehen werde. War es ihres Unterrichts wegen, pflegte sie zu sagen, zu dumm, morgen kann ich nicht kommen, ihr werdet euch leider dann ohne mich amüsieren, und zwar mit einer Miene des Kummers, die mich ein wenig tröstete. War sie aber zu einer Nachmittagsveranstaltung eingeladen, und ich fragte sie ahnungslos, ob sie käme, so antwortete sie, das will ich nicht hoffen, ich nehme doch sicher an, Mama lässt mich zu meiner Freundin gehen. An jenen Tagen wusste ich wenigstens, dass ich sie nicht sehen würde. An anderen aber nahm ihre Mutter sie zu Besorgungen mit, und am nächsten Tag erklärte sie, ach ja, ich bin mit Mama ausgegangen, als sei das etwas Natürliches, und für niemand das denkbar schrecklichste Unglück, das ihm zustoßen konnte. Da waren noch die Schlechtwetter-Tage, an denen ihre Erzieherin, die für sich selbst den Regen fürchtete, nicht mit ihr in die Champs-Élysées gehen wollte. Wenn also der Himmel zweifelhaft aussah, blickte ich von früh an schon fragend zu ihm auf, und beachtete alles, was ein Vorzeichen sein konnte. Wenn ich bemerkte, dass die Dame von gegenüber, nahe beim Fenster stehend, ihren Hut aufsetzte, sagte ich mir, die Dame da drüben geht aus, also ist offenbar Ausgewetter. Warum sollte Gilbert es nicht wie jene Dame machen? Doch es wurde wieder finsterer. Meine Mutter meinte, es könne noch schön werden, ein Sonnenstrahl genüge schon, aber noch wahrscheinlicher werde es wohl regnen. Und wenn es doch regnete, wozu dann erst bis nach den Champs-Élysées gehen? So kam es, dass vor Mittagessen an meine angstvollen Blicke nicht mehr den ungewissen bewölkten Himmel verließen. Die Dunkelheit hielt an. Der Balkon vor meinem Fenster war grau. Plötzlich nahm ich auf seinem trübseligen Gestein nicht eigentlich eine weniger trübe Färbung, aber doch eine Neigung zu einer weniger trüben Färbung war, das Flirren eines zögernden Strahls, der hervorbrechen wollte. Einen Augenblick später war der Balkon lichtgrau und widerscheinend wie eine Wasserfläche am Morgen und tausend kleine Schattenreflexe des eisernen Gitterwerks spielten darauf. Ein Windtauch zerstäubte sie wieder. Vor neuem war der Stein in tristes Dunkel getaucht. Doch wie unwiderstehlich angelockt, kehrten sie zurück. Der Untergrund wurde unmerklich lichter und in einem jener sich unaufhörlich steigernden Crescendos, wie sie in der Musik am Ende einer Overtüre eine einzige Note nach raschem Durchlaufen aller Übergänge bis zum äußersten Fortissimo führen, sah ich ihn bei dem unwandelbar stetigen Goldton der schönen Tage anlangen, von dem das Schattenspiel der schmiedeeisernen Balustrade sich dunkel abhob, wie eine launenhafte Vegetation, mit einer Zartheit in der Ausführung der winzigsten Details, die bewussten Fleiß und Künstlerehrgeiz zu verraten schien, und mit solcher plastischen Kraft und weichensamtigen Dichte der friedvoll im Schatten ruhenden ausgefüllten Partien, dass es war, als wisse der schwarze Komplex der breiten Laubmassive auf dem See aus Sonne, dass er das Unterpfand von Glück und Ruhe sei. Dieser Schnellefeu, die flüchtigste und für viele die farbloseste, trübseligste aller Kletterpflanzen, die eine Mauer bedecken oder ein Fenster umrahmen können, wurde mir die Liebste von allen, von dem Tag an, da er auf unserem Balkon die leibhafte Gegenwart Gilbert's anzuzeigen schien, die vielleicht schon in den Champs-Élysées war, und mir, wenn ich jetzt ebenfalls dort erschiene, sicherlich sagen würde, nun wollen wir aber auch sofort mit dem Barlauf anfangen, du gehörst zu meiner Partei. Er war so empfindlich, von einem Hauch schon entführt, dafür aber nicht abhängig von einer Jahreszeit, sondern von einer Stunde. Versprechen unmittelbaren Glücks, das der Tag gewähren oder verweigern würde, und darin Versprechen des Glücks in seiner reinsten Form, nämlich des Glücks der Liebe, sanfter, wärmer als das Moos, lag er auf dem Stein. So voller Leben ist er, dass ein Sonnenstrahl ihn ins Dasein ruft und Freude selbst mitten im Winter verbreiten lässt. Und bis in jene Tage hinein, wo jedes andere Wachstum dahin und das schöne grüne Leder, das den Stamm der alten Bäume umhüllt, unter dem Schnee verborgen ist, flocht die Sonne, sobald er aufgehört hatte, zu fallen, aber der Himmel noch zu verhangen blieb, als dass ich auf Gilberts kommen hätte hoffen können, bei ihrem plötzlichen Erscheinen in den Teppich aus Schnee, der noch den Balkon bedeckte, ihre goldenen und brachte es dazu, dass meine Mutter sagte, schau an, jetzt gerade wird es doch noch schön, da könntet ihr vielleicht trotz allem versuchen, in die Champs-Élysées zu gehen. An jenem Tage trafen wir niemand an, oder doch nur ein Mädchen, das gerade aufbrechen wollte und mir versicherte, Gilbert komme heute nicht. Die von der imponierenden, wenn auch fröstelnden Schade Erzieherinnen verlassenen Stühle standen unbenutzt da. Nur eine ältere Dame saß einsam neben dem Rasenplatz. Sie kam bei jedem Wetter, immer in die gleiche düstere Pracht gekleidet, und für ihre Bekanntschaft hätte ich zu jener Zeit, wenn mir ein solcher Tausch anheimgestellt worden wäre, die größten Vorteile meines künftigen Lebens bedenkenlos hingegeben. Denn Gilbert ging alle Tage zu ihr und sagte ihr Guten Tag. Die Dame wollte dann von ihr wissen, wie es ihrer reizenden Mama gehe, und ich meinte, wenn ich sie ebenfalls kennte, würde ich in Gilberts Augen ganz anders dastehen, nämlich als jemand, der eine Beziehung zu dem Bekannten ihrer Eltern hätte. Während die Enkelkinder der Dame in einiger Entfernung spielten, las sie im Journal des Debats, das sie als meine alten Debats bezeichnete, und mit aristokratischer Herablassung sprach sie von dem Schutzmann oder der Stuhlvermieterin als meinem alten Freund dem Schutzmann oder in solchen Wendungen wie »Die Stuhlvermieterin und ich, wir sind ja alte Freunde«. François fror zu sehr, um auf Bewegung verzichten zu können, und so gingen wir zur Place de la Concorde, um die Seine zu sehen, die zugefroren war, und der nun alle, selbst die Kinder, sich furchtlos näherten, wie einem riesigen, gestrandeten Wal, der wehrlos seiner Zerteilung entgegensieht. Wir kehrten zu den Champs-Élysées zurück. Ich verging vor Sehnsucht zwischen den stillstehenden Holzpferden des Karussells und der weißen Rasenfläche im schwarzen Netz der Alleen, von denen der Schnee fortgekehrt worden war. Die Statue am anderen Ende trug jetzt einen Eisklumpen auf der Hand, der ihre Gebärde zu motivieren schien. Die alte Dame sogar faltete ihre Debatt zusammen und fragte ein vorübergehendes Kindermädchen liebenswürdig von ihnen. Dann bat sie den Parkwächter, ihre Enkelkinder zu holen, da sie fröre und setzte hinzu, es wäre sehr, sehr gütig, wenn sie es täten, ich weiß gar nicht, wie ich ihnen danken soll. Plötzlich lichtete sich das Dunkel. Zwischen dem Kasperletheater und dem Zirkus, am heller werdenden Horizont vor dem sich öffnenden Himmel, erkannte ich wie ein Wunderzeichen Mademoiselles blaue Feder. Und schon lief auch Gilbert in Windeseile auf mich zu, strahlend und gerötet unter ihrer Polenmütze aus Pelz, von Kälte, von Wartenmüssen und vom Bedürfnis nach dem gewohnten Spiel animiert. Kurz ehe sie bei mir anlangte, schlitterte sie auf dem Eis und sei es, um besser das Gleichgewicht zu bewahren, sei es, dass sie es anmutiger fand oder eine echte Schlittschuhläuferin Haltung einnehmen wollte, jedenfalls kam sie mit weit geöffneten Armen auf mich zu, als wolle sie mich an ihr Herz ziehen. Bravo, bravo, so ist es recht, ich würde sagen, es ist schick oder es ist tiptop, wenn ich nicht aus einer anderen Zeit stammte, noch aus dem Ancien Regime, rief die alte Dame gleichsam im Namen der schweigenden Champs-Élysée aus, um Gilbert zu danken, dass sie gekommen war und sich durch das schlechte Wetter nicht hatte abschrecken lassen. Du bist wie ich, nichts hält uns fern von unseren alten Champs-Élysée, wir sind zwei Unentwegte, ich muss dir sogar gestehen, ich liebe sie auch so, du wirst lachen, aber dieser Schnee erinnert mich immer an Hermelin, die alte Dame kicherte. Der erste dieser Tage, denen der Schnee ein Abbild der Mächte, die mir Gilbert's Anblick rauben konnten, die Trauer eines Tages der Trennung, ja eines Abreisetages verlieh, weil er das Antlitz unseres einzigen Begegnungsortes, der nun verwandelt und wie unter Hüllen verborgen lag, veränderte und seinen Gebrauch beinahe unmöglich machte, dieser Tag bedeutete gleichwohl in meiner Liebe einen Fortschritt, denn er war wie ein erster Kummer, den Gilbert mit mir teilte. Von unserer kleinen Schar war einzig ich erschienen und nicht nur war so der Einzige zu sein, der ihr Gesellschaft leistete, ein Beginn von engerer Zusammengehörigkeit, sondern auch ihr Verhalten, gleich als wäre sie nur meinetwegen bei solchem Wetter gekommen, schien mir ebenso rührend, als hätte sie an einem der Tage, wo sie eine Nachmittagseinladung hatte, ausdrücklich auf diese verzichtet, um sich mit mir zu treffen. Ich fasste jetzt mehr Vertrauen zu der Lebensfähigkeit und Dauer unserer Freundschaft, da sie ja inmitten von so viel Erstarrung, Einsamkeit und Verfall alles Umgebenden wirksam geblieben war. Und während Gilbert mir Schneebälle in den Kragen stopfte, lächelte ich gerührt über das, was mir gleichzeitig eine Vorliebe für mich, da sie mich als einzigen Gefährten bei dieser Reise ins neue Winterland duldete, und eine Art von Treue inmitten des Unglücks zu bezeichnen schien. Bald trafen nacheinander wie zaghafte Spatzen schwarzig abhebend von dem Schnee ihre Freundinnen ein. Wir begannen zu spielen, und da nun einmal dieser in Trauer begonnene Tag in Freude enden sollte, sagte auch noch die Freundin mit der energischen Stimme, die ich am ersten Tage Gilbert's Namen hatte, rufen hören, als ich vor Beginn des Barlaufs zu ihr kam, Nein, nein, ich weiß doch, dass du lieber in Gilbert's Partei bist, außerdem winkt sie dir schon. Gilbert rief mich wirklich, ich solle zu ihr auf den verschneiten Rasen kommen, wo ihre Partei aufgestellt war, der die Sonne, als ihr rosiger Widerschein einen blassen metallischen Schimmer wie alte Brokate ihn haben, darüber hinspielen ließ, eine goldene Standarte verlieh. Dieser Tag, den ich so sehr gefürchtet hatte, war im Gegenteil einer von den wenigen, an denen ich nicht allzu unglücklich war. Denn obwohl ich einzig daran dachte, wie ich nur keinen Tag verbrechte, ohne Gilbert zu sehen, das ging so weit, dass ich mir, als meine Großmutter einmal zum Abendessen noch nicht nach Hause gekommen war, unwillkürlich vorstellte, dass ich, wäre sie etwa überfahren worden, für einige Zeit nicht in die Champs-Élysées gehen könne, man liebt niemanden mehr, wenn man liebt, waren doch die Augenblicke, die ich Augenblicke, die ich in von Gilbert verbrachte, hatte ich das Bedürfnis, sie zu sehen, denn wenn ich mir unaufhörlich ihr Bild vor Augen zu stellen versuchte, gelang es mir schließlich überhaupt nicht mehr, und ich wusste nicht mehr genau, worauf sich eigentlich meine Liebe bezog. Außerdem hatte sie mir noch niemals gesagt, dass sie mich liebte, ganz im Gegenteil hatte sie oft behauptet, dass sie Freunde habe, an denen ihr mehr gelegen sei. Ich sei ein ganz guter Kamerad, mit dem sie gerne spiele, aber zu zerstreut, nicht genug bei der Sache. Schließlich hatte sie mir gegenüber oft ausgesprochene Zeichen von Kälte an den Tag gelegt, die meinen Glauben, ich hebe mich für sie irgendwie aus der Reihe der anderen heraus hätten erschüttern können, wäre dieser Glaube aus einer etwaigen Liebe Gilbert's zu mir entsprungen, und nicht vielmehr, wie es tatsächlich war, aus der, die ich für sie hegte, wodurch er viel widerstandsfähiger wurde, da er somit ganz von der durch eine innere Notwendigkeit gegebenen Art meines Denkens an Gilbert abhängig war. Aber die Gefühle, die ich ihr entgegenbrachte, hatte ich ihr selbst noch nicht erklärt. Gewiss, ich schrieb unzählige Male ihren Namen und ihre Adresse auf alle Seiten meiner Hefte, aber beim Anblick dieser verschwommenen Linien, die ich zog, ohne dass sie deswegen auch nur im geringsten mehr an mich dachte, und durch die sie in meiner nächsten Nähe so augenfällig viel Platz einnahm, ohne dass sie deswegen mehr zu meinem Leben gehörte, fühlte ich mich entmutigt, weil sie mir nicht von Gilbert sprachen, die sie nicht einmal sehen würde, sondern nur von meinem Verlangen nach ihr, dass sie mir als etwas bloß Subjektives, Irreales, Ödes, Ohnmächtiges zeigten. Am dringendsten nötig war jetzt, dass wir uns sehen, Gilbert und ich, und dass wir uns gegenseitig unsere Liebe geständen, die bis dahin noch nicht so recht wirklich begonnen hatte. Sicher wären die verschiedenen Gründe, die mich so ungeduldig machten, sie zu sehen, für einen erwachsenen Mann weniger dringend gewesen. Später, wenn wir in der Kultur unserer Freuden geschickter geworden sind, kommt es vor, dass wir uns mit der begnügen, an eine Frau zu denken, wie ich an Gilbert dachte, ohne uns darüber zu beunruhigen, ob dies Bild der Wirklichkeit entspricht, oder auch mit der, sie zu lieben, ohne Rücksicht darauf, ob es sicher ist, dass auch sie uns liebt, oder sogar, dass wir auf das Vergnügen verzichten, ihr unsere Neigung zu gestehen, um die ihre lebendiger zu erhalten, nach dem Vorbild jener japanischen Gärtner, die um einer schöneren Blüte willen mehrere andere opfern. Aber zu der Zeit, als ich Gilbert liebte, glaubte ich noch, dass die Liebe wirklich etwas außerhalb von uns Existierendes sei, dass sie uns höchstens gestatte, die ihr entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen und dann ihre Gaben in einer Reihenfolge spende, an der sich nichts ändern ließe. Es schien mir, dass, wenn ich anstelle der Süße des Geständnisses geheuchelte Gleichgültigkeit hätte walten lassen, ich mich nicht nur einer der Freuden, von denen ich träumte, beraubt, sondern mir auch eigenmächtig ein künstliches und eigentlich wertloses Glück hergestellt hätte, das keine Verbindung mit dem Wahren besaß, dessen geheimnisvoll vorgezeichneten Wegen zu folgen ich damit unterließ. Aber wenn ich auf den Champs-Élysées ankam, wo ich zunächst einmal meine Liebe, um die zur Vollendung erforderlichen Korrekturen daran anzubringen, mit ihrem lebendigen, außer mir existierenden Objekt konfrontieren wollte, und mich in Gegenwart jener Gilbert Swan befand, auf deren Anblick ich gerechnet hatte, um die Bilder aufzufrischen, die mein ermüdetes Erinnerungsvermögen nicht mehr selbst in sich fand, jener Gilbert Swan, mit der ich gestern gespielt hatte, und die mich ein so blinder Instinkt begrüßen und wiedererkennen hieß, wie der, der beim Gehen unseren einen Fuß vor den anderen schiebt, noch ehe wir überhaupt darüber nachdenken können, vollzog sich auf einmal alles so, als wären sie und das Mädchen, das der Gegenstand meiner Träume war, zwei verschiedene Wesen. Wenn ich zum Beispiel noch vom Vortag her zwei blitzende Augen über vollen, schimmernden Wangen in der Erinnerung hatte, so zeigte mir Gilbert's Gesicht jetzt beharrlich etwas, woran ich ausdrücklich nicht mehr gedacht. Eine gewisse Zuspitzung der Nase, die in Verbindung mit anderen Zügen die Bedeutung einer charakteristischen Eigentümlichkeit bekam, durch die die Naturgeschichte eine bestimmte Art von der anderen unterscheidet und durch die sie ein Mädchen von der spitznäsigen Gattung wurde. Während ich darauf aus war, diesen ersehnten Moment zu benutzen, um das Bild Gilbert's, das ich in mir vorbereitet hatte, ehe ich hierher kam und das ich jetzt in meinem Kopf nicht mehr wiederfand, zu vervollständigen, damit ich in den langen Stunden des Alleinseins auch ganz sicher wäre, dass sie es war, an die ich mich erinnerte, dass auch wirklich die Liebe zu ihr in mir wuchs wie eine Arbeit, an der man schafft, reichte sie mir einen Ball. Und wie der idealistische Philosoph, dessen Leib der äußeren Welt, an deren Realität sein Geist nicht glaubt, Zugeständnisse macht, beeilte sich das gleiche Ich, das sie schon begrüßt, noch ehe es sie erkannte, den Ball zu ergreifen, den sie mir hinhielt, als sei sie eine Kameradin, mit der ich spielen und nicht eine Schwesterseele, mit der ich eins werden wollte. Und aus Wohlerzogenheit, mit ihr bis zu dem Augenblick, wo sie wieder ging, eine Menge liebenswürdiger, unbedeutender Redensarten zu machen und mich auf diese Weise daran zu hindern, entweder ein Schweigen zu bewahren, währenddessen ich endlich wieder des so dringend Gewünschten, aber abhandengekommenen Bildes habhaft werden konnte, oder aber ihr Worte zu sagen, die in unserer Liebe jene entscheidenden Fortschritte hätten bewirken können, auf die ich so nur immer wieder von einem Nachmittag auf den anderen hoffte. Immerhin machte sie welche. Eines Tages, als wir mit Gilbert bis zu dem Stand unserer Händlerin gegangen waren, die besonders nett zu uns war, denn bei ihr ließ Monsieur Svan seinen Lebkuchen kaufen und aus Gründen der Hygiene verbrauchte er viel davon, da er seiner Rasse entsprechend zu Hautausschlägen neigte und an der Hartleibigkeit der Propheten litt, zeigte Gilbert mir lachend zwei kleine Jungen, die wie der kleine Maler und der Naturfreund aus den Kinderbüchern waren. Denn der eine wollte keinen roten Gerstenzucker, sondern zog den Violetten vor, der andere aber wies mit Tränen in den Augen eine Pflaume zurück, die das Kindermädchen für ihn kaufen wollte, weil, wie er leidenschaftlich hervorstieß, die andere ihn mehr lockte. Ich mag sie viel lieber, denn es sitzt ein Wurm darin. Ich kaufte zwei Murmeln für einen Zoo. Bewundernd aber ruhten meine Blicke auf den Glänzenden in einer besonderen Schale wie in einer Zelle für sich abgeteilten Achatkugeln, die mir kostbar schienen, weil sie blond und lächelnd wie junge Mädchen aussahen und pro Stück fünfzig Centime kosteten. Gilbert, die viel mehr Taschengeld bekam als ich, fragte mich, welche ich am schönsten fände. Sie hatten die Durchsichtigkeit und den Schmelz von etwas Lebendigem. Ich sah sie ungern, die eine oder die andere wieder weglegen. Am liebsten wäre mir gewesen, sie hätte sie alle aus ihrem Behältnis befreit. Dennoch zeigte ich auf eine, die den Ton ihrer Augen hatte. Gilbert nahm die Achatkugel, ließ ihren goldenen Schimmer spielen, streichelte sie, entrichtete das Lösegeld, gab mir aber sofort die gleichsam Gefangene in die Hand und sagte, sie gehört dir, ich schenke sie dir, hebe sie dir zur Erinnerung auf. Ein andermal hatte ich sie immer noch von dem Wunsch beherrscht, einmal die Bermar in einem klassischen Stück zu sehen, gefragt, ob sie nicht jene Schrift Bergots besäße, in der er von Racine spricht und die nicht mehr im Handel war. Sie hatte mich gebeten, ihr den genauen Titel mitzuteilen, und noch am gleichen Abend hatte ich ihr einen Rohrpostbrief geschickt, auf dessen Umschlag ich den Namen Gilbert Zwan geschrieben hatte, den ich so oft auf meine Hefte kritzelte. Am Tage darauf brachte sie mir in einem mit rosa Schleifen geschmückten und weiß gesiegelten Päckchen den kleinen Band, den sie hatte beschaffen lassen. Da sieh, es ist genau das, was du haben wolltest, sagte sie, und zog aus ihr Muff das Briefchen, das ich ihr zugesandt hatte. Aber in der Adresse des Rohrpostbriefes, der gestern noch gar nichts weiter war als ein sogenanntes Petit Bleu, das ich geschrieben hatte und das dadurch, dass ein Telegrafenboot, der es bei Gilbert's Portier abgegeben und ein Diener es zu ihrem Zimmer heraufgebracht hatte, zu einem jener unendlich kostbaren Dinge geworden war, einem der Briefchen, die sie an jenem Tag empfangen hatte, erkannte ich nur mit Mühe die von mir stolz und exklusiv hingemalten Schriftzüge unter der Fülle der schwarzen Stempel, die die Post darauf gesetzt und den Bleistiftbemerkungen, die einer der Briefträger hinzugefügt hatte. Zeichen tatsächlichen Eintritts in die Wirklichkeit, Symbolen der äußeren Welt, bildhaften, violetten Druckmalen des Lebens, das zum ersten Mal in meinem Traum zu sich emporgehoben, in an sich gepresst, sich anvermählt und mit höchstem Glück erfüllt hatte. Dann kam ein Tag, an dem sie zu mir sagte, weißt du, du kannst mich ruhig Gilbert nennen, ich jedenfalls werde dich künftig bei deinem Taufnamen rufen, es ist ja zu lästig so. Gleichwohl sagte sie auch weiter eine Weile noch Wu zu mir, und als ich sie darauf aufmerksam machte, lächelte sie und konstruierte geschickt einen Satz nach dem Muster derjenigen, die in fremdsprachlichen Grammatiken einzig den Zweck verfolgen, uns zur Anwendung eines neuen Wortes zu zwingen. Sie beschloss ihn mit meinem Vornamen. Wenn ich mich später daran erinnerte, was ich damals empfand, so traf ich auf einen Eindruck, als habe sie einen Augenblick lang mich selbst in ihrem Munde gehalten. Hüllenlos, entblößt auch von allen den sozial bedingten Zusätzen, die ebenso gut ihren anderen Spielkameraden oder, wenn sie meinen Familiennamen nannte, meinen Eltern zukamen und von denen ihre Lippen, als sie genau wie ihr Vater mit einem gewissen affektierten Bemühen die Wörter formulierte, die sie hervorheben wollte, mich geradezu zu entkleiden, aus denen sie mich herauszuschälen schienen wie eine Frucht, von der man nur das innerste Mark genießt, während Gilbert's Blick, der den gleichen neuen Grad von Intimität auszudrücken bemüht war, wie ihre Rede, mich gleichfalls unmittelbarer traf, nicht ohne das Bewusstsein davon, das Vergnügen daran, ja die Dankbarkeit dafür, in einem begleitenden Lächeln kundzutun. Doch im Augenblick selbst konnte ich diese neuen Freuden nicht ihrem Wert gemäß schätzen. Sie wurden nicht von dem Mädchen, das ich liebte, dem Ich, das sie liebte, zum Geschenk dargebracht, sondern von der, mit der ich nur spielte, jenem anderen Ich, das weder über die Erinnerung an die wahre Gilbert verfügte, noch über das eben nicht mehr verfügbare Herz, das allein den Wert des einzig von ihm ersehnten Glücks zu ermessen verstand. Selbst wenn ich wieder zu Hause war, genoss ich sie nicht recht, denn die Notwendigkeit, die mich Tag für Tag hoffen ließ, dass der folgende Nachmittag mir die genaue, ruhige, beglückte Betrachtung Gilbert's bringen werde, sowie das endliche Eingeständnis ihrer Liebe samt einer Erklärung, weshalb sie sie mir so lange verborgen hatte, zwang mich, die Vergangenheit für ein Nichts zu erachten, immer nur vorwärts zu schauen, die kleinen Vorteile, die sie mir eingeräumt, nicht an und für sich und als etwas in sich selbst Ausreichendes anzusehen, sondern nur als neue Sprossen, auf die ich den Fuß setzen könnte, um wieder einen weiteren Schritt zu jenem Glück hinzutun, dem ich bislang noch nicht begegnet war. Wenn sie mir zuweilen Beweise ihrer Freundschaft gab, so machte sie mir doch auch Kummer, indem sie so tat, als bereite ihr mein Anblick kein Vergnügen, und zwar trat das oft gerade an den Tagen ein, auf die ich für die Erfüllung meiner Hoffnungen am meisten gerechnet hatte. Ich war sicher, dass Gilbert in die Champs-Élysées kommen würde und von einer Munterkeit beschwingt, die ich nur für die unbestimmte Vorwegnahme eines großen Glückes hielt, als ich, schon morgens beim Betreten des Salons, um Mama, die bereits ganz fertig angekleidet war, mit kunstvoll aufgetürmtem schwarzem Haar und ihren schönen, weißen, fülligen Händen, die noch nach Seife dufteten, den guten Morgenkuss zu geben, aus der Tatsache, dass eine Staubsäule über dem Flügel stand und unter dem Fenster eine Drehorgel «En revenant de la Revue» spielte, schloss, dass der Winter den unerwarteten und strahlenden Besuch eines Frühlingstages bekommen hätte. Während wir zu Mittag aßen, hatte die Dame von gegenüber beim Öffnen ihres Fensters einen ihm nur das Esszimmer in seiner ganzen Breite streifig durchflutenden Sonnenstrahl aufgescheucht, der neben meinem Stuhl zuvor seine Mittagsruhe hielt und auch einen Augenblick später schon wieder dorthin zurückgekehrt war. In der Schule saß ich während der Ein-Uhrstunde vor Ungeduld und Langeweile vergehend in dem goldenen Schimmer, den die Sonne über mein Pult ergoss, und der wie eine Einladung war zu einem Fest, bei dem ich erst um drei Uhr erscheinen konnte, bis zu dem Augenblick, wo Françoise mich am Ausgang abholen kam, und wir uns durch die Licht geschmückten, von Menschen durchwogten Straßen, deren Balkons in der Sonne losgelöst und duftig wie goldene Wolken vor den Häusern schwebten, auf den Weg machten nach den Champs-Élysées. Ach, in den Champs-Élysées fand ich Gilbert nicht. Sie war noch nicht gekommen. Unbeweglich stand ich auf dem von unsichtbarem Sonnenschein durchhauchten Rasenplatz, auf dem hier und da eine Grashalmspitze aufzuleuchten begann. Die Tauben, die sich auf ihm niedergelassen hatten, kamen mir wie antike Bildwerke vor, die die Hacke des Gärtners auf die Oberfläche eines geweihten Bodens hinauf befördert hat. Ich heftete die Blicke auf den Horizont, vor dem ich jeden Augenblick Gilbert im Gefolge ihrer Erzieherin hoffte, auftauchen zu sehen, hinter der Statue, die das von Strahlen überrieselte Kind, das sie trug, dem Segen der Sonne entgegenzuhalten schien. Die alte Debaleserin saß auf dem gewohnten Platz in ihrem Gartensessel. Sie rief einen Parkwächter an, machte eine freundschaftliche Geste mit der Hand und bemerkte, welch herrliches Wetter heute. Und als die Stuhlvermieterin zu ihr trat, um ihren Obolus einzuziehen, schob sie mit vielem Getue ihr Zehn-Centime-Bilett in die Handschuhöffnung, als handle es sich um einen ihr überreichten Strauß, für den sie aus Liebenswürdigkeit gegen den Spender einen möglichst schmeichelhaften Platz suche. Als dieser gefunden war, machte sie eine kreisende Bewegung mit dem Hals, rückte ihre Boa zurecht und sandte der Stuhlvermieterin, während sie auf das gelbe Stückchen Papier zeigte, das an ihrem Handgelenk vorschaute, das bezaubernde Lächeln einer Frau zu, die zu einem jungen Mann auf dem Blumenschmuck an ihrem Ausschnitt weisend sagt, da sehen sie, ihre Rosen. Ich zog Françoise mit mir fort, um Gilbert bis zum Triumphbogen entgegen zu gehen. Aber wir trafen sie nicht. Und ich kehrte zum Rasenplatz in der Überzeugung zurück, sie werde nicht mehr kommen, als beim Karussell das Mädchen mit der forschen Stimme mir entgegengelaufen kam. Schnell, schnell, Gilbert ist schon seit einer Viertelstunde da, sie muss bald wieder gehen. Wir warten mit dem Barlauf nur auf dich. Während ich die Avenue de Champs-Élysées hinaufgegangen war, war Gilbert durch die Rue Boissy d'Anglade gekommen. Ihr Fräulein hatte das gute Wetter benutzt, um Einkäufe für sich selbst zu machen. Herr Swan aber würde kommen und seine Tochter abholen. So war ich also selber schuld. Ich hätte die Anlagen nicht verlassen sollen, denn man wußte niemals genau, von welcher Seite Gilbert kam, ob es früh oder spät sein werde. Und gerade dies Warten machte für mich nicht nur die ganzen Champs-Élysées und den ganzen Nachmittag als eine unendliche Weite in Raum und Zeit, auf der an jedem beliebigen Punkt und in jedem beliebigen Augenblick Gilbert erscheinen konnte, zu etwas Aufregendem, sondern auch noch ihre Erscheinung selbst, hinter der ich den Grund verborgen wußte, weshalb sie mich um vier Uhr anstatt um halb drei mit einem Besuchshütchen anstatt der üblichen Kappe auf dem Kopf vor den Ambassadeur anstatt zwischen den Puppentheatern traf. Und zwar mitten ins Herz. Ich erriet dahinter eine jener Beschäftigungen, bei denen ich Gilbert nicht folgen konnte und die sie zwangen, auszugehen oder zu Hause zu bleiben. Ich war in Kontakt mit dem Geheimnis ihres mir unbekannten Seins. Dies Geheimnis verwirrte mich auch, als ich auf Befehl des Mädchens mit der reschen Stimme herbeilief, um sofort beim Barlauf mitzutun. Und dann Gilbert, die mit uns so kurz und herrisch umsprang, vor der Dame mit den Debats, die zu ihr sagte, »Wie wunderschön ist die Sonne heut«, wirklich wie Feuer, Knixen und Lächeln zu ihr sprechen sah, in einer gemessenen Art, die mir eine Ahnung von dem ganz anderen Mädchen vermittelte, dass Gilbert sicher war, wenn sie mit ihren Eltern und deren Freunden umging oder Besuche machte. Kurz in jener gesamten anderen Existenz, die mir nicht zugänglich war. Aber von dieser Existenz konnte mir niemand einen besseren Eindruck geben als Monsieur Swan, der etwas später erschien, um seine Tochter zu holen. Denn er und Madame Swan, da ihre Tochter ja bei ihnen wohnte und ihre Studien, ihre Spiele, ihre Freundschaften völlig von ihnen abhängen, besaßen für mich genau wie Gilbert selbst, ja vielleicht mehr als sie, wie es den über ihr allmächtig waltenden Göttern, von denen sie selber abstammte, zukam, einen schmerzlichen Reiz. Alles, was sie betraf, beschäftigte mich so unausgesetzt, dass an einem Tage wie diesem, wo Monsieur Swan, den ich früher, damals, als er noch mit meinen Eltern verkehrte, so oft gesehen hatte, ohne dass er meine Neugier geweckt hätte, Gilbert von den Champs-Élysées abholen kam, sein Anblick, auch wenn das Herzklopfen zur Ruhe gekommen war, welches sein Auftauchen in grauem Hut und Pelerinenmantel bei mir zunächst hervorrief, mir doch noch denkbar größten Eindruck machte, etwa wie das einer historischen Persönlichkeit, über die wir viel gelesen haben und deren geringste Eigenheiten uns leidenschaftlich interessieren. Seine Beziehungen zum Grafen von Paris, die mir, wenn ich früher in Cambrai davon hatte reden hören, vollkommen gleichgültig waren, bekamen jetzt für mich etwas Märchenhaftes, ganz als kenne niemand außer ihm das Haus Orléans. Sie hoben ihn für mich deutlich aus der obskuren Menge der Spaziergänger der verschiedensten Klassen heraus, von denen die Allee der Champs-Élysées zu jener Stunde wimmelte und unter denen er, wie ich bewundernd feststellte, auftrat, ohne besondere Beachtung zu verlangen, die auch tatsächlich niemand ihm entgegen zu bringen versuchte. So tief war sein Inkognito. Er beantwortete höflich den Gruß von Gilbert's Spielkameraden, auch den meinen, wie wohl er doch mit meiner Familie zerfallen war, tat aber nicht so, als kenne er mich. Das erinnerte mich freilich daran, dass er mich früher auf dem Lande gesehen hatte. Das Gedächtnis davon hatte ich in mir bewahrt, aber doch nur dunkel. Denn seitdem ich Gilbert wieder gesehen hatte, war Swan für mich in erster Linie ihr Vater und nicht mehr jener Swan, der er in Combray gewesen war. Da die Vorstellungen, an die sich jetzt für mich sein Name heftete, ganz verschieden waren von denen, in deren Verzweigungen er früher verhaftet war, und an die ich mich nie mehr hielt, wenn ich jetzt an ihn dachte, war er für mich zu einer gleichsam ganz neuen Person geworden. Nur eine künstliche, beiläufige Querverbindung stellte ich gelegentlich zwischen ihm und unserem Gast von damals her, und da nichts mehr für mich Bedeutung hatte, wenn ich meine Liebe daraus nutzen zog, dachte ich jetzt, mit einer Regung von Scham und Bedauern, sie nicht auslöschen zu können, an jene Jahre zurück, wo ich in den Augen dieses Selbens war, der jetzt hier auf den Champs-Élysées vor mir stand, und der vielleicht glücklicherweise von Gilbert meinen Namen nicht wusste, mich des Abends so oft lächerlich gemacht hatte, wenn ich Mama bitten ließ, sie möge doch in mein Zimmer kommen und mir Gute Nacht sagen, während sie mit ihm, meinem Vater und meinen Großeltern im Garten den schwarzen Kaffee zu sich nahm. Er sagte zu Gilbert, sie dürfe ruhig noch eine Partie mit uns spielen, er werde gern ein Viertelstündchen warten, und während er sich ganz schlicht auf einen Eisenstuhl setzte, bezahlte er sein Billett mit jener Hand, die Philipp der Siebente so oft in der Seinen gehalten hatte, während wir begannen, auf dem Rasen zu spielen und die Tauben aufscheuchten, deren schöne, schillernde Körper, die beinahe herzförmig und im Tierreich eine Entsprechung des Flieders sind, sich flüchtend eine Freistaat suchten. Die eine auf der großen Steinvase, der ihr tief darin verschwindender Schnabel, die offenbar auch erfüllte Aufgabe zuzuweisen schien, im Überfluss Früchte oder Körner zum Aufpicken darzubieten, eine andere auf der Stirn der Statue, die sie scheinbar mit einem jener Gegenstände in vielfarbigem Ermei krönte, die die Monotonie mancher antiken Bildwerke abwechslungsreicher gestalten und durch ein Attribut, das der Göttin, die es trägt, eine besondere zusätzliche Bezeichnung einbringt, aus ihr, so wie es einer Sterblichen mit einem neuen Vornamen geht, eine andere Göttin machen. An einem dieser Sonnentage, die meine Hoffnungen nicht erfüllten, hatte ich nicht länger das Herz, meine Enttäuschungen vor Gilbert zu verbergen. Ich wollte dich gerade so vieles fragen, sagte ich zu ihr. Ich hatte geglaubt, dieser Tag werde für unsere Freundschaft besonders viel bedeuten. Aber kaum bist du da, so musst du schon wieder gehen. Versuch doch morgen möglichst früh zu kommen, damit ich endlich einmal mit dir sprechen kann. Ihr Gesicht strahlte und vor Freude von einem Fuß auf den anderen hüpfend antwortete sie mir, mein Lieber, du kannst ganz sicher sein, dass ich morgen nicht komme. Ich muss zu einer großen Teegesellschaft gehen. Übermorgen auch nicht. Da bin ich bei einer Freundin, von deren Fenster man den Einzug des Königs Theodosius anschauen kann. Das wird ganz wunderbar. Und am nächsten Tage ist Michel Strogoff. Und dann kommt bald Weihnachten und dann die Ferien zum neuen Jahr. Vielleicht fährt sogar jemand mit mir an die Riviera. Das wäre fabelhaft. Allerdings komme ich dann um einen Weihnachtsbaum. Auf alle Fälle aber, auch wenn ich in Paris bin, komme ich nicht hierher. Denn ich mache dann Besuche mit Mama. Adieu. Eben ruft mich Papa. Ich kehrte mit Françoise nach Hause zurück durch die Straßen, die noch mit Sonnenschein beflaggt waren, wie am Abend eines Festes, das schon vorüber ist. Ich schleppte mich mühsam dahin. Das wundert mich gar nicht, meinte Françoise. Das ist ja auch kein Wetter für diese Jahreszeit. Es ist viel zu warm. Ach Gott sicher gibt es überall viele arme Kranke. Es scheint fast, dass auch da oben alles durcheinander geraten ist. In Gedanken sagte ich mir wieder und wieder die Worte vor, in denen Gilbert ihrer Freude Ausdruck gegeben hatte, dass sie jetzt lange hin nicht in die Champs-Élysées kommen werde. Aber der Zauber, der jedes Mal meinen Geist von ganz allein befiel, sobald er sich mit ihr beschäftigte, die besondere einzigartige Lage, in die mich, wie reich an Kummer sie auch war, Gilbert gegenüber der innere Zwang einer Gewöhnung des Denkens brachte, waren bereits am Werk selbst diesen Zeichen der Gleichgültigkeit etwas Romantisches zuzusetzen, und mitten in meinen Tränen brachte ich dennoch ein Lächeln zustande, das nichts Geringeres als die schüchterne Vorform eines Kusses war. Als die Stunde der Briefbestellung kam, sagte ich mir an diesem Abend wie an allen anderen, ich bekomme sicher einen Brief von Gilbert. Sie wird mir endlich sagen, dass sie nie aufgehört hat, mich zu lieben, und mir erklären, aus welchem geheimnisvollen Grund sie gezwungen war, es mir bisher zu verbergen und so zu tun, als könne sie glücklich sein, ohne mich zu sehen, und weshalb sie die Rolle einer Gilbert gespielt hat, die nichts weiter als eine Spielkameradin ist. Alle Abende malte ich mir beglückt diesen Brief aus. Ich glaubte, ihn zu lesen. Ich sagte mir jeden Satz davon her. Plötzlich aber hielt ich erschrocken inne. Ich wurde mir auf einmal bewusst, dass, wenn ich einen Brief von Gilbert bekäme, es auf keinen Fall dieser sein könne, da ich ihn ja selbst verfasst hatte. Und von da an bemühte ich mich, meine Gedanken von den Worten abzuwenden, von denen ich mir so dringend wünschte, dass sie sie an mich schriebe, aus Furcht durch ihre Vorwegnahme, gerade sie, die Liebsten, Ersehntesten, aus dem Bereich des Möglichen auszuschließen. Selbst wenn aufgrund eines unwahrscheinlichen Zusammentreffens Gilbert mir genau diesen Brief geschickt hätte, der von mir erfunden war, so hätte ich mein Werk darin wiedererkannt und nicht den Eindruck gehabt, etwas zu empfangen, was nicht aus mir selber käme, also etwas Wirkliches sei, etwas Neues, ein Glück, das außerhalb von meinem Geiste bestand, von meinem Willen unabhängig und wahrhaft von Liebe dargebracht war. Inzwischen las ich noch einmal eine Seite, die Gilbert mir zwar nicht geschrieben hatte, die mir aber wenigstens von ihr zugekommen war, nämlich die Seite von Bergotte über die Schönheit der alten Mythen, aus denen Racine geschöpft hat und die ich zusammen mit der Murmel aus Achat immer bei mir hatte. Ich war gerührt über die Güte meiner Freundin, die sie mir hatte besorgen lassen. Und da man stets den Wunsch hat, für seine Leidenschaft eine Begründung zu finden und glücklich ist, in dem Wesen, das man liebt, Vorzüge zu erkennen, die, wie man aus der Literatur oder aus Gesprächen weiß, unter anderen würdig sind, Liebe zu erwecken, und sich diese, indem man sie nachbildet, zu eigen und zu neuen Gründen seiner Liebe macht, wären sie selbst denen, welchen unsere Liebe nachspürt, wenn sie den eigenen Impulsen folgt, noch so entgegengesetzt, so wie Sven früher vor sich den ästhetischen Wert der Schönheit Odets geltend machte. Aus solchen Gründen sah ich, der ich zunächst, in Combray noch, Gilbert wegen des schlechthin Unbekannten ihres Lebens geliebt hatte, indem ich so gern untergegangen und in neuer Verkörperung wieder aufgetaucht wäre, unter Aufgabe meines eigenen Seins, das mir nichts mehr bedeutete, jetzt einen unschätzbaren Vorteil darin, dass eines Tages Gilbert in meinem allzu bekannten und darauf verachteten Leben als eine demütige Dienerin, eine bequeme und tröstliche Mitarbeiterin mir des Abends bei meiner Arbeit helfen und für mich Zeitschriften durchsehen könnte. Wer Gott aber, diesen unendlich weisen und beinahe göttlichen Alten, um dessen Willen ich zuerst Gilbert geliebt hatte, bevor ich sie noch sah, liebte ich jetzt vor allem um Gilberts Willen. Mit ebenso großem Vergnügen wie die Seiten, die er über Racine geschrieben hatte, betrachtete ich das mit großen, weißen Wachsoblaten geschlossene und mit einer Fülle von rosa Bändern umwundene Einwickelpapier, in dem sie sie mir gebracht hatte. Ich küßte die Achatkugel, die den besten Teil vom Herzen meiner Freundin versinnbildlichte, den Teil, der nicht frivol war, sondern treu, und der, wie wohl mit dem geheimnisvollen Reiz von Gilberts Leben geschmückt, doch bei mir blieb, mein Zimmer bewohnte, in meinem Bette schlief. Aber ich musste mir doch sagen, dass die Schönheit dieses Steins und die Schönheit jener Seiten Bergots, die ich so beglückt mit der Idee meiner Liebe zu Gilbert in Zusammenhang brachte, als bekäme diese in den Augenblicken, wo sie mir nur noch als ein Nichts erschien, durch sie eine Art von Plastizität, vor meiner Liebe dagewesen waren, ihr nicht eigentlich glichen, dass ihre Elemente durch die schriftstellerische Begabung oder durch die Gesetze der Mineralogie bereits festgelegt waren, bevor Gilbert mich kannte. Dass nichts in dem Buche noch in dem Stein anders gewesen wäre, hätte Gilbert mich nicht geliebt, und dass nichts mich also berechtigte, aus ihnen eine Botschaft des Glücks herauslesen zu wollen. Und während meine Liebe die unaufhörlich vom kommenden Tage das Geständnis der Liebe Gilbert zu mir erwartete, jeden Abend die schlecht verrichtete Arbeit des Tages wieder aufdröselte, war im Dunkel meines Selbst eine Unbekannte am Werk, die die abgerissenen Fäden nicht einfach hängen ließ, sondern sie ohne Rücksicht darauf, ob mir ihr Wirten gefiele und ob sie zu meinem Glück tätig sei, in einer ganz anderen Ordnung, die allem zugrunde lag, was sie tat, wieder zusammenknüpfte. Ohne besonderes Interesse an meiner Liebe, ohne davon auszugehen, dass ich geliebt werde, stellte sie alle Handlungen Gilberts, die mir unerklärlich waren, alle ihre Fehler, die ich bei mir entschuldigt hatte, in einer Folge zusammen. Dadurch bekamen sie einen Sinn. Diese neue Ordnung schien zu besagen, dass ich Gilbert, wenn sie, anstatt in die Champs-Élysées zu kommen, an einem Vormittag mit ihrer Erzieherin Besorgungen machte oder sich auf eine Abwesenheit um den 1. Januar herum vorbereitete, Unrecht damit tat, bei mir zu denken, sie ist eben frivol oder allzu gefügig. Denn sie hätte aufgehört, das eine oder andere zu sein, wenn sie mich geliebt hätte, und zum Gehorsam gezwungen, wäre sie ebenso verzweifelt gewesen wie ich an den Tagen, da ich sie nicht sah. Diese neue Ordnung sagte auch noch, dass ich ja dennoch wissen müsse, was lieben heißt, da ich Gilbert liebte. Sie wies mich auf mein unaufhörliches Bemühen hin, in ihren Augen vorteilhaft dazustehen, um dessen Willen ich ja auch meine Mutter dazu zu bringen versuchte, dass sie für Françoise einen Gummimantel und einen Hut mit blauer Feder kaufte, oder aber mich nicht mehr mit dieser Begleiterin, deren ich mich schämte, in die Champs-Élysées gehen ließe, worauf meine Mutter mir vorhielt, ich sei sehr ungerecht gegen Françoise, sie sei eine redliche Dienerin und uns sehr ergeben, und auch auf das ausschließliche Bedürfnis Gilbert zu sehen, das mich antrieb, bereits Monate im Voraus zu erkunden, wann sie Paris verlassen und wohin sie sich begeben werde, wobei mir die angenehmste Gegend wie ein Verbannungsort erschien, wenn sie dort nicht war, und dass ich mir einzig wünschte, in Paris zu sein, solange ich sie in den Champs-Élysées täglich sehen konnte. Es war auch nicht schwer für sie, mir dazu tun, dass ich weder diese Sorge noch dies Bemühen in den Handlungen Gilberts werde entdecken können. Diese im Gegenteil war ihrer Erzieherin durchaus zugetan, ohne danach zu fragen, was ich von ihr halten möchte. Sie fand natürlich, dass sie nicht in die Champs-Élysées kam, soweit es unterblieb, weil sie mit ihrem Fräulein Einkäufe machen musste, und sogar angenehm, wenn ein Ausgang mit ihrer Mutter sie daran hinderte. Und selbst bei einer Unterstellung, es werde mir erlaubt sein, meine Ferien am gleichen Ort zu verbringen wie sie, kam es ihr bei der Wahl des Ortes doch nur auf den Wunsch ihrer Eltern, auf allerlei Vergnügungen an, von denen sie gehört hatte, und keineswegs darauf, ob meine Eltern etwa die Absicht hätten, mich auch dorthin zu schicken. Wenn sie mir manchmal versicherte, dass sie mich weniger liebe als einen ihrer Freunde, weniger auch, als sie mich am Vortage gemocht, weil ich durch meine Unaufmerksamkeit das Spiel für unsere Partei verloren habe, bat ich sie um Verzeihung und fragte sie, was ich tun müsse, damit sie mich wieder ebenso gern möge oder noch mehr als die anderen. Ich hätte dann gern von ihr gehört, dass dem bereits so sei. Ich flehte sie an, als könne sie ihre Zuneigung für mich nach ihrem oder meinem Willen oder mir zu gefallen, allein durch die Worte, die sie sagen würde, je nach meinem guten oder schlechten Verhalten regeln. Wusste ich denn nicht, dass das, was ich selbst für sie empfand, weder von ihren Handlungen abhing, noch von meinem Willen? Endlich sagte sie auch noch, diese von der unsichtbaren Arbeiterin geschaffene neue Ordnung, dass, wenn wir wünschen können, die Handlungen einer Person, die uns Kummer zugefügt hat, möchten nicht ernst gemeint sein, dennoch in ihrer Folge etwas Überzeugendes liegt, gegen das unser Wünschen nichts vermag und das uns besser als jene selbst es könnte, über ihre Handlungen von morgen Aufschluss geben kann. Diese neuen Worte hörte meine Liebe wohl. Sie überzeugten sie davon, dass das Morgen von dem, was andere Tage waren, nicht völlig verschieden sein werde. Dass Gilbert's Gefühl für mich, zu sehr eingewurzelt, um sich noch ändern zu können, in Gleichgültigkeit bestehe. Dass in unserer Beziehung zueinander nur ich der Liebende sei. Es ist wahr, antwortete meine Liebe, an dieser Freundschaft gibt es nichts mehr zu rütteln, sie ändert sich bestimmt nicht mehr. Am folgenden Tage, oder ich wartete damit bis zu einem Festtag, wenn gerade einer in Aussicht stand, einem jener Tage, die nicht wie die anderen sind, an dem man eine neue Seite aufschlägt und von der Vergangenheit keinen Übertrag und kein Vermächtnis an Trauer übernimmt, bat ich dann Gilbert, unsere alte Art von Freundschaft völlig zu vergessen und mit mir den Grund für eine neue zu legen. Ich hatte immer einen Plan von Paris bei der Hand, weil man darauf die Straße erkennen konnte, in der Monsieur und Madame Swan wohnten und die mir daraufhin wie etwas Köstliches erschien. Aus Vergnügen daran, aus einer Art ritterlicher Treue, erwähnte ich bei jeder nur möglichen Gelegenheit diese Straße, sodass mein Vater, der nicht wie meine Mutter und meine Großmutter von meiner Liebe wusste, mich schließlich fragte, weshalb sprichst du denn unaufhörlich von dieser Straße? Sie hat doch gar nichts Besonderes an sich. Es wohnt sich sicher angenehm dort, weil sie nur zwei Schritte vom Bois entfernt ist, aber das hat sie mit mindestens zehn anderen gemein. Ich richtete es so oft wie möglich ein, dass meine Eltern den Namen Swan aussprechen mussten. Gewiss sagte ich ihn mir im Geiste schon selbst ohne Unterlass vor, aber ich hatte das Bedürfnis, auch seinen köstlichen Klang zu vernehmen und mir seine Musik vorspielen zu lassen, deren stumme Lektüre für meine Wünsche nicht ausreichend war. Dieser Name Swan übrigens, den ich so lange schon kannte, war, wie es bei gewissen Fällen von Aphasie mit Bezug auf die geläufigsten Ausdrücke vorkommt, stets ein neuer Name für mich. Er war mir in Gedanken immer gegenwärtig und doch gewöhnte ich mich nicht an ihn. Ich zerlegte ihn, buchstabierte ihn mir vor, seine Orthographie war stets ein Quell neuen Staunens für mich. Mit seiner Vertrautheit hatte er für mich auch seine Unschuld verloren. Die Freude, mit der ich ihn jedes Mal hörte, kam mir so schuldhaft vor, dass ich glaubte, die anderen errieten meine Gedanken und geben jedes Mal der Unterhaltung eine andere Richtung, sobald ich erzwingen wollte, dass man ihn vor mir nannte. Ich ließ mich über Gegenstände aus, die mit Gilbert zu tun hatten. Ich führte unaufhörlich die gleichen Worte im Munde, und obwohl ich wusste, dass es nur Worte waren, fern von ihr ausgesprochene Worte, die sie nicht hörte, Worte ohne Kraft, die wiederholten, was war, doch es nicht ändern konnten, so kam es mir doch vor, als könnte ich dadurch, dass ich alles zusammentrug und in Bewegung hielt, was Gilbert berührte, etwas Beglückendes aus ihnen hervorgehen lassen. Ich wiederholte so und so oft meinen Eltern, Gilbert möge ihre Erzieherin sehr gern, als werde diese Mitteilung beim hundertsten Male die Wirkung haben, dass Gilbert plötzlich einträte und ein für allemal bei uns wohnen bliebe. Ich erging mich oft in Lobeserhebungen über die alte Dame, die immer die Débat las. Ich hatte meinen Eltern die Meinung nahegelegt, sie sei die Frau eines Botschafters oder eine Fürstlichkeit, und hörte nicht auf, ihre Schönheit, Großartigkeit und ihren Adel zu feiern, bis eines Tages, als ich meinte, ich habe Gilbert sagen hören, sie heiße Madame Blatin, meine Mutter ausrief, während ich vor Scham errötete, »Oh, jetzt weiß ich, wer das ist! Achtung, Achtung«, hätte dein armer Großvater gesagt, »und die findest du schön? Aber sie ist ja grauenhaft und ist es immer gewesen. Sie ist die Witwe eines Gerichtsvollziehers. Erinnerst du dich nicht mehr, was ich alles, als du noch klein warst, habe anstellen müssen, um ihr bei der Turnstunde aus dem Wege zu gehen, wo sie immer, ohne mich zu kennen, mit mir sprechen wollte, um mir zu sagen, du seist für einen Buben zu hübsch? Sie ist immer darauf erpicht gewesen, Leute kennenzulernen, und sie muss schon wirklich so toll sein, wie ich immer glaubte, wenn sie Madame Swan tatsächlich kennt. Denn wenn sie auch sehr gewöhnlicher Herkunft ist, ich hätte ihr doch bislang nicht eigentlich etwas nachsagen können. Aber sie war schon immer auf Bekanntschaften aus. Sie ist grauenhaft, fürchterlich vulgär und stiftet außerdem gern etwas Arges an.« Was nun Swan anbelangte, so verbrachte ich in meinem Bemühen, ihm zu gleichen, meine Zeit bei Tisch damit, mich an der Nase zu zupfen und mir die Augen zu reiben. »Der Junge ist geradezu idiotisch, es wird einmal schlimm mit ihm werden«, bemerkte mein Vater dazu. »Vor allem wäre ich gern so kahl gewesen wie Swan.« »Da er in meinen Augen ein solches Ausnahmegeschöpft war, fand ich erstaunlich, dass Leute, mit denen ich verkehrte, ihn gleichfalls kannten und dass die Zufälle eines beliebigen Tages ihn mir entgegenführen konnten. Einmal, als meine Mutter im Verlaufe ihres jeden Abend beim Nachtmahl erstatteten Berichts, wo sie am Nachmittag gewesen sei, nur sagte »Und wen, meint ihr, habe ich im Kaufhaus Trois-Quartiers bei den Regenschirmen getroffen?« »Swan«, zauberte sie mitten in ihrer sonst für mich so unergiebigen Erzählung eine Märchenblüte hervor. Was für ein schwermütiger Genuss war es zu erfahren, dass an diesem Nachmittag inmitten der Menge, von der sich seine übernatürliche Erscheinung abhob, Swan einen Regenschirm gekauft hatte. Zwischen andere größere oder kleinere Ereignisse, die ebenso gleichgültig waren, eingeschoben, weckte dieses in mir jene besonderen Schwingungen, von denen meine Liebe zu Gilbert beständig durchzittert war. Mein Vater pflegte zu sagen, ich interessiere mich für nichts, weil ich nicht zuhörte, wenn von den politischen Auswirkungen die Rede war, die der Besuch des Königs Theodosius für Frankreich haben könnte, dessen Gast er zurzeit, und wie man meinte, dessen Verbündeter er war. Wie sehr aber verlangte es mich andererseits zu wissen, ob Swan bei jenem Einkauf seinen Pelerinenmantel trug. »Habt ihr euch guten Tag gesagt?« fragte ich. »Aber natürlich«, antwortete meine Mutter, die offenbar immer ängstlich vermied, unser abgekühltes Verhältnis zu Swan einzugestehen, damit man uns nicht mehr mit ihm aussöhnte, als ihr lieb gewesen wäre, denn sie wünschte nun einmal nicht, Madame Swans Bekanntschaft zu machen. »Er selbst ist gekommen und hat mich begrüßt. Ich hatte ihn nicht gesehen.« »Dann seid ihr also nicht böse?« »Böse? Wieso sollen wir denn böse miteinander sein?« gab sie mit solcher Lebhaftigkeit zurück, als habe ich einen Streich gegen die Fiktion ihrer guten Beziehungen zu Swan geführt und eine Aussöhnung einleiten wollen. »Er könnte doch böse auf dich sein, weil du ihn nicht mehr einlädst.« »Man muss ja nicht alle Leute einladen. Lädt er mich etwa ein? Ich kenne ja seine Frau nicht einmal.« Aber er kam doch in Combray zu uns. »Ja, gut, er kam in Combray zu uns, aber in Paris hat er eben anderes zu tun, und wir auch. Ich kann nur sagen, wir haben uns beide nicht benommen wie Leute, die miteinander böse sind. Wir standen ein Weilchen zusammen, weil ihm sein Paket nicht gleichgebracht wurde. »Er hat mich nach dir gefragt und erzählt, dass du mit seiner Tochter spielst,« setzte meine Mutter hinzu. Ich aber staunte über das Wunder, dass ich in Swans Bewusstsein existierte, sogar so komplett, dass er, wenn ich liebebebend in den Champs-Élysées vor ihm stand, wusste, wie ich hieß und wer meine Mutter war, und dass ich für ihn meine Eigenschaft als Kamerad seiner Tochter mit allerlei Wissen über meine Großeltern, ihre Familie, unseren alten Wohnort, gewisse Eigentümlichkeiten unseres frühern Lebens vermischten, über die ich selbst vielleicht in Unkenntnis war. Doch schien für meine Mutter diese Abteilung der Trois-Cartiers, in der sie für Swann bei ihrem Auftauchen eine fest umrissene Persönlichkeit gewesen war, mit der ihn gemeinsame Erinnerungen verbanden, die ihn ermächtigten, an sie heranzutreten und ihr guten Tag zu wünschen, keinen einzigartigen Zauber zu besitzen. Weder sie übrigens noch mein Vater schienen, an einer Gelegenheit von Swanns Großeltern zu sprechen oder den Beruf eines Wechselmaklers zu erwähnen, ein Vergnügen zu finden, das alle anderen übertraf. Meine Einbildungskraft hatte im sozialen Gefüge von Paris eine gewisse Familie ausgesondert, so wie sie es in dem Paris aus Stein mit einem bestimmten Haus gemacht hatte, dessen Einfahrt durch sie kunstvoll ausgestaltet und dessen Fenster zu Kostbarkeiten wurden. Doch ich als Einziger sah diesen Schmuck. Ebenso wie meine Eltern das Haus, in dem Swann wohnte, kein bisschen merkwürdiger fanden, als die anderen zur gleichen Zeit in jener Gegend nahe am Bois de Boulogne bauten, so hob sich auch die Familie Swann in ihren Augen von anderen Familien von Wechselmaklern in keiner Weise ab. Sie beurteilten sie mehr oder minder günstig, je nachdem sie an Verdienstenteil hatte, die aller Welt gemeinsam waren, und sahen nichts Einzigartiges in ihr. Was sie an ihr schätzten, trafen sie im gleichen oder sogar höheren Maße auch bei anderen an. Sobald sie also festgestellt hatten, dass das Swannsche Haus angenehm gelegen sei, sprachen sie von solchen, die noch günstiger lagen, aber nichts mit Gilbert zu tun hatten, oder von Börsenleuten, die eine Stufe höher als ihr Großvater standen. Hatte es einen Augenblick so ausgesehen, als seien sie einer Meinung mit mir, so lag ein Missverständnis vor, das sehr bald aufgeklärt wurde. Es kam daher, dass meine Eltern um in allem, was Gilbert und ihre Umgebung betraf, eine unbekannte Eigenschaft, die in der Welt des Gefühls dem entsprach, was in der Welt der Farben die Infrarotstrahlen sind zu erkennen, nicht den nötigen zusätzlichen Sinn besaßen, mit dem für eine gewisse Zeit die Liebe mich ausstattete. An Tagen, für die mir Gilbert im Voraus angekündigt hatte, dass sie nicht in die Champs-Élysées kommen werde, nahm ich mir Spaziergänge vor, die mich ihr näher brachten. Manchmal bewog ich Françoise zu einer Pilgerfahrt vor das Haus, das die Swanns bewohnten. Unaufhörlich brachte ich sie wieder auf das zu sprechen, was sie über Madame Swann von der Erzieherin hatte erfahren können. Es scheint, dass sie großes Vertrauen zu ihren heiligen Bildern hat. Niemals verreist sie, wenn ein Käuzchen geschrien hat, oder es hat in der Wand getickt, oder wenn ihr um Mitternacht eine Katze begegnet, oder es knackt im Holz. Oh ja, das ist eine Frau, die noch an etwas glaubt. Und ich war so sehr in Gilbert verliebt, dass ich, wenn wir auf unserem Wege den alten Diener des Hauses trafen, der den Hund ausführte, vor Ergriffenheit stehen blieb und einen so leidenschaftserfüllten Blick auf seinen weißen Backenbart warf, dass Françoise sich wunderte. Aber was hast du denn? Dann gingen wir weiter bis zu der Einfahrt, neben der ein Portier, der von allen Portiers der Welt weit verschieden und bis in die Tressen seiner Livree von dem gleichen schmerzlichen Reiz durchdrängt war, den ich beim Nennen des Namens Gilbert verspürte, stand und so aussah, als wisse er, dass ich einer von jenen sei, denen aufgrund einer von Natur anhaftenden Unwürdigkeit für immer untersagt war, in jene geheimnisvollen Daseinsbereiche einzudringen, deren Bewachung ihm oblag, und die die Parterrefenster bewusst den Blicken zu verschließen schienen, so dass sie mit dem edlen Fall ihrer Muslinvorhänge weit weniger anderen Fenstern glichen, als vielmehr den Blicken Gilbertts. Andere Male gingen wir auf die Boulevards, und ich bezog einen Posten am Eingang der Rue du Faux, denn ich hatte gehört, dass man Svan da häufig sehen könne, wenn er zu seinem Zahnarzt ging. Meine Einbildungskraft aber legte eine so tiefe Kluft zwischen Gilbertts Vater und die übrige Menschheit. Seine Gegenwart inmitten der realen Welt trug für mich so viel an Wunderbarem in sie hinein, dass ich schon bevor wir bei der Madeleine angelangt waren, tief bewegt wurde, von der Vorstellung, dass wir uns einer Straße näherten, wo sich ganz unvorhersehbar die übernatürliche Erscheinung vollziehen konnte. Am häufigsten aber, wenn ich schon Gilbert nicht sehen sollte, dirigierte ich, da ich erfahren hatte, Madame Svan ergehe sich fast jeden Tag in der Allee de Acacia rund um den großen See und in der Allee de Lorraine Magritte, François nach dem Bois de Boulogne zu. Er war für mich etwas wie die zoologischen Gärten, in denen man in verschiedenartigen Landschaftsausschnitten die Flora fremder Gegenden sieht, wo man erst auf eine Grotte, dann eine Wiese, auf Felder, einen Fluss, einen Graben, einen Hügel, einen Sumpf stößt, aber weiß, dass sie nur da sind, um für das gewohnte Treiben von Flusspferden, Zebras, Krokodilen, Schneehasen, Bären oder Reiern den geeigneten Schauplatz oder einen malerischen Rahmen abzugeben. Der Bois selbst, in seiner komplexen Vereinigung verschiedener kleiner Welten, ließ er doch ein mit roten Bäumen, amerikanischen Korkeichen bepflanztes Farmgelände, das einer ländlichen Siedlung in Virginia glich, auf ein Fichtenwäldchen, am Seeufer oder auf das Dickicht folgen, aus dem plötzlich in weichem Pelz und mit schönen Tieraugen eine eilige Spaziergängerin auftauchte, war der Park der Frauen. Und wie die Myrtenallee der Aenees für sie mit Bäumen einer einzigen Gattung bepflanzt, wurde die Akazienallee von den berühmten Schönheiten der Epoche besucht. Wie von fern schon die höchste Erhebung des Gipfels, von der aus der Seehund sich ins Wasser stürzt, das Entzücken der Kinder bildet, die ihn anschauen gehen, so lässt auch, lange bevor man zu der Allee de Sacassia gelangt, ihr ringsum sicher ausströmender Duft das Nahen und die Eigenart einer machtvollen, üppigen Individualität des Pflanzenreiches ahnen. Dann, wenn ich näher kam, machte der Anblick ihres leichten, zierlichen Laubes von gefälliger Eleganz, kokettem Schnitt und aus dünnem Stoff, auf dem Hunderte von Blüten sich niedergelassen hatten wie geflügelte, zitternde Schwärme seltener Insekten, endlich auch ihr weiblich lässiger, angenehm klingender Name mein Herz höher schlagen. Doch eher im Wagen verlangen nach großer Welt, so wie manche Walzer in uns den Namen der geladenen Schönen aufklingen lassen, die der Türsteher bei ihrem Eintritt in den Ballsaal benennt. Ich hatte gehört, man könne in der Allee gewisse elegante Frauen sehen, die, obwohl nicht alle auch schließlich geheiratet hatten, gewöhnlich mit Madame Swan in einem Atem genannt wurden, meist unter ihrem Nom de Guerre. Ihr neuer Name, sofern sie einen solchen trugen, war nur eine Art inkognito, dass diejenigen, die von ihnen sprachen, unbedingt lüfteten, um richtig verstanden zu werden. In der Meinung, dass das Schöne, auf dem Gebiete weiblicher Eleganz jedenfalls, von geheimen Gesetzen bestimmt werde, in deren Kenntnis sie eingeweiht und zu deren Befolgung sie in der Lage waren, nahm ich von vornherein die Art ihrer Toiletten, ihrer Äquipagen, die tausend Einzelheiten, deren ephemeres und wechselndes Ensemble von dem im Innern meiner Seele bestehenden Glauben so fest zusammengehalten wurde, dass sie die Einheitlichkeit eines Meisterwerkes bekamen, als Offenbarung hin. Doch was ich sehen wollte, war vor allem Madame Swan, und ich wartete, bis sie vorüberkäme, im Innersten bewegt, als ob es Gilbert selber sei, deren Eltern, wie alles, was zu ihrer Umgebung gehörte, von ihrem Reiz durchsetzt, in mir ebenso viel Liebe, wie sie selbst erweckten, aber eine noch schmerzlichere Unruhe dabei, weil ihr Berührungspunkt mit Gilbert gerade in jenem Innersten ihres Lebens lag, zu dem ich nicht Zutritt hatte, und für die ich schließlich auch, denn ich bekam bald heraus, wie man sehen wird, dass sie nicht gern hatten, wenn ich mit ihr spielte, jenes Gefühl der Verehrung hegte, dass wir immer denen entgegenbringen, die schrankenlose Macht besitzen, uns Böses anzutun. Ich wies in der Stufenfolge der ästhetischen Vorzüge und der mondänen Größe den höchsten Rang der Einfachheit zu, wenn ich Madame Swan zu Fuß in einer Polonaise aus Tuch, auf dem Kopf eine kleine, mit einem exotischen Fasanenflügel geschmückte Toc, einen Pfeilchenstrauß an der Taille, eiligen Schritts durch die Allee des Arcassiers gehen sah, als sei dies für sie nur der kürzeste Weg, um nach Hause zu kommen. Mit einem Blick nur dankte sie dann den vorüberfahrenden Herrn, die sie, wenn sie von weitem schon ihre Silhouette erkannten, grüßten und sich sagten, niemand habe so viel Schick wie sie. Anstelle der Schlichtheit aber erkannte ich den ersten Platz dem Prunk zu, wenn ich Françoise, die nicht mehr weiter konnte und behauptete, sie habe sich schon die Beine abgelaufen, gezwungen hatte, eine Stunde lang hin und her zu gehen und dann endlich aus der von der Porte Dauphine herkommenden Allee, wobei diese für mich ein königliches Ansehen bekam, als die Stätte des Einzugs einer Souveränin, wie keine wirkliche Königin in mir in der Folge mit gleichem Eindruck je hat vorführen können, weil ich von ihrer Macht eine deutlichere und auf mehr Erfahrung gegründete Vorstellung hatte, im Fluge von zwei feurigen kleinen Pferden, derart wie Constantin Gys sie zeichnet, dahingetragen, während auf dem Sitz ein riesiger Kutscher in einer Art von Kosakenpelz und daneben ein kleiner Groom, der an den Tiger des verewigten Baudenor erinnerte, Platz genommen hatten, eine unvergleichliche Viktoria mit etwas hohem Fahrgestell herauskommen sah oder vielmehr erlebte, wie ihre Formen sich als eine klar umrissene, zehrende Wunde in mein Herz einpressten, die unter ihrem Dernier-Krie-Luxus ältere Äquipagen-Moden durchschimmern ließ und in deren Fond Madame Swan in lässiger Haltung ruhte. Ihr blondes Haar, das von einer einzigen grauen Strähne durchzogen war, wurde von einem schmalen Blumenband, gewöhnlich aus Pfeilchen, gehalten und eingefasst, von dem ein langer Schleier niederfiel. In der Hand trug sie einen mau-farbenen Sonnenschirm und auf ihren Lippen ein undurchsichtiges Lächeln, das sich für den Wohlwollensausdruck einer Fürstlichkeit hielt, das jedoch vor allem das Herausfordernde einer Kokotte war und das sie hultvoll allen denen schenkte, die sie ihrerseits mit ihrem Gruß bedachten. Dies Lächeln sagte in Wirklichkeit zu den einen, »Oh ja, ich erinnere mich, es war wunderschön« und zu den anderen, »Wie schade, wir hatten eben kein Glück« und wieder zu anderen, »Aber gewiss, wenn sie wollen, ich fahre jetzt noch ein kurzes Stück geradeaus, aber sobald ich kann, verlasse ich die Reihe.« Gingen jedoch nur Unbekannte vorbei, so erlarmte ihr Lächeln, als hinge sie der Erinnerung an irgendeinen Freund nach oder warte auf ihn, und die es bemerkten, sagten dann nur, »Wie schön sie ist.« Nur für ganz bestimmte Männer hatte sie ein gereiztes, gezwungenes, zurückhaltend kühles Lächeln, welches bedeutete, »Jawohl, du gemeiner Kerl, ich weiß, was für ein Schandmaul du hast und dass du nicht schweigen kannst, aber denke nur nicht, dass ich mir daraus irgendetwas mache.« Coquelin ging in lebhaftem Gespräch mit Freunden vorbei und winkte vorüberfahrenden mit der Hand etwas theatralisch zu. Ich jedoch dachte einzig an Madame Swan, tat aber so, als habe ich sie nicht gesehen, denn ich wusste, dass sie am Taubenschießstand angekommen, dem Kutscher sagen würde, er solle aus der Reihe herausfahren und halten, damit sie die Allee zu Fuß zurückgehen könne. An Tagen, wo ich den Mut dazu fand, neben ihr aufzutreten, zerrte ich Françoise in dieser Richtung mit. Einen Augenblick sah ich dann wirklich auf dem Weg für Fußgänger Madame Swan auf uns zukommen, wie sie hinter sich die lange Schleppe ihres mauffarbenen Kleides herschleifen ließ, angetan, wie das Volk sich die Königinnen gekleidet denkt, in Stoffen und Zutaten, die andere Frauen nicht trugen. Manchmal senkte sie ihren Blick auf den Griff ihres Sonnenschirms und gab wenig auf die vorübergehenden Acht, so als sei sie allein auf die wichtige Angelegenheit und den Zweck eines kleinen Gesundheitsspaziergangs bedacht, ohne Rücksicht darauf, dass sie gesehen wurde und alle sich nach ihr umdrehten. Manchmal jedoch, wenn sie zurückblickte, um ihren Windhund zu rufen, ließ sie unmerklich ihren Blick in die Runde schweifen. Selbst diejenigen, die sie gar nicht kannten, wurden durch irgendetwas merkwürdiges und übertriebenes, vielleicht auch durch eine Art telepathische Ausstrahlung, wie jene, die in der unwissenden Menge Beifallsbezeigungen in den Momenten auslöste, wo die Bermar unübertrefflich war, darauf aufmerksam, dass sie irgendeine bekannte Persönlichkeit sein müsse. Sie fragten sich, wer mag das sein? Und fragten manchmal einen Vorübergehenden oder nahmen sich vor, sich ihre Toilette zu merken als Anhaltspunkt für besser unterrichtete Freunde, die ihnen vielleicht Auskunft geben könnten. Andere Spaziergänger blieben einen Augenblick beinahe stehen und sagten dann, sie wissen doch, wer das ist, Madame Swan. Wie, das sagt Ihnen nichts? Ist Ihnen denn Odette de Cressy kein Begriff? Odette de Cressy? Ich habe doch gleich gedacht, diese traurigen Augen. Aber wissen Sie, die Jüngste kann sie ja auch nicht mehr sein. Ich erinnere mich, ich hatte sie an dem Tage, als Magmaron demissionierte. Ich glaube, Sie werden guttun, sie nicht daran zu erinnern. Sie ist jetzt Madame Swan, die Frau eines Herrn, der Mitglied des Jockeyclubs ist und ein Freund des Prinzen von Wales. Übrigens sieht sie immer noch großartig aus. Oh ja, aber wenn Sie sie damals gekannt hätten, da war sie wirklich hübsch. Sie wohnte in einer kleinen, komischen Villa mit chinesischem Krimskrams darin. Ich erinnere mich, dass uns das Geschrei der Zeitungsverkäufer störte. Ich musste deswegen aus dem Bett. Ich hörte solche Betrachtungen eigentlich nicht, nahm aber doch das dumpfe Geraune wahr, das ihre Berühmtheit weckte. Mein Herz schlug vor Ungeduld, wenn ich dachte, dass noch ein weiterer Augenblick vergehen würde, bis diese Leute, unter denen ich mit Bitterkeit einen mulattenhaften Bankier vermisste, der mich stets mit Verachtung gestraft hatte, sehen würden, wie der junge Unbekannte, den sie bislang ignoriert hatten, die Frau, deren Ruf der Schönheit, des leichten Lebens und der Eleganz so notorisch war, grüßte. Freilich, ohne sie zu kennen. Doch glaubte ich mich berechtigt dazu, da meine Eltern ihren Gatten kannten und ich der Spielkamerad ihrer Tochter war. Schon stand ich ganz dicht vor Madame Swan und zog den Hut mit einem so gewaltigen, weitausholenden, lange, andauernden Schwung, dass sie lächeln musste. Manche Leute lachten. Sie selbst hatte mich niemals mit Gilbert gesehen. Sie wusste meinen Namen nicht. Aber ich war für sie, wie einer der Parkwächter oder der Junge bei den Booten oder die Enten auf dem See, denen sie Brot zuwarf, eine der beiläufigen, vertrauten, anonymen, jeglichen individuellen Charakters ebenso sehr wie ein Theaterfigurant entbehrenden Erscheinungen ihrer Promenaden im Bois. An bestimmten Tagen, wo ich sie nicht in der Allee de Sacassia gesehen hatte, traf ich sie in der Allee de la Raine Marguerite, in die sich Frauen begeben, die allein sein oder wenigstens den Anschein erwecken möchten, als wollten sie es sein. Sie jedenfalls blieb es nicht lange, denn bald trat ein Bekannter zu ihr, oft mit einer grauen Röhre auf dem Kopf, den ich nicht kannte und der sich lange mit ihr unterhielt, während beider Wagen im Schritt folgten. Diese Mannigfaltigkeit des Bois de Boulogne, die ihn zu einer künstlichen Stätte und im zoologischen oder mythologischen Sinne einem Park oder Garten macht, wurde mir in diesem Jahre wieder bewusst, als sich ihn durchschritt, um zum Trianon zu gehen. Es war an einem der ersten Vormittage im November, wo in den Häusern von Paris die gleichzeitige Nähe und Abwesenheit des Herbstes, dessen Schauspiel so schnell vorübergeht, ohne dass man ihm beiwohnt, eine Art von Heimweh, ein Fieber von fallenden Blättern erzeugt, das einen am Schlaf hindern kann. In meinem Zimmer hinter geschlossenen Fenstern sehnte ich mich nach ihrem Anblick so sehr, dass sie zwischen meinem Denken und den beliebigen Gegenständen, mit denen ich mich beschäftigte, eine Art Schicht bildeten und wie jene gelben Flecke wirkten, die manchmal, wohin wir auch schauen mögen, vor unseren Augen tanzen. An jenem Morgen, als ich nicht mehr wie an den vorhergehenden Tagen den Regen rauschen hörte, sondern das schöne Wetter in den Ecken der geschlossenen Vorhänge lächeln sah, wie die Winke eines zugepressten Mundes, der dennoch das Geheimnis seines Glückes nicht für sich behalten kann, hatte ich deutlich gespürt, dass ich jene gelben Blätter sicherlich vom Licht durchstrahlt in höchster Schönheit werde sehen können. Ich konnte es ebenso wenig aushalten, nicht alsbald die Bäume anschauen zu gehen, wie einst, wenn der Sturm allzu stark in meinem Schornstein tobte, nicht an das Meer zu reisen, und hatte mich durch den Bois de Boulogne auf den Weg zum Trianon gemacht. Es war die Stunde und die Jahreszeit, in der der Bois vielleicht am mannigfaltigsten wirkt, nicht nur, weil er stärkere Unterteilungen erkennen lässt, als vielmehr, weil es andere sind als sonst. Selbst an den offenen Stellen, wo man eine gewisse Weite überblickt, schien hier und da gegenüber von fernen, düsteren, massiven von Bäumen, die keine Blätter mehr oder noch ihr Sommerlaub hatten, eine doppelte Reihe orangefarbenleuchtender Kastanien, wie in einem erst angefangenen Bild allein von dem Künstler fertiggestellt zu sein, der das Übrige noch nicht in Farben angelegt hatte, und säumte eine in vollem Lichte daliegende Allee als künftigen Spazierweg für Personen, die erst später hinzugefügt werden sollten, ein. Etwas weiter fort, wo die Bäume noch ganz mit grünem Laub bedeckt waren, schüttelte ein einziger kleiner, kurzer, gestutzter, eigensinniger Stamm im Wind seine struppige rote Mähne. An anderen Stellen war schon etwas wie das erste Erwachen dieses Mainmonds der Blätter im Gange, und die einer köstlichen, lächelnden Ampelopsis standen seit dem Morgen schon wie ein herbstlicher Rotdorn in voller Blüte da. Der Bois aber bot den provisorischen oder künstlichen Anblick einer Baumschule oder eines Parks, in dem man aus botanischem Interesse oder als Vorbereitung für ein Fest mitten zwischen den noch stehen gebliebenen Bäumen einer gewöhnlichen Art zwei oder drei Vertreter einer kostbaren Gattung mit fantastischem Laubwerk eingesetzt hätte, die um sich eine Lehre schaffen, Luft spenden und Licht verbreiten. So war dies die Jahreszeit, in der der Bois de Boulogne die größte Verschiedenheit der Substanzen aufweist und in vielfältiger Kombination deutlich abgegrenzte Einzelpartien zeigt. Auch die Stunde half dabei mit. An den Stellen, wo die Bäume noch ihren Laubschmuck trugen, schienen sie eine stoffliche Veränderung von der Linie an zu erfahren, wo die Sonne sie traf, horizontal am Morgen und dann noch einmal einige Stunden später, wenn sie im Augenblick der beginnenden Dämmerung sich wie eine Lampe entzündete und von fernher auf das Blätterwerk einen künstlichen, sengenden Lichtschein fallen dies und die höchsten Spitzen eines Baumes, der selbst der unverbrennliche, farblose Kandelaber seines lodernden Wipfels blieb, in Flammen zu setzen schien. Hier brannte sie die Kastanienblätter ziegelhart und klebte sie wie ein gelbes persisches Mauerwerk mit blauen Ornamenten derb auf den Himmel auf, an einer anderen Stelle löste sie sie mit den gekrümmten goldenen Fingern im Gegenteil von ihm ab. Auf einen von wildem Wein umkleideten Baum fropfte sie, ohne dass man ihn in seiner leuchtenden Pracht deutlich erkennen konnte, in halber Höhe etwas wie einen ungeheuren Strauß aus roten Blüten, vielleicht einer Nelkenart, auf. Die verschiedenen Partien des Bois, die im Sommer unter der Dichte und Einförmigkeit des Grüns ineinander verschwammen, traten jetzt auseinander. Bei einigen ließen lichtere Stellen nunmehr den Eingang sichtbar werden, vor andere pflanzte sich üppiges Laubwerk wie ein Banner auf. Wie auf einer kolorierten Karte sah man Armenonville, Pré-Catalant, Madrid, den Rennplatz, die Ufer des Sees. Hier und da tauchte irgendein unnützes Bauwerk auf, eine künstliche Grotte, eine Mühle, der die Bäume dem Platz freigaben oder die eine Rasenfläche auf einer verwitterten Plattform darzubieten schien. Man fühlte, dass der Bois nicht nur ein Waldgelände war, sondern einer dem Leben seiner Bäume fremden Bestimmung entsprach. Die gehobene Gefühlslage, in der ich mich befand, war nicht die Folge meiner Bewunderung für den Herbst, sondern eines Verlangens. Sie entsprang dem großen Quell einer Freude, die die Seele schon spürt, ehe sie noch ihre Ursache kennt und bevor sie weiß, dass nichts außerhalb von ihr selbst sie hervorgebracht hat. So betrachtete ich jetzt die Bäume mit unbefriedigter Zärtlichkeit, die mehr wollte als sie und sich ohne mein Wissen auf die Meisterschöpfungen der schönen Spaziergängerinnen bezog, die sie jeden Tag ein paar Stunden lang in ihrem Schatten hegen. Ich ging auf die Allee des Acacia zu. Ich schritt durch das Dickicht hin, wo das Morgenlicht durch seine neuen Effekte die Bäume ausputzte, auseinanderstrebende Zweige zu einem Ganzen fügte und eigenmächtig Gewinde schuf. Geschickt zog es zwei Bäume an sich, und mit der machtvollen Schere aus Dunkel und Helligkeit schnitt es von jedem die Hälfte des Stammes und der Zweige ab, flocht die verbleibenden Hälften zusammen und machte einen einzigen Schattenpfeiler daraus, an dem die Besonnung ringsum endete, oder ein leuchtendes Fanal, dessen künstliche glitzernde Konturen ein schwarzer Streifen umsäumte. Wenn ein Sonnenstrahl die höchsten Spitzen beleuchtete, schienen nur sie in feuchtes Gefunkel gehüllt aus der flüssigen, smaragdfarbenen Atmosphäre aufzusteigen, in die das Dickicht eingetaucht war, wie eine Landschaft auf dem Meeresgrund. Denn die Bäume lebten ihr Eigenleben weiter, und wenn sie keine Blätter mehr hatten, so strahlte es nur umso leuchtender aus der Scheide aus grünem Samt, die ihre Stämme umgab, oder dem Weißen im Mai der kugeligen Misteln, die hier und da in den Kronen der Pappeln hingen, rund wie Sonne und Mond in Michelangelos Erschaffung der Welt. Aber da sie nun seit so vielen Jahren schon in einer Art von Symbiose mit der Frau gelebt hatten, riefen sie mir die Drujade in die Erinnerung, das flüchtige, schöne Weltkind, das sie beim Vorübereilen mit ihren Zweigen überdecken und zwingen, auch seinerseits die Macht der Jahreszeit zu verspüren. Sie erinnerten mich an die glückliche Zeit meiner gläubigen Jugend, als ich noch voller Erwartung an diese Stötten kam, wo die Meisterwerke der weiblichen Eleganz ein paar Augenblicke lang zwischen dem unbewusst ihren Zwecken dienenden Laubgestalt angenommen hatten. Aber die Schönheit, nach der die Fichten und die Akazien des Bois die Sehnsucht in mir weckten, verwirrender hierin als die Kastanien und Fliederbüsche des Trianon, die ich ansehen ging, bestand nicht in starrer Form außerhalb von mir in den Erinnerungen einer Geschichtsepoche, in den Werken der Kunst, in einem kleinen Liebestempel, an dessen Fuß goldfingrige Blätter sich häuften. Ich trat wieder an das Ufer des Sees, ich ging bis zum Tiropigeon. Die Vorstellung von Vollkommenheit, die ich in mir trug, hatte ich abgeleitet aus der Höhe einer Viktoria, aus der schnittigen Form der toll dahin jagenden, wespenleichten Pferde, deren Augen, wie die der grausamen Rosse des Diomedes, blutunterlaufen waren, und die ich jetzt in dem Verlangen, wiederzusehen, was ich geliebt, das ebenso glühend war wie jenes, das mich vor Jahren auf diese gleichen Wege geführt, von neuem hätte vor mir haben mögen, in dem Augenblick, wo der riesige Kutscher von Madame Swan unter den Blicken des Faustgroßen und einem kindlichen St. Georg gleichenden Groom ihre stählernen Flanken zu meistern versuchte, die scheu und bebend flogen. Ach, jetzt waren nur noch Automobile da, von bärtigen Mechanikern gelenkt, neben denen ausgewachsene Diener saßen. Ich hätte gern die kleinen, niederen, wie bloße Kränze wirkenden Damenhüte mit leiblichen Augen wiedererblickt, um festzustellen, ob sie noch so reizend waren wie in den Augen meiner Erinnerung. Anstelle der schönen Roben, in denen Madame Swan wie eine Königin aussah, sah ich nur griechisch-angelsächsische Tuniken nach dem Vorbild der Tanagra-Figuren, manchmal auch im Direktuar-Stil, auf gerafftem Liberty-Chiffon, mit Blumen übersät wie eine Zimmertapete. Auf dem Kopf der Herren, die mit Madame Swan in der Allee de Lorraine-Marguerite hätten promenieren können, sah ich nicht mehr den grauen Zylinder von einst, auch keinen anderen Hut. Sie kamen mit bloßem Kopf einher. Für alle die neuen Erscheinungen des Schauspiels fand ich in mir die Überzeugung nicht mehr, die ihnen feste Umrisse, Einheit und Dauer hätte geben können. Sie zogen vereinzelt an mir vorbei. Willkürlich, ohne Wahrheit enthielten sie in sich kein Schönheitselement, das meine Augen wie ehemals hätten versuchen können, mit anderen zu verknüpfen. Es waren Durchschnittsfrauen, deren Eleganz mich nicht überzeugte und deren Toiletten mir unbedeutend schienen. Doch wenn ein Glaube versinkt, so überlebt ihn, und sogar stärker, um besser zu vertuschen, dass wir die Macht, auch den neuen Dingen Wirklichkeit zu verleihen, eben verloren haben, eine fetischistische Anhänglichkeit an jene alten Dinge, die er zu beseelen vermocht, als habe in ihnen und nicht in uns das Göttliche gewohnt, und als habe unsere gegenwärtige Ungläubigkeit einen von außen gegebenen Grund, den Untergang der Götter. Wie grausig, sagte ich zu mir selbst, kann jemand diese Automobile so elegant finden wie die Equipagen von einst? Ich bin ganz sicher schon zu alt. Jedenfalls bin ich nicht für eine Welt gemacht, in der die Frauen sich in Kleider zwängen, die nicht einmal aus wirklichem Stoff gemacht sind. Wozu noch den Schatten dieser Bäume aufsuchen, wenn nichts mehr ist von dem, was früher sich traf unter dem zart sich rötenden Laub, wenn Gewöhnlichkeit und Wahn die Stelle jenes erlesenen Lebens eingenommen haben, das sie einstmals umrahmten? Wie grausig! Ich tröste mich damit, an die Frauen zu denken, die ich gekannt habe, heute, wo es keine Eleganz mehr gibt. Aber wie können Leute, die diese furchtbaren Geschöpfe unter den aus einem Vogelhaus oder einem Gemüsegarten bestehenden Hüten anschauen, sich auch nur eine Vorstellung machen, wie zauberhaft Madame Svan mit einer schlichten, mohfarbenen Kapotte oder einem kleinen Hut aussah, den nur eine einzig aufwärts gerichtete Irisblüte überragte? Hätte ich ihnen auch nur die Aufregung fühlbar machen können, mit der ich morgens im Winter Madame Svan traf, zu Fuß, im Otterpelz, eine einfache Kappe mit zwei Reponposen auf dem Kopf, aber doch mit einem Hauch von der künstlichen Wärme ihres Hauses, allein durch den kleinen Pfeilchenstrauß, der ihr am Gürtel welkte, und dessen lebhaft blauer Blütentuff angesichts des grauen Himmels, der eisigen Luft, der kahlen Bäume den gleichen Reiz besaß, Jahreszeit und Wetter nur als Rahmen zu betrachten, selbst aber in einem menschlichen Hauch in der Atmosphäre dieser Frau zu leben, wie die Blumen in den Vasen und Jardiniären ihre Salons, neben dem brennenden Kaminfeuer, vor dem Seidenkanapé inhatten, die draußen vor dem geschlossenen Fenster den Schnee niederfallen sahen. Es hätte mir im Übrigen auch nicht genügt, dass die Toiletten die gleichen gewesen wären wie zu jener Zeit. Aufgrund des unlösbaren Zusammenhangs, der zwischen den verschiedenen Teilen einer Erinnerung besteht und die unser Gedächtnis wohl ausgewogen in einer Gesamtheit bewahrt, an die wir nicht rühren, von der wir nichts weglassen dürfen, hätte ich dann auch noch meinen Tag im Hause einer dieser Frauen bei einer Tasse Tee in einem Zimmer mit dunkel getönten Wänden wie jenes von Madame Swan, ein Jahr nach dem, mit welchem diese Erzählung schließt, das von dem orangefarbenen Schimmer, der roten Glut, der rosa und weißen Flamme der Chrysanthemen durchleuchtet wurde, in einer Novemberdämmerung beenden mögen. An Augenblicke hingegeben, gleich jenen, die, wie man später sehen wird, mir die Freuden nicht zu entdecken vermochten, nach denen ich damals mich sehnte. Jetzt aber, obwohl sie zu gar nichts mehr führten, kam es mir vor, als hätten diese Augenblicke in sich selbst genügend Reiz besessen. Ich wollte sie gern genauso wiederfinden, wie ich mich ihrer erinnerte. Ach, es gab nur noch weiße Zimmer im Stil Louis Cels, mit dem blauen Emaille der Hortensien getönt. Zudem kam man jetzt erst sehr spät im Jahr nach Paris zurück. Madame Swan hätte mir von irgendeinem Schloss aus geschrieben, sie sei nicht vor Februar wieder daheim, lange nach der Chrysanthemenzeit, wenn ich sie gebeten hätte, mir zuliebe noch einmal jene Elemente der Erinnerung zusammenzutragen, die ich in einem entlegenen Jahr verhaftet wusste, in einer nebelfernen Zeit, zu der ich niemals wieder den Weg zurückfinden würde. Die Elemente, aus denen jenes Verlangen bestand, das mir ebenso unerreichbar geworden war wie die Lust, die ich damals vergebens gesucht. Es hätten dazu auch noch dieselben Frauen sein müssen, die, deren Toiletten mich interessierten, denn damals, als ich noch gläubig gewesen war, hatte meine Einbildungskraft in ihnen allen etwas ganz Eigenartiges gesehen und sie mit Legenden umwoben. Ach, in der Avenue de Sacassia, in dem Myrtenhain, traf ich noch manche von ihnen an. Sie waren gealtert und nur noch grausige Schatten dessen, was sie einstmals waren. Sie irrten umher und schienen wie verzweifelt in diesen virgilischen Bosquets nach irgendetwas zu suchen. Lange schon waren sie wieder fort, als ich die verlassenen Wege noch immer vergeblich durchwanderte. Die Sonne hatte sich versteckt. Die Natur begann im Bois wieder ihr Reich aufzurichten, nachdem die Idee verloren gegangen war, dies sei das Elysium der Frau. Der wirkliche Himmel über der künstlichen Mühle war von Wolken verhangen. Der Wind durchfurchte den Grand Lac mit kleinen Wellen wie jeden anderen See. Mächtige Vögel durchzogen dem Bois, als sei er eben ein Wald und fiel mit schrillen Schreien auf großen Eichen ein, die unter druidischen Kronen und in dodonäischer Majestät die unwirtliche Öde des entzauberten Haines laut zu verkünden schienen und mich verstehen lehrten, welcher Widersinn darin liegt, wenn man die Bilder der Erinnerung in der Wirklichkeit sucht, wo immer der Reiz ihnen fehlen muss, der im Gedächtnis wohnt und mit den Sinnen nicht wahrgenommen werden kann. Die Wirklichkeit, die ich einst kannte, existierte nicht mehr. Es genügte, dass Madame Swan nicht mehr als immer die gleiche im gleichen Augenblick unter ihren Bäumen erschien, und schon war die Avenue eine andere geworden. Die Städten, die wir gekannt haben, sind nicht nur der Welt des Raumes zugehörig, in der wir sie uns denken, weil es bequemer für uns ist. Sie waren nur wie ein schmaler Streif in die Eindrücke eingewoben, aus deren ununterbrochener Folge unser Leben von damals bestand. Die Erinnerung an ein bestimmtes Bild ist wehmutsvolles Gedenken an einen bestimmten Augenblick. Und Häuser, Straßen, Avenuen sind flüchtig. Ach, wie die Jahre! Sie hörten Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Teil 1 in Zwanzwelt von Marcel Proust Aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens Gelesen von Peter Matitsch Produktion der Hörverlag Senderfreies Berlin 2001 Auf Wiederhören bei Audible